Prolog »Senatoren«, begrüßte Fawcett die Besucher, während er in seinen weichen, teuren Stubs and Wooten-Slippern mit Monogramm über den glänzend polierten Fußboden schritt. »Es freut mich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben.« Kostbare, in Leder gebundene Bücher schmückten das Arbeitszimmer vom Boden bis zur Decke, die meisten davon Erstausgaben. Schwere Sandvorhänge versperrten den Blick hinaus auf das eiskalte Wasser des berühmten Lake Geneva, Namensvetter des Schweizer Genfer Sees, im Süden von Wisconsin. Die mit Ungeduld erwarteten Gäste des Industriellen saßen in zwei ledernen Clubsesseln beim offenen Kamin. Senator Russell Rolander statt als Erster auf. »Donald, schön dich zu sehen!« Der Senator streckte die fleischige Pranke aus und schüttelte Fawcett die Hand. Rolander und Fawcett waren an der University of Illinois Zimmergenossen gewesen. Der Senator ein Football-Ass, schon ab College, der sich danach viele Jahre bei den Chicago Bears hervorgetan hatte, bevor er in die Politik ging. Rolander war langjähriges Mitglied des Senats, seit langem einer der einflussreichsten Lobbyisten in Washington, hatte einen der begehrten Posten im Ausgabenausschuss inne und besaß ein Wochenendhaus gleich die Straße hinab von Fawcett. Der New Yorker Senator David Snyder stand weitaus langsamer auf und schüttelte Fawcetts Hand auch erst, als der ihm diese entgegenstreckte. Seine Gegner bezeichneten Snyder als hinterhättiges, kleines Arschloch, denn er hatte die felsigen Höhen der politischen Landschaft erklommen, indem er einem einzigen, aber wirkungsvollen Mantra gefolgt war. »Was du nicht willst, dass man dir tu, das füge schneller anderen zu.« Er beherrschte jeden schmutzigen Trick, und es gab nur wenige Menschen auf dem Washingtoner Parkett, die es gewagt hatten, sich ihm in den Weg zu stellen. Wer das versuchte, überlebte politisch nicht lange. Snyder war ein schmächtiger Mann mit weichen Zügen und damit das komplette Gegenteil des hühnenhaften, grobschlechtigen, blonden Rolander. Was Senator David Snyder an körperlicher Größe vermissen ließ, machte er allerdings mit seiner Intelligenz mehr als wett. Sein Intellekt und sein unfehlbares Gespür für Strategie hatten ihm einen Dauersitz im Senatsausschuss zur Aufsicht über die Nachrichtendienste verschafft. In den vergangenen sieben Jahren hatte es keine verdeckte Operation gegeben, die nicht in irgendeiner Form Snyders Handschrift trug. Fawcett hatte ein Fable für das Theatralische. Nach der Begrüßung nahm er eine Fernbedienung aus einem ägyptischen Intasienkästchen auf seinem Schreibtisch und richtete sie auf eines der prächtigen Bücherregale rechts vom Kamin. Die falsche Wand glitt zurück und gab den Durchgang zu einem kleineren Raum frei. Dieser maß etwa fünfmal fünf Meter, und die weißen Wände waren mit Rokoko-Zierleisten geschmückt und mit weiteren ledergebundenen Büchern bestückt. Der Duft von Honig durchzog den Raum. Auf dem Parkett lag ein großer orientalischer Teppich, und in der Südwestecke befand sich ein kleiner, offener Kamin mit einem Sims aus Marmor. Den Rauchabzug teilte er sich mit dem Kamin im großen Arbeitszimmer, was dabei half, dieses kleine Zimmer vor Fremden geheim zu halten. An den Wänden hingen mehrere Spiegel in vergoldeten Rahmen, in denen sich der raumgreifende antike Sekretär, der in der Mitte des Raumes stand, spiegelte. Gegenüber dem Sekretär befand sich eine vorne im Couch mit hübsch gedrechselten Beinen. Fawcett lud seine Gäste mit einer Handbewegung ein, ihm in den kleineren Raum zu folgen. Sobald sie sich alle in dem Zimmer befanden, drückte er einen Knopf auf seiner Fernbedienung. Die Wand glitt hinter ihnen zurück, an ihren ursprünglichen Platz. Dann drückte Fawcett ganz leicht mit den Fingerspitzen gegen mehrere nebeneinander stehende falsche Buchrücken in einem der Bücherregale. Sie sprangen heraus, und dahinter verbargen sich mehrere Kristallkaraffen. »Wie wäre es mit einem Brandy?«, fragte Fawcett, während er ein großes Kognakglas und die Karaffe mit der bernsteinfarbenen Flüssigkeit herausnahm. »Ich nehme einen,« erwiderte Rolanda. »A Scotch of Ice, wenn Sie den haben,« sagte Snyder. Während Fawcett die Drinks einschenkte, bat er die beiden mit einer Geste, auf der Couch Platz zu nehmen. Rolanda, der sich in seiner Haut offensichtlich ganz wohl fühlte, ließ sich sofort auf das antike Sofa sinken. Snyder dagegen ließ sich zeilt und drehte zuerst eine Runde durch den kleinen Raum, augenscheinlich und dessen opulente Ausstattung zu bewundern. Das kleine Hightech-Gerät an seinem Gürtel, das wie ein Piepser aussah, diente zum Aufspüren von Überwachungstechnik wie Wanzen und Mikrofonen. Es hatte wie verrückt vibriert, als man ihn und Rolanda durch die langen Flure von Fawcett's palastartigem Zuhause zum Arbeitszimmer geführt hatte. Als geübter Kenner von Sicherheits- und Überwachungssystemen waren Snyder viele der sichtbaren Sicherheitsvorkehrungen Fawcett's direkt ins Auge gefallen. Und er hatte erraten, wo sich noch weitere, mit dem bloßen Auge nicht erkennbare, befanden. Zweifellos besaß Fawcett nur das Beste, was für Geld zu bekommen war. Als extrem vorsichtiger Mensch überließ er niemals etwas dem Zufall. So viel wusste Snyder über ihn, und das war auch einer der Gründe, wieso er sich überhaupt auf diese Sache eingelassen hatte. Das Gerät hatte nicht einmal vibriert, seit sie den geheimen Raum betreten hatten. Daher war sich Snyder für den Moment sicher, dass ihr Gespräch nicht überwacht wurde. Er nahm sein Glas mit drei Fingern hoch Scotch von Fawcett entgegen und setzte sich neben Rolanda auf das Sofa. »Donald, ich finde, wir sollten alle unsere Besprechungen in diesem Zimmer abhalten,« meldete sich der breitschuttrige Senator zu Wort. »Es gefällt mir. Ich würde sogar sagen, dass es eines meiner Lieblingszimmer im gesamten Haus ist.« »Was ist das für ein Geruch?« fragte Snyder nach. Er kannte diesen Duft, konnte ihn aber nicht zuordnen. Und noch viel weniger hätte er sagen können, warum er ihn so erregend fand. »Kommt mir seltsam bekannt vor. Das riecht wie eine Art Puder.« »Es ist Honig,« erklärte Fawcett. »Genauer gesagt, ist es Bienenwachs. Die Holzfußböden werden damit poliert.« Als Fawcett das Wort »Honig« aussprach, wusste Snyder sofort, warum ihm der Geruch so vertraut war. Und auch, warum er ihn erregte. Mitchell Conte, oder Mitch, wie ihn alle genannt hatten, war vor zwei Sommern Teil von Senator Snyders Stab geworden. Mit seinen 23 Jahren ein auffallend gut aussehender junger Mann genoss er rasch große Beliebtheit im Umfeld des Capitol Hill. Und er wusste, seine Beliebtheit zu nutzen, ging mit einer ganzen Reihe weiblicher Berater und Angestellte aus, während es für Außenstehende aussehen musste, als ob Conte heterosexuell sei, wusste David Snyder es besser. Die elektrisch aufgeladene Spannung zwischen David und Mitch hatte vom Tag ihres Kennenlernens anbestanden. Und dann kam das Wochenende, an dem Mitch dem Senator wichtige Unterlagen ins Stadthaus brachte. Die langen Blicke, die sie über einen Drink wechselten, führten sie an diesem Tag direkt ins Schlafzimmer. Mitch fuhr total auf ein Produkt ab, das er in einem Sexshop aufgestöbert hatte. Karma Sutra Honeydurst. Ein sehr fein gemahlenes Puder, das nach Honig duftete und schmeckte. Mit einem kleinen Federwisch pinselte er Snyders gesamten Körper damit ein und leckte den Honigstaub dann wieder ab. Das hatte nicht nur David gefallen, sondern auch den vielen Frauen, die bisweilen sein Bett teilten, zwischen Mitch's Besuchen. Die halbleere Dose Honigstaub im Schränkchen unter dem Waschbecken in seinem Bad war die einzige Erinnerung, die Snyder von seinem jungen Liebhaber geblieben war. Die Affäre ging schon mehrere Monate lang, als Snyder herausfand, dass Mitch nicht nur etwas mit einem weiteren Mann laufen hatte, sondern dass er auch noch plante, ihn zu erpressen. ihn, David Snyder, einen der mächtigsten New Yorker Senatoren der Geschichte. Snyder hatte zu viel erreicht, um es wegen so etwas aufs Spiel zu setzen. Zwei Wochen später wurden Mitch und sein anderer Liebhaber Opfer einer Schießerei. Einfach so, aus einem vorbeifahrenden Wagen. Unter den Politikern herrschte große Entrüstung, dass so etwas immer wieder vorkommen konnte, und dieses Mal hat es auch noch einen aus ihrem engen Umfeld erwischt. Aber der Zorn verrauchte schnell, und die Toten gingen ebenso rasch in die Polizeistatistik der Hauptstadt ein wie alle anderen. Das gesamte Zimmer und alles, was sich hier drin befindet, einschließlich des Bienenwachses von Bonon, ist eine exakte Kopie des geheimen Arbeitszimmers von Ludwig XV. in Versailles, prallte Fawcett. Und dieser Sekretär, fuhr er fort, während er mit der Hand über das glatte Holz strich, ist tatsächlich der echte Schreibtisch Ludwigs des Fünfzehnten. Das erste Zlinderbüro, das je hergestellt wurde. Das Ding, das heute in Versailles steht, ist eine Kopie, aber diese Trottel versuchen allen Ernstes es den Leuten als den Echten zu verkaufen. Ich habe dir erzählt, wie wir den bekommen haben, nicht wahr? Ja, wollte Fawcett von Senator Rolanda wissen. Ja, du hattest ihn früher in deinem Haus in Chicago. Nun, Senator Snyder hat die Geschichte noch nicht gehört. Fawcett sah Snyder an und hob eine Augenbraue, als ob er sagen wollte, das werden sie niemals glauben. Als das französische Volk den Palast von Versailles gestürmt hat, haben sie die Gemälde behalten und das Mobiliar verkauft. Diese spießigen Akademiker, die das Schloss heute am Laufen halten, haben die ganze Welt durchkennt und versucht, die ganzen Möbel zurückzukaufen. Sie haben ganz klar gesagt, dass sie den Sekretär für ein nationales Kulturgut halten und alles in ihrer Macht stehende tun würden, um ihn zurückzubekommen. Sie behaupten auch, dass sie direkt mit der vorherigen Besitzerin verhandelt hätten, aber das ist völliger Blödsinn. Die Besitzerin war eine gerissene alte Dame, die das Ding ganz diskret bei Sotheby's angeboten hat, um einen Bieterwettstreit anzufachen. Alles ohne mediales Aufhebens. Ich habe einen meiner Anwälte aus Amsterdam beauftragt, mich als anonymen Bieter zu vertreten. Die Franzosen haben von Anfang an hohe Gebote abgegeben und wir haben immer schön mitgezogen. Um keinen Preis wollte ich denen das schöne Stück überlassen. Bill Gates ist auch um das Ding herumgeschlichen und ich habe mir echt Sorge gemacht, dass er mir in die Quere kommen würde, aber nach einer Weile hat er das Interesse verloren. Als die anderen Bieter alle aus dem Rennen waren und wir Kopf an Kopf mit den Franzosen lagen, haben wir sie gewinnen lassen? Snyder lehnte sich überrascht nach vorn. Wenn die das Höchstgebot hatten, wie kommt es dann, dass Sie am Ende dennoch den Sekretär bekommen haben? Das werde ich Ihnen sagen, freute sich Fawcett. Und bei aller Bescheidenheit, die Sache war brillant eingefädelt. Wir hatten ein Mädel eingeschleust, das die Bankgeschäfte abgewickelt hat. Bei Sotheby's herrschen sehr strenge Regeln, insbesondere wenn es um Auktionen dieser Größenordnung geht. Denen ist es egal, ob du Charlie de Gaulle oder Charlie Smith heißt. Wenn du das Geld nicht rüberwachsen lässt, kommt sofort der Nächste dran. Die haben sich direkt an uns gewandt, als das Geld der Franzosen auf sich warten ließ und gefragt, ob wir bereit seien, in Höhe des Gebotes zu zahlen. Währenddessen sind die Finanzmänner schier verrückt geworden, weil sie einfach nicht draufkamen, was da schiefgelaufen war. Ha, das war großes Kino. Unser Mädchen hat alles so hingedreht, dass kein Verdacht auf sie fiel. Es sah so aus, als hätte die Bank in Frankreich den Kapitalfehler gemacht. Und wir konnten den Sekretär für weit weniger bekommen, als wir hätten blechen müssen, wenn es einen richtigen Bieter-Wettstreit gegeben hätte. Und ganz im Vertrauen, die Finanzmänner zu verarschen, hat mir an der Sache am besten gefallen. Rolanda hatte die Geschichte schon einmal gehört. Aber die Arglist, seines alten Zimmergenossen vom College, brachte ihn erneut zum Schmunzeln. Rolanda war beeindruckt, wie weit Fawcett es gebracht hatte, nur aufgrund seiner unbändigen Willenskraft und Persönlichkeit. Manchmal fragte er sich, wo er heute wohl stünde, wenn er auch so skrupellos gewesen wäre. Ein Senator zu sein, war nun wirklich nicht übel. Und Russ Rolanda hatte seinen Posten nicht dadurch bekommen, dass er auf seinem Hintern saß und darauf wartete, dass ihm die Dinge in den Schoß fielen. Aber wie mochte es wohl sein, wenn man so viel Geld und Macht hatte wie Fawcett? Wie würde es sich anfühlen, wenn er all seine Laster aus der eigenen Tasche bezahlen könnte, anstatt auf den stetigen Strom von Fawcetts Einzahlungen auf sein Konto in der Karibik angewiesen zu sein? Hm. Wenn du schon bestechlich bist, überlegte Rolanda, dann warst du wenigstens so klug, dich von einem Mann mit sehr tiefen Taschen bestechen zu lassen. Snyders Reaktion war ziemlich ähnlich. Auch er war fasziniert davon, was Fawcett alles zu tun bereit war, um zu bekommen, was er wollte. Snyder führte eine bizarr anmutende Kameradschaft mit seinem Gegenüber, denn genau wie Fawcett kannten seine Leidenschaften keine Grenzen. und genau wie er wäre er bis zum Letzten gegangen, um die Welt dazu zu zwingen, ihm zu geben, was er wollte. Aber so viel sie auch gemeinsam haben mochten, eins wusste Snyder ganz genau. Er war schlauer, als Donald Fawcett es jemals werden würde. Auf diese Weise habe ich mir also mein kleines Ludwig der Fünfzehnte Zimmer gesichert, fuhr Fawcett prahlerisch fort. Um wie viel möchten Sie wetten, dass er Marie Antoinette auf genau dieser Couch gebumst hat, auf der Sie jetzt sitzen? Snyder versuchte, das leise Lächeln zu unterdrücken, verzog aber unwillkürlich seine Mundwinkel. Fawcett mochte unglaublich viel Geld besitzen, aber von Geschichte hatte er null Ahnung. Marie Antoinette war nicht mit Ludwig dem Fünfzehnten verheiratet gewesen, sondern mit Ludwig dem Sechzehnten. Ich bekomme immer, was ich will. Ist das nicht so, Russ? Allerdings, stieß Rolander hustend hervor, denn Fawcett, der beim Reden hinter der Couch vorbeigegangen war, hatte ihm just in dem Moment einen harten Klaps auf den Rücken verpasst, als er einen Schluck von seinem Randy genommen hatte. Snyder mochte es gar nicht, dass Fawcett wie ein Bussard auf der Suche nach einem verwundeten Beutetier im Zimmer herumging. Er fühlte sich besser, als der Mann sich endlich hinter seinen Schreibtisch setzte. Aber genug von diesem Geschwätz, entschied Fawcett, während er in sein Glas schaute und den Brandy leise schwenkte, um das süße metallische Aroma in seine Nase steigen zu lassen. Wo stehen wir? Rolander setzte sich gerade hin, sodass seine beeindruckende Statur die Couch dominierte und räusperte sich. Wie du weißt, Donald, geht der Deal soweit vollkommen glatt voran. Unser ausländisches Kapital liegt bereit und die Informationen, die wir im Vorfeld erhalten haben, passen ganz genau zu unseren Berechnungen, so wie wir das erwartet haben. Bei einem Vorhaben wie diesem kann man nicht genug betonen, wie wichtig es ist, sich in alle Richtungen abzusichern. Fawcett unterbrach Senator Rolander. Das ist die eine Sache, die mich an Politikern schon immer gestört hat, dass es euch ständig nur darum geht, euren eigenen Rücken freizuhalten, obwohl ihr euch eigentlich darum kümmern solltet, euren Job zu machen. Hör zu, Donald, warf Rolander ein. Tu verdammt noch mal nicht so, als wüsstest du alles besser. Es geht hier um eine sehr ernste Sache, und wenn du glaubst, da würde ich mich nicht in alle Richtungen absichern, dann hast du dich geschnitten. Gegen das Absichern ist ja auch gar nichts zu sagen, was. Du darfst bloß nicht so viel Zeit damit verbringen, über die Schulter nach hinten zu schauen, dass du gar nicht mehr mitbekommst, was sich vorne abspielt. Verstehst du mich? Ja, klar verstehe ich dich. Ich hoffe nur, du verstehst, wie der Hase läuft. Was wir vorhaben, ist kein Kinderspiel, kein leichtes Geschäft. Der kleinste Fehler kann daraus ein riesiges, chaotisches Desaster machen, und dann müssen wir alle rennen wie die Hasen. Oder Schlimmeres. Halt mir keinen Vortrag, Russ. Ich weiß, dass es eine große Sache ist. Da stecken schließlich Milliarden von meinem Geld drin. Großer Gott, bei all den Problemen mit Stromausfällen, die wir alleine Kalifornien haben, sollte man doch meinen, dass wir die Beschaffung und Nutzung fossiler Brennstoffe weiter ausbauen müssen, anstatt zurückzufahren. Was zur Hölle denken die sich eigentlich? Alternative Energiequellen? Die sind nicht nur gefährlich und unberechenbar, man kann sie der amerikanischen Bevölkerung auch kaum schmackhaft machen. Du vergisst die Treibhausgase und die globale Erwärmung, erinnerte Rolanda ihn. Ach, scheiß auf die Treibhausgase, scheiß aufs Kyoto-Protokoll und scheiß auf die globale Erwärmung, schimpfte Fossett. Das ist doch allein ein Haufen immer noch unbewiesener Mist. Ich habe zweistellige Millionenbeträge investiert, damit du und deine Kollegen in Washington in dieser Sache die richtigen Weichen stellen. Herrgott noch mal, wenn ich nie wieder einen Lobbyisten oder Politiker mit ausgestreckter Hand sehen müsste, hätte ich immer noch viel zu viele für ein Leben gesehen. Aber was hat mir all das Schmiergeld unterm Strich gebracht? Absolut gar nichts hat's mir gebracht. Wenn diese Senkung der Ausgaben für fossile Brennstoff ratifiziert wird, dann mag ich gar nicht darüber nachdenken, wie viel Geld ich dabei verliere. Nicht genug damit, dass die Regierung uns dazu gezwungen hat, Strom an Staaten wie Kalifornien zu lächerlich niedrigen Preisen zu verkaufen. Aber jetzt wollen die noch weitergehen und uns Schritt für Schritt den gesamten Markt wegnehmen. Ich habe diese Sache mit allen legalen und halblegalen Mitteln bekämpft. Und jetzt bin ich ein für allemal am Zug. Und das bringt mich zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, Donald. Damit uns die ganze Sache nicht um die Ohren fliegt, muss unsere Strategie lupenrein sein, sagte Rolanda. Entspann dich, Russ. Ich hatte schon gesagt, dass ich alle Einzleiten bedacht habe. Denkst du denn, dass ich den Deal aufs Spiel setzen will? Außerdem kann euch beide absolut niemand damit in Verbindung bringen. Nicht einmal der Weihnachtsmann, okay? Ist angekommen, bestätigte Rolanda. Aber eins sollte dir klar sein, Donald. Es ist mir egal, wie viel Geld du in diesen Deal gesteckt hast. Und es ist mir auch egal, wie viel du dabei verlieren kannst. Keine Planänderungen mehr, die Sache wird genauso durchgezogen, wie wir sie geplant haben. Du solltest doch nun wirklich am besten wissen, dass ich recht habe mit meinen Bedenken. Unsere Partner im Ausland sind nicht glücklich darüber, dass du den Abschluss vorgezogen hast. Überlass die Sorge darüber ruhig mir, verlangte Fossard. Wie ich schon früher gesagt habe, überlass die ganzen Sorgen mir. alle Beteiligten werden extrem großzügig für ihre Mitarbeit entschädigt und es gibt für niemanden einen Grund, jetzt nervös zu werden. Der Abschluss wurde vorgezogen, weil der Abschluss eben vorgezogen werden musste. So ist das Geschäft. Wir sind doch alle Profis und Fachleute. Also verhalten wir uns auch so und machen weiter wie geplant. Und jetzt? Fossard rieb sich erwartungsvoll die Hände und lehnte sich über seinen Sekretär nach vorne. Was sagt der Stargazer denn dazu? Zwei Augenpaare richteten sich auf Senator Schneider und warteten auf seinen Bericht. Schneider atmete tief durch und glättete eine Knitterfalte an seinem Hosenbein, bevor er zu sprechen begann. Wie erwartet hat er zugestimmt, als Akteur ins Spiel mit einzusteigen, aber er hatte ein paar Bedenken. Er hatte keine Einwände außer denen, die wir vorgesehen haben. Sehe ich das richtig? Das ist korrekt, bestätigte Schneider. Diesen Teil des Spiels, die Psychologie der Beeinflussung liebte Fossard ganz besonders. Er hatte genau gewusst, wie Stargazer reagieren würde. Zuerst entrüstet über den Vorschlag, den er als indiskutabel bezeichnete. Dann begann das Streicheln und Stechen, wie er es gern nannte. Zuerst streichelte man das Ego, dann stach man ins Wespennest der Ängste. Es handelte sich um eine uralte Taktik, aber sie funktionierte jedes Mal. Je von sich eingenommener die Persönlichkeit, desto größer der Erfolg. Stargazer war sehr von sich eingenommen, auch wenn er das sehr gut vor anderen verbarg. Die Fähigkeit, seine Selbstverliebtheit zu kaschieren, war Stargazers größte Stärke. In Menschen hineinzuschauen und ihre Motivation zu erkennen und diese Motivation so zu manipulieren, dass es ihm zum Vorteil gereichte, war Donald Facets größte Stärke. Wovon redet ihr beide denn jetzt, wollte Rolander wissen. Worüber wir reden, gab Snyder zurück, ist, dass Mr. Facet, Stargazer, völlig Er hat ganz genau vorhergesagt, welche Einwände und Bedenken Stargazer haben würde. Er hat gewusst, welche Karten wir in welcher Reihenfolge ausspielen müssen, damit wir ihn ganz sicher an Bord bekommen. Stargazer hat uns eine kurze Liste von Forderungen überlassen und nur, wenn wir denen ohne Einschränkung zustimmen, beteiligt er sich an der Sache. Die Liste sieht exakt so aus, wie Mr. Facet es vorhergesehen hat. Rolander warf Facet einen beeindruckten Blick zu. Er hat also zugestimmt, mitzumachen? Das hat er allerdings, erwiderte Snyder. Kommen wir also zu seinen Bedingungen. Facet lehnte sich in seinem Stuhl zurück und lächelte. Bedingung Nummer eins, nachdem der Deal über die Bühne ist, muss der Präsident ins Weiße Haus zurückgebracht werden. Snyder machte eine Kunstpause, bevor er den Satz beendete. Und zwar lebend. Eins Der Außentemperaturfühler warnte ihn mit einem Piepsen vor möglicherweise vereister Fahrbahn. Gerhard Miner hielt das lederbezogene Lenkrad seine schwarzen Audi A6 etwas fester. Und auch sein Fuß in Gucci-Schuhwerk trat das Gaspedal weiter durch. Die Sonne sank über dem Luzerner See und der kalte Wind, der schon seit dem Mittagessen geweht hatte, wurde wieder kräftiger. Ach, und was für ein Mittagessen das heute war, dachte Miner genießerisch, während die schnittige schwarze Limousine dicht am Ufer des aufgewühlten Schweizer Sees entlang glitt. Einfach exquisit. Claudia Müller, eine Ermittlerin der Bundesanwaltschaft, hatte Miner wiederholt zu einem Treffen gedrängt, um über die fehlenden Waffen- und Ausrüstungsgegenstände zu sprechen, die aus einem Militärstützpunkt nahe Basel verschwunden waren. Kisten voller Nachtsichtgeräte, Blendgranaten, Sturmgewehre der Schweizer Sondereinsatzkommandos, Panzerabwehrraketen, Plastiksprengstoff und einige nichttödliche Waffen der nächsten Generation, die als Dazzler oder Blendwaffen bekannt waren, all das war auf mysteriöse Weise verschwunden. Obwohl Claudia ihm versichert hatte, dass ihre Fragen reine Routine waren, hatte Miner sie seit über zwei Monaten immer wieder abgewimmelt. Mit der simplen Behauptung, dass seine Fallbelastung so hoch sei, dass er keinen Moment Zeit finden könne, um sich mit ihr zu treffen. Sie müsse doch einsehen, dass die Sicherheit der Schweiz, für die er die Verantwortung trug, wichtiger war, als ein paar Routinefragen, die sie ihm zu stellen gedachte. Er hatte eigentlich erwartet, dass sie es irgendwann aufgeben würde. Aber das tat sie nicht. Claudia wollte unbedingt mit Miner reden und dafür hatte sie gute Gründe. Vor fünf Jahren hatte er eine Spezialeinheit des Schweizer Geheimdienstes befähigt, die dafür zuständig war, die Sicherheit von Militärbasen und Waffenanlagen in dem kleinen Land zu testen. Miner war so erfolgreich darin gewesen, die Sicherheitsvorkehrungen der Stützpunkte zu umgehen oder auszuheben, dass die Einheit aufgelöst wurde. Man befürchtete, die Militärführung zu sehr in Verlegenheit zu bringen. Daher wurde Miner in eine andere Abteilung des Geheimdienstes versetzt. Miner hatte diese Spezialeinheit nicht nur befehligt, er hatte sie auch selbst erschaffen. Die Idee für die Division mit dem passenden Namen der Nebel entsprang dem Training, das Miner im Rahmen eines binationalen schweizerisch-amerikanischen Austauschprogramms in Little Creek im Bundesstaat Virginia genossen hatte. Little Creek war der Orb, an dem die US-Navy SEAL-Teams für atlantische, lateinamerikanische und europäische Operationen zugewiesen waren. Außerdem befand sich dort die Special Warfare Development Group der Navy. Nicht zu verwechseln mit der DEAF Group, der Eliteeinheit zur Terrorismusbekämpfung, die früher unter dem Namen SEAL-Team-6 bekannt war. Denn die war in Dunnack beheimatet, ebenfalls in Virginia. Die SWDG dagegen war die Ideenschmiede der SEALs, in der neue Waffen, Ausrüstung, Kommunikationssysteme und Taktiken entwickelt wurden. Die lange Liste langweiliger Fragen, die ihm die Agentin der Behörde geschickt hatte, interessierte Mina rein gar nicht. Aber ihre Hartnäckigkeit weckte dann doch seine Neugier. Er forderte eine Kopie der Personalakte von Claudia Müller an, dank seiner Position als einer der ranghöchsten Geheimdienstoffiziere der Schweiz war es nicht schwer, an die Akte heranzukommen, und seine Anfrage schien auch keineswegs außergewöhnlich. Mina blätterte Müllers Akte mit minimalem Interesse durch, aber als er die letzte Seite erreichte, hielt er inne. Die letzte Seite war immer am interessantesten. Dort befanden sich ihr Dienstfoto, ihr jüngstes Passfoto und, was am allerbesten war, ein Zeitungsfoto von einem Kletterwettbewerb, bei dem sie den ersten Platz belegt hatte. Im Gegensatz zu den ernst wirkenden Dienst- und Passbildern zeigte dieses Foto eine stolze, energische Frau. Ihr Gesicht war gerötet. Man sah ihr das Adrenalin und die Erregung des Wettkampfes an. Sie war hinreißend. Es gab keinen Grund, Claudia Müller noch länger hinzuhalten. In diesem Moment wusste Mina, dass er sie nicht nur treffen, sondern sie auch besitzen musste. Knappe eineinhalb Stunden entfernt saß Claudia Müller in ihrem Berner Büro in der Bundesanwaltschaft und studierte zum tausendsten Mal Gerhard Miners Akte. Von all den Leuten, mit denen sie im Zuge der Untersuchung gesprochen hatte, war Mina am schwierigsten festzunageln gewesen. Natürlich hatte er Gründe für seine Unerreichbarkeit. Und die waren auch alle schlüssig, wie Claudia überprüfen konnte, als sie ihre Chefin bat, bei ihren Kontakten im Verteidigungsministerium nachzuhaken, aber etwas störte sie dennoch daran. Es mochte an ihrem typisch schweizerischen Fetisch für Organisation und Aufgeräumtheit liegen, aber irgendetwas an Mina passte nicht ins Bild. Mina war 53 Jahre alt und ledig. Ein gutaussehender Mann, knappe 1,90 Meter groß und körperlich extrem fit. Sein graues Haar verriet den teuren Friseur und auch die italienischen Maßanzüge saßen perfekt. Fast jede Frau würde Gerhard Miner als ausnehmend guten Fang bezeichnen. Wieder betrachtete sie die Fotos und fixierte die tiefbraunen Augen, als das Telefon klingelte. Hallo, meldete sich Claudia, den Blick immer noch auf die Akte gerichtet. Fräulein Müller, hier spricht Gerhard Miner vom SND. Der streng geheime strategische Nachrichtendienst war dem Verteidigungsministerium unterstellt und verantwortlich für die Spionageabwehr in der Schweiz. Darüber hinaus wusste niemand viel mehr über die Abteilung, nicht einmal die bestinformierten und vernetzten Schweizer Bürger. Claudias Aufmerksamkeit wandte sich sofort von den Bildern ab und der Stimme am anderen Ende der Leitung zu. Oh, Herr Miner, was verschafft mir die unerwartete Ehre ihres Anrufs? fragte sie freundlich und verbarg ihre Spannung. Nach zwei Monaten hinterlassener Nachrichten und ausbleibender Rückrufe war sie begeistert, den Mann endlich persönlich am Apparat zu haben. Miner lehnte sich in seinem Stuhl zurück und fragte sich, was Claudia wohl anhatte. Er stellte sie sich in provokativer Aufmachung vor. Völlig unangemessen für den Büroalltag einer Frau in ihrer Position. Seine Gedanken wanderten weiter, während er wie auf Autopilot antwortete, »Die Ehre ist ganz auf meiner Seite.« Ich kann mich nicht erinnern, wann eine Frau zuletzt so unnachgiebig Jagd auf mich gemacht hat. Ich glaube kaum, dass meine wiederholten Bitten um Informationen im Rahmen einer offiziellen Untersuchung in die Kategorie fallen, die Ihnen da gerade vorschwebt, Hermina. Natürlich nicht. Ich bitte um Entschuldigung. Passen Sie auf. Bei mir ist morgen ein Zeitfenster frei geworden, da kann ich Sie treffen, wenn Sie das immer noch wollen. Aber danach werde ich wieder sehr beschäftigt sein mit einem laufenden Auftrag. »Sehr gut«, erwiderte Claudia. »Ich komme zu Ihnen ins Büro. Wie wäre es gegen...« »Oh, das geht nicht. Tut mir leid.« »Wieso?« »Ich werde morgen nicht vor Ort sein. Ich nehme mir ein paar Stunden frei und bin in meinem Haus in Luzern.« Es war nicht unüblich für Regierungsbeamte, nur eine kleine Wohnung in der Hauptstadt zu besitzen und an den Wochenenden in ihre jeweilige Heimat zu pendeln. Die Schweizer besaßen eine ausgeprägte Loyalität gegenüber ihren Heimatkantonen und Elternhäusern. Claudia verbrachte selbst zahlreiche Wochenenden bei ihrer Familie in Grindelwald, in dem Haus, das eines Tages ihr gehören würde, wenn ihre Eltern nicht mehr da waren. Sie überlegte kurz, wie lange sie von Bern nach Luzern brauchen würde und ob sie besser das Auto oder den Zug nehmen sollte. »Passen Sie auf«, begann Mina. »Schon wieder dieses »passen Sie auf«, dachte Claudia. Nachdem er ihr zwei Monate lang ausgewichen war, hätte sie ihn am liebsten angeschnauzt. Aber sie wusste, dass sie sich zusammenreisen musste. Sie hatte sich erst kürzlich für eine neue Position innerhalb ihrer Behörde beworben. Einem der meist respektierten Agenten des Verteidigungsministeriums auf die Füße zu treten, würde ihr ganz sicher nicht dabei helfen, die Karriereleiter zu erklimmen. Der Alltag bei der Bundesanwaltschaft war ihr extrem langweilig geworden. Sie hatte die Stelle angenommen, als sie frisch von der Uni kam, den Abschluss in Jura gerade erst in der Tasche. Sie beherrschte alle vier offiziellen Landessprachen der Schweiz. Deutsch, Italienisch, Französisch und selbst das nur selten gesprochene Rätoromanisch. Ihre Englischkenntnisse waren ebenfalls fließend. Ihr beneidenswertes Sprachtalent, ihrer hartnäckiger Art und der genaue Blick fürs Detail machten sie zu einer sicheren Kandidatin für die Bundespolizei, die Ermittlungsabteilung der Bundesanwaltschaft. So sehr Claudia ihre Tätigkeit als Ermittlerin zunächst auch geliebt hatte, inzwischen sehnte sie sich nach der Beförderung, die sie aus der glorifizierten Position als profane Kriminalbeamtin herausholen und sie auf Fälle ansetzen würde, die viel spannender waren und bei denen sie tatsächlich jemanden strafrechtlich verfolgen konnte. Aber ganz gleich, wie sehnlichst Claudia sich wünschen mochte, in eine andere Abteilung versetzt zu werden, sie hätte niemals eine laufende Ermittlung aufs Spiel gesetzt. Diesen Fall nicht zu lösen, wäre weitaus schlimmer als ein ungeschicktes Vorgehen bei Mitarbeitern des Verteidigungsministeriums. Und wenn sie diesen Fall nicht lösen konnte, dann würde sie bleiben müssen, wo sie war. Oder schlimmer noch, würde zurückgestuft oder gar entlassen werden. Man hatte Claudias Chefin Ariane Kies zur Hauptanklägerin im Kriegsverbrechertribunal der Vereinten Nationen berufen, was wiederum bedeutete, dass der Fall der verschwundenen Waffen dem sehr unangenehmen stellvertretenden Staatsanwalt Urs Schnell übertragen worden war. Es handelte sich um Schnells ersten Fall. Und er wollte ihn so schnell wie möglich sauber und mit einer roten Schleife versehen gelöst wissen. Er hatte der Sache höchste Priorität eingeräumt, und Claudia spürte das Gewicht der Verantwortung schwer auf ihren Schultern. Das Problem bestand darin, dass sie noch keinerlei Fortschritte gemacht hatte und ihr die Hinweise ausgingen. »Treffen wir uns doch hier zum Mittagessen. Würde Ihnen das passen?« Ohne ihre Antwort abzuwarten, fuhr Mina fort. »Um halb eins im Restaurant im Hotel de Balance in der Altstadt. In Ordnung?« Nein, es passte ihr gar nicht, extra nach Luzern zu fahren. Aber Claudia musste mit Mina reden. Also sagte sie zu und legte auf. An diesem Abend zerbrach sie sich den Kopf, was sie anziehen sollte. Sie wollte professionell wirken, aber da sie von Minas Neigung zu schönen Frauen wusste, würde sie auch ihr Aussehen einsetzen, um ihr Ziel zu erreichen. Ihr war dabei völlig bewusst, dass das ethisch gesehen unterste Schublade war. Aber sie war auch verzweifelt. Schließlich wählte sie einen schicken, eng sitzenden marineblauen Rock, der knapp über dem Knie endete, und einen taillierten Blazer in der gleichen Farbe. Dazu eine auffällige, silberfarbene Bluse. Sie ließ den obersten Knopf offen und knöpfte dann auch noch den zweiten auf, als sie am nächsten Tag um zwölf Uhr fünfundzwanzig die Lobby des Hotels betrat. Mit Bedacht hatte Mina einen der ruhigeren Tische des Restaurants gewählt. Die Tischnische lag am Fenster, mit Blick auf die Reuss. Die schmiedereisernen Tische auf der Terrasse waren verwaist, und dahinter paddelte ein Grüppchen der berühmten Nuzerner Schwäne langsam unter der malerischen, alten, überdachten Holzbrücke hindurch, dem Wahrzeichen der Stadt. Mina schien in die Betrachtung der Schwäne versunken, die ihre schneeweißen Schwanzfedern in die Höhe streckten und in den Tiefen des rasch dahinströmenden Flusses mit den Köpfen nach Futter tauchten. In Wirklichkeit nutzte Mina das Fenster als Spiegel, um zu sehen, wie die Untersuchungsbeamtin Müller den Raum betrat, genau wie er auch alle anderen Gäste im Blick behalten hatte, die das Restaurant in den letzten zwanzig Minuten betreten oder verlassen hatten. Mina betrachtete Claudia, wie sie durch den Speiseraum immer näher kam, und dann tat er überrascht, als sie schließlich den Tisch erreichte. »Guten Tag, Herr Mina. Tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt habe.« Claudia beugte sich über den Tisch, um ihm die Hand zu schütteln. Sie war sicher, dass er sie hatte hereinkommen sehen. Das Spiel konnte beginnen. Zwei Stunden später verließ sie das Hotel de Balance, wütend und unzufrieden mit dem Verlauf des Gesprächs. Sie musste ein paar Schritte spazieren gehen und den Kopf frei bekommen. Claudia ging die kopfsteingepflasterte Einfahrt des Hotels hinauf in Richtung Weinmarkt. Die Luzerner Altstadt befand sich auf der rechten Flussseite und war komplett als Fußgängerzone deklariert, mit alten Kopfsteinpflastergassen und Häusern aus dem 16. bis 18. Jahrhundert. Viele der Fassaden waren mit Fresken versehen, die das Leben der alten Schweiz zeigten. Im Erdgeschoss vieler Gebäude befanden sich Boutiquen, Restaurants und kleine Läden. In diesem Teil der Stadt konnte man keine zwei Meter weit laufen, ohne Schaufenster voller teurer Armbanduhren oder altmodischer Kuckucksuhren zu sehen. Fraglos war all das auf Touristen ausgerichtet, aber die aus der Zeit gefallene Schönheit des Viertels übte eine beruhigende Wirkung auf Claudia aus. Ziellos wanderte sie an den Läden vorbei, die Kapellgasse entlang und versuchte, sich einen Reim auf das Treffen mit Mina zu machen. Er war sehr freundlich gewesen, fast schon zu freundlich. Herablassend. Claudia hatte schnell begriffen, dass er nichts preisgeben würde, jedenfalls nicht freiwillig. Er verhielt sich extrem unkooperativ und berief sich jedes Mal auf die nationale Sicherheit, wenn Claudia ihm eine direkte Frage stellte. Wo waren sie in der Nacht, als die Waffen gestohlen wurden? Im Einsatz. Und wo hat dieser Einsatz stattgefunden? Worum ging es? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Was können Sie nicht sagen? Wo sie waren oder worum es ging? Beides. Und warum können Sie mir das nicht sagen? Weil es sich um eine Angelegenheit nationaler Sicherheit handelt. Und bei einer großen Menge gefährlicher Waffen, die aus einem Schweizer Armeedepot entwendet wurde, handelt es sich nicht um eine Angelegenheit nationaler Sicherheit? Alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass es Ihre Angelegenheit ist, nicht meine. Herr Mina, geht es hier wirklich darum, dass Sie mir nicht sagen dürfen, wo Sie sich in der fraglichen Nacht aufgehalten haben, oder wollen Sie es mir bloß nicht sagen? Beides, erwiderte Mina. Ich werde es Ihnen nicht sagen, weil ich es nicht darf. Herr Mina, ist Ihnen bewusst, dass ich einen richterlichen Beschluss erwirken kann, der Sie dazu zwingt, meine Fragen zu beantworten? Ja. Warum machen Sie es uns beiden dann nicht etwas leichter? Beantworten Sie einfach meine Fragen, dann fahre ich zurück nach Bern und verfolge die weiteren Ermittlungen von dort aus. Vorlein Müller, es ist nicht meine Aufgabe, Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Ich diene der schweizerischen Eidgenossenschaft. Es steht mir nicht frei, diese Fragen zu beantworten, die Sie mir stellen. Sollten Sie tatsächlich versuchen, mich zur Beantwortung zu zwingen, dann versichere ich Ihnen, dass Ihre Anstrengungen auf hohe Widerstände treffen werden. Ich übe eine Tätigkeit im Dienst des Schweizer Volkes aus, die man getrost als heikel bezeichnen kann. Und ich mache diesen Job schon länger, als Sie überhaupt auf der Welt sind. Meine Stellung enthebt mich Ihren Fragen. Ich habe Ihnen doch bereits mehrfach gesagt, dass ich für Ihre Untersuchung wertlos bin. Aber Sie haben dennoch weiter auf dieses Treffen gedrängt. Claudia war fest entschlossen, irgendetwas aus ihm herauszuholen. Also wechselte sie den Kurs. Vielleicht können Sie mir dann als Experte, was die Sicherheit der Schweizer Militäranlagen angeht, einen Hinweis darauf geben, wie so ein Diebstahl möglich war und wo man derartige Waffen verstecken oder verkaufen könnte, falls das die Absicht dahinter war. Fräulein Müllner, wie ich selbst feststellen durfte, gibt es viele Wege, einen unserer Stützpunkte unbemerkt zu betreten. Eine oder mehrere Personen könnten das mit oder auch ohne Hilfe von innen geschafft haben. Gab es Anzeichen eines gewaltsamen Eindringens? Nein, nicht, soweit es unsere Ermittlungen ergeben haben. Und haben die Sicherheitsvorrichtungen zum angenommenen Tatzeitpunkt alle ordnungsgemäß funktioniert? Ja, haben Sie. Sie haben selbstverständlich das gesamte Personal der Basis befragt, um zu sehen, ob irgendwer in jener Nacht etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört hat? Selbstverständlich. Und? Und gar nichts. Niemand hat etwas Ungewöhnliches bemerkt. Gut, dann bringt uns das zu Ihrer nächsten Frage. Wo könnte man diese Art Waren verstecken? Die Antwort ist, überall. Und wo könnte man sie verkaufen? Auch da lautet meine Antwort, überall. Sie haben ganz einfach nicht ausreichend Hinweise, um auch nur eine Hypothese aufzustellen, was da genau geschehen ist. Sie jagen einem Phantom hinterher, und wenn ich ganz ehrlich bin, dann hege ich keine großen Hoffnungen, dass Ihre Ermittlungen von Erfolg gekrönt sein werden. Dennoch ist Ihr Tag noch nicht ganz verloren. Da Sie nun schon den ganzen Weg von Bern hierher gekommen sind, können Sie zumindest das köstliche Essen genießen, und später können wir vielleicht noch einen kleinen Spaziergang machen. Claudia verbrachte den Rest des Mittagessens damit, weiter, um Antworten zu buhlen. Aber Mina ließ jede Frage an seinem undurchdringlichen Panzer abprallen. Er besaß außerdem die Unverschämtheit, zu versuchen, sie zu verfügen. Er fand sie ganz klar attraktiv. Um ehrlich zu sein, hatte Claudia auch die Waffen einer Frau eingesetzt, um mehr Informationen aus ihm herauszulocken. Aber anstatt mit irgendetwas Brauchbarem herauszurücken, hatte er sie nur noch eindeutiger angemacht. Claudia kam zu dem Schluss, dass sie es besser hätte wissen müssen. Auch wenn er ganz deutlich ausstrahlte, dass Frauen seine Leidenschaft waren, bedeutete Leidenschaft ja nicht automatisch auch Schwäche. Ihr Fehler, dass sie darauf spekuliert hatte. Der Abschluss ihres Mittagessens verlief nicht weniger frustrierend, als der Auftakt. Ohne sie überhaupt zu fragen, bestellte Mina für sie beide einen Digestiv. Mit welcher Selbstverständlichkeit er sich das erlaubte, brachte ihr Blut endgültig zum Kochen. Zunächst einmal orderte er Alkohol, obwohl sie aus Prinzip im Dienst nicht trank, und dann hielt er ihr auch noch einen Vortrag darüber, dass sie den wunderbaren Dessertwein ablehnte, den der Food- und Beverage-Manager des Hotels extra für ihn im Keller aufbewahrte. Zweifellos hat Mina den Mann in seinem Griff, wenn er so bevorzugt behandelt wird, dachte Claudia und nahm sich vor, mehr über den Manager herauszufinden, wenn sie wieder in Bern war. Und nicht genug damit, dass Mina ihr vorhielt, was für eine besondere Delikatesse dieser Wein war, den das Hotel extra und nur für ihn bereithielt. Nein, er musste noch groß darauf herumreiten, was die ungebildete kleine Claudia hier eigentlich verpasste. Von oben herab erklärte er ihr die Vorzüge der raren Köstlichkeit, sodass es klang, als habe er die Broschüre eines Weinguts auswendig gelernt. Der arrogante Ton passte zu Gerhard Mina. Wein de Constance war eine Bärenauslese vom Weingut Constancia in Südafrika. Schon Napoleon Bonaparte hatte diesen Wein zu schätzen gewusst und sich monatlich dreißig Flaschen nach Elba schicken lassen, um sich die Verbannung zu versüßen. Auch der preußische König und Ludwig XVI. liebten Wein de Constance. Dickens setzte ihm ein literarisches Denkmal in Edwin Jude. Und Baudelaire sagte, nur die Lippen einer Geliebten besaßen noch mehr himmlische Süße. Nur zwölftausend Flaschen wurden jährlich produziert, von denen fast alle bereits vorbestellt und verkauft waren, bevor sie auf dem Markt angeboten wurden. Ein amerikanischer Kollege, der Mina mit diesem wunderbaren Getränk bekannt gemacht hatte, kümmerte sich dann auch darum, dass eine Kiste für ihn in die Schweiz geschickt wurde. Das war kein leichtes Unterfangen, da der Vin de Constance zu den begehrtesten Weinen der Welt gehörte. Während Claudia diese lächerliche Rede über sich ergehen ließ, malte sie sich aus, wohin sich Mina seinen Wein stecken konnte. Sollte im Keller des Hotels je Platzmangel herrschen. Obwohl sie sein Angebot bereits höflich abgelehnt hatte, schenkte er ihr dennoch von der teuren Flüssigkeit ein. Als Claudia den Flaschenhals packte und deutlicher klar machte »Ich« sagte »Nein, danke«, verzog sich sein Mundwinkel höhnisch. Dieses kleine Zeichen der Verachtung oder des Spott, das er mit einem falschen Lächeln zu maskieren versuchte, bewies ihr lediglich, dass Mina doch nicht vollkommen undurchschaubar und unangreifbar war. Sie kreidete es sich als einen winzigen Sieg an. Nach dieser Reihe von schmerzhaften Niederlagen, als die sie das gemeinsame Mittagessen bezeichnen würde. Claudia hatte so hartnäckig darauf bestanden, Mina zu befragen, weil er ihre letzte mögliche Spur darstellte. Alle anderen hatte sie ausführlich verfolgt. Sie hatte das Personal der Militärbasis wieder und wieder befragt, hatte die Konten und das Einkaufsverhalten der Angestellten überwacht, immer in der Hoffnung, dass, falls jemand von drinnen mit der Sache zu tun hatte, er oder sie über kurz oder lang einen Fehler machen würde. Eine Einzahlung oder der Kauf von etwas wirklich Teurem, der nicht einfach so erklärt werden konnte. Aber bis heute war nichts entsprechendes geschehen. Keine Auffälligkeiten innerhalb der Schweiz und auch nichts auf den Schwarzmärkten im Ausland. Abgesehen von dem nervigen Vortrag über Vain de Constance hatte Claudia das Gefühl, heute kein bisschen mehr zu wissen als gestern. Ihre Fahrt nach Luzern war reine Zeitverschwendung gewesen. Was die verschwundenen Waffen anging, hatte Mina von allen Schweizern am ehesten die Fähigkeiten und das Wissen, sie zu stehlen. Da war ihre Einschätzung durchaus richtig. Aber nur, weil der Mann vor mehreren Jahren von der Regierung beauftragt worden war, die Sicherheit der nationalen Militäranlagen zu überprüfen, bedeutete das nicht, dass er irgendetwas mit dem Diebstahl der Waffen zu tun hatte. Außerdem hatte Mina natürlich vollkommen recht, dass jeder Versuch, einen Richter dazu zu bringen, ihn zur Beantwortung ihrer Fragen zu zwingen, am Widerstand der höchsten Funktionäre der Schweizer Regierung scheitern musste. Solange sie keinerlei Beweise gegen Mina in der Hand hatte, würde ihn auch niemand zur Kooperation zwingen. Und da er sich weigerte, zu kooperieren, hatte Claudia nicht einmal mehr einen Strohhalm, an dem sie sich festhalten konnte. Da war nur leere Luft. Ihre Ermittlungen waren von einem Misserfolg nach dem anderen gekennzeichnet. Es half nicht, dass ihr Bauchgefühl ihr sagte, dass Mina etwas damit zu tun hatte. Denn ihr Verstand sagte, dass die Chancen, ihn zu einem echten Verdächtigen zu machen, eins zu einer Million standen. Und nun war ihre Untersuchung und damit gleichzeitig auch ihre Karriere zum Stillstand gekommen. Als Gerhard Mieder auf dem Langzeitparkplatz des Züricher Flughafens fuhr, hatte er Claudia bereits wieder vergessen. Sein Gehirn konzentrierte sich auf die Mission. Die plötzliche Änderung im Zeitplan bereitete ihm Sorgen. Aber so etwas lag in der Natur seines Geschäfts. Staatsmänner mussten ihre Reisen oft abbrechen oder ihre Pläne in letzter Minute komplett umwerfen. Da diese Reise mit dem 16. Geburtstag der Tochter des amerikanischen Präsidenten zusammenfiel, war Mina sicher gewesen, dass der Staatschef so viel Zeit wie möglich im Skiurlaub verbringen würde, wenn es nicht gerade einen internationalen Zwischenfall gäbe. Die Tatsache, dass der Präsident seinen Urlaub nun ein paar Tage früher als geplant abbrechen wollte, war zwar unpraktisch, gefährdete die Mission jedoch keineswegs. Mina trat auf den leeren Schalter der ersten Klasse zu, und zeigte dort sein Ticket und den Pass vor. Er gab sich Mühe, auffällig mit der Dame hinter dem Check-in-Schalter zu flirten, die sich dann auch laut wunderte, dass ein so attraktiver Mann keine schöne Frau dabei hatte, die ihn auf seinem Flug nach Athen begleitete. Als er danach in der Swiss Air Lounge darauf wartete, dass das Boarding für seinen Flug begann, änderte er seine Strategie und regte sich furchtbar auf, als eine junge Kellnerin ihm ein Glas Cabernet über seine Hose kippte. Das arme Mädchen dachte, es wäre ihr Fehler gewesen, aber in Wirklichkeit hatte Mina mit seiner Schulter das Tablett mit dem Wein angestoßen, als sie gerade eine Cocktail-Serviette auf seinen Tisch legte. Sein Wutausbruch führte zu einer überschwänglichen Entschuldigung des zuständigen Swiss Air Flughafen-Servicemanagers, die sich den ganzen Weg von der Lounge bis zum Gate hinzog. Und auch nachdem Mina seinen Platz in der Maschine eingenommen hatte, entschuldigte sich der Manager noch einmal und bat den Steward der ersten Klasse, sich ganz besonders aufmerksam um den leitgeprüften Passagier zu kümmern. Mina hatte genau das erreicht, was er beabsichtigt hatte. Mindestens fünf Menschen würden sich an ihn erinnern und bestätigen, dass er den Swiss Air Flug nach Griechenland angetreten hatte. Die nächsten anderthalb Wochen verbrachte er in den beliebten Häfen von Paros und Mykonos, gab zu viel Geld aus und unterhielt seine neuen Freunde, während er immer wieder an den nicht enden wollenden technischen Problemen seines gemieteten Segelschiffs herumschraubte. Er gab den Barmännern, Kellnern und Hafenmeistern viel zu hohe Trinkgelder, um sicherzustellen, dass man sich nicht nur an ihn erinnern, sondern den Mann und seine locker an der Brieftasche sitzende Hand in der nächsten Saison ungeduldig erwarten würde. In der Gewissheit, dass sein Alibi wasserdicht war, segelte Mina zur unbewohnten Insel der Spottiko, etwa drei Stunden südwestlich von Mykonos gelegen, wo, wie abgemacht, sein Cousin aus dem Schweizer Städtchen Hochdorf auf ihn wartete. Der Mann war Schreiner und sah Mina unglaublich ähnlich. Er stellte keinerlei Fragen, denn er wusste erstens, wie heikel die Tätigkeit seines Cousins oft war, und zweitens freute er sich schlichtweg über den Gratis-Urlaub. Der Plan sah vor, dass er weiter nach Süden segelte, erst nach Santorini und dann nach Kreta, wo er die gemietete Yacht wegen wiederholter technischer Probleme zurücklassen würde. Dann würde er sich zum Hafen Patras an der Westseite von Kreta begeben, wo eine Kabine der ersten Klasse auf einem Kreuzfahrtschiff der Minoan Lines nach Venedig für ihn reserviert war. Sein Cousin würde mit Minas Pass und seiner Kreditkarte reisen. Da Mina wusste, dass die Kabinen-Stewards der ersten Klasse für ihre Passagiere die Aufgabe übernahmen, die Pässe den Grenzbeamten vorzulegen, machte er sich keine Sorgen darum, dass sein Cousin oder dessen Ausweis genauer unter die Lupe genommen werden würde. Dann sollte der Schreiner eine Woche in Norditalien verbringen, bevor er mit dem Zug nach Frankreich weiterfuhr. Mina hatte ihm ein Schlafwagenabteil gebucht, erneut in der ersten Klasse. Da der Zug die französische Grenze mitten in der Nacht passieren würde, wenn die Passagiere schliefen, würde auch hier ein Schaffner am Abend die Pässe der Reisenden einsammeln, sie nachts den Grenz anzeigen und morgens mit dem Frühstück wieder austeilen. Nach einer weiteren Woche in Frankreich würde der Schreiner einen weiteren Nachtzug zurück in die Schweiz nehmen, um erneut die direkte Passkontrolle zu umgehen. Und wenn er nach diesem letzten Grenzübertritt den Pass aus den Händen seines Schaffners zurückerhielt, sollte er ihn gemeinsam mit all den anderen Belegen, die er während seines wunderbaren Urlaubs zusammen angehalten war, wie Zugfahrkarten und Kreditkartenbelegen, in einen großen braunen Umschlag packen. Der Umschlag war auf eine Postfachadresse in Luzern adressiert und in mehr als ausreichender Höhe frankiert. Wenn der Zug in Bern eintraf, würde der Schreiner den Brief direkt am Bahnhof einwerfen, bevor er mit einem weiteren Zug zurück nach Hochdorf fuhr. Auf diese Weise sicherte sich Mina Augenzeugen, Zollvermerke und eine Spur seiner Kreditkartenabrechnung, die durch drei europäische Länder führte, während er selbst als Teil einer Reisegruppe mit einem gefälschten Malteser-Pass von Griechenland in die Türkei einreiste. Er war zuversichtlich, dass sein Alibi wasserdicht wäre, sollte er es je benötigen. Keine 24 Stunden später saß ein zerknittert wirkender westeuropäischer Geschäftsmann unbeachtet im Wartebereich der Fluglinie und las die International Herald Tribune vom Vortag. Mit blonden Haaren und Vollbart, blauen Kontaktlinsen und einer Körperpolsterung, die ihn 20 Kilo schwerer wirken ließ, reiste Mina jetzt mit einem niederländischen Pass als Henk von Hüvel aus Utrecht. Er las einen Artikel, der ihm zufällig ins Auge gesprungen war. Darin ging es um den anstehenden Skiurlaub, den der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten, Jack Rutledge, mit seiner Tochter Amanda unternehmen würde und um die Frage, was diese Reise den amerikanischen Steuerzahler kostete. Als die Durchsage kam, dass man nun zunächst die Passagiere der ersten Klasse auf Flug 7440 von Istanbul nach New York willkommen heißen würde, faltete Mina die Zeitung und klemmte sie unter den Arm. Er ging auf das Gate zu und dachte, die haben absolut keine Vorstellung davon, was diese Reise kosten wird. 2 Da habt ihr euch aber einen super Tag ausgesucht, was? fragte der junge Mann am Lift, als Scott Haworth und Amanda Rutledge herangeschlürft kam, um den nächsten Sessellift zu besteigen. Er meinte den weichen Schnee, der den ganzen Tag über gefallen war. Das Licht ist ein bisschen matt, erwiderte Amanda. Scott musste lachen. Amanda fuhr noch nicht allzu lange Ski, aber sie hatte sofort den Jargon und die Eigenheiten eines verwöhnten Skifahrers aufgeschnallt. Was ist denn so komisch? wollte sie wissen, als der Lift sanft gegen ihre Kniekehlen stieß und sie sich beide hineinsetzten. Die Fahrt hinauf zum Deer Valley Squaw Peak begann. Du bist so komisch. Ich? Aber wieso denn? Nicht so ungut, Mandy. Deine Technik ist schon ziemlich gut, aber wie oft bist du in deinem Leben denn schon Ski gefahren? Vielleicht fünf oder sechs Mal? Ja, und? Und das war immer nur der Mist an der Ostküste. Alles vereist, oder? Und? Naja, ich finde es einfach lustig zu hören, wie du dich über das Licht beklagst, wenn du endlich mal auf der Sorte Schnee fahren kannst, um die dich jeder Skiprofi beneiden würde. Okay, ich schätze, das ist irgendwie lustig, aber du musst doch zugeben, dass man bei diesem Wetter kaum etwas sieht. Damit hatte Amanda Ratlidge zu 100 Prozent recht. Seit einer Woche hatte es jetzt durchgehend geschneit. Scott hatte ein Teleskop mitgebracht, da er gehofft hatte, hier seiner Leidenschaft für Astronomie nachgehen zu können. Die vielen Lichter zu Hause in Washington machten es unmöglich, am Nachthimmel irgendetwas Interessantes zu sehen. Leider hatte sich das Wetter in Park City bisher geweigert, zu kooperieren. Heute fiel der Schnee besonders dicht. Die Sicht war massiv eingeschränkt, und die Wetterbedingungen bereiteten Scott immerhin ausreichend Sorge, dass er vorschlug, der Präsident und seine Tochter sollten doch einen Tag die Füße hochlegen und abwarten, wie der morgige Tag werden würde. Aber der Präsident hörte nicht auf die Bedenken, die der Kopf seiner Vorausmannschaft vorbrachte. Er stellte klar, dass er und Amanda zum Skifahren hergekommen waren, und dass sie genau das nun auch tun würden. Seine Skifahrpläne wurden aber auch noch von anderer Seite torpediert. Das Mehrheitsbündnis, das der Präsident mühevoll zusammengeschustert hatte, um sein Gesetz zur Reduzierung der Nutzung fossiler Brennstoffe durch den Kongress zu bringen, drohte auseinanderzubrechen. Das Gesetz bedeutete einen herben finanziellen Schlag für die großen Ölgesellschaften, würde aber gleichzeitig dem Sektor für alternative Energiequellen den längst überfälligen Auftrieb geben. Aber wenn der Präsident seine Gesetzgebung durchdrücken wollte, musste er den Wackelkandidaten im Kongress ständig das Händchen halten, damit sie nicht umfielen. Die für die kommende Kongresswahl prognostizierte Fluktuation würde das Schicksal seines Lieblingsprojektes besiedeln. Der Gesetzesentwurf hatte nur in der laufenden Session und Chancen ratifiziert zu werden. Obwohl er die Dauer seines Urlaubs bereits vor der Abreise aus Washington verkürzt hatte, dachte der Präsident nun darüber nach, noch früher zurückzukehren. Scott verstand nur allzu gut, dass der Mann dann wenigstens so viele Abfahrten und so viel Zeit mit seiner Tochter wie möglich in die wenigen Tage packen wollte, bevor er wieder in die Hauptstadt musste. »Bist du im Moment mit jemandem zusammen?« fragte Amanda. Mit diesem plötzlichen Themenwechsel hat es Scott nicht gerechnet. Er vergaß die Probleme des Präsidenten und das unbeständige Wetter. »Bin ich mit jemandem zusammen?« »Wer will das denn wissen?« zog er sie auf. Amanda errötete und wich seinen Blick aus, aber sie sprach weiter. »Ich möchte das wissen. Ich meine, du erwähnst nie irgendwelche Verabredungen oder sowas?« Scott lächelte erneut, verbarg das aber vor ihr. Wahrscheinlich hatte sie den ganzen Tag über diese Frage nachgedacht, aber jetzt erst den Mut aufgebracht, sie auch wirklich zu stellen. Seit dem Tag, an dem er Teil des Alltags im Weißen Haus geworden war, war Amanda in Scott verknallt. Und das wussten auch alle. Mehr als einmal hatte der Präsident sie ermahnen müssen, Scott nicht abzulenken, wenn er im Dienst war. Amanda oder Mandy, wie Scott sie nannte, war ein nettes Mädchen. Obwohl sie ihre Mutter erst vor wenigen Jahren an den Brustkrebs verloren hatte, schien sie ein ganz normaler Teenager. Sie war klug, sportlich und würde sich zu einer sehr schönen Frau entwickeln. Scott ging nicht auf ihre Frage ein. Das war keine schlechte Geburtstagsparty gestern Abend, sagte er. Ja, war ganz cool. Danke nochmal für die CDs. Du musstest mir nichts schenken. Hey, das war immerhin dein Geburtstag. Endlich 16. Eigentlich wollte ich dir ein Auto schenken, aber der nationale Sicherheitsberater deines Dads meinte, dass du hinter dem Steuer deines eigenen Schlittens eine zu große Gefahr für das Land wärst. Also muss der Ferrari wohl vorerst in meiner Garage stehen bleiben, bis wir es schaffen, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Amanda lachte. Das mit den CDs war jedenfalls wirklich süß und ich danke dir auch für die Skistunden heute. Bevor er zu den Seals gestoßen war und dann für den Secret Service rekrutiert wurde, war Scott ein ziemlich versierter Skifahrer gewesen, der es bis zu einem Platz in der Nationalmannschaft im Freestyle gebracht hatte. Gegen den Willen seines Vaters hatte Scott sich entschieden, das College hintanzustellen, um eine Karriere als Profi-Skifahrer zu verfolgen. Er war mehrere Jahre lang im Team gewesen, das genau hier in Park City in Utah trainiert hatte. Er schlug sich bei den Weltmeisterschaften extrem gut und man sagte ihm große Chancen auf eine Olympiamedaille voraus, aber als Scotts Vater bei einem Trainingsunfall ums Leben kam, war er am Boden zerstört. Harvith Senior hatte als Ausbilder im Navy Seal Trainingslager in ihrer Heimatstadt Coronado in Kalifornien gearbeitet. Nachdem Scott seinen Vater verloren hatte, konnte er machen, was er wollte. Die Skiwettkämpfe reizten ihn einfach nicht mehr. Stattdessen entschied er sich, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Nachdem er das College mit Bestnoten abgeschlossen hatte, bewarb er sich bei den Seals und wurde Team Two zugeteilt, das auch als Kaltwetterspezialisten oder Polar-Seals bekannt war. Scott war sich bewusst, dass er seinen momentanen Posten als Kopf der präsidialen Vorausmannschaft nicht nur der Tatsache verdankte, dass er sich in Park City auskannte, sondern auch seinem Hintergrund und seiner Erfahrung. Und er wusste auch, dass Präsident Rutledge deswegen den Bitten seiner Tochter nachgegeben hatte, Scott heute zu ihrem Begleiter zu machen, damit er ihr ein paar Tricks beibringen konnte. Amanda hatte sich total gefreut und fand, dass sie bisher einen perfekten Tag erlebt hatte, wie matt das Licht auch sein mochte. Du bist so eine exzellente Schülerin, da ist es ein Vergnügen, dir etwas beizubringen. Scotts Funkgerät unterbrach ihre Unterhaltung mit einem Knacken. Er hob die Hand, um ihr zu signalisieren, dass er in seinen Ohrstöpsel lauschte und Amanda schwieg entsprechend. Norsemann, hier ist's ja und over, kam die kratzig klingende Stimme über seine Funkverbindung. Den Rufnamen Norsemann hatte Scott sich bei den Seals eingefangen und seither immer beibehalten. Mit seinen ein Meter achtzig und muskulösen zweiundsiebzig Kilogramm Gewicht, dem braunen Haar und den eisblauen Augen sah der gut aussehende Scott Howith eher deutsch als skandinavisch aus. Aber den Rufnamen hatten sie ihm ja auch nicht wegen seines Aussehens gegeben, sondern wegen der vielen skandinavischen Stewardessen, mit denen er während seiner Zeit als Seal ausgegangen war. Die Stimme am anderen Ende von Scotts Motorola, die sich als Sound gemeldet hatte, gehörte dem Chef des Sicherheitsteams des Präsidenten, Sam Harper. Harper hatte sich Scotts angenommen, als der zum Team im Weißen Haus gestoßen war. Der ranghöchste Agent des Secret Service im Weißen Haus, dem sie beide unterstellt waren, hieß William Shaw und sein Rufname lautete Fury. Wenn man also Harper und Shaw zusammenbrachte, kam The Sound and the Fury heraus. Das war nicht nur der Titel eines berühmten Romans von William Faulkner, sondern bedeutete auch in etwa so viel wie Lärm und Zorn. Und jeder, der jemals unter ihrem Kommando Mist gebaut hatte, wusste nur allzu gut, wie passend dieser Titel für das Duo war. Die ganze Woche lang war die Kommunikation zwischen den Beteiligten reibungslos verlaufen. Aber aus irgendeinem Grund war die Funkverbindung heute mehrfach ausgefallen. Vielleicht lag es ja am Wetter. Hier ist Norseman. Sprechen Sie Sound. Over, sagte Scott in sein Kehlkopf-Mikrofon. Norseman, Hattrick möchte wissen, wie es Goldilocks geht. Over. Mandy, warnte sich Scott an der Mander. Dein Dad möchte wissen, wie du dich heute schlägst. Als der frühere Vizepräsident Rutledge sein Amt antrat, war er zuvor dreimal hintereinander zu einem der attraktivsten Politiker in Washington gewählt worden. Der dem Hockey entliehene Spitzname Hattrick, der für drei Tore hintereinander stand, wurde daraufhin schnell zum Insiderwitz für all jene, die ihn näher kannten. Jack Rutledge war die Aufmerksamkeit der Medien für sein Aussehen etwas peinlich. Aber er wehrte sich nicht gegen den Spitznamen und den übernahm dann auch das Verteidigungsministerium, das die Codenamen für den Präsidenten und seinen Vize festlegt. Nachdem seine Ehefrau gestorben war, verbreitete sich rasch die Nachricht unter den Angestellten im Weißen Haus, dass der Präsident nicht versuchen würde, ein viertes Mal Teil der Regierung zu sein. Sein Codename hatte sich als prophetisch erwiesen. Amandas Codename dagegen drängte sich einem geradezu auf, wenn man ihre langen blonden Locken vor sich sah. Und im Weißen Haus hieß sie daher schon immer Goldilocks, wie das Mädchen aus dem Märchen mit den drei Bären. Ich bin ein bisschen hungrig, aber abgesehen davon geht's mir ziemlich gut, antwortete sie. Sand, Goldilocks ist noch voll am Deck, würde aber der Kombüse gern in naher Zukunft einen Besuch abstatten, over. Verstanden, Nosemann. Die Lifte schließen offiziell um 16.30 Uhr, das ist in 20 Minuten. Hattrick will wissen, ob Goldilocks noch weiterfahren möchte oder ob wir für heute einpacken sollen, over. Scott wandte sich erneut an Amanda. Denn Dad fragt, ob sie für dich den Lift noch länger offen halten sollen oder ob das unsere letzte Abfahrt wird und wir dann zurück zum Haus fahren. Meine Zehen werden langsam kalt. Ich glaube, ich bin heute genug gefahren. Diese letzte Abfahrt noch. Sand, Goldilocks möchte es wie das kleine Schweinchen machen, over. Dieses Schweinchen bezog sich auf einen Kinderreim, in dem das fünfte kleine Schweinchen trip, trip, Trap nach Hause ging. Verstanden, Norsemann. Hattrick ist auch dafür. Treffen wir uns bei der letzten Runde, over. Letzte Runde, verstanden, Sound. Norsemann, Ende. Als Scott, Amanda und ihre Sicherheitseinheit den Treffpunkt erreichten, der als letzte Runde bekannt war, warteten der Präsident, Sam Harper und der Rest des Teams bereits auf sie. Hi, Schätzchen, begrüßte der Präsident seine Tochter, die recht gekonnt auf ihren Skiern herangefahren kam. Dann umarmte er sie kurz. Machst du Fortschritte beim Fahren? Hast du schon gemerkt, dass es anders ist, jetzt, da du sechzehn bist? Die Zahl macht ganz sicher nicht den Unterschied, Dad, aber ich bin wirklich besser geworden. Ist das wahr? hakte der Präsident nach und warf Scott einen fragenden Blick zu. Ja, Sir, Mr. President, Amanda hat heute Nachmittag so einiges dazugelernt. Sie könnte uns jetzt alle die Todesrinne runterjagen, wenn sie wollte, erwiderte Scott. Die Todesrinne? wiederholte Amanda. Du musst irre sein, da würde ich nicht mal mit einem Schneepflug runterfahren. Ein paar von den Agenten des Secret Service lachten erbös. Die Todesrinne war einer der schwierigsten Abfahrten jenseits der markierten Pisten, die sie direkt in die Nähe des Hauses führen würde, in dem die Gruppe um den Präsidenten wohnte. Dieses Haus war Teil der ultra-exklusiven Gemeinde namens Snowhaven, die so in Deer Valley gelegen war, dass man direkt von den Behausungen aus auf Skiern losziehen konnte. Die Nervosität der Agenten beim Gedanken an die Todesrinne kam nicht von ungefähr. Diese Abfahrt erforderte ein sehr hohes Maß an Können und Geschick. Selbst für die Besten von ihnen wäre das eine nervenaufreibende Herausforderung. Es gab dort nicht nur viele Felsen und steile, fast senkrechte Abhänge, sondern, wo die Piste langsam wieder flacher wurde, bevor sie noch einmal stahlabwärts verlief, gab es auch ein breites Plateau mit ziemlich dichtem Baumbestand. Der Präsident war ein sehr versierter Skifahrer und liebte es, jeden Tag eine andere schwierige Abfahrt zurück zum Haus zu nehmen. Vormittags fuhr er die leichten Pisten gemeinsam mit seiner Tochter und nach dem Mittagessen fuhr jeder seine eigenen Wege, damit er sich den anspruchsvolleren Pisten widmen konnte. Die wirklich fordernden letzten Abfahrten des Tages galten eigentlich schon als Hinterland und gehörten nicht mehr zum markierten und ständig gepflegten Pistennetz vom Deer Valley. Daher war es den Männern vom Secret Service auch nicht schwer gefallen, diese Strecken zu sichern. Sie hatten einfach Markierungen angebracht, um anderen Skifahrern den Zugang zu verwehren. Je sicherer der Präsident sich auf seinen Skiern führte, desto stärker juckte es ihn in den Fingern, sich an immer steilere Abfahrten zu wagen. Der Adrenalinstoß, den er dabei spürte, stellte einen beflügelnden Schlusspunkt seines Tages im Schnee in ein und dem selben Gebiet. Die Todesrinne lag ein bisschen weiter im Osten, abseits vom Rest der Abfahrten, und der Secret Service wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis der Präsident beschließen würde, dass er sie in Angriff nehmen wollte. Der einzige Mensch, der ihn sicher die Todesrinne hinunterjagen könnte, war Scott, und der erfuhr heute mit Amandas Team. Amanda würde die längere, leichtere Route ins Tar nehmen, so wie sie das jeden Nachmittag gemacht hatte. Das ging auch in Ordnung, denn der Präsident wollte auf keinen Fall, dass seiner Tochter etwas zustieß. Also gut, mein Schatz, forderte der Präsident sie heraus. Wie wäre es, wenn du die obere Piste nimmst, und ich die untere, und ich trinke schon mal eine heiße Schokolade, bis du unten ankommst? Vielleicht bin ich aber auch schneller als du, rief Amanda und stieß sich auch schon ab. Sie schoss die längere, sicherere der beiden Routen ins Tal hinab. Scott und der Rest seines Teams lächelten den Männern des Präsidenten kurz zu und fuhren dann ebenfalls los. Rasch holten sie Amanda ein, die es offenbar darauf anlegte, schneller als ihr Vater unten beim Haus anzukommen, was nahezu unmöglich war, es sei denn, sie würde über den Rand der nahenden Senke hinausfliegen, wie über eine kleine Schanze und dann geradewegs nach unten sausen. Aber selbst mit ihrer neu erworbenen Übung und dem damit einhergehenden Selbstvertrauen wusste Scott, dass sie noch längst nicht bereit war, einen solchen Sprung zu meistern. Amanda stieß sich mit den Skistücken ab und wurde noch schneller. Einer der Agenten, der gleich rechts neben Scott herfuhr, warf ihm einen Blick zu, der wohl ausdrücken sollte, da will sich jemand unbedingt ein paar blaue Flecken abholen. Und bevor Scott den Blick erwidern konnte, verkantete Amanda und stürzte im nächsten Moment hart. Zuerst verlor sie einen Stock und dann einen Ski. Danach auch den anderen Stock und den zweiten Ski. Als die Schlitterpartie endlich vorbei war, lag ihre Ausrüstung über zehn Meter oberhalb von ihr verstreutem Schnee. Scott holte sie ein, als sie sich langsam aufrappelte. Beeindruckend, wenn du dich schon kopfüber ins Getümmel stürzt, dann aber auch mit Schwung. Das ist mein Motto. Amanda standen die Tränen in den Augen. Ihr verletzter Stolz schmerzte mehr als alles andere. Das ist nicht komisch, sagte sie mit einem Schniefen. Tut mir leid, du hast recht, es ist nicht komisch. Bist du in Ordnung? Das kann dir doch egal sein, erwiderte sie kratzbürstig und wischte sich den Schnee aus dem Gesicht. Scott fing an zu lachen. Es ist nicht witzig, Scott. Hör auf! Ich weiß, ich weiß es. Tut mir leid, Mandy, aber du bist echt geflogen wie eine Schneeeule. Das sah gut aus, bis zu dem Moment, als du dich selbst geschubst hast. Wir hätten deine Skier wirklich mit Namensschildern versehen sollen, oder war das Absicht, dass du sie hier verteilst, als wolltest du einen Flohmarkt aufmachen? Hör jetzt auf damit, brachte Amanda hervor, bevor sie selbst in lautes Lachen ausbrach. Ach, dann war das doch ein Versehen? Kein Flohmarkt? Dann sammle ich das Zeug mal lieber wieder ein, bevor die Käufer angerannt kommen. Er ermahnte sie, sitzen zu bleiben, und fuhr hinauf zum Secret Service Agenten Maxwell, der bereits angefangen hatte, ihre Ausrüstung wieder einzusammeln. Als Scott neben Maxwell die Skier quer stellte, sah er, dass dieser in die Ferne starrte, wo die Gruppe mit dem Präsidenten die Todesrinne in Angriff genommen hatte. Ich bin froh, dass ich da nicht mitfahren muss, gab Maxwell zu, als er Scott einen von Amanda Skiern reichte. Scott schüttelte den Schnee Der einzige Grund, warum du nicht bei seiner Einheit bist, ist deine Unfähigkeit auf Skiern. Verpiss dich doch, Hawith, erwiderte Maxwell und streckte ihm missmutig den zweiten Skiern. Er war sicher, dass Amanda ihn bis hierher nicht hören konnte. Nein, ernsthaft, ich habe gehört, Warren Miller will ein paar Filmaufnahmen von dir im Schnee machen. Du weißt schon, für seinen nächsten Skifilm. Das wird dann ein Spin-off von Beastmaster, nur noch schlimmer. Er nennt den Film Biffmaster und zeigt nur deine wunderbaren Stürze. Verpiss dich! Ich mache keine Witze, drei Stunden lang immer nur Maxwell mit dem Gesicht im Schnee. Verpiss dich endlich! Er wird ein paar von diesen Maxwell Putzelbäumen in voller Mantur mit reinbringen, die dein Markenzeichen sind, und ein paar richtig gute Stürze mit dem Gesicht voran. Vielleicht wirst du sogar für einen Oscar Piss dich! Hast du nicht verstanden? Ich meine, ich kann dir gern beide Wörter noch mal ganz langsam erklären. Scott lachte, denn beim Versuch, sich vorzubeugen, um einen von Amanda Skistöcken aufzuheben, verlor Maxwell Prompt das Gleichgewicht. Wenn er zur Todesrinne hinüber sah, konnte Scott beobachten, dass der Präsident und seine Schutzeinheit immer noch auf dem Weg ins Tal waren. Die Personenschützer taten ihr Bestes, mit Rutledge mitzuhalten und machten dabei eine ganz gute Figur. Als er sich abwandte, um Amanda ihre Skier zurückzubringen, warf er einen letzten Blick auf die Gruppe in der Todesrinne. Er sah gerade noch, wie der Präsident die Senke mit den Bäumen erreichte und wie es zwei der Agenten des Secret Service in den Schnee warf. Maxwell hatte sich wieder gefangen und war bereits bei Amanda. Erreichte ihr gerade ihre Stöcke, als über deine Skikünste das Mord zereißen. Wieso? Was meinst du? wollte Maxwell wissen. Ich glaube, ich habe gerade gesehen, wie es Aaron und Houchins hingehauen hat, als sie bei der Senke mit den Bäumen in die Kurve gingen. Aber bei dem Schneegestöber sieht man ja nur die Hälfte von dem, was passiert. Dann bin ich wenigstens nicht die Einzige, die heute Nachmittag auf die Nase geflogen ist, freute sich Amanda, während sie sich aufrichtete und den letzten Schnee von ihrer Jacke klopfte. Ich habe dir doch gesagt, dozierte Scott, dass die meisten Stürze am Ende des Tages passieren. Man ist müder, als man denkt, und manche Leute muten sich ein bisschen zu viel zu. Maxwell nahm Scott die Skier ab, und Amanda lehnte sich gegen seine Schulter, als sie wieder in die Bindung stieg, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Hoffentlich ist niemand gegen einen Baum gerauscht, unkte er. Stimmt, erwiderte Scott und sprach umgehend in sein Killkopf-Mikro. Sade, hier ist Norseman. Sollen wir einen Bernardiner mit Schnapsfässchen schicken, um Aaron und Hutchins wieder fit zu machen? Over. Es rauschte und knackte, aber es kam keine Antwort. Er versuchte es noch einmal. Wenn einer von beiden sich das Knie gebrochen hat, kenne ich hier einen guten Chirurgen. Sag Aaron und Hutchins, dass ich die Provision mit ihnen teile, wenn sie zu meinem Arzt gehen. Over. Diesmal wartete er etwas länger, aber nach wie vor war nichts als statisches rauschen zu hören. Sound? Hier spricht Norseman. Wir haben gesehen, dass zwei Agenten gestürzt sind. Kannst du uns bitte durchgeben, viel abverlangt, mit seiner Schussfahrt durch die Todesrinne. Und es war tatsächlich nur allzu üblich, dass so etwas um diese Zeit geschah. Wahrscheinlich ging es Aaron und Hutchins gut, aber als Kopf der Vorauseinheit fühlte sich Scott für jeden einzelnen Agenten verantwortlich und wollte es bestätigt wissen. Sound, hier ist Norseman. Lagebericht bitte, over. Nichts. Scott wechselte die Frequenz und wandte sich über den direkten Kanal an den Kommandoposten des Secret Service. Der Schnee fiel wieder dichter. Birdhouse, hier spricht Norseman, bitte kommen, over. Scott, mir wird jetzt langsam echt kalt, drängelte Amanda, die noch einmal ihre Bindungen prüfte. Mal kurz Ruhe, Mandy. Scott drückte den Ohrknopf tiefer in seinen Gehörgang, aber er hörte nichts als Rauschen und Knacken. Birdhouse, ich Scott wartete. Birdhouse, wiederhole, hier ist Norseman, hören Sie mich, over. Nur Rauschen. Agent Maxwell wechselte einen Blick mit Scott, der den Kopf schüttelte, um zu signalisieren, dass er keine Antwort bekommen hatte. Was denkst du, was da los ist? fragte Maxwell. Ich weiß nicht. Und ich will auch nicht gleich Alarm schlagen. Erst versuche ich noch den Deer Valley Funk. Wenn das auch nicht funktioniert, dann sammeln wir uns. Im Jargon des Secret Service bedeutete sammeln, dass alle Agenten sich um ihren Schützling positionierten, um ihn mit ihren Körpern vor einer möglichen Bedrohung abzuschirmen. Dreimal versuchte Scott, die Skipatrouille von Deer Valley zu erreichen, und dann funkte er die Talstation an, die für den Liftbetrieb und die Pistenwartung zuständig war. Er bekam keine Antwort. Auf allen Funkkanälen nur statisches Rauschen. Scott stieß einen lauten Pfiff aus, um den Rest seiner Schutzeinheit auf sich aufmerksam zu machen, und gab dann den Befehl zum Sammeln, indem er seinen behandschulten Zeigefinger über dem Kopf kreisen ließ. Es war das lang bewährte Zeichen, eine Wagenburg zu bauen. Binnen Sekunden hatten sich die Agenten von Amandas Einheit um sie herum aufgebaut. Eine unglaubliche Anzahl von Waffen wurde gezogen, von Heckler und Koch Maschinenpistolen bis hin zu halbautomatischen Waffen der Marke Sigsauer. Selbst eine modifizierte Benelli M1 Selbstladeflinte war dabei. Die Augen der Männer suchten pausenlos die Umgebung ab, während Scott erklärte, er habe gesehen, wie zwei Agenten der Schutzeinheit des Präsidenten zu Boden gegangen waren und dass der gesamte Funkverkehr im Tal ausgefallen war. Wahrscheinlich gab es eine einfache Erklärung dafür. Es war gut möglich, dass Aaron und Hörgens einfach gestürzt waren und die Funkgeräte hatten schon den ganzen Tag über Sperrenzien gemacht, woran wahrscheinlich das Wetter schuld war. Aber der Secret Service war darauf trainiert, vorsichtiger zu denken. Die Einsatzroutine besagte, dass sie nun sofort die schnellste und sicherste Route zurück zur Kommandozentrale nehmen mussten. Nach dem Zusammenbruch der Funkverbindung hatte Birdhouse sicher längst Abfangteams losgeschickt, um beide Einheiten so schnell wie möglich nach Hause zu holen. Aber sie waren noch ein gutes Stück weit entfernt vom Haus. Es war an der Zeit, sich auf den Weg zu machen. Amanda merkte, dass das ihre Chance war, sich zu Wort zu melden. Scott, was ist los? Wahrscheinlich gar nichts, Mandy, aber wir müssen dich so schnell wie möglich zurück zum Haus bringen, erklärte Scott. Du hast deine Sache heute super gemacht. Ich bin wirklich stolz auf dich. Deine Skikünste werden immer besser. Der normale Weg nach Hause würde jetzt ziemlich lange dauern, aber wenn wir gemeinsam durch die Senke fahren, dann bist du in einer Viertelstunde unten und kannst mit deinem Dad vor dem offenen Kamin heiße Schokolade trinken. Kriegen wir das hin? Es geht um Dad, nicht wahr? Ist was passiert? Ist er in Ordnung? Ich bin sicher, dass alles okay ist und je schneller wir unten sind, desto schneller kannst du dich selbst davon überzeugen. Glaubst du, dass du die Senke mit mir schaffst? Ich bleibe direkt neben dir. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kriege das hin. Das ist mein Mädchen. Scott lächelte Amanda aufmunternd zu und gab den anderen den Befehl, sich in Bewegung zu setzen. Die Einheit glitt wie ein Mann über die vereiste Kante und in die steil abfallende Senke hinein. Hier war der Wind stärker und wehte ihnen den Schnee beißend ins Gesicht. Amanda fuhr langsam, aber immerhin fuhr sie und gab ihr Bestes. Sie fürchtete sich, aber man musste ihr zugutehalten, dass sie genau das tat, was Scott ihr beigebracht hatte. Sie verlagerte ihr Gewicht bei jeder Kurve auf den vorderen Ski, lehnte sich in den Stiefel nach vorne und hielt die Hände vor dem Körper, als hielte sie ein Tablett. Obwohl Amandas vorsichtige Fahrt ihre Abfahrt verlangsamte, sah es aus, als würden sie ohne Zwischenfall bis ins Tal gelangen. Dann hörte die Einheit einen Knall, der wie ein Gewehrschuss klang und gleich darauf ein dumpfes Grollen wie von Donner. Scott kannte sich in den Bergen aus und erkannte das Geräusch sofort. Eine Lawine. Drei Trotz seiner eng anliegenden Wintertarnkleidung, die mit einer revolutionären neuen wetterfesten Thermalbeschichtung gefüttert war, lag Hassan Ussef in seinem Sarg aus Schnee und zitterte. In seinem Heimatdorf im milden Süden des Libanon war er einer der kräftigsten Jungs gewesen, der zu einem harten Burschen heranwuchs und heute als einer der besten Schafschützen des Nahen Ostens galt. Dennoch machten ihm die Kälte und die Tatsache, dass er unter Meer als einem halben Meter Schnee lebendig begraben war, ganz schön zu scharfen. Als der schrecklich eintönige Klang seines eigenen heiseren Atems endlich durch zweimaliges Klicken der Rauschunterdrückung in seinem Ohrhörer unterbrochen wurde, verschwand sofort jeder Gedanke an Kälte oder Furcht. Das Adrenalin durchzuckte seinen Steifenkörper. Ussef spannte und entspannte seine Muskeln ein paar Mal, um die Steifenglieder zu lockern. Er hielt die Hightech-Blendwaffe in seinen behandschuten Fingern und lauschte auf das fast unhörbare Heulen, mit dem die Waffe in den Bereitschaftsmodus hochfuhr. Wieder klickte es zweimal in seinem Ohr. Er bereitete sich darauf vor, aus seinem Grab im Schnee aufzuspringen. Ringsum lagen Gerhard Miner und fünf weitere seiner Löwen im Schnee vergraben, immer noch vollkommen unsichtbar unter der weißen Decke. Gleich würde die gewagteste Mission ihres Lebens beginnen. Verdammte Scheiße, fluchte Sam Harper vor sich hin, als sein Ski schon wieder die Kante eines Felsbrockens streifte. Er liebte das Skifahren, aber er hasste diese Abfahrt, immer dem Präsidenten nach und die Todesrinne hinab. Er war ein Stück zurückgefallen und froh, dass einige der jüngeren Männer der Einheit augenscheinig mühelos mit ihrem Oberbefehlshaber mithielten. Er tröstete sich außerdem mit der Tatsache, dass Aaron und Hirtjins noch hinter ihm waren. Wenigstens wäre er nicht der Letzte, der sich für eine kurze Verschnaufpause in der Baumsenke mit den anderen versammeln würde, bevor sie das letzte steile Stück gemeinsam in Angriff nahmen. Als Harper die Fläche mit den ersten Bäumen erreichte, passierte alles im Bruchteil einer Sekunde. Jedenfalls hätte er das so beschrieben, wenn er überlebt hätte. In Hassan Ussefs Ohrstöpsel klickte es drei weitere Male. Das war das Signal, dass die letzten Mitglieder der Schutzeinheit des Präsidenten das Gebiet mit dem dichten Baumbestand erreicht hatten. Ussef erhob sich mit einem Satz aus dem Schneeversteck und feuerte seine Blendwaffe ab, während sein Kollege Klaus Drüher 20 Meter entfernt von ihm das gleiche tat. Das Resultat verlief genau wie geplant. Trotz ihrer Skibrillen mit UV-Schutz wurde die gesamte Schutzeinheit geblendet und mit ihnen der Präsident. Bei den Blendwaffen handelte es sich um russische Kopien der nicht tödlichen Waffe, die das Philips Lab der amerikanischen Luftwaffe entwickelt hatte und die zum ersten Mal 1995 in Somalia eingesetzt worden war. Die Wirkung dieser Hightech Laserwaffe bestand darin, den Feind kurzzeitig erblinden zu lassen und ihm damit die Orientierung zu nehmen. Kurzzeitig reichte Minas Team vollkommen aus. Ussef und Drüher feuerten ihre Waffen über Kreuz ab und schufen damit einen blendenden Lasertrichter in der schmalen Gasse zwischen den Bäumen, denen das Team des Präsidenten nicht ausweichen konnte. Das betraf auch die Männer der Scharfschützenabwehr, deren Einheit kurz JAR, Just Another Rifle genannt wurde, was in etwa nur ein weiteres Gewehr bedeutete. Sie hatten sich an diesem Teil der Abfahrt an strategisch günstigen Punkten zwischen den Bäumen positioniert, aber nun waren sie ebenso hilflos wie ihre Kollegen, die den Präsidenten begleiteten. in den Schnee, bevor sie ihre Schussfahrt abbremsen und anhalten konnten. Diejenigen, die bereits langsamer geworden waren und jetzt gerade noch rechtzeitig zum Stillstand kamen, zogen ihre Waffen, hatten aber ein großes Problem. Sie sahen absolut gar nichts. Da keiner von ihnen wusste, wo seine Kollegen sich befanden und noch wichtiger, wo der Präsident sich befand, waren die Agenten sowohl nutzlos als auch hilflos, ob mit Staff gab das Kommando zum Angriff über sein Mikrofon vor den Mund, während er bereits die Blendwaffe schulterte. Im nächsten Augenblick entsicherte er seine in Deutschland gebaute Heckler und Koch MP5 Maschinenpistole. Die Freude darüber, jetzt einfach so viele Agenten des großen Satans töten zu können, erfüllte ihn vollkommen. Er hatte bereits zwei Agenten erschossen, bevor sich der Rest seines Teams komplett aus den Secret Service durchlöcherten, stopfte Mina hinüber zu der Stelle, wo der Präsident zu Boden gegangen war. Hab! Hab! stammelte der Präsident aus dem Schnee, immer noch blind und desorientiert, aber geistesgegenwärtig genug, um nach dem Kopf seiner Schutzeinheit zu rufen, während er versuchte, sich aufzusetzen. Mina ging neben ihm in die Knie und zog ihm Handschuhe und Skijacke aus. Er Lake Tribian gegen die Brust, zog dabei die Hände des Präsidenten zur Mitte, sodass er das Papier fühlen konnte. Automatisch fasste der verwirrte Mann die Zeitung fester. Mina knipste ein paar rasche Polaroid-Fotos und ließ die Abzüge in seine Jackentasche gleiten. Dann nahm er dem Präsidenten die Zeitung wieder aus den Händen und begann mit einer Chirurgenschere den linken Ärmel des Mannes vor ihm aufzuschneiden. Er schnitt durch den Stoff des Pullovers und des langärmligen Skirollis, den der Präsident darunter trug. Der Schlitten! Wo ist der Transport Schlitten? brüllte Mina. Aber was ist passiert? fragte der Präsident. Es gab einen Unfall, Mr. President, erwiderte Mina. Sein Englisch mit perfekt imitiertem amerikanischen Akzent. Sie müssen sich jetzt wieder hinlegen und ruhig liegen bleiben, während wir eine Infusion legen. Wer sind Sie? Wo ist Harper? Was ist mit meinen Augen? Ich kann nichts sehen. Bitte, Mr. President, liegen Sie still, nicht bewegen. Mein Team kümmert sich um die anderen. So ist es richtig. Einfach hinlegen, sehr gut. Mina wusste, dass die Wirkung der Blendwaffe schon bald nachlassen würde. Er zog eine wärmeisolierte Arzttasche aus seinem Rucksack, machte den Reißverschluss auf und nahm einen Beutel Salzlösung heraus. Dann legte er dem Präsidenten rasch und fachmännisch einen Zugang, während dieser weiter nach den Männern in seiner Schutzeinheit rief und sich über seine Blindheit beklagte. Sobald der Zugang gelegt war, zog Mina eine Spritze mit einem starken Betäubungsmittel namens Wurst auf und steckte sie in den Infusionsschlauch. Die Wirkung setzte sofort an. Die Augen des Präsidenten rollten nach hinten, die Lider schlossen sich und sein Körper erschlaffte. Während einer von Minas Männern mit einem weißen Transportschlitten der Skipatrouille an ihnen vorbeialte, stapfte Drüer zu Hassan Ussef hinüber. In der Gewissheit, dass Drüer hinter ihm war, fragte Ussef, ohne sich umzudrehen, Das ist Sam Harper, der Chef der Schutzeinheit des Präsidenten, richtig? Obwohl Harper sich bei seinem Sturz schwer verletzt hatte und nicht sehen konnte, wer da über ihm stand, war ihm klar, dass diese Stimme mit dem nahöstlichen Akzent keinen der Mitglieder seines Teams gehörte. Ja, ich bin Sam Harper und wer immer du bist, du hast dich mit den Falschen angelegt. Gib am besten gleich auf. Typisch amerikanische Arroganz, selbst im Angesicht des Todes, stellte Ussef fest. Fick dich, giftete Harper und versuchte seine Waffe zu ziehen. Auch das ist typisch. Gibt es denn nichts anderes in diesem Land? fragte Ussef abfällig, als er abdrückte und dem hochrangigen Agenten und zweifachen Vater eine Salve in den Kopf jagte. Seit Drüer Ussef für diesen Auftrag angeheuert hatte, wunderte er sich immer wieder die Vereinigten Staaten. Jener Hass machte den Libanesen zum perfekten fehlenden Puzzleteil dieser Mission, vor allem in Kombination mit der Intensität seines religiösen Eifers. Hassan Ussef war der einzige Nichtschweizer im Team. Im Weggehen stellte Ussef von oben herab fest, als Personenschützer des Präsidenten hätte er der Beste sein sollen. Was für eine Schande, dass man sich an ihn nicht als den Besten erinnern wird. Der armselige Feigling hat nicht einen einzigen Schuss abgefeuert. Sobald Ussef ihm vollends den Rücken zuwandte, zog Drühe eine leere Evian-Flasche aus seinem Rucksack und hob Harpers Sig Sauer P-229 aus dem Schnee auf. Ich schätze, das werden die Amerikaner anders sehen, waren die letzten Worte, die Hassan Ussef hörte, bevor das 9x22mm Geschoss von hinten in seinen Schädel eindrang und ihn augenblicklich tötete. Der Schuss durch die Plastikflasche hatte die Knall ebenso effektiv gedämpft wie ein Schalldämpfer. Drühe legte die Pistole dem toten Harper in die Hand. Dann holte er eine Skorpion-68 Maschinenpistole mit Schalldämpfer hervor und feuerte wahllos auf die Leichen der Agenten, die ringsum im Schnee lagen. Er entleerte zwei weitere Magazine mit je 20 Schüssen, bevor er die Skorpion neben Ussef auf den Boden legte und stattdessen die Blendwaffe und H&K des toten Moslems an sich nahm. Die Köder waren ausgelegt. Das Wasser trüb. Vier Sound, hier ist Birdhouse, hören Sie mich? Over! Norsemann, hier ist Birdhouse, können Sie mich hören? Over! Tom Hornbeck, Agent des Secret Service und Chef der Kommandozentrale in diesem Skiurlaub des Präsidenten, versuchte jetzt seit sieben Minuten beide Einheiten zu erreichen. Den ganzen Tag über hatte die Kommunikation nur sporadisch funktioniert. Das bergige Terrain, der abgelegene Standort der Kommandozentrale gleich neben dem Haus, in dem der Präsident und seine Tochter wohnten, und das Wetter mit Schneetreiben und starkem Wind machten die Sache extrem schwierig. Hornbeck rief nach seinem Assistenten, Chris Longo. Hey, Longo, können wir nicht irgendwas tun, um die Dinger lauter zu machen? Na dann nochmal, Tom, was glaubst du denn, was ich die letzten fünf Minuten gemacht habe? Okay, okay, du musst nicht gleich sauer werden. Bring es einfach in Ordnung. Hornbeck, wenn ich wüsste, was da nicht stimmt, dann hätte ich es längst in Ordnung gebracht. Warte mal, es gab ja noch den örtlichen Funk von Deer Valley. Haben wir das schon probiert? Ja, daran habe ich längst gedacht. Und? Die haben auch den ganzen Tag Probleme gehabt. Was für Probleme? Die gleichen wie wir. Die Funkgeräte funktionieren einfach nicht. Ist das denn normal? Na ja, es kommt vor, aber eigentlich echt selten. Verflucht. Und was ist mit den Westen? Die senden auf einer anderen Frequenz als der Funk, oder? Die Westen, die offiziell unter dem Namen Doxmog liefen, waren eng anliegende Kleidungsstücke, die man unter der normalen Kleidung tragen konnte. Mit Sensoren ausgestattet, übermittelten sie die Vitalzeichen ihrer Träger. Der Sender befand sich jeweils in einer kleinen Reißverschlusstasche an Bauch oder Rücken. Die Sensoren konnten auch anzeigen, wenn eine Weste gerissen und der Träger demnach verletzt war. Die nagelneue Technologie war entwickelt worden, um Soldaten im Feld zu überwachen und gegebenenfalls zu retten. Das Ganze befand sich zwar noch in der Versuchsphase, aber jeweils zwei Agenten pro Schutzeinheit trugen bereits solche Westen. Ja, bestätigte Longo. Die Westen senden auf einer anderen Frequenz. Na, dann schau doch mal, ob du sie reinbekommst. Ich soll schauen, ob ich sie reinbekomme? Was willst du denn jetzt? Soll ich zusehen, ob ich die Funkgeräte verstärken kann, oder soll ich versuchen, das Signal der Westen reinzukriegen? Nein, du bleibst an den Funkgeräten dran und versuchst, die Teams zu erreichen. Wer überwacht denn gerade die Westen? Das macht Palmer. In Ordnung. Palmer! Sie fallen back laut, während sich Longo wieder der Funkstation zuwandte, um die Schutzeinheiten zu erreichen. Ja, Sir, erwiderte eine attraktive junge Agentin aus einer Ecke der Kommandozentrale. Können Sie mir einen vollständigen Zustandsbericht für alle vier Westen geben? Nein, nicht wirklich. Wieso denn nicht? Die sind heute den ganzen Tag immer wieder ausgefallen. Was soll das heißen? Das heißt, dass sie zeitweise Daten übermitteln und dann wieder nicht. Woran liegt das? Das weiß ich nicht. Könnte am Wetter liegen. Könnte auch irgendeine Störung sein. Es wäre sogar möglich, dass die Nintendo-Konsole drüben im Pausenraum die Übertragung durcheinander bringt. Die Technologie ist immer noch in der Testphase. Wie haben die Westen gestern funktioniert? Glasklar und einwandfrei. Ich habe für gestern sogar Ausdrucke der Vitalfunktionen in 15 Minuten Intervallen. Wollen Sie die sehen? Nein. Agent Tom Hornbeck wollte keine Ausdrucke sehen. Was er sehen wollte, waren der Präsident, seine Tochter und die zwei Agententeams, wie sie auf Skiern zum Haus gerauscht kamen und Witze darüber machten, wer an diesem Tag den meisten Schnee gefressen hatte. Was war die längste Zeitspanne heute ohne Signal von den Westen? Agentin Palmer sah auf ihrer Armbanduhr. Bisher war die längste Spanne ohne Signal etwa drei Minuten. Jetzt sind es fast acht Minuten. Genauso lange waren auch die Funkgeräte jetzt ausgefallen. Palmer, wie war das Wetter gestern im Vergleich zu heute? Was würden Sie sagen? Ein kleines bisschen besser, aber nicht wirklich viel. Longo, brüllte Hornbeck. Was ist jetzt wieder, kam es von Longo zurück. Haben wir Sichtberichte von den Rovern? Rover nannten sie die Teams mit Motorschlitten und Pistenraupen, die den beiden Schutzeinheiten so dicht wie möglich folgten. Sie waren mit sogenannten CATs, Counter-Assault-Teams, also Gegenangriffseinheiten, bemannt. Dabei handelte es sich um schwer bewaffnete Agenten mit Körperpanzerung, deren einzige Aufgabe darin bestand, den Personenschutzeinheiten Deckung und Feuerschutz zu geben. Der letzte Bericht eines Rovers ist reingekommen, als die Teams sich für die letzte Abfahrt getrennt haben, also direkt bevor die Funkgeräte ausgefahren sind. Von ihrem Treffpunkt bei der letzten Runde hat Goldilocks die leichte Route genommen und Hattrick die anspruchsvolle, wie immer, erläuterte Longo. Welche Piste, wollte Hornbeck wissen? Die Todesrinne. Das war natürlich unbedingt nötig, nicht wahr? Und wo wäre dann der nächstgelegene Punkt, um Hattrick zu sichten, sei es durch Rover oder Jar? Eine Jar-Einheit befindet sich direkt in dem Wäldchen auf halbem Weg die Todesrinne runter. Das weiß ich, aber mit denen konnte ich auch keinen Kontakt aufnehmen. Wo ist der nächste Rover? Eine halbe Meile unterhalb der Senke mit den Bäumen, denn dazwischen gibt es keine Zufahrtsmöglichkeit für ein Rover-Team. Hornbeck brauchte nicht nachzufragen, wo der nächste Sichtungspunkt für Amandas Schutzeinheit war, denn sie hatte jeden Abend den gleichen Weg nach Hause genommen. Normalerweise konnte man die Piste sogar direkt von der Kommandozentrale aussehen. Aber heute war ja offenbar gar nichts normal. Das Schneetreiben war jetzt wieder stärker geworden und schränkte die Sicht bis auf wenige Meter ein. Birdhouse hatte den Funkkontakt zu allen Agenten verloren, die sich weiter als hundert Meter von der Zentrale entfernt befanden. Also, begann Hollenbeck mit einem Seufzen, wir haben in den letzten acht Minuten keinerlei Funk- oder Sichtkontakt mit den Einheiten gehabt, richtig? Das ist richtig, Boss, bestätigte Longo. Okay, dann ist die Kacke am Dampfen. Hollenbeck stand auf und rief alle zu sich. Er rückte das Mundmikrofon vor seinem Gesicht zurecht und schaltete den Sendehebel um, sodass er die Agenten ansprechen konnte, die um die Kommandezentrale und das Haus herum patrouillierten. Aus irgendeinem Grund funktionierte die Funkübertragung in der Nähe nämlich weiterhin störungsfrei. Alle Augen im Raum waren ihm zugewandt, und die Ohren der Agenten draußen lauschten aufmerksam. Alle herhören! Möglicherweise haben wir eine Angriffssituation! Fünf Als Anton Schäbel mit dem Transportschlitten zu ihnen stieß, wies Mina ihn knapp an. Mach die Decke warm, und dann hilf mir, ihm den Pullover komplett auszuziehen! Schäbel tat wie geheißen. Auf dem Schlitten lag eine Art Leichensack. Schäbel zog den Reißverschluss auf und schlug dann rasch mit dem Kolben seiner halbautomatischen Waffe nacheinander auf die in den Sack eingelassenen Wärmekissen, um sie zu aktivieren. Noch bevor er damit fertig war, gesellte sich Drüer zu Mina und half ihm mit dem Präsidenten. Während sie dem Bewusstlosen den Pullover auszogen und darauf achteten, dass sie nicht am Infusionsschlauch zogen, fragte Mina, »Was ist mit Ussef?« »Er musste früher gehen. Trinkt jetzt Cocktails mit Allah. Wir liegen perfekt im Zeitplan,« erwiderte Drüer, während er mit dem Skirolli beschäftigt war. »Gut, bring den Sack hierher und leg ihn neben ihn.« Drüer holte den aufgewärmten Leichensack und legte ihn parallel zum Präsidenten in den Schnee. »Und jetzt ziehen wir ihm auch alles andere aus. Hose, Socken, Stiefel, Ringen, Uhr und auch die Unterwäsche.« Mina würde auf Nummer sicher gehen. Er wusste, dass der Präsident mindestens ein Zielsuchgerät am Körper trug, und dass es gut verborgen und schwer zu finden war. Unwahrscheinlich, dass man ihm ein weiteres Gerät implantiert hatte. Aber sollte das doch der Fall sein, hatte Mina mit dem speziellen Transport-Sack vorgesorgt. Sollte der Präsident einen Sender unter der Haut tragen, würde das Signal nicht durch die Kevlar-ähnliche Hülle dringen. Der Sack war so konstruiert, dass der Infusionsschlauch auch bei geschlossenem Reißverschluss weiter benutzt werden konnte. Am hinteren Ende des Transportschlittens gab es eine speziell dafür angebrachte Stange, an der man den Beutel und den Schlauch aufhängen und fixieren konnte, sodass die Flüssigkeit weiter in den Zugang am Arm des Präsidenten floss. Drüher und Schäbel packten ihn in den inzwischen gut aufgewärmten Sack und luden ihre Fracht auf den Schlitten. Durch die Gel-Wärmekissen war sichergestellt, dass er unterwegs nicht erfrohr. Ein Satz neuer Kleider war in Minas Plan definitiv nicht vorgesehen. Jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt. Als der Sack mit den dafür vorgesehenen Gurten auf dem Schlitten befestigt und gesichert war, sprach Mina in sein Mundmikro. »Zwei Minuten!« Gerhard Mina, Klaus Drüher, Anton Schäbel und die anderen unglaublich kräftigen Mitglieder der Einheit stiegen jetzt in die Klickbindungen ihrer hybriden Telemark-Skier, geeignet für Langlauf und Abfahrt, und wandten sich mit ihrer kostbaren Fracht sofort den dichtstehenden Bäumen zu. »Neinzig Sekunden!« Drüher bildete die Vorhut. Er trug eine spezielle Skibrille, die aussah wie ein Nachtsichtgerät. Acht Tage zuvor hatte er einige der Bäume in diesem Waldstück mit Spezialfarbe markiert, die an der Luft rasch oxidierte und damit für das menschliche Auge unsichtbar wurde. Dank der Brille konnte Drüher die einzigartige chemische Signatur der Farbe wahrnehmen und der markierten Fluchtrute durch das Dickicht folgen. Endlich verwandelte sich die Ebene des Plateaus wieder in einen steiler werdenden Hang, und die Gruppe wurde schneller. Klaus wusste, dass sie den Wald in wenigen Sekunden hinter sich lassen würden. Mina hatte seinen Männern eingeschärft, dass der Plan auf perfektem Timing basierte und das Gelingen auch davon abhing. Sollte der Schlitten kentern oder einer von ihnen im Schnee stürzen, dann wäre alles verloren. Es gab absolut keinen Raum für Fehler. »Dreißig Sekunden!« Das Team ließ jetzt den dichten Baumbestand hinter sich und fuhr schräg zur gefährlichen Steinfelswand des Berghangs. Die Schwerkraft und die glatte, gerundete Unterseite des Transportschlittens ließen ihn abwärts statt quer zum Hang gleiten. Als erfahrener Hundeschlittenführer lehnte sich Schäbel mit seinem ganzen Gewicht zur höher liegenden Seite des Schlittens, um ihn auf Kurs zu halten. Schnee und Eis stoben vom Ende der Vorrichtung auf, als sie sich durch sein Manöver in den Berg grub, und wie ein störrisches Lasttier gegen den Kurs wehrte, der ihr aufgezwungen wurde. Wenn Schäbel das Ding nicht wieder unter Kontrolle brachte, dann würde ihn der Schlitten mitsamt dem Präsidenten ins Tal hinab schleudern. Das Transportgerät entglitt Schäbels Kontrolle immer mehr. Er lehnte sich noch stärker in das Tragjoch und versuchte, den Schlitten zurück auf Kurs zu bringen. Innerlich verfluchte er Drüa dafür, dass der offenbar das Gefälle der Bergwand nicht korrekt einkalkuliert hatte. Und Mina, weil er den Schlitten nicht mit zwei scharfen Kufen ausgestattet hatte wie einen Bob. Weil Schäbel der größte und stärkste Mann der Gruppe war, hatte Mina ihn dazu auserkoren, den Schlitten zu ziehen. Nun sah es aus, als sei er dennoch nicht stark genug. Sie hatten die Risiken der Mission umsonst auf sich genommen und würden alles verlieren, wofür sie so lange und hart trainiert hatten. Erneut versuchte Schäbel, sein ganzes Gewicht auf den höher liegenden Ski zu verlagern. Das Ergebnis war katastrophal. Der Schlitten schlingerte und drohte zu kippen. Er verlor endgültig die Kontrolle über das Gefährt, das sich nun geradewegs den Berg hinabstürzen würde. Er fühlte, wie es ihn nach hinten zog. Diesmal fluchte er laut vor sich hin, denn er war sicher, dass diese Aktion ihn umbringen würde. Schäbel und der Präsident rutschten immer schneller den Berg hinab statt quer über den Abhang. In einem letzten, verzweifelten Versuch, die Kontrolle über den Schlitten wiederzugewinnen, warf Schäbel sein ganzes Gewicht in die Waagschale und lehnte sich auf den anderen Ski. Eine gefühlte Ewigkeit lang passierte gar nichts. Der Schlitten machte einen harten Satz und es schien, als ob er sich überschlagen und Schäbel mit sich in die Tiefe reißen wollte. Dann geschah ein Wunder. Gerade als der Schlitten im Begriff war zu kentern, blieb die Oberkante an einer gefrorenen Schneewehe hängen und glitt wie die Kufe eines Skis daran entlang. Brachte den Schlitten und damit auch Schäbel wieder auf Kurs. Er befand sich ein Stück hangabwärts vom Rest des Teams, aber er sah drüher die Richtung wechseln und ebenfalls abwärts fahren, auf eine Ansammlung von hoch aus dem Schnee aufragenden Felsen zu. Solange der Schlitten jetzt nicht erneut ausbrach, sondern auf seinem neuen Kurs blieb, würde Schäbel es schaffen. Während Mina die verbleibenden Sekunden des Countdowns herunterzählte, fuhr Drüher auf die zwei riesigen Felsen zu, die ein Stück weiter vor ihnen aufragten. Aus dieser Entfernung sah es aus, als bildeten sie eine geschlossene Felswand. Aber in Wirklichkeit befand sich dazwischen eine Lücke, und dahinter ging es eine enge, unglaublich steile Schlucht hinab. Verglichen damit war die Todesrinne ein Kinderspiel. Aber für die sechs Männer, die zu den fähigsten Söldnern der Welt gehörten, stellte sie nur eine weitere Herausforderung dar, der sie begegnen würden. Sie hatten sich schließlich ihr Leben lang mit den unwirtlichsten und gefährlichsten Gebirgen der Welt auseinandergesetzt und sie alle bezwungen. Als Drüher nur noch wenige Meter von dem schmalen Felsdurchlass entfernt war, griff Mina nach einem kleinen schwarzen Sender, der vor seiner Brust befestigt war. Die Gummiantenne war mit einem Streifen aus rotem elektrischem Klebeband umwickelt. Als Mina das Ding bei voller Fahrt zu fassen bekam, drückte er den einzigen Knopf, den das kleine Gerät besaß. Ein Geräusch wie ein Gewehrschuss erscholl von weit über ihnen, gefolgt von Donnergrollen. Sie nahmen nacheinander die steile, mühsame Abfahrt. Sechs Der eisige Schnee peitschte gegen die mobile Kommandozentrale des Secret Service, und alle Agenten blickten auf Tom Hornbeck, den Leiter der Operation. Wir haben seit fast neun Minuten keinen Sicht- oder Funkkontakt mit den Schutzeinheiten. Sicht ist extrem eingeschränkt. Bis auf Weitere ist, stufe ich die gegenwärtige Situation auf Gefahrenstufe zwei hoch. Ich will, dass die Unterkunft des Präsidenten abgeriegelt wird und dass alle Agenten, die erreichbar sind, sich melden. Die gesamte Umgebung wird abgeriegelt und beleuchtet. Ich will die taktische Reserve-Einheit hier haben. Bereit zum Abmarsch. Der Rest von euch weiß, was er zu tun hat. Also, Bewegung! Hornbeck beendete seine kleine Ansprache und wandte sich wieder dem Fenster zu. Er versuchte, im Weißen Ozean da draußen irgendetwas zu erkennen. Vor der Kommandozentrale wartete eine Gruppe von Angriffsabwehrspezialisten auf ihre Befehle, die, wie sie wussten, der nächste Schritt wären. Aus irgendeinem Grund funktionierten die Funkgeräte in einem Radius von 100 Metern immer noch. Also konnte Hornbeck die Agenten von hier drinnen instruieren. Die Abfangteams für Goldilocks und Hattrick sofort mobilisieren. Ihr macht euch ein Bild der Lage und kommt dann so schnell wie möglich zurück und berichtet Birdhouse. Es sei denn, ihr habt da oben Funkkontakt. Bis das geschehen ist, operiert ihr unter der Annahme einer Angriffssituation, also nicht offen. Eure Aufgabe ist lediglich, die Lage einzuschätzen und mir so schnell wie möglich ein Bild zu verschaffen. Ihr sollt die Einheiten nicht ins Tal begleiten, ich wiederhole, ihr seid keine Eskorte. Sobald ihr wisst, was sich abspielt, will ich euch wieder hier haben. Verschwendet keine Sekunde. Noch Fragen? Wollte er mit strenger Stimme wissen. Negativ, Team 1 und 2, verstanden und aus, kam die Antwort des Anführers der Abfangteams von draußen. Binnen Sekunden hatten die beiden jeweils vier Mann starken Einheiten von Spezialagenten des Secret Service ihre Polaris-Schneemobile gestartet und sich auf den Weg gemacht, ihre jeweiligen Zielpakete am Berg abzufangen. Sie alle trugen wärmeisolierte Nomex-Overalls und darüber eine mittelschwere Körperschutzpanzerung. Kriegen wir bei diesem Schneesturm irgendetwas in die Luft? fragte Hollenbeck, eine der Einsatzassistenten. Nicht von hier aus. Sieht leider auch so aus, als würde es noch schlimmer werden. Die Nighthawks stehen ganz unten bereit, aber selbst die besten Piloten sind diesem Wetter nicht gewachsen und ihre Helikopter sind einfach nicht dafür gemacht. Er sprach von der HMX-1-Einheit der Marines, die für den Hubschraubertransport des Präsidenten und anderer sehr wichtiger Personen verantwortlich war. Wir könnten höchstens einen Blackhawk von der Hill Air Force Base anfordern, das wäre das einzige, was geht. Wie lange würde es dauern? Zehn Minuten bis zum Start und zwanzig bis dreißig weitere, bis der Heli vor Ort wäre. Aber auch der kann bei diesen Sichtverhältnissen nichts ausrichten, was die Suche nach Personen am Berg angeht. Rufen Sie auf der Base an und sorgen Sie dafür, dass ein Helien Bereitschaft ist. Ich will, dass sich die Rotoren drehen, bis ich Entwarnung gebe. Der Einsatzassistent wandte sich ab und funkte auf der stehenden Kommunikationsfrequenz an die Militärbasis durch, dass ein Helikopter startbereit gemacht werden sollte. Long go! blaffte Hollenbeck, der von Sekunde zu Sekunde angespannter wurde. Was ist mit den Motorolas? Geht der Funk wieder? Nein, immer noch kein Signal. Alle Kommunikationswege sind ausgefallen. Palmer? Tut mir leid, Sir. Auch noch immer kein Signal von den Westen. Agent Hollenbeck dachte unwillkürlich, dass es kaum noch schlimmer kommen könnte. Aber dann hörte er die Lawinenwarnsirenen des Ferienortes. Ein tiefes, trauriges Heulen. 7. Es blieb keine Zeit, um nachzudenken. Reagieren, ohne vorher nachzudenken, wäre für die meisten Menschen ziemlich gefährlich. Aber Scott war darauf trainiert, Entscheidungen auf Leben und Tod in Millisekunden zu treffen. Er hörte, aus welcher Richtung das Grollen der Lawine kam, und wusste instinktiv, dass sie sich genau in der Schusslinie befanden. Die Aufgabe einer Schutzeinheit in einer Bedrohungssituation bestand darin, dem Schutz befohlenen Deckung zu geben und ihn zu evakuieren. Letzteres war in diesem Fall unmöglich. Zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Aber vielleicht blieb Scott ja wenigstens die Möglichkeit, die Tochter des Präsidenten mit seinem eigenen Körper zu schützen. Er war sich bewusst, dass auch das all seine Kraft und Fähigkeiten erforderte. Er schrie ein rasches »Lawine«, von dem er hoffte, dass es laut genug gewesen war, um die restlichen Agenten zu warnen. Und dann murmelte er leise für sich selbst »Scheiße«. Ihm blieb keine Zeit, den anderen Agenten klarzumachen, was er vorhatte. Offenbar hatte Amanda seinen Warnschrei weder gehört, noch konnte sie das laute, immer näher kommende Geräusch einordnen. Sie fuhr einfach weiter, langsam durch die Mulde. Scott raste direkt von hinten an sie heran, bremste mit seinem Ski ab und ging tief in die Hocke. Fast wie ein Gewichtheber vor dem Heben und positionierte sich direkt hinter dem Mädchen. Sie hatten nur eine einzige Chance. Die Flutwelle aus Schnee würde jeden Moment über sie hereinbrechen. Scott nahm an, dass die Funkgeräte immer noch außer Betrieb waren, also brüllte er noch einmal ins weiße Chaos hinein, dass die Agenten ihm folgen sollten. Das weitaus lautere Brüllen der Lawine dröhnte in seinen Ohren. Daher hatte er keine Ahnung, ob ihn jemand gehört hatte. »Nicht bewegen! Lass dich einfach tragen!« rief Scott in Amandas Ohren, während er sie um die Taille fasste und das gerade mal fünfzig Kilo schwere Mädchen hochhob. Sie erschrak und schrie auf, wehrte sich aber nicht. Der steile Abhang und ihr gemeinsames Gewicht, das nun auf seinen Skiern ruhte, ließen die beiden abwärts sausen wie eine unförmige Rakete. Wegen der schlechten Sicht konnte Scott nicht sicher wissen, ob er auf der richtigen Piste war, ob er richtig gesehen und die Abfahrt richtig berechnet hatte. Wenn sie zu tief oder zu hoch zur Seite auszubrechen versuchten, würden sie beide sterben. Und wenn der wirbelnde, blendende Schnee ihm etwas vorgegaukelt hatte, das gar nicht da war, dann bedeutete auch das ihren sicheren Tod. Obwohl Amanda ein Leichtgewicht für ihr Alter war und Scott Harwith in absoluter Bestform, fühlte es sich an, als würde sein Versuch, sie bei voller Fahrt vor seinem muskelbepackten Körper den Hang hinunterzutragen, ihm die Sehnen zerreißen wollen. Sein Rücken brannte wie Feuer und seine Oberschenkel Schienen von glühenden Seilen umwickelt. Der Überlebenswille und andere Urinstinkte brüllten, er solle sie loslassen und sich selbst retten. Aber seine Ausbildung hatte ihn nicht nur zum Herrn über seinen Körper, sondern auch über seinen Verstand gemacht. Er wusste, sich die eigene Furcht und den Schmerz zunutze zu machen, anstatt sich von ihnen beherrschen zu lassen. Amanda hatte offenbar begriffen, was vor sich ging, oder spürte es zumindest auf unterbewusster Ebene, denn kaum hatte Scott sie gepackt, da gab sie jeden Widerstand auf und hing wie ein am Nacken gepacktes Kätzchen in seinem Arm. Als er das Geräusch der Lawine gehört hatte, wusste er sofort, dass es unmöglich war, vor ihr davonzulaufen. Er schaute sich nicht einmal um, denn die kleinste unnütze Bewegung konnte jetzt darüber entscheiden, ob sie auf der Verliererseite der Rechnung endeten. Der wirbelnde Schnee verbiss sich in Scotts Gesicht. Die eisigen Tropfen schnitten wie Glasscherben. Er und Amanda wurden noch schneller, während sie durch die weite Mulde rasten. Scotts Plan basierte auf simpler Physik, aber genau die arbeitete hier auch gegen ihn. Bei einer Lawine nimmt der herabstürzende Schnee immer den schnellsten Weg ins Tal. Die Schwerkraft sorgt dafür, dass es sich gleichzeitig um den geraden Weg abwärts handelt, und die Welle reißt alles mit sich, was sich in dieser Schneise befindet. Anstatt ebenfalls geradewegs nach unten zu fahren, rasten Scott und Amanda fast parallel quer zum Berg. Aber mit jedem Meter, den sie vorankamen, legte die Lawine 100 Meter bergab zurück. Es gab nicht den geringsten Spielraum für Fehler ihrerseits. Scott hatte keine Ahnung, ob die Kollegen seiner Einheit ihn schreien gehört, das Geräusch der beginnenden Lawine richtig eingeordnet oder wie sie darauf reagiert hatten. Und für den Moment gab es auch keine Möglichkeit, das herauszufinden. Er konnte bloß hoffen, dass sie es ihm gleich getan hatten und dicht hinter ihm waren. Das Dröhnen und Brüllen der Schneemassen war inzwischen ohrenbetäubend. Der Schall erfasste seinen Körper, ließ ihn vibrieren und erzittern, während er Amanda eisern festhielt. Ihm schien es, als ob er sie schon eine Ewigkeit lang gegen seine Körper gepresst hielt, auch wenn es nur Sekunden gewesen sein konnten. »Wo sind diese verdammten Felsen?« schrie es in seinem Kopf. Im nächsten Moment sah er, dass er sich gefährlich verschätzt hatte. Sie glitten viel zu weit oben auf der Seite der Mulde zu. Im dichten Schneegestöber machte er die aufragenden Felsen aus, die noch weiter am Rand des Abhangs und vor allem ein gutes Stück unterhalb des Bogens lagen, den sie mit ihrem momentanen Kurs durch den Schnee zogen. »Verflucht!« dachte er kurz. Als er mit seinem Körper die Richtung änderte und die Ski geradewegs bergab lenkte, wusste er, dass das seine allerletzte Chance war. Sie wurden beängstigend rapidisch schneller. Scott versuchte nicht nur sein eigenes Gewicht bei dieser Schussfahrt abzufedern, sondern auch Amandas. Seine Knie arbeiteten wie überlastete Kolben. Mit ganzer Kraft rang er darum, die Kontrolle über seine Skier zu behalten, die auf dem festen, harschen Schnee flatterten wie zwei lose Hafenplanken in einem Orkan. Er und Amanda waren viel zu schnell. Eine kleine Unebenheit konnte jetzt über Leben oder Tod entscheiden. Und kein Skifahrer, nicht einmal einer von Scotts Kaliber, konnte diese Geschwindigkeit lange unfallfrei halten. Dann sah er die Stelle. Die aufragenden Felsen rasten von vorne auf sie zu, während die Lawine ihnen auf den Fersen war, um sie vorher noch zu verschlingen und unter sich zu begraben. Harworth schätzte die Distanz auf zwanzig Meter an und zählte herunter. Sein Verstand berechnete hastig, was er tun musste, um den nächsten Schritt seines Plans in die Tat umzusetzen. Das Anhalten. Die logische Antwort auf diese scheinbar unlogische Problemstellung lautete schlicht, drei, zwei, eins, jetzt! Scott schlang seine Arme eng um Amanda und warf ihrer beider Gewicht schräg nach vorne über seinen linken Skien weg. Er schirmte sie so gut er konnte mit seinem Körper ab, bildete einen menschlichen Aufprallschutz, der sie vor Verletzungen schützen sollte, während sie sich überschlugen und brutal den Hang hinabstürzten auf die beiden tieferliegenden großen Felsen zu. Immer wieder überschlugen sie sich mit viel zu hoher Geschwindigkeit und landeten jedes Mal hart auf einer von Scotts Schultern. Harworth kämpfte darum, sich darauf zu konzentrieren, wo oben war und wo sich das Ziel ihrer Rutschpartie befand, aber inmitten der weiß verharschten Mulde und im Auge des weißwirbelnden Blizzards war das schlicht unmöglich. Sie schlitterten außer Kontrolle schräg den Hang hinab und das Brüllen der Lawine war jetzt so laut, dass er kaum noch denken konnte. Gerade rollten und rutschten sie noch mit halsbrecherischem Tempo abwärts, aber im nächsten Augenblick kamen sie abrupt zum Stillstand, denn sie krachten direkt gegen die harte Felswand. Scott schrie vor Schmerz auf und sah gerade noch, wie sich ein Sturzbach aus nassem Schnee über sie ergoss, bevor er das Bewusstsein verlor. Sein letzter Blick galt Amanda, deren schlaffer Körper reglos neben seinem lag. 8 Das Erste, was ihm auffiel, als er wieder zu sich kam, war die unheimliche Stille. Die Abwesenheit jeglicher Geräusche schien ebenso ohrenbetäubend wie der Lern der Lawine zuvor. Sie hatten den Felsvorsprung gerade noch rechtzeitig erreicht. Der Plan hatte also doch funktioniert. Aber um Haaresbreite. Sie befanden sich unter einer schmalen Felskante, einem Überhang, der die Wucht der herabstürzenden Lawine zum Teil abgefangen hatte. Die klaustrophobische Aussparung, in der sie sich befanden, war knappe dreieinhalb Meter lang, etwas über einen Meter tief und vielleicht ein Meter zwanzig hoch. Sie hatten wahnsinniges Glück gehabt. Wo keine Felswand aufragte, waren sie von Schnee umgeben. Aber es gab immerhin etwas Raum, sich zu bewegen. So als lägen sie in einer kleinen Höhle. Scott hoffte, dass die anderen Agenten eben solches Glück gehabt hatten, aber er bezweifelte es. Im Dunklen verschaffte sich Scott langsam einen Überblick über seine Verfassung. Seine Fußknöchel schienen unverletzt, die Waden in Ordnung. Die Knie waren wund und schmerzten, würden aber sein Gewicht wohl tragen. Die Oberschenkel fühlten sich an wie Muß und waren sicher voller Blutergüsse, aber sie schienen keine Probleme zu machen, solange er still liegen blieb. Er fischte seine Maglite-Taschenlampe aus der Hackentasche und schaltete sie ein. Dann versuchte er, die Knie so weit anzuziehen, dass er sich aufsetzen konnte. Aber im selben Moment durchfuhr ihn der Schmerz mit voller Wucht. Jeder Zentimeter seines Oberkörpers tat weh. Er gab sofort wieder auf. Da er amahnt, während ihres wilden Sturzes mit seinem Körper abgeschirmt hatte, waren sein Rücken und seine Schultern besonders in Mitleidenschaft gezogen worden. Oberhalb seiner Hüften schmerzte einfach alles, sodass er nicht sagen konnte, ob irgendetwas gebrochen war. Immerhin gab es keine sichtbaren, offenen Brüche und er blutete lediglich ganz leicht aus einer Abschürfung auf der Stirn. Dafür war er vorerst dankbar. Von seiner momentanen Position aus sah er den Umriss von Amandas linkem Bein. Er musste zu ihr, und er wusste, dass der Versuch, näher an sie heranzukommen, ihm höllische Schmerzen bereiten würde. Aber er verbannte diesen Gedanken aus seinem Kopf. Mit aller Kraft, die er noch aufzubringen vermochte, schaukelte Scott hin und her, bis er genug Schwung geholt hatte, um bis zu ihr hinüberzurollen. Er hatte recht gehabt. Die Rollbewegung tat höllisch weh. Aber das war noch gar nichts im Vergleich zum nächsten Schritt. Als er auf dem Rücken gelegen hatte, konnte er bis zu seinen Skistiefeln und darüber hinaus an sich hinabschauen, und er konnte Amanda auf der Seite liegen sehen. Aber jetzt lag er auf dem Bauch und sah nichts mehr außer dem Schnee, denn sie befand sich hinter ihm. Scott nahm erneut all seine Kraft zusammen und ignorierte den Schmerz, um sich auf seine Ellbogen zu stützen. Diese Bewegung sandte rotglühende Nadeln aus Schmerz durch seine Arme, hinauf bis in die zerschlagenen Schultern. Mühsam machte er sich daran, seinen Körper in dem kalten, felsigen Schneebett herumzudrehen, damit er Amanda ins Gesicht sehen konnte. Seine Beine wollten ihm zuerst nicht gehorchen, und einen endlosen Augenblick lang fürchtete er, gelähmt zu sein. Aber dann spürte er endlich, dass seine Skistiefel sich schneckengleich bewegten. Scotts überanstrengte und geschwächte Beine waren beinahe nutzlos, also robbte er mithilfe seiner kreischend protestierenden Arme und Schultern vorwärts auf Amanda zu, während die Schmerzen im oberen Rücken ihn fast wieder ohnmächtig werden ließen. Der unverwüstliche Agent des Secret Service brauchte eine Viertelstunde, um die simplen Bewegungen auszuführen und den kurzen Weg zu seinem Schützling zurückzulegen. Gegen seinen Willen war Scott gezwungen, alle paar Sekunden innezuhalten, um wieder zu Atem zu kommen. Bei dem unverwüsteten kontrollierten Sturz den Berghang hinab hatte er sich wahrscheinlich mehr als eine Rippe gebrochen. Trotzdem, er lebte immer noch. Und wenn Amanda ebenfalls noch am Leben war, dann hatten sie gewonnen. Jedenfalls für den Moment. Als er sich ihr wie in Zeitlupe näherte, sah er im Schein seiner Taschenlampe, dass sich Amandas Brust langsam hob und senkte. Gott sei Dank, sie atmete. Also lebte sie zumindest noch. Schwach versuchte Harwith nach ihr zu rufen, aber alles, was er hervorbrachte, war ein raues Flüstern. Er musste noch näher heran, um zu kommunizieren. Beharrlich arbeitete er sich vorwärts. Kriechen, ausruhen. Kriechen, ausruhen. Bis sich sein Gesicht auf gleicher Höhe mit Amandas Hinterkopf befand. Ihr Gesicht war der nackten Felswand des Überhanges zugewandt, der ihnen beiden das Leben gerettet hatte. Daher konnte er nicht sehen, ob sie bei Bewusstsein war. Er ließ den Blick über ihren Hinterkopf gleiten und erblickte keine Verletzungen. Aber das musste nicht bedeuten, dass es keine gab. Scott wusste, dass jeder Versuch, ihren Kopf zu bewegen, eine eventuelle Verletzung des Rückgrats verschlimmern würde. Er müsste Kopf, Hals und Schultern vorsichtig und gleichzeitig stabilisieren, um zum Beispiel den Kopf zu drehen. Und dazu fehlte ihm im Augenblick schlichtweg die Kraft. »Amanda«, flüsterte er heiser aus trockener Kehle, »kannst du mich hören? Manny, mein Schatz, ich bin Scott. Wir reden noch. Wir haben es geschafft, aber du musst mit mir reden. Ich muss wissen, ob du verletzt bist. Komm schon, Schätzchen, nur ein paar Worte. Sag mir nur, dass du hören kannst, was ich sage.« Amanda reagierte nicht. Scott fehlte die Energie, um weiterzusprechen. Solange er es vermochte, hatte er sich gegen die zähflüssige Decke der Ohnmacht, die sich über ihn legen wollte, gewehrt. Aber es war zwecklos. So sehr er es auch versuchte, er konnte ihr nicht länger widerstehen. Er wollte jetzt nur noch schlafen. In Frieden schlafen. »Es tut mir so leid, Amanda.« »Neun« »Palmer!« brüllte Hollenbeck den nächstbesten Agenten in der Kommandozentrale an, bei dem es sich in diesem Fall um die junge Agentin handelte. »Rufen Sie in Dear Valley an und finden Sie heraus, ob diese Lawinenwarnung echt ist. Ich will wissen, warum die Sirenen heulen und ob es tatsächlich eine Lawine gab. Ich brauche einen kompletten Bericht mit allen Details.« »Ja, Sir«, erwiderte Palmer und kontaktierte sofort die Rettungsdienststation des Ferienortes. »Longo, ich habe nur eine Frage. Haben wir Funkkontakt?« »Negativ. Immer noch unterbrochen.« In den vergangenen neun Minuten hatte Hollenbeck gestanden. Er vermochte nicht einmal daran zu Bedenken, sich hinzusetzen. Er musste sich bewegen, auf- und abgehen. Seine Mannschaft kannte ihn gut genug, um ihm jetzt nicht im Weg zu stehen. Er trat zu einem der Fenster und starrte in den immer noch mit voller Wucht wirbelnden Schnee hinaus, über seinen nächsten Schritt nachgrübelnd. Das Leben des Präsidenten, das seiner Tochter und von nicht weniger als dreißig Agenten, befand sich in seiner Hand. »Sir«, rief Agent Palmer schon von Weitem, als sie mit ihrem Notizblock in der Hand auf Hollenbeck zukam. »Dear Valley sagt, dass es eine Lawine gegeben hat.« »Mist! Geben Sie mir die Fakten«, forderte Hollenbeck sie auf. Er erwartete die übliche Aufzählung der fünf W. Wer, was, wo, wann und wie viele. Palmer warf einen Blick auf ihren Block und las hastig ab. »Offenbar war es eine ziemlich große Lawine. Mehrere Männer der Skipatrouille haben sie gehört und, da sie sich damit auskennen, gleich der Basis gemeldet. Nur zwei Männer der Patrouille konnten die Lawine auf Sicht bestätigen.« »Warum nur zwei?« »Na ja, sehen Sie sich doch an, wie es draußen schneit. Bei diesem Wetter muss man ja fast oben auf dem Berg sein, um eine Lawine sehen zu können.« »Also gut, mehrere Leute von der Skipatrouille haben etwas gehört, das sich nach einer Lawine anhörte, und haben das auch entsprechend gemeldet. Aber nur zwei von ihnen konnten eine tatsächliche Sichtung bestätigen. Und auch die haben ihre Sichtung gemeldet?« »Das ist korrekt, Sir.« »Aber wie?« »Ich dachte, die Funkgeräte seien ausgefallen.« »Das sind sie.« »Wie konnten diese Leute dann die Meldungen machen?« »Offenbar haben sie den CB-Funk genutzt, den sie in einer ihrer Hütten weiter oben am Berg haben.« »CB-Funk?« »Ja, und diese Funkverbindung hat störungsfrei funktioniert.« »Woran kann das liegen, dass CB-Funk funktioniert, aber unser Equipment den ganzen Tag über immer wieder ausfällt, ebenso wie der normale Funk in Deer Valley?« »Na ja, das ist wie mit den Äpfeln und Birnen.« »Wie bitte?« »Das kann man so nicht vergleichen, denn der CB-Funk benutzt andere Frequenzen als unsere Geräte und auch als die Stationen in Deer Valley. Aber das Komische ist, dass unser Equipment ja viel ausgereifter und leistungsstärker ist. Wenn alle anderen Probleme haben, okay, aber wir sollten damit eigentlich keine haben, wissen Sie?« Hornbeck nickte und merkte sich diese Information für den späteren Gebrauch, während er sich wieder dem drängendsten Problem zuwandte. »Okay, Palmer, dann kommt jetzt die 10.000-Dollar-Frage. Wo hat die Lawine angefangen?« »Laut Skipatrouille ist sie am Score-Peak losgebrochen.« Hornbecks Hand zog zielsicher eine topografische Karte aus dem Stapel von Unterlagen und laminierten Landkarten auf seinem Schreibtisch. Die Einheit, die für die Einschätzung von Gefahren aller Art zuständig war, hatte diese spezielle Karte erstellt, die alle bereits gefahrenen und möglichen Pisten enthielt, die der Präsident nehmen konnte. Dazu die rotierenden Standorte der Angriffsabwehr und Scharfschützenabwehrteams. Hornbeck besaß ein fotografisches Gedächtnis und wusste ganz genau, wo sich der Score-Peak befand, hegte aber tief in seinem Inneren die irrationale Hoffnung, dass er sich irrte. Er irrte sich nicht. Score-Peak war der höchste Gipfel im Deer Valley-Skigebiet, und der Fuß dieses Berges lag direkt an dem Talbecken, das der Präsident und seine Tochter auf ihrem Heimweg durchfuhren. Palmer wartete seine nächste Frage gar nicht erst ab. Die Lawine ging auf dieser Seite des Hanges herunter, das bedeutet, dass die Wand aus Schnee und Eis und Geröll mitten durch die Route von Hattrick und Goldilocks gerauscht sein muss. Zum ersten Mal, seit zehn Minuten, setzte sich Hornbeck wieder auf seinen Stuhl. Zehn Bei dieser Abfahrt hätte so vieles schiefgehen können, wenn man bedachte, dass der Hang beinahe senkrecht abfiel. Aber Minas Löwen hatten ihre Sache wieder einmal außergewöhnlich gut gemacht. Diese Männer machten ihren Namen alle Ehre. Löwenherzen allesamt. Mina hatte die bestausgebildeten käuflichen Soldaten der Welt um sich versammelt und damit die altehrwürdige Schweizer Tradition einer Söldnertruppe wiederbelebt. Es schien ihnen durchaus passend, dass seine Männer diesen Namen trugen, der an ihre Ahnen erinnerte. Unweit des alten Luzerner Stadtzentrums befand sich ein majestätisches Monument, das direkt in den nackten Fels gehauen war. Es zeigte einen Löwen, der auf einem Schild mit dem Schweizer Wappen lag, und war jenen 786 Mitgliedern der Schweizer Garde gewidmet, die in Ausübung ihrer Pflicht gestorben waren, als sie König Ludwig XVI. und Marie Antoinette bei einem Angriff auf die Tülerin verteidigten. Selbst der amerikanische Autor Mark Twain hatte das Ehrenmal als den bewegendsten Felsbrocken der Welt bezeichnet. Auf Minas Vorschlag hin hatten seine Männer den Namen angenommen und waren seither sein Rudel mutiger, tödlicher Löwen. Jene Löwen brauchten zehn Minuten für die halsbrecherische Abfahrt. Als sie aus der vereisten Felsspalte hervorglitten, stiegen die vorderen Männer sofort aus ihren Skiern und befreiten drei verborgene Shidu-Schneemobile von ihren schneeweißen Abdeckplanen. Niemand sagte ein Wort, denn sie arbeiteten immer noch gegen die Zeit. Drüher half Schäbel dabei, den Schlitten hinten an einem der Schneemobile zu befestigen, während Mina den Reißverschluss des Leichensacks ein Stück weit öffnete, um nachzusehen, ob die Infusionsnadel immer noch sicher an ihrem Platz war. Auch der Rest der Gruppe löste nun rasch die Klickbindungen seiner Skier und packte letztere in die speziell angefertigten Röhren, die an den Seiten der Schneemobile befestigt waren. Jeweils zwei Männer teilten sich ein Fahrzeug. Ein Fahrer und ein Schütze, falls das nötig werden sollte. Obwohl Mina sicher war, dass dem nicht so war. Er stieg hinter Drüher auf das Schneemobil, das den Schlitten ziehen sollte, und gab das Signal, die Motoren zu starten und zu verschwinden. 11. Scott Howith riss die Augen auf, als ein heftiger, brennender Schmerz ihn durchfuhr und sein Bewusstsein mit einem Schlag an die Oberfläche zurückbrachte. Sein gesamter Körper schmerzte. Das Gefühl veräppte langsam, nur um ihn dann erneut heftig zu durchfluten. Das war nicht das erste Mal, dass er Schmerzen dieser Intensität erlitt. Ebenso diese Kälte, die bis ins Mark und bis in die Seele drang. In seiner Ausbildung zum Seal hatte er gelernt, dass der Körper alles erleben und erleiden kann, was der Verstand zu glauben bereit ist. Mit seinen Kollegen hatte er gescherzt, dass ihre gesamte Ausbildung die schrecklichste Folter darstellte, die sich je ein zivilisierter Mensch ausgedacht hatte, aber jeder Moment war darauf ausgerichtet gewesen, ihn auf Situationen wie diese hier vorzubereiten. Seals gaben niemals, absolut niemals auf. Ihr Motto lautete, der einzig leichte Tag ist der, der vorbei ist. Und auch wenn Scott inzwischen auf der Gehaltsliste des Secret Service stand, so würde er doch bis ans Lebensende ein Ziel bleiben. Scott bewegte sich nur minimal und konnte nur mit Mühe einen Schrei unterdrücken, aber das spielte keine Rolle. Die furchtbaren Schmerzen hatten einen Vorteil, wenn man in der Lage war, die Sache so zu sehen. Er konnte mit einem Mal wieder klar denken und gewann so die Kontrolle über sich zurück. Sein Körper hatte keine Wahl und musste mit seinem Verstand kooperieren. Erneut ohnmächtig zu werden war nun keine Option mehr. Es durfte keine Option mehr sein. Scott war sich völlig der Tatsache bewusst, dass die Überlebenschance nach einer Lawine für Menschen, die unter den Schneemassen begraben lagen, bereits nach zehn Minuten dramatisch sang. Unter Schmerzen setzte er sich auf und rutschte noch näher an Amanda Rutledge heran, bis er direkt über ihrem Kopf saß. Er legte die MacLight neben sich ab und ließ beide Hände vorsichtig unter ihren Rücken gleiten. Er stützte ihren Hinterkopf, Nacken und Schultern, während er sie auf den Rücken drehte. Sie gab keinen Laut von sich und atmete weiter, langsame, flache Atemzüge. »Mandy, ich bin Scott. Bitte wach auf, tu's für mich. Sag irgendwas, Schätzchen, komm schon.« Scott zog sich den kleinen Rucksack von den Schultern und legte ihn neben sich auf den Boden. Dann nahm er die Taschenlampe wieder in die Hand und hielt nacheinander Amandas Augen auf, um ihr direkt hineinzuleuchten. Ihre Pupillen zogen sich dabei nicht zusammen, was ein schlechtes Zeichen war. Er musste sich jetzt darauf konzentrieren, sie und sich in Sicherheit zu bringen. Er hatte keine Möglichkeit festzustellen, wie tief sie verschüttet waren. Nach einer Lawine konnte der schwere Schnee sich wie nasser Zement über die Landschaft legen und es damit so gut wie unmöglich machen, sich nach draußen an die Oberfläche zu graben. Scott dachte an seine Funkgeräte und probierte beide noch einmal aus. »Mayday, Mayday, Birdhouse, hier ist Norsemann. Wir brauchen Hilfe, over.« »Dear Valley, dear Valley, hören Sie mich, over.« Er hörte nichts als weißes Rauschen und beschloss, mit seinen Kräften und dem verfügbaren Sauerstoff Haus zu halten. Es gab jetzt wichtigere Dinge zu bedenken. Als erstes musste er Amanda warm halten und versuchen, sie zu stabilisieren. Als zweites musste er sie beide lebendig aus dieser Misere herausbringen. Immerhin hatten sie verdammt großes Glück gehabt, überhaupt noch am Leben zu sein. Aber das war nur die halbe Miete. Ohne Funkkontakt und solange niemand wusste, dass sie hier verschüttet waren, konnte niemand sagen, wie lange es dauern mochte, bis ein Suchtrupp sie aufspürte. Und das schlechte Wetter, das den ganzen Tag geherrscht hatte, machte sowieso jeden Versuch, Menschen am Berg zu finden, zum Glücksspiel. Harveth hatte sich dagegen entschieden, die Agenten seiner Einheit mit den LVS-Geräten auszustatten, die bei Touristenskifahrern so beliebt waren. So ein Lawinen-Verschüttungssuchgerät hatte ungefähr die Größe eines Walkie-Talkies und sendete die ganze Zeit ein niederfrequentes Signal. Sollte jemand in einer Lawine verschüttet werden, konnten die anderen Mitglieder seiner Gruppe ihre Geräte auf Empfang stellen, das Signal empfangen und die verschüttete Person auf diese Weise aufspüren. Scott hatte aus mehreren Gründen vehement gegen die Ausstattung der Agenten mit LVS gestimmt. Zunächst einmal konnte eine feindliche Quelle die Signale ebenso empfangen und damit ihr Ziel mit Leichtigkeit erspähen und eliminieren. Außerdem waren die strategisch gewählten Positionen der CAT- und JAR-Abwehrteams so eng getaktet, dass Hilfe stets in greifbarer Nähe war, sei es per Funk oder gar Sichtkontakt. Auch im Nachhinein hielt Scott seine Entscheidung, die Agenten nicht mit den Suchgeräten auszustatten, für richtig. Er wäre nie auf die Idee gekommen, dass ihre hochentwickelten Funkgeräte ausfallen konnten. Als stünden ihre Chancen nicht sowieso schon miserabel, stellte Scott beim Blick auf seine Armbanduhr fest, dass es schon fast Viertel vor fünf war. Die Sonne würde bald untergehen und mit ihr würde auch die Temperatur rapide sinken. Wenn er sie beide hier nicht schleunigst raus und ins Warme brachte, dann wären sie bis zum Morgen erfroren wie Eis am Stiel. 12 Harveth zog seine Jacke aus und legte sie Amanda über, um sie warm zu halten. Da das Mädchen auf dem schneebedeckten Boden lag, war es nicht viel mehr als eine symbolische Geste. Es hätte Amanda weit mehr genützt, wenn die Jacke unter ihrem Körper gelegen hätte, aber er hatte sie schon einmal bewegt und traute sich nicht, es wiederzutun. Die Tatsache, dass sich ihre Pupillen bei Lichteinfallen nicht zusammenzogen, deutete darauf hin, dass ihr Gehirn nicht normal funktionierte. Trotz all seiner Bemühungen, ihren Sturz mit seinem Körper abzufangen, hatte sie sich bei der unkontrollierten Schussfahrt wahrscheinlich den Kopf angeschlagen. Nur ein Arzt konnte beurteilen, wie es um sie stand und was die Prognose war, und das machte ihre momentane Situation noch schlimmer. Scotts träge, von den Schmerzen bestimmte Gedanken wurden zunehmend klarer, und er begriff, dass sie wohl etwas mehr Luft zur Verfügung hatten, als er zunächst angenommen hatte. Er musste jetzt damit beginnen, sich selbst und Amanda aus ihrem Kerker aus Schnee zu befreien. Er kroch wieder zur Vorderseite des Überhangs, zu Amandas Füßen, und zog seinen Rucksack dabei hinter sich her. Als er sicher war, dass ein kleinerer Einbruch des eventuell losen Schnees über und vor ihnen nicht auf Amandas reglosen Körper landen würde, griff Scott in seinen Rucksack und zog etwas heraus, das wie ein Teleskop-Ski-Stock aussah. Bei dem Stab handelte es sich um eine Lawinensonde, die von Suchtrupps verwendet wurde, um im tiefen Schnee nach Verschütteten zu tasten. Während er das Gerät langsam auszog, spürte er die Erleichterung darüber, dass er bedacht genug gewesen war, so einen Gegenstand für alle Fälle mitzunehmen. Er wählte einen Winkel, der ihm am ungefährlichsten und einfachsten erschien, um mit dem Freigraben zu beginnen, und dann stieß er den Stab sachte in die Wand aus Schnee hinein, um keinen Zusammenbruch des Gebildes zu riskieren. Er konnte nicht wissen, wo der Schneelose und wo er fest auflag. Der Teleskopstab drang immer tiefer in die Schneemassen ein. Es fühlte sich an, als ob die weiße Wand vor ihm kein Ende nahm. Sie hatten ein Monster von einer Lawine überlebt. Scott schüttelte die Erschöpfung und die Müdigkeit ab, die wie ein riesiger Felsbrocken auf ihm lasteten, und dann setzte er den Klappspaten zusammen und betete, dass er das Dach aus Eis und Schnee über ihren Köpfen nicht zum Einsturz bringen würde. Er kniete sich hin und stützte sich mit einem Fuß gegen die Felswand hinter ihm, um besseren Halt und mehr Kraft zu haben. Dann fing er mit äußerster Vorsicht an, einen Tunnel zu graben. Die Wand vor ihm durfte nicht nachgeben, nicht einbrechen, denn dann würden die Schneemassen die kleine Höhle fluten. Als er der Meinung war, sich weit genug vorwärts gegraben zu haben, begann er damit, den Schnee von der neuen Decke am Ende des Tunnels zu schürfen und zu kratzen. Die eisigen Kristalle regneten auf sein Gesicht und seine Hände herab. Diese qualvolle Arbeit ging noch langsamer vonstatten als das Graben. Immer wieder kroch Scott aus dem Tunnel zurück in die Höhlung, schaufelte den gelösten Schnee zu sich hin und schob ihn dann hinter sich in die kalte Mulde. Bei seinem elften mühseligen Gang in den Tunnel spürte Scott mit einem Mal, wie der Spaten die Oberfläche durchbrach. Er ließ die Platten aus gefrorenem Schnee auf sich herunterprasseln, während er den Durchgang erweiterte und einen Ausgang gerub, durch den er hinauskriechen konnte. Ein eisiger Wind heulte über die schneebedeckte Fläche hinweg, als er sich langsam nach oben und ins Freie zog. Der Schnee fiel jetzt noch dichter als vor der Lawine und der Wind war ebenfalls stärker geworden. Die Sonne war untergegangen und Scott konnte kaum etwas sehen in dem erbarmungslosen Schneegestöber. Er saß jetzt auf der Kante des Ausgangs und nahm sich ein paar Sekunden Zeit, um zu Atem zu kommen. Sein Fuß in dem schweren Schneestiefel stützte sich immer noch am Tunnelboden ab. Es war beißend kalt, aber in diesem Moment spürte er das gar nicht. Nun hatten sie zwar einen Weg ins Freie, aber Scotts nächstes Problem war noch weit größer. Amanda war nach wie vor ohnmächtig und konnte ihm nicht sagen, wie gravierend ihre Verletzungen sein mochten. Jede falsche Bewegung konnte bleibende Schäden verursachen. Andererseits war es mindestens genauso gefährlich, wenn nicht sogar tödlich hierzubleiben. Sie konnten leicht erfrieren oder schlimmer noch, von einer zweiten Lawine erneut verschüttet werden. Obwohl er sicher war, dass längst eine groß angelegte Rettungsmission lief, konnte doch niemand wissen, dass er und Amanda sich so weit vom geraden Weg bergab entfernt hatten und sich an einer ganz anderen Stelle des Berghangs befanden, als vor dem Verlust des Funkkontaktes ersichtlich gewesen wäre. Es würde Tage dauern, bis sie in dieser Gegend zu suchen begann. Er überlegte kurz, ob er mit seiner Taschenlampe Morsezeichen geben und so Hilfe holen könnte, aber dann wurde ihm rasch klar, dass der Strahl längst nicht hell und kräftig genug war, um bei diesen Witterungsverhältnissen mehr als ein paar Meter weit gesehen zu werden. Scott musste das Risiko eingehen, das Mädchen zu bewegen, und zwar so schnell wie möglich. Beuchlings glitt er zurück in die Höhle. Erneut sah er im Schein seiner Maglite nach Amanda, aber ihre Verfassung hatte sich nicht geändert. Ihr Puls war nur schwach zu fühlen und ihre Atmung langsam und flach. Mit seinem winzigen Spaken schaufelte er den Schnee vom Zugang im Tunnel beiseite, sodass es etwas leichter war, sie nach draußen zu buxieren. Nachdem das getan war, zog er die Skistiefel aus und dann auch seine Skihose mit dem breiten Latt. Darunter trug er eine eng anliegende, lange Radlerhose aus Lycra. Er konnte nur hoffen, dass die ihn ausreichend vor dem Erfrieren schützen würde. Er fürchtete wirklich das Schlimmste, aber er wusste, dass er Amanda bewegen musste, um sie für den Ausstieg vorzubehalten. Mit dem Messer schnitt er die gepolsterten Tragegurte des Rucksacks ab und machte daraus eine Art Schanzkrause, die er um Amandas Nacken legte, damit ihr Halsbereich stabilisiert wurde. Die Plastikverstärkung aus dem hinteren Innenfutter des Rucksacks verwendete er wie eine kurze Rückenstütze. Dann schnitt er die Träger von Amandas Skilatzhose durch und packte ihren Oberkörper vorsichtig in seine Skijacke. Er zog die Ärmel über die ihrer eigenen Jacke. Dann löste er die Klappverschlüsse ihrer Skistiefel und zog sie ihr von den starren Füßen. Er manövrierte ihre Beine in seine Skihose und zog die Träger des Latzes sachte unter ihrem Rücken durch. Er war froh, das Messer zu haben, denn als nächstes machte er ein paar primitive Überschuhe aus den beiden großen Reißverschlussfächern des Rucksacks. Er hoffte, sie würden Amandas Füße notdürftig trocken halten. Wenn er sie heil den Berg hinunterbringen wollte, mussten die schweren Skistiefel hierbleiben. Das zusätzliche Gewicht an ihren Füßen würde nicht nur seine ohnehin gigantische Aufgabe weiter erschweren, es konnte auch die Rücken- oder Halsverletzungen, die er vermutete, verschlimmern. Er zog die Nylonhüllen über ihre dicken Innenschuhe und stopfte alles in die Bündchen der beiden Skihosen, damit es hielt. Auch seine eigenen schweren Skistiefel mussten hierbleiben, denn mit den Dingern an den Füßen würde er es niemals bis ins Tal schaffen. Aus den Überresten des Rucksacks bastelte er sich ebenfalls Überschuhe, die er über seine Innenschuhe zog. Immerhin hatte das Gepäckstück aus wasserfestem Nylon bestanden. Als er seine Vorbereitungen beendet hatte und sich bereitmachte, Amandas aus diesem Loch heraus und hoffentlich in Sicherheit zu bringen, fühlte er sich, wie ein neuzeitlicher Hüdenmensch nach der Apokalypse. Dann wurde Scott klar, dass er einen entscheidenden Fehler gemacht hatte. Um Amandas vor herabfallendem Eis und Schnee zu schützen, hatte er den Fluchttunnel zu ihren Füßen gegraben. Er plante eigentlich, sie an den Trägern seiner Skilatzhose herauszuziehen, aber nun lag sie natürlich verkehrt herum, mit dem Kopf zur Felswand. Schlimm genug, dass Scott sie irgendwo hinschleppen musste, ohne zu wissen, wie schwer sie verletzt war, aber nun musste er sie auch noch umdrehen, um sie nach draußen zerren zu können. Die Höhle war so eng, dass er ihre Beine dazu anwinkeln musste. Konnte es überhaupt noch schlimmer kommen? Ganz sachte bog er ihre Knie und stellte sie auf. Dann legte er seine Hände unter ihre Schulterblätter und manövrierte ihren Oberkörper herum in Richtung des Ausgangs. Ihm war schmerzhaft bewusst, dass er damit eine etwaige Verletzung der Wirbelsäule irreparabel verschlimmern konnte. Sie war so ein tolles Mädchen mit grenzenloser Energie. Der Gedanke, dass sein Versuch, ihr zu helfen, zu einer Lähmung führen konnte, verursachte ihm Bauchschmerzen. Aber er durfte nicht zulassen, dass seine Gefühle und Bedenken die Oberhand über seinen rationalen Verstand gewannen. Er versuchte, all das aus seinen Gedanken zu verbannen, aber dann hörte er ein widerwärtiges, knackendes Geräusch. Harveth erstarrte. Oh Gott, bitte sag mir, dass das kein Wirbel war. Als er nach unten blickte, sah er, dass ihre Skijacke an einem Stück Eis auf dem Höhlenboden hängen geblieben war und es dann abgerissen hatte. Erleichtert atmete er auf, und dann gleich noch einmal. Denn endlich hatte er Amanda komplett herumgedreht und den Anfang des Tunnels erreicht. Es war, als wäre er in einen kalten, dunklen Schoß hinabgestiegen, hätte ein Baby aus der Steißlage befreit und herumgedreht und müsste es nun durch den Geburtskanal schaffen, um es auf die Welt zu bringen. Er zog seine Skihandschuhe wieder an, packte die losen Enden der Skihosenträger und machte zwei Schritte rückwärts, bevor er Amanda langsam einen Schritt vorwärts zog. Der Weg aus der Eishöhle hinaus schien ewig zu dauern. Nur Scotts schiere Willenskraft stand zwischen Freiheit und Aufgabe. Um Amandas schlaffen Körper durch das letzte senkrechte Stück des Tunnels nach oben zu ziehen, musste Scott all seine Kraft sammeln und sämtliche Reserven mobilisieren. Es spielte keine Rolle, wie erschöpft er war oder wie weh jede Bewegung mittlerweile tat. Nur eine Sache war jetzt von Bedeutung und Scott Harworth würde alles geben, um Amanda Rutledge, die Tochter des Präsidenten und seit einem Tag Mitglied im Club der 16-Jährigen aus dieser Eishöhle herauszuholen und sie sicher nach Hause zurückzubringen. Nachdem er Amanda neben der Tunnelöffnung in den Schnee gebettet hatte, saß er für einen Moment nur da und rang nach Luft, konzentrierte sich darauf, die Kakophonie seiner lautstark protestierenden Muskeln zum Schweigen zu bringen. Er zog die Taschenlampe hervor und leuchtete zum dritten Mal in Amandas Augen. Die Pupillen blieben nach wie vor erweitert. Er zog einen Handschuh aus, um ihren Puls zu fühlen, der noch schwächer geworden war. Er musste sich in Bewegung setzen sofort. Scott zog vorsichtig die Kapuze aus dem Kragen seiner Skijacke und achtete dabei darauf, Amandas Nacken nicht zu sehr zu bewegen. Er zog ihr die Kapuze so eng ums Gesicht wie möglich und machte den Kleppverschluss zu. Er wollte dafür sorgen, dass sie so warm und trocken blieb, wie es bei dem starken Wind und wirbelnden Schnee eben möglich war. Dann stand er auf, fasste erneut die Träger der Latzhose, die als Trage für Amandas ohnmächtigen Körper herhalten musste, und fing an, sie langsam den Berg hinunterzuziehen. Der Weg war unglaublich mühsam und anstrengend. Dauernd sang Scott bis zu den Knien in den Schnee ein, manchmal gar bis zu den Hüften. Nie wusste er, welcher Schnee fest war und ihn tragen und welcher nachgeben würde. Und jedes Mal, wenn er erneut ohne Vorwarnung einsank, drohte das zusätzliche Gewicht Amandas, das er hinter sich herzog, ihn das Gleichgewicht verlieren zu lassen und sie beide den Berg hinabzuschleudern. Der Wind peitschte Scott mit einer so durchdringenden Kälte, dass weder die körperliche Anstrengung noch der letzte Rest Adrenalin ihn dagegen abschirmen und wärmen konnten. Der Schnee fegte ihm unerbittlich entgegen, und die Rasiermesser scharfen Eiskristalle rissen und schabten sein ungeschütztes Gesicht auf wie grobes Sandpapier. Harweth kämpfte sich Schritt für Schritt durch den Schnee und den Sturm, zwang sich immer weiterzugehen. Er kam viel zu langsam voran, und die Sorge um Amandas Verletzungen ließen ihn noch vorsichtiger und langsamer agieren. Einen Fuß vor den anderen, dachte er immer wieder. Aufgeben ist keine Option. Wir schaffen das. Wir werden es schaffen. Immer weiter durch den höllischen Wind und die schreckliche Kälte. Inzwischen hatte er jegliches Gefühl für Zeit und Raum verloren. Nur der Wille, Amanda nach Hause zu bringen zählte. Nur am Rande nahm er wahr, dass sein Körper zu zittern aufgehört hatte. Dieser schwache Versuch, warm zu bleiben, hatte sich längst als zwecklos erwiesen. Zumindest gehorchen mir meine Beine noch, dachte er. Aber was er für die gelenkte Vorwärtsbewegung hielt, war in Wirklichkeit ein Stolpern in Zeitlupe. Seine Beine hatten ihm drei Meter zuvor endgültig den Dienst versagt, und nur sein unmenschlich starker Wille und sein jahrelang trainierter Körper hielten ihn weiter den Berg hinab in Bewegung, ohne sofort völlig die Kontrolle zu verlieren. Aber dann kippte er schließlich vornüber in den Schnee. Die alte Denksportfrage über den fallenden Baum im Wald kam ihm in den Sinn. Würde sein Sturz ein Geräusch machen, wenn niemand da war, ihn zu hören? Machte es einen Unterschied, ob er marschierte oder fiel? Sie waren hier völlig allein. Das dachte er zumindest. Nur zweihundert Meter entfernt entdeckte der Kopf von Amandas Abfangteam, der die allerneuste Hightech-Infrarotbrille trug, die Wärmesignatur zweiergestalten im Schnee. Er wendete sein polare Schneemobil mit einem halsbrecherischen Manöver, das jeden Kampfjetpiloten neidisch gemacht hätte, und raste auf die Wärmeflecken zu. Binnen Sekunden beschleunigte er auf über 160 Kilometer pro Stunde und überbrückte die kurze Distanz. Der Rest des Abfangteams folgte dicht auf. Der Anführer bremste scharf ab und hielt bei Scott und Amanda, und dann waren die beiden Körper im Schnee auch schon von Schneemobilen umringt, während die Männer mit ihren Infrarot- und Nachtsichtbrillen die nähere Umgebung nach weiteren Opfern absuchten. Als einer der Agenten ihn vorsichtig umdrehte, drang ein schwaches Stöhnen aus Gotts Mund. »Wie haben Norsemann! Er lebt!« rief der Anführer des Teams den anderen zu. Dann kniete er sich neben Amanda und fühlte ihren Puls. Ganz schwach, aber immerhin schlug ihr Herz noch. »Und er hat Goldilocks mitgebracht! Sie sind beide am Leben, aber in kritischem Zustand!« Der Anführer versuchte, die Kommandozentrale zu erreichen. Er sprach in sein Killkopf-Mikrofon. »Bird House, hier ist Hermes, hören Sie mich, over!« Er bekam keine Antwort, aber damit hatte er gerechnet. Sein Befehl hatte gelautet, niemanden mit zurückzubringen, sondern lediglich Meldung zu machen. Aber das Blatt hatte sich gewendet. Die Agenten des Secret Service wurden nach einer Reihe von Kriterien ausgewählt. Mit am höchsten geschätzt wurde dabei die Intelligenz der Kandidaten, gemeinsam mit der Fähigkeit, in Gefahrensituationen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Hermes übernahm die Verantwortung und instruierte seine Männer. »Zwei Transportschlitten aufblasen! Ich nehme Goldilocks zu mir und Archimedes nimmt Nausemann! Ich ändere unseren Status! Mad-Evac in Gefahrenstufe zwei! Hammer vier und fünf setzen die GPS-Koordinaten, damit wir später wiederkommen und nach dem Rest der Einheit suchen können. Los geht's! Hopp, hopp!« Harveth bekam das laute Zischen des aufblasbaren Transportschlittens nur Waage mit, und ebenso spürte er kaum etwas, als sie ihn in den Notfallschlitten hievten und die Gurte über ihm festzogen. Als die Männer des Abfangteams ihre Motorschlitten zum Abhangen wendeten, um sie alle zurück zur Kommandozentrale zu bringen, verlor er erneut das Bewusstsein. 13. Als die Löwen den Bauernhof von Joseph und Mary Maddox erreichten, lagen sie sieben Minuten vor ihrem Zeitplan. Mina war sehr zufrieden. Den Hof hatte er wegen seiner abgelegenen Position ausgewählt. Er befand sich am Rande der Kleinstadt Midway, die an das Skigebiet von Deer Valley grenzte. Der nächste Nachbar wohnte drei Meilen entfernt. Die einzige Zufahrt war eine ungepflasterte Straße voller Schlaglöcher, und dann gab es da noch den Weg durch die enge Schlucht, der hinter der Westseite der Farm endete, auf dem zu dieser Jahreszeit aber nur ein erfahrener Lenker auf einem Schneemobil navigieren konnte. Oder Männer auf Langlaufskiern. Joe und Mary Maddox hatten ihren Sonntag ebenso verbracht wie jeden anderen auch. Ihre Mormonen-Großfamilie mochte sie als Rentner bezeichnen, aber dieser Begriff hatte keine Entsprechung in ihrer Lebenswirklichkeit. Mit 22 Enkeln und 11 Urenkeln konnte man doch nicht in Rente gehen. Mr. und Mrs. Maddox waren auch im Herbst ihres Lebens fleißige Menschen. Auch an diesem Morgen war das alte Ehepaar noch vor Sonnenaufgang aufgestanden. Ihr Glaube verbot ihnen zwar, am Sabbat zu arbeiten, ließ aber einige Ausnahmen zu, zum Beispiel das Versorgen der Ferntiere. Joe und Mary erledigten das vor dem Frühstück, bevor sie gestärkt zur Sonntagsmesse aufbrachen. Der Bischof sprach von den Erfolgen der vier jungen Mormonen aus der Gegend, die als Missionare in Asien unterwegs waren, und von der Tragödie der zwei anderen, die in der vergangenen Woche in einem Ghetto in Atlanta getötet worden waren, als auch sie die frohe Botschaft der Heiligen der letzten Tage verbreiten wollten. Joes Gedanken gingen rasch auf Wanderschaft, wie sie es in letzter Zeit häufig während des fast fünfstündigen Gottesdienstes taten. Mary dagegen lauschte ihrem Bischof mit der bewundernswerten Aufmerksamkeit der andächtigen Gläubigen, als er über die Rolle einer guten mormonischen Ehefrau dozierte und seine Gemeinde daran erinnerte, dass eine Ehefrau nur dann ins himmlische Reich eingehen konnte, wenn ihr Ehemann sie für würdig befand. Mary lächelte zu Joe hinüber, denn sie wusste mit Sicherheit, dass ihr bester Freund sie nach siebenundfünfzig Jahren Ehe mit sich ins himmlische Reich nehmen würde. Und damit hatte sie absolut Recht. Sie wusste allerdings nicht, wie bald sie dorthin gelangen sollten. Die ganze vergangene Woche hatte Joe sich unpässlich gefühlt. Daher hatten er und Mary beschlossen, das allwöchentliche Familienessen bei ihrer ältesten Tochter diesmal ausfallen zu lassen. Stattdessen würden sie nur eine Kleinigkeit essen und den Abend ganz in Ruhe auf ihrem Hof verbringen, ohne die Aufregung, die das sonntägliche Zusammentreffen von Kindern, Enkeln und Urenkeln mit sich brachte. Hätten sie diese Ablenkungen in Kauf genommen, hätte ihnen das das Leben gerettet. Niemand achtete groß auf den Sattelschlepper, der gegen zwei Uhr nachmittags die Sweetwater Road entlang in Richtung der Farm rumpelte. Der Fahrer verfluchte das Minenfeld aus tiefen Schlaglöchern, durch das er den schweren Laster lenken musste. Führerhaus und Sattelauflieger trugen das Logo von Desert Industries. Und dazu die markanten Möwen der mormonischen Kirche. Damit musste es so aussehen, als ob der Sattelschlepper unterwegs war, um eine mildtätige Spende auf der Farm abzuholen. Möbel, Gerätschaften oder auch Konserven und Eingemachtes im großen Stil oder eine ebensolche Spende bei einer bedürftigen Familie abzuliefern. Auch wenn die Kirche normalerweise nichts dergleichen an einem Sonntag tat, hatte Mina zu Recht darauf spekuliert, dass jeder zufällige Beobachter annehmen würde, dass diese Ausnahme vom sonntäglichen Ruhegebot wohl ihre guten Gründe hatte. Minas Vorkämpfer, den sie wegen seiner mannigfaltigen Hintergrundaufgaben auch den Platzwart nannten, bog in die langgezogene, schneebedeckte Zufahrt zu fahrende Maddox ein. Er war beruhigt, dass er keine offensichtliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Die Idee, den Laster mit den Mormonenmöwen und dem Logo der Wohltätigkeitsorganisation zu versehen, war schlichtweg brillant. In einem Staat, in dem die Mormonen dazu erzogen wurden, die Handlungen ihrer Kirche nicht zu hinterfragen und die Nicht-Mormonen sich wenig um das kümmerten, was die Mormonen taten, war der Sattelschlepper die perfekte Tarnung. Niemand würde Verdacht schöpfen, dass hier irgendetwas im Busch war. Mina hatte dem Platzwart auch erklärt, dass dem trainierten Auge eines Landespolizisten sehr wohl auffallen konnte, dass der Truck überladen wirkte, aber dass ihn dennoch niemand anhalten oder überprüfen würde, aus Angst, sich Ärger mit der mormonischen Mehrheit einzuhandeln. Die komplexen Verflechtungen der Kirche reichten hier in jeden Winkel der Verwaltung und Organisation. Die Zufahrt öffnete sich zu einem großzügigen Innenhof, der vom Wohnhaus, einer großen weißen Scheune, zwei Getreidesilos und mehreren Anbauten eingerannt wurde. Der Platzwart wendete den Laster, sodass das Führerhaus wieder zur Straße hinzeigte und die Türen des Aufliegers zur Scheune. Er parkte den Sattelschlepper leicht schräg. Neugierige Blicke von der Hauptstraße her konnten nun lediglich ausmachen, dass der Laster auf der Farm der Kirche gehörte. Der Mann hatte die Maddoxes in den letzten Wochen konstant beobachtet, also kannte er ihren Tagesablauf bis ins Detail. Die Alten würden frühestens um halb sieben vom Essen bei ihrer Tochter zurück sein, und bis dahin wären die Löwen längst wieder fort. Er entriegelte die hinteren Türen des Aufliegers und ließ die lange Rampe aus Kufenblech bis zum Boden herunter. Dann schob er das Scheunentor auf und verschwand im Sattelanhänger. Er wollte gerade damit beginnen, den ersten Teil seiner Ladung die Rampe hinabzubuxieren, als er innehielt und den Kopf schief legte. Er horchte angestrengt in Richtung der Zufahrt. Sein gutes Gehör hatte ihn nicht getäuscht. In der Ferne erklang das tiefe Rumpeln von Joe Maddox' Pickup, der jetzt in die schneebedeckte Zufahrt einbog. Rasch sprang der Platzwart von der Ladefläche herunter, schloss die Türen wieder und ließ die Rampe in ihrer Halterung unter dem Auflieger zurückleiten. Jedem anderen wären eine Million Fragen durch den Kopf gegangen, aber er war darauf trainiert, schnell zu reagieren, anstatt Zeit zu vergeuden, wenn es darauf ankam. Er schaffte es gerade noch, die riesige Schiebetür der Scheune zu schließen, bevor der Pickup herangefahren kam und Joe ihn in seinem Blickfeld hatte. Er trug den blau-weißen Overall der Dazzled Industries Angestellten, also würden sie keinen Verdacht schöpfen. Er blieb in entspannter Pose neben dem Laster stehen, und setzte sogar ein kleines Lächeln auf. Dann winkte er Joe und Mary Maddox zu, als sie im Innenhof parkten. »Guten Tag, Bruder Maddox«, sagte der Platzwart und achtete darauf, die Konsonanten seines perfekten amerikanischen Englisch etwas weicher auszusprechen, so wie sie es in Utah taten. Joe stieg aus dem Wagen aus, während der Platzwart dann Mary zuwinkte. »Und Ihnen auch einen guten Tag, Schwester?« »Guten Tag«, gaben die beiden Alten gleichzeitig zurück. Mary stieg ebenfalls aus, um den riesigen Sattelschlepper genauer in Augenschein zu nehmen, der in ihrer Einfahrt parkte. »Es tut mir leid, dass ich ein bisschen spät bin für unseren Termin«, sagte der Platzwart und kam mit ausgestreckter Hand auf die beiden zu. »Unseren Termin?«, erwiderte Joe Maddox mit verwirrter Miene, als er dem Unbekannten die Hand schüttelte. Dann rückte er beiseite und seine Frau schüttelte dem Mann ebenfalls die Hand. »Ja, erst habe ich auf der 215 im Verkehr festgesteckt und dann wäre ich bei dem schlechten Wetter kaum die Schlucht hinaufgekommen, aber ich glaube, er hat seine schützende Hand über mich gehalten, um meinem Soldaten des Herrn zu helfen, das gute Werk der Kirche hier zu tun.« Die Insignien eben dieser Kirche auf dem Sattelschlepper und der Uniform des Mannes verfehlten ihre Wirkung auf Joe Maddox keineswegs. Als gläubiger Mann antwortete er sanft, »Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, ich wusste nicht, dass wir einen Termin hatten. Das ist mir ein bisschen peinlich. Können Sie mir sagen, worum es hier genau geht?« »Oh nein, sagen Sie nichts, Sie beide haben auch nichts davon gewusst. Das ist heute schon der dritte Überraschungsbesuch, den ich mache, und das an einem Sonntag.« »Ich denke, ich muss mal telefonieren und jemandem ordentlich den Marsch blasen,« sagte der Platzwart kopfschüttelnd, aber immer noch mit einem Lächeln im Gesicht. Diesmal antwortete Mrs. Maddox. »Wir haben keine Ahnung, worum es geht, aber wenn die Kirche Sie schickt, dann werden Sie auch wissen, was schiefgelaufen ist. Es ist kalt hier draußen, gehen wir doch hinein. Dann können Sie unser Telefon benutzen und herausfinden, was los ist.« »Sie sind zu gütig.« Das alte Ehepaar ging voraus, und der Platzwart folgte ihnen über den verschneiten Platz zum Haus. Sie stiegen die Betonstufen hoch, und Mr. Maddox öffnete die Windfangtür aus Glas, die mit verblichenen Aufklebern verziert war, die seine Enkelkinder hier hinterlassen hatten. Dann machte Joe die unverschlossene Haustür auf. Offenbar unbesorgt über die Tatsache, dass er einem Fremden enthüllte, wie wenig er sein Haus gegen Eindringlinge absicherte. Aber das hätte auch gar keine Rolle gespielt, denn der Platzwart wusste längst, dass das Ehepaar Maddox normalerweise nicht abschloss. Er war schließlich schon mehrfach im Haus gewesen, sowohl in ihrer Abwesenheit als auch nachts, während sie schliefen. Wahrscheinlich kannte er sich im Haus und auf dem gesamten Anwesen besser aus, als das leicht verwirrte alte Paar, das hier wohnte. »Also, wie können wir Ihnen behilflich sein, Mr.«, begann Joe Maddox. »Baker.« »Brian Baker, Sir«, erwiderte der Platzwart. »Ich soll hier ein paar Gerätschaften einsammeln. Sie waren so freundlich, einiges an Farmgerät für ein Kirchenprojekt in Mexiko zu spenden, nicht wahr?« »Ähm,« machte Maddox nachdenklich, während seine Frau ihn den Mantel abnahm und ihn im Flur in den großen Schrank hängte. »Ich erinnere mich nicht daran, irgendwelche Geräte angeboten zu haben. Ich meine, das haben wir bereits getan, aber das ist schon ein paar Jahre her. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch den Traktor für das bisschen Ackerbau, das wir noch treiben, aber den brauchen wir eben auch noch. Ich weiß nicht, was wir nun machen sollen, aber da muss wohl irgendwo eine Verwechslung passiert sein.« »Ganz offensichtlich. Wie schon gesagt, Sie sind nicht die Ersten heute, die nichts davon wussten, dass ich Sachen abholen soll. Wahrscheinlich ist die ganze Liste durcheinandergeraten. Dürfte ich kurz in der Zentrale von Desert anrufen und Bescheid sagen?« »Natürlich dürfen Sie,« erwiderte Mrs. Maddox. »Sie können das Telefon in der Küche benutzen. Erfolgen Sie mir.« »Danke, Ma'am.« »Aber nicht doch.« Mrs. Maddox führte den Mann zu einem kanariengelden Telefon mit Wählscheibe, das aussah, als wäre es Mitte der siebziger Jahre an die Küchenwand geschraubt worden. »So eines habe ich ja schon seit Jahren nicht mehr gesehen,« staunte der Platzwart. »Ich wusste nicht mal, dass man die Dinger noch benutzen kann.« Er lachte. Mrs. Maddox lächelte. »Wir leben nach einer einfachen Regel. Wenn es nicht kaputt ist, dann brauchst du kein Neues.« »Sie sprechen mir aus der Seele. Die meisten Leute geben viel zu viel Geld für Dinge aus, die sie gar nicht brauchen.« »Amen, Bruder«, erscholl Joe Stimme aus dem Nebenzimmer, wo er den alten Röhrenfernseher eingeschaltet hatte. »Äh, Ma'am, ich möchte Ihnen wirklich keine Umstände machen, aber wir haben eine dieser vollautomatisierten Telefonanlagen in der Zentrale.« »Oh, die hasse ich, wie die Pest«, fiel Mrs. Maddox ihm ins Wort. »Da sind wir schon zwei«, gab der Platzwart verschwörerisch zurück. »Aber wissen Sie, ich muss ein Tonwahltelefon verwenden, um das System zu umgehen und den zuständigen Disponenten zu erwischen. Sonntags haben wir unten in Salt Lake City auch nur die Minimalbelegung am Deck. Die Telefonzentrale ist nicht besetzt. Sie haben nicht zufällig noch irgendwo ein Tastentelefon, oder?« Er wusste ganz genau, dass Sie eins besaßen und wo es stand. »Doch, im ersten Stock. Aber ich weiß nicht, ob die Leitungen irgendwie anders sind als die hier unten. Sie meinen, mit einem Tastentelefon kommen Sie durch?« »Ja, Ma'am«, log der Mann. »Gut, dann kommen Sie mit nach oben. Ich zeige Ihnen, wo es ist.« Auf halbem Weg die Treppe hinauf hielt er inne und fragte Mrs. Maddox, »Ma'am, denken Sie, Ihr Mann könnte auch mit draufkommen, nur für den Fall, dass der Disponent eine Bestätigung möchte?« »Natürlich kann er das«, sagte Mary Maddox und lehnte sich über das Geländer, um ihren Mann zu rufen. »Okay, ich komme ja schon«, rief der Ungehalten zurück. Er ließ sich nicht gern von seinem Fernseher wegholen, nicht einmal für die Kirche. Mary führte den Fremden ins Schlafzimmer. Auf dem Nachttisch stand ein Tastentelefon mit übergroßen, im Dunklen leuchtenden Tasten. Die Namen der Kinder waren per Kurzwahl eingespeichert und es gab zusätzliche Tasten für Polizei, Feuer und Notruf. Der Platzwart trat neben das Bett und zog den Reißverschluss seines Overalls ein Stück weit auf. Er tat so, als suche er etwas in seiner Brusttasche. »Ich habe doch hier irgendwo den Lieferschein gehabt. Ich schätze, ich sollte mir endlich mal ein Klemmbrett mitnehmen.« Mrs. Maddox lächelte höflich und hoffte insgeheim, dass ihnen dieses Missverständnis in den Augen der Kirche nicht zum Schaden gereichte. Dann hörte der Platzwart Joes Schritte erst die Treppe herauf und dann den mit grünem Teppich ausgelegten Flur entlangkommen. Er hörte auf, an seinem Overall herumzunästeln, denn er hatte längst gefunden, wonach er wirklich suchte. Seine Hand packte den kalten Griff der Walter P4 fester. Die 9mm-Waffe trug einen Schalldämpfer, aber trotz des verlängerten Laufs zog er sie schneller, als die alten Herrschaften schauen konnten. Diesen Teil mochte er am liebsten. Den Ausdruck auf den Gesichtern seiner Opfer, wenn ihnen klar wurde, dass sie im nächsten Moment sterben würden. Aber bei diesem Paar war es anders als sonst. Sie waren so schockiert, dass ihre Gesichter zunächst gar keine Regung zeigten. So etwas geschah niemals in Midway. So etwas geschah nicht einmal in Utah. Sie hatten keinen Begriff, keine Reaktion für etwas, das sie so absolut nicht begreifen konnten. Die alte Frau schniefte nicht einmal. Sie standen beide einfach da, als sehen sie zu, wie das hier jemand anderem zustieß im Fernsehen. Dann brach endlich der Damm. Ein Wimmern kam über Mrs. Maddox' Lippen, und ihre Augen füllten sich mit Tränen, die ihr dann über die Wangen kullerten, als ihr mit einem Schlag klar wurde, dass sie beide sterben würden. Der Alte dagegen hatte es noch immer nicht begriffen. Instinktiv wollte er seine Frau trösten. Aber als er den Arm nach ihr ausstreckte, schoss ihm der Fremde zweimal in den Kopf, mitten zwischen die Augen. Blutspritzer, Knochensplitter und graue Masse flogen umher und trafen auch Mary, die unter Schluchzen begann immer die gleichen Worte vor sich hin zu murmeln. Offenbar fiel ihr nichts anderes ein, als »Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.« »Gut, dass du heute Morgen in der Kirche warst, was, Mary?« zischte der Fremde, dessen Englisch jetzt deutlich Schweizerdeutsch akzentuiert war. »Wenn dich deine Kinder im nächsten Leben zum Essen einladen, dann schlage ich vor, dass du die Einladung annimmst.« Er richtete die Waffe mit dem Schalldämpfer auf Mary Maddox und drückte ab. In Erwartung ihres Endes drehte Mary im letzten Moment den Kopf zur Seite. Die Kugel riss ein großes Stück Haut und den darunterliegenden Knorpel ihres Nasenrückens mit sich. Schreiend stürzte sie zu Boden. Wütend feuerte der Fremde die verbleibenden Kugeln in ihren Hals, ihre Brust ins Gesicht und in den Kopf, während sie sich im Todeskampf auf dem Fußboden wandte. Ihre Zuckungen hörten aber rasch auf, und sie lag still. Im Gegensatz zu seiner Frau hatte sich Mr. Maddox äußerst kooperativ verhalten, befand der Fremde. Denn der Alte war rückwärts ins Bett gefallen. Er musste lediglich die Füße anheben und die Beine des Mannes auf die Tagesdecke legen, und schon sah es ganz so aus, als hätte sich der Alte Mr. Maddox für ein Mittagsschläfchen hingelegt. Abgesehen von den Einschusslöchern in seinem Kopf natürlich. Dann zerrte er Mrs. Maddox quer durch das Zimmer auf die andere Seite des Bettes und hiefte sie hoch. Sie landete mit den Armen über dem Kopf auf der Tagesdecke. Er überlegte kurz, das alte Ehepaar nackt auszuziehen und so zu drapieren, dass es aussah, als hätten sie gerade Sex gehabt. Was würden die zahlreichen Verwandten aus ihrer Mormonensippe wohl dazu sagen? Aber er hatte anderes zu tun. Nachdem er sich im kleinen Badezimmer am Ende des Flurs die Hände gewaschen und dabei peinlich genau darauf geachtet hatte, keine Fingerabdrücke zu hinterlassen, ging er wieder nach draußen, um den Sattelschlepper zu entladen und den Krempel in die Scheune zu schaffen. Als das erledigt war, blieb nichts mehr zu tun, als auf Mina und die anderen Löwen zu warten. Das kleine Wohnzimmer war behaglich warm und durch das große Fenster konnte er sowieso am besten sehen, ob jemand durch das dichte Schneetreiben die Einfahrt heraufkam. Der Fernseher lief immer noch und auf dem Bildschirm war ein Footballspiel zu sehen. Eine Schachtel Zigaretten später war das dritte Quarter noch in vollem Gange. Der Platzwart spürte die ersten verräterischen Anzeichen eines niedrigen Blutzuckerspiegels. Da er stets kerngesund gewesen war, hatte er seinen Arzt in Zürich mindestens dreimal erklären lassen, wie es möglich war, dass ausgerechnet er unter Diabetes wird, obwohl die Krankheit noch nie jemanden aus seiner Familie getroffen hatte. Der Arzt hatte ihm geduldig erläutert, dass es keinen speziellen Grund für seine Erkrankung gab, dass man sie aber relativ leicht im Griff behalten konnte, vorausgesetzt man traf die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Seine erste Maßnahme bestand selbstverständlich darin, Mina niemals wissen zu lassen, dass er Diabetiker war. Er holte eine Tafel Schokolade aus einer Tasche seines Overalls, brach sie in viele kleine Stücke und rechnete aus, wie viele davon er wohl benötigen würde, um seinen Blutzuckerspiegel für den Rest des Tages auf einem annehmbaren Level zu halten. Er legte die Silberfolie mit der lila-weißen Verpackung in seinen Schoß und steckte sich dann genüsslich ein Stück sahnige Milchschokolade in den Mund. Mit geschlossenen Augen ließ er sich das süße Stückchen auf der Zunge zergehen. Dann hörte er unvermittelter Splittern von Glas aus dem oberen Stockwerk. Der Platzwart sprang aus dem Sessel auf und schnappte sich hastig seine deutsche Pistole vom Beistelltisch. Ganz vorsichtig schlich er auf die Treppe nach oben zu, huschte die Stufen hinauf und dann tappte er wieder über den grünen Teppichboden des oberen Flurs. Schritt für Schritt bewegte er sich auf das Schlafzimmer zu, von wo das Geräusch gekommen war. Er packte die Waffe fester und war froh, dass er das leere Magazin sofort wieder durch ein Volles ersetzt hatte. Als er sich der Schlafzimmertür näherte, holte er Tiefluft, legte den Fingerschuss bereit an den Abzug und sprang mit der Waffe im Anschlag ins Zimmer. Er brauchte nur einen Moment, um den Raum zu sichern und die beiden Toten im Bett zu begutachten. Sofort war klar, woher das Geräusch rührte, das er gehört hatte. Er hatte die alte Frau so liegen gelassen, wie sie auf dem Bett gelandet war, mit den Armen über dem Kopf. Jetzt war ein Arm zur Seite gefallen, auf den Nachttisch, wo er ein Rantes Foto getroffen hatte, auf dem sieben kleine Kinder zu sehen waren. Das Glas aus dem Rahmen lag zerbrochen auf dem Boden. Ein simpler postmortaler Reflex. Der Platzwart ließ die Waffe sinken und lachte laut heraus. Aber das Lachen erstarb gleich wieder, denn seine Luchsohren hatten das hohe Jaulen der Motorschlitten in der Ferne registriert. Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Mina und seine Männer waren früher dran als erwartet. Er nahm immer drei Stufen auf einmal und landete mit einem dumpfen Poltern im Flur des Erdgeschosses. Als er ins Wohnzimmer zurückrannte, fiel ihm als erstes das Schokoladenpapier ins Auge. Er bückte sich, um die heruntergefallenen Stücke einzusammeln. Unter keinen Umständen wollte er, dass Mina ihn woanders als auf seinem Posten fand. Also wickelte er die Stückchen hastig wieder ins Papier und stopfte alles in die Tasche seines Overalls. Mit seinem Taschentuch hob er das halbvolle Wasserglas, das er als Aschenbecher benutzt hatte, und spürte den Inhalt im Gäste-WC nahe der Haustüre die Toilette hinunter. Dann spürte er das Glas mit dem rostbraunen Wasser aus der Küchenspüle kurz aus und stellte es umgedreht ins Abtropfgitter daneben. Als er vors Haus trat, erspähte er das erste Flackern der Scheinwerfer der näher kommenden Schneemobile. Der Schnee wirbelte und wehte immer noch mit ungebrochener Kraft, aber er konnte sehen, wie sie mit hoher Geschwindigkeit auf die Farm zufuhren. 14. Da Sam Harper, der ranghöchste Agent des Secret Service vor Ort, vermisst wurde, trug Tom Hollenbeck nun die Verantwortung. Als er erfuhr, dass eins seiner Teams Agent Harvith und die Tochter des Präsidenten geborgen und zurückgebracht hatte, beide aber bewusstlos waren, gab er durch, dass man ihn sofort benachrichtigen sollte, wenn einer von ihnen zu sich kam. Der Sturm macht es ihnen unmöglich, eine koordinierte Such- und Rettungsaktion durchzuführen. Dennoch kontaktierte Hollenbeck den Kommandanten der Hill Air Force Base und bat ihn herauszufinden, wo die beiden nächstgelegenen Helikopter mit hochentwickelten FLIR-Wärmebildkameras stationiert waren und sie so schnell wie irgend möglich nach Deer Valley einzufliegen. Bei der FLIR-Technologie, kurz für Forward-Looking-Infrared, handelte es sich um ein bildgebendes Verfahren, das Infrarotstrahlung in Richtung der Achse des Hubschraubers wahrnehmen und auswerten konnte. Hollenbeck hoffte zwar, dass man die Geräte nicht mehr benötigte, wenn sie erst einmal da waren, aber er musste für alle Eventualitäten vorausplanen. Dann entsandte er alle vor Ort verfügbaren Agenten, um den Präsidenten und sein Team aufzuspüren und zurückzubringen. Da Longo es noch immer nicht geschafft hatte, ihre Motorola-Funkgeräte zum Laufen zu bringen, hatte sich Palmer darum gekümmert, den Manager des Skigebiets an die Strippe zu bekommen und ihn gebeten, ihnen so viele tragbare CB-Funkgeräte hochzuschicken, wie er auftreiben konnte. Damit wäre die Kommunikation zwar nicht abhörsicher, aber zu diesem Zeitpunkt war das die geringste Sorge der Agenten. Man hatte alle verfügbaren Leute mit Diensterfahrungen bei der Skipatrouille und alle freiwilligen Suchkräfte der drei Verwaltungsbezirke der Umgebung zusammengerufen, um bei der Suche zu helfen. Schließlich ging es hier nicht nur um den Präsidenten und seine Schutzeinheit, sondern auch um eine hohe Zahl von Skifahrern auf den Pisten, die von der Lawine betroffen waren. Hollenberg schickte Palmer mit einem Team aus Zivilisten los, die den Abschnitt durchkämmen sollten, indem man Agent Harwith und Amanda gefunden hatte. Der Rest der Agenten koordinierte gemeinsam mit zwei versierten Rettungskräften aus Deer Valley und so vielen lokalen Polizisten, wie man ihnen zur Verfügung stellte, die Suchaktion nach dem Präsidenten. Es war Hollenberg zuwider, dass seine Aufgabe darin bestand, in der Kommandozentrale zu bleiben und die Operation von dort aus zu leiten. Als er einen Anruf bekam, dass Agent Harwith wieder zu Bewusstsein kam, schnappte sich Hollenberg ein Diktiergerät und seinen Parker, bevor er eilig aus der Tür rannte. Das weiche, orangefarbene Licht der Nachttischlampe war das Erste, was Gott bemerkte, als er wieder zu sich kam. Er öffnete vollends die Augen und blickte an die Deckenbohlen aus Astkiefer, dann auf die darunterliegende Bourdieuere, mit der die Tapete im gesamten Raum abzuschließen schien. Elche und Rehe im Wald. Die Decke, unter der er lag, wog mit einem Mal schwerer, weil er sie jetzt erst bewusst wahrnahm. Es schien ihm, dass er unter mehreren Decken lag, aber alles, was er sehen konnte, war die eine rot-graue Wolldecke mit Schneeflockenmuster. Als Scotts Blick weiter nach unten wanderte, fiel ihm auf, dass das Fußende seines Bettes aus roh behauenden Holzblöcken bestand. Da begriff er, dass er sich in einem der Gästezimmer des Chalets des Präsidenten befand. Es war immer noch dunkel. »Na, das sieht doch aus, als würde der kleine Mann endlich aufwachen«, hörte er eine Stimme mit gespielt schottischem Akzent sagen. Scotts Reflexe erwachten endlich mit ihm, und er versuchte, sich aufzusetzen. »Amanda, wo ist alt langsam«, erklang die Stimme erneut, diesmal ohne den albernen Akzent. Der Mann sprach jetzt wie ein ganz normaler Texaner. »Sie ist hier, Scott, im Zimmer gegenüber. Dr. Paulus kümmert sich um sie. Wie geht es ihr? Um die Wahrheit zu sagen, ich weiß es nicht. Meine größte Sorge gilt im Moment dir, also entspann dich und lass mich sehen, wie es dir geht.« Der Arzt holte eine Stiftleuchte aus der Tasche, die neben ihm stand, und leuchtete Scott nacheinander in beide Augen. »Ich möchte sie sehen. Zuerst beende ich meine Untersuchung, dann fragen wir bei Dr. Paulus nach, und wenn er sein Okay gibt, dann kannst du sie sehen.« Die Stimme und der alberne Akzent gehörten zu Dr. Skip Travick. Er und John Paulus waren schon ewig mit Scott befreundet, genauer gesagt seit seiner Zeit im Skiteam. Scott war ziemlich gut darin, seine Stimme zu verstellen, nur der schottische Akzent hatte ihm nie glaubhaft gelingen wollen. Und darauf ritt Skip immer noch gerne herum, indem er ihn mit eben diesem Akzent begrüßte. Als Kopf der Schutzeinheit für die Reise nach Park City hatte Scott die beiden Ärzte für die Bereitschaft vor Ort empfohlen. Jetzt fragte er sich, ob das wirklich eine so gute Idee gewesen war. »Verdammt nochmal, Skip! Wer glaubst du, hat dir und John diesen Job hier verschafft? Urlaub mit dem Präsidenten und all das? Lass mich jetzt aufstehen und nach ihr sehen.« »Du, mein Freund, hast dich kein Stück verändert, weißt du das? Bläst dich immer noch auf wie ein Dudelsack, wenn du deinen Willen nicht bekommst.« »Gon, lass den Blödsinn. Aber gerne doch, sobald ich die Untersuchung beendet habe. Also, wie viele Finger siehst du? Gar keine, du hast mir doch noch gar keinen Drink eingeschenkt.« »Bisher würde ich sagen, dass deine neuralgischen Funktionen genauso mies sind, wie sie schon immer waren. Blah, blah, blah. Komm schon, Skip. Ich will doch nur einen Blick auf sie werfen. Ich muss wissen, wie es ihr geht.« »Sobald ich fertig bin, hast du irgendwo besonders große Schmerzen?« »Ja, an meinem Sack. Du hilfst mir sofort beim Aufstehen oder ich schlage dich nieder und tue es alleine. Ist das klar?« »Quicklebendig, wie ich sehe. Das ist ein gutes Zeichen, oder, Dr. Travic?«, fragte Tom Hollenbeck, während er seinem Parka auf einen Stuhl bei der Tür warf und dann rasch ans Bett trat. »Wie man's nennt. Der Patient behauptet, dass ihm der Sack wehtut,« gab Travic Auskunft. »Der Patient geht Ihnen wahrscheinlich auf selbe Geinn und umgekehrt,« erwiderte Hollenbeck mit dem Anflug eines Lächelns. »Also, wie steht es um ihn? Irgendwas gebrochen? Eine Gehirnerschütterung?« »Ich konnte meine Untersuchung bisher nicht abschließen. Der Patient ist alles andere als fügsam.« »Fügsam? Skip, du alter!« »Ich geb dir gleich fügsam.«, »Und ein bisschen aggressiv, ist er auch,« fügte Skip mit breitem schottischen Akzent hinzu. »Herr Gott, Skip, du bist hier im Dienst. Du kannst ja noch nicht mal für fünf Minuten so tun, als wärst du ein Profi. Ich hab jedenfalls genug von euch. Ich steh jetzt auf,« verkündete Scott. »Sie werden schön liegen bleiben, Harworth,« mischte Hollenbeck sich in strengem Tonfall ein. »Ich will, dass Sie jetzt kooperieren und nicht den starken Mann markieren. Sie bleiben einfach liegen und lassen den Doktor seine Arbeit machen.« »Okay. Nun mach schon, Skip. Je schneller du mit deinem Kran durch bist, desto eher kann ich rüber und nach Amanda sehen.« »Sie gehen nirgendwo hin, bevor ich keine umfassende Aussage von Ihnen habe. Jetzt beruhigen Sie sich mal, ja?« »Mein Gott, Scott! Wir haben es hier mit einer ernsten Lage zu tun, also bitte konzentrieren Sie sich,« forderte Hollenbeck ihn ungehalten auf. »Tut mir leid, Tom. Sie haben recht. Wenn der Herr Doktor mit den Katheter entfernt, komme ich gerne mit Ihnen und wir können sofort loslegen.« »Auf gar keinen Fall. Der Zugang bleibt. Du warst schwer dehydriert, als sie dich reingebracht haben. Du brauchst noch mindestens eine Infusion, bis der Flüssigkeitshaushalt wieder stimmt,« widersprach Dr. Treddick, während er fortfuhr, Scott von Kopf bis Fuß zu untersuchen. »Ich habe ein Aufnahmegerät mitgebracht. Wir nehmen Ihre Aussage einfach jetzt gleich auf,« erklärte Hollenbeck. »Hier und jetzt.« »Aber was ist mit ihm?«, fragte Scott mit einer Kopfbewegung zu seinem Freund Skip. »Was mit mir ist?« »Ich bin immer noch im passiven Dienst der Spezialeinsatzkräfte, Scott.« »Ach, so nennst du das also, wenn die Mitglieder deiner alten Einheit dich besuchen kommen und du dich durch das lokale Angebot vögelst,« ätzte Hawith. »Du solltest doch wissen, dass man uns auch die Profis im Stillen nennt.« »Ich weiß, wann ich meinen Mund halten sollte.« »Ach ja?« »Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Denn wenn ich bei dir bin, steht dir der Mund eigentlich immer offen.« Hollenbeck unterbrach das Getutel der beiden Clowns nur ungern, aber er hatte wichtigere Sorgen. »Dr. Treddick, mir fehlt die Zeit, um Sie erst eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen zu lassen. Ihr Status als Agent der Spezialeinsatzkräfte ist mir bekannt, ebenso Ihre nach wie vor gültige Geheimhaltungsstufe. Im Hinblick auf die andauernde Notfallsituation und die Notwendigkeit, Ihren Patienten zu versorgen, muss ich Sie lediglich in aller Form darauf hinweisen, dass Sie nichts, was in diesem Raum gesprochen wird, nach außen tragen dürfen.« »Kein Problem, Agent Hollenbeck. Sie haben mein Wort. Wenn Sie schon dabei sind, können Sie ihm nicht auch noch das Versprechen abnehmen, dass er nie wieder die öde Geschichte erzählt, wie er damals, während Desert Storm den Elefanten in diesem Kuwaiter Zoo behandelt hat?« »Wer von uns ist hier der Komiker? Warum versuchst du jetzt nicht mal dich aufzusetzen? Ich will dich abhören und nach deinen Rippen sehen.« Harvith unterdrückte ein Stöhnen, als Dr. Treddick ihm dabei half, sich aufrecht hinzusetzen. Als die Agenten ihn hereingebracht hatten, hatten sie ihm den Pullover und den Skirolli sowie die Lycra-Hose aufgeschnitten und ihn in einen Krankenhauskittel gesteckt, bevor sie ihn ins Bett gelegt hatten. Als sich Harvith nun nach vorne beugte, klaffte der Kittel hinten weit auf, und Hollenbeck meinte, eine topografische Karte auf seinem Rücken zu sehen. Die grünen, blauen und gelben Inseln waren Blutergüsse, und sie zogen sich über den gesamten Rücken und seine Schultern. »Ach, du Scheiße. Sind Sie sicher, dass Sie in der Verfassung sind, mir Rede und Antwort zu stehen?« Travick winkte ab. »Ich verpasse dir über den Katheter eine Ladung Adrenalin, die sollte dir ein bisschen mehr Kraft geben. Willst du irgendetwas für die Schmerzen?« »Nein, bringen wir die Sache hinter uns, und dann möchte ich, dass du mir die Freigabe für den Whirlpool unten erteilst, damit ich da drin liegen kann, bis alles wieder gut ist.« »Scott, das hier ist keine Routineuntersuchung wie nach den Skiwettbewerben früher. Du bist damals öfter mal böse gestürzt, und Gott weiß, du hast mir ein paar Mal einen Riesenschrecken eingejagt, aber diesmal. Ist es mehrere Nummern größer? Dein Körper hat an mehreren Stellen ein ernsthaftes Trauma erlitten. Bisher habe ich zwar keine Brüche feststellen können, aber ganz sicher bin ich noch nicht, dass alles heil ist. Wenn du kein Blut im Urin hast, dann schicke ich dich vielleicht nicht gleich ins Krankenhaus für weitergehende Untersuchungen, aber das bedeutet bloß, dass du brav hier in diesem Bett liegen bleiben musst. Mindestens die nächsten paar Tage. Und jetzt halt einfach mal für eine Sekunde deinen Mund und atme ganz tief ein.« Scott gehorchte ohne weitere Widerworte, und Hollenbeck wartete, bis der Arzt das Stethoskop aus den Ohren genommen hatte, bevor er mit seiner Befragung begann, die er mit dem Diktiergerät aufnahm, damit sie später transkribiert werden konnte. Scott zählte auf, was am Nachmittag passiert war. Dass er den Präsidenten, Harper und den Rest der Einheit bei der letzten Runde gesehen hatte, ermahnt das Sturz und die andauernde Funkunterbrechung. Seine Entscheidung, mit ihr durch die Talmulde zu fahren, um so rascher nach Hause zu kommen. Die Lawine und ihre verzweifelte Schussfahrt zu dem Felsüberhang, wie sie verschüttet wurden, wie er den Weg an die Oberfläche gegraben und dann versucht hatte, das bewusstlose Mädchen zurück zum Haus zu bringen. Ab und zu warf Dr. Travic ganz andere Fragen ein, für deren Beantwortung Scott länger überlegen musste. Die Fragen, die aus sein Langzeitgedächtnis abzielten, bereiteten ihm keine Probleme. »Wie lautet deine Adresse? Deine Telefonnummer? Die Sozialversicherungsnummer?« Um sein Kurzzeitgedächtnis war es schlechter bestellt. »In welchem Hotel hast du eingecheckt? Mit welcher Airline bist du nach Utah gekommen? Wann warst du zuletzt im Weißen Haus?« Als er seine Geschichte zu Ende erzählt hatte, hätte man für mehrere Sekunden eine Stecknadel im Zimmer fallen hören können. Dann stieß Dr. Travic einen leisen Tiff aus. »Ist dir bewusst, was für ein Glück du hast, dass du noch am Leben bist, Junge?« wollte er wissen. »Ja, weiß ich.« Die Lücken im Kurzzeitgedächtnis bereiten mir allerdings Sorgen. Auf die Schnelle lässt sich nicht feststellen, wie viel davon irreparabel verloren ist. »Na ja, du hast es doch eben gesagt, Skip. Es ist wie in alten Zeiten. Ich hab eins auf den Kopf bekommen und weiß nicht mehr genau, was los war, aber vergessen habe ich ja nur vollkommen unwichtige Dinge, wie es aussieht. Die werden mir schon wieder einfallen.« »Höchstwahrscheinlich, ja. Aber dennoch werde ich da ein paar Tests machen müssen, und zwar bald.« Scott ignorierte Skip's letzte Worte geflissen dich und wandte sich an Hollenbeck. »Das ist mit den anderen. Mit dem Präsidenten, Harp und Maxwell. Wie ist ihr Zustand?« Hollenbeck nahm einen tiefen Atemzug, bevor er antwortete. »Zu diesem Zeitpunkt wissen wir nichts über ihren Zustand. Die Funkgeräte sind noch immer tot, und bisher sind sie und Amanda die einzigen, die wir da rausgeholt haben.« Scott traute seinen Ohren kaum. »Keinerlei Kontakt? Das ist ja lächerlich. Auch nichts von den Abwehrteams? Keine Lebenszeichen von den Westen? Aber wenigstens den Nickel müssen sie doch geortet haben, oder nicht?« »Mit dem Nickel«, meinte er das winzige Zielsuchgerät, mit dem der Secret Service jeden Präsidenten ausstattete. Es handelte sich um eine Fünf-Cent-Münze, die einen Sender enthielt, der eine spezielle Frequenz nutzte, die GPS-Koordinaten durchgeben konnte. Der Präsident trug die Münze stets bei sich und nannte sie gern seinen Glückspfennig. Heute Nacht hatte das Ding offenbar seinen Dienst versagt und bisher niemandem Glück gebracht. »Der ganze Krempel hat heute nur ab und zu funktioniert. Die Motorolas, die Westen, alles. Da die Störungen und Ausfälle unsere gesamte Kommunikation betrafen, haben wir sie aufs Wetter geschoben oder auf unsere Lage im Schatten der Berge. Erst als wir mehrere Minuten am Stück keinerlei Signale mehr empfangen haben, schlugen wir Alarm. Um also ihre Frage zu beantworten, wir haben keinerlei Kontakt.« »Und jetzt läuft eine Such- und Rettungsaktion?« »Ich habe alle verfügbaren Agenten mit ein paar Experten von der Skipatrouille und Leuten vom hiesigen Sheriff zur Todesrinne abkommandiert. Und Agent Palmer ist mit einem Team von Zivilisten zurück in den Abschnitt, in dem wir sie und Goldilocks eingesammelt haben. Ich schätze, Palmers Team wird die Nadel im Heuerhaufen eher finden.« »Wieso denn das?« »Sie wurden in der Talmulde gefunden. Da kommt man mit schwerem Gerät ebenso hin wie mit Schneemobilen. Baustellenscheinwerfer und anderes Equipment sind bereits auf dem Weg dorthin. Ich habe heute Abend wohl mit jeder Baufirma im Umkreis von 100 Meilen gesprochen. Raupenbagger und allerhand anderes Zeug sind unterwegs. Wir graben den ganzen Berg um, wenn es sein muss.« »Aber was ist mit dem Präsidenten und mit Sams Einheit?« »Sagen Sie's mir, Scott! Sie sind die Todesrinne doch schon mehr als einmal gefahren. Sie kennen sich dort aus. Denn Sie haben sie selbst gesichert. Wie sollen wir denn mit irgendwelchen Fahrzeugen oder Geräten an dieser fast senkrechten Felswand rauffahren?« »Fahren wohl nicht, aber was ist mit den Helikoptern? Die bekommen keine Flugerlaubnis.« »Auch unsere Helis nicht? Die Piloten der Marines sind doch auch unsere Helis und unsere Leute nicht. Wenn sie aufstehen können, dann werfen sie doch mal einen Blick aus dem Fenster. Man kann nicht einmal mehr die eigene Hand vor Augen sehen. In diesem Schneesturm sieht man nur noch weiß. Das blendet geradezu, wenn man die Scheinwerfer anmacht. Aber wir könnten dort oben zwischen die Bäume sowieso keine Scheinwerfer hinschaffen. Jedenfalls nicht dahin, wo wir sie brauchen würden, und erst recht kein Kran oder Bulldozer. Die Todesrinne ist einfach viel zu unzugänglich.« Als ihm langsam klar wurde, wie ernst die Lage tatsächlich war, presste Harwith die Handballen gegen seine Stirn. »Immerhin wissen wir jetzt eines,« nahm Hollenbeck den Faden wieder auf und versuchte, hoffnungsvoll zu klingen. »Sie haben gesehen, dass der Präsident und seine Schutzeinheit es bis zum ersten Plateau geschafft haben. Und das Angriffsabwehrteam weiter unten hat sie nicht aus dem Waldstück herauskommen sehen. Also haben wir nun wenigstens eine ungefähre Vorstellung davon, wo sie sein können.« Aber dann kam diese unglaubliche Menge Schnee den Berg herabgerauscht. Es kann ebenso gut sein, dass die Lawine die Einheit mitgerissen und am Abwehrteam vorbeigetragen hat. »Das halte ich für unwahrscheinlich. Wenn Sie wirklich gesehen haben, dass es Aaron und Hutchins auf Höhe des Waldstücks hingehauen hat, dann hat der Rest der Einheit doch angehalten und auf sie gewartet oder ihnen geholfen. Bisher nehme ich an, dass die Gruppe um den Präsidenten die Lawine ebenso wie sie gehört und richtig interpretiert hat und in dem Wäldchen in Deckung gegangen ist. Wir haben da oben jetzt um die fünfzig Männer mit Hunden und müssen einfach das Beste hoffen. Die Hundeschlittenführer durchkämmen das Gelände mit den Tieren und der Rest bildet Suchketten. Die übliche Technik bei dieser Art der Vermisstensuche bestand darin, dass sich die Bergretter in einer Reihe nebeneinander vorwärts bewegten, so als seien sie durch eine unsichtbare Kette miteinander verbunden. Bei jedem Schritt ließen sie lange Alustangen in den Schnee hinab, um auf diese Weise Lawinenopfer zu finden, die unter den Schneemassen begraben lagen. Scott sah zu Hollenbeck auf. »Haben Sie Washington schon eingerufen?« »Ja, wir haben das okay, alles anzufordern, was wir eventuell benötigen.« Dr. Travik räusperte sich, um die beiden wissen zu lassen, dass er seine Erstuntersuchung beendet hatte. Scott und Agent Hollenbeck sahen beide zu ihm hinauf. »Es steht außer Frage, dass du ganz schön was abbekommen hast. Eigentlich bin ich ziemlich erstaunt, dass du nichts gebrochen hast. In Anbetracht der Umstände. Wenn man bedenkt, was du angestellt hast, sind deine Verletzungen relativ gering.« »Gut, äh, dann kann ich ja jetzt...« »Warte doch mal eine Sekunde, ich war noch nicht fertig.« »Wenn ich geringe Verletzungen sage, meine ich damit nicht, dass es nichts Ernstes ist. Auch wenn nichts gebrochen zu sein scheint, hast du wahrscheinlich ein paar angeknackste Rippen. Ich werde dir einen elastischen Verband anlegen und die Blutergüsse kühlen. Später muss ich dich für ein paar Röntgenaufnahmen in meine mobile Praxis rüberschaffen und wahrscheinlich auch für ein CT. Bis dahin musst du im Bett bleiben, ist das klar. Den Tropf lasse ich für weitere zwölf Stunden drin und so lange bleibst du auch am Monitor, damit wir sehen können, ob wirklich alles stabil ist. Dein Schädeltrauma macht mir am meisten Sorgen. Du bleibst also vorerst einfach schön hier liegen.« »Vielen Dank, Herr Doktor, aber ich habe vor, da wieder rauszugehen und bei der Suche zu helfen. Die können jeden Gebrauchen, der noch am Leben ist.« »Gern geschehen, Herr Querulant, aber du gehst nirgendwo hin. In diesem Zustand bist du niemandem eine Hilfe. Wenn du jetzt da rausgehst, müssen die dich am Ende wieder zurücktragen und verlieren dabei wertvolle Zeit. Willst du das?« »Ich bezweifle wirklich.« »Klappe!« »Abgesehen von der gefährlichen völligen Erschöpfung deiner Kräfte bist du auch unterkühlt gewesen und hast ein paar leichte Erfrierungen. Die meisten anderen wären da draußen wahrscheinlich draufgegangen.« »Dass du überlebt hast, hast du deiner Ausbildung und deinem immens starken Willen zu verdanken, der mir gerade mächtig auf den Senkel geht. Ich kann mich nur wiederholen. Du hast mehr Glück als Verstand.« »Bist du jetzt fertig?« »Ich habe nämlich Wichtiges zu tun,« sagte Scott und versuchte aufzustehen. »Legen Sie sich hin!«, blaffte Hollenbeck ihn an. »Das ist ein Befehl! Harworth, warum müssen Sie manchmal so ein sturer Esel sein?« »Tom, bei allem Respekt, ich war der Leiter des Sicherheitsteams. Ich war und bin demnach verantwortlich für die Sicherheit des Präsidenten und der anderen Agenten und Sie brauchen meine Hilfe.« »Nicht in Ihrem gegenwärtigen Zustand, vergessen Sie es!« »Ich werde darüber nicht mit Ihnen diskutieren, Tom.« »Da haben Sie verdammt recht. Das werden Sie nicht. Sie bleiben in diesem Bett, bis Dr. Travick oder Dr. Paulus Ihnen erlauben, es zu verlassen. Haben Sie mich jetzt verstanden?« »Kommen Sie schon, Tom. Seien Sie doch mal realistisch.« Ein Knistern, gefolgt von Hollenbecks Rufnamen, erscholl aus dem CB-Funkgerät an seinem Gürtel und beendete vorerst die sinnlose Diskussion. Er hob eine Hand, damit Scott und Skip ruhig waren. »Hier ist Burt House, owa.« »Burt House, hier ist Hermes. Wir haben hier etwas, owa.« »Verstanden, Hermes. Wie ist die Lage, owa?« Obwohl es ihn unglaublich anstrengend, saß Scott kerzengerade im Bett, um jedes Wort zu hören. »Burt House, sieht aus, als hätten wir zwei Agenten aus Hattricks Einheit gefunden. Sie holen sie gerade aus dem Schnee.« »Gott sei Dank,« dachte Hollenbeck für sich. »Wie ist Ihre Verfassung, owa?« »Die Männer sind noch mit der Bergung beschäftigt. Warten Sie einen Moment. Ich gehe rüber, um besser sehen zu können.« »Verstanden. Wir warten.« Mehrere Sekunden vergingen. »Burt House, Hattricks Agenten sind tot. Keine natürliche Ursache. Ich wiederhole. Keine natürliche Ursache.« Holenbeck konnte nicht fassen, was er da hörte. Scott lehnte sich vor, um kein Detail zu verpassen. Er konnte sich lebhaft vorstellen, dass dort oben in der Todesrinne jetzt gerade die Hölle los war. Alle Agenten mussten längst die Waffen gezogen haben und sich in der weißen Dunkelheit wie Zielscheiben fühlen, denn woher sollten sie wissen, ob die Bedrohung immer noch dort lauerte oder längst fort war. »Hermes, hier ist Burt House. Sagen Sie Ihrem Team, Sie sollen das Gelände sichern und roden. Ich wiederhole, Gelände sichern und roden. Verstanden, owa?« Der Befehl »sichern und roden« bedeutete, die unmittelbare Umgebung nach feindlichen Zielen zu durchkämmen und diese entweder festzunehmen oder so schnell wie möglich ins Jenseits zu befördern, um jegliche Bedrohung zu neutralisieren. »Roger, Burt House. Hermes' Team bereit zum sichern und roden, owa!« Hornbeck hatte vier Angriffsabwehrteams in Bereitschaft draußen, und die mobilisierte er als nächstes. Zwei Teams machten sich sofort auf den Weg zur Todesrinne, und die beiden anderen postierten sich rund um das Haus, um es wenn nötig zu verteidigen. Als er seine Befehle erteilt hatte und sich umdrehte, sah er, wie Scott erneut das Bett verlassen wollte. Darum konnte und wollte er sich jetzt nicht auch noch kümmern. Er wandte sich in Travick. »Stellen Sie ihn ruhig! Sofort!« »Das kann ich leider nicht. Nicht in seinem Zustand.« »Na gut. Dann will ich, dass hier ein Mann postiert wird und für den Rest der Nacht die Tür bewacht.« »Haweth, verlässt nicht diesen Raum! Klar?« Scott wollte wieder protestieren, konnte aber kaum drei zusammenhängende Worte sagen, bevor Hornbeck sich seine Parker geschnappt und die Tür hinter sich zugeschlagen hatte. Er wusste, dass er fürs Erste keine Wahl hatte, als liegen zu bleiben. Fünfzehn. Mina sah wieder auf seine Armbanduhr. Immer noch verlief alles genau nach Plan. Jede Phase der Operation hatte ihre eigenen Tücken und Herausforderungen. Zu diesem Zeitpunkt bestand das größte Risiko für Mina und sein Team im Transport ihrer kostbaren Fracht. Aber selbst dabei hatte er für alle Eventualitäten vorgesorgt. Die Krankenwagenflotte von Warsage Front bestand aus fünfzehn Fahrzeugen, die alle konstant im Einsatz waren. Schließlich befanden sie sich in einem der am schnellsten wachsenden Verwaltungsbezirke der Vereinigten Staaten. Vor jeder Schicht inspizierten die Fahrer routinemäßig ihren Wagen. Da sie jede Woche mehrfach die steilen Berghänge hinauf und hinunterfahren mussten, achteten sie besonders darauf, dass die Bremsen einwandfrei funktionierten. Als der Fahrer von Wagen 17 am Vortag seinen Dienst antrat und unter seinem Fahrzeug eine Pfütze aus Bremsflüssigkeit vorfand, verständigte er sofort den Disponenten. Da Warsages firmeneigener Mechaniker mit einer ganzen Reihe mysteriöser Probleme bei vier weiteren Krankenwagen mehr als genug zu tun hatte, rief der Disponent lieber gleich bei einer Autowerkstatt am Ort an, damit der Wagen abgeholt und dort repariert werden konnte. Als der Abschleppwagen auftauchte und Krankenwagen 17 mitnahm, saß Minas Platzwart in einem unauffälligen, beigefarbenen Ford Taurus, der auf der anderen Straßenseite geparkt war, und notierte sich den Namen, die Adresse und die Telefonnummer der Werkstatt. Alle Informationen, die er benötigte, waren in grellgrünen Buchstaben auf der Fahrertür des Abschleppwagens aufgedruckt. Ein kurzer Anruf bei Gruner Automotive mit dem Handy bestätigte ihm, was Mina bereits als typisch für Jutta angekündigt hatte. Am Samstag schloss die Werkstatt am frühen Nachmittag, und dann machte sie erst am Montag wieder auf. Die Alarmanlage der Werkstatt war mehr Dekoration als alles andere. Der Platzwart hatte sie im Handumdrehen deaktiviert. Er verbrachte die nächste halbe Stunde damit, den Krankenwagen zu reparieren und dabei mehrere Dosen Coke aus dem Kühlschrank in Mr. Gruners Büro leer zu trinken. Dann zog er sich die dunkelblaue Hose und das passende Hemd mit den offiziell aussehenden Logo-Aufnähern an, lenkte den Wagen aus der großen Garage der Werkstatt hinaus und achtete darauf, das Rolltor wieder ordnungsgemäß zu verschließen, bevor er mit dem Krankenwagen zu dem versteckt geparkten Sattelschlepper mit dem Logo von Desert Industries fuhr und ihn hinten einlud. Achtzehn Stunden später raste der gestohlene Krankenwagen mit Mina, seinem Löwen und dem Präsidenten an Bord durch den Provo Canyon, an der Sundance-Ferienanlage vorbei, und dann rief Mina den Piloten der gecharterten Medijet-Maschine an. Er legte so viel Dringlichkeit in seine Stimme, dass jeder geglaubt hätte, dass er ein Arzt war, der einen Patienten in sehr kritischem Zustand transportierte. Das Heulen der Sirenen und der britische Akzent, mit dem er abgehackt ins Telefon sprach, passten perfekt zu dem Einsatz, von dem die Medijet-Crew dachte, dass man sie zu Hilfe gerufen hatte. Das Feuer in der Raffinerie in Magna zwei Wochen zuvor war eines der schlimmsten in der Geschichte der lokalen Industrie gewesen. Das Inferno hatte mehrere Tage unkontrolliert gewütet. Und der Qualm war so dicht gewesen, dass bis auf zwei alle Start- und Landebahnen am internationalen Flughafen in Salt Lake City geschlossen wurden. Bevor man das Feuer dann endlich unter Kontrolle bekommen und gelöscht hatte, waren bereits zahlreiche Umweltaktivisten unterschiedlicher Organisationen mit ihren Bannern am Unglücksort aufgetaucht, um die fortwährende Umweltverschmutzung anzuprangern, die die Großunternehmen verschuldet hatten, insbesondere die Öl- und Gasindustrie. Mehrere Medien hatten Berichte über den immer höheren Schaden gebracht, den die großen Öl- und Gasunglücke des letzten Jahrzehnts auf dem Planeten angerichtet hatten. Im Fernsehen wetteiferten Bilder der brennenden kuwaitischen Ölfelder während des Golfkrieges mit ölverschmierten Seevögeln, die nach der Havarie der Axon Valdez an den Küsten Alaskas eingesammelt wurden. Das Feuer in der Raffinerie in Magna hatte weltweit Schlagzeilen gemacht. »Also denken Sie, dass wir starten können?« fragte Mina dem Piloten, während der Krankenwagen mit überhöhter Geschwindigkeit über die Straße rumpelte. »Ja, Doktor, den Wetterberichten und unseren Informationen vom Tower zufolge sollte dieses Fenster ungefähr eine Dreiviertelstunde erhalten.« »Gut. Und haben Sie den Tower informiert, dass wir eine bevorzugte Startposition benötigen?« »Ja, Sir. So wie es im Moment aussieht, sind wir die einzigen, die innerhalb der nächsten halben Stunde abheben. Aber als medizinischer Notfall haben wir sowieso Priorität.« »Gut. Wie ist denn generell momentan der Luftverkehr in der Umgebung?« »Das Wetter ist typisch für die Berge. Hier unten im Tal haben Schnee und Wind ein bisschen nachgelassen, aber der Blizzelt tobt nach wie vor in den höheren Lagen. Beim internationalen Flughafen haben sich einige Starts und Landungen verzögert und die Flieger stehen quasi Schlange. Da hätten jetzt doch wir mit unserem Notfallprobleme eine direkte Starterlaubnis zu bekommen und das ja auch zu Recht.« Genau aus diesem Grund hatte Mina den Medijet zum städtischen Flughafen Provo einbestellt, der sich etwa 40 Meilen südlich von Salt Lake City in Orem befand. Erstens konnte er aus Erfahrung damit rechnen, dass die Wetterbedingungen um den tiefer gelegenen Flughafen weniger schlecht waren als in den Bergen. Und zweitens hatte er viel bessere Karten, seinen angeblichen Notfalltransport von diesem kleinen Flughafen aus ganz nach seinen Vorgaben zu organisieren. Wenn sie mit dem Krankenwagen dort ankamen, wäre die Startbahn bereits geräumt und der Jet enteist. Er brauchte nur noch den Patienten einzuladen und sie bekämen sofortige Starterlaubnis. Natürlich kam es ihm ebenso gelegen, dass die Sicherheitsvorkehrungen auf einem privaten Flugfeld lasch bis nicht existent waren und man dort kaum Fragen stellte. Der Pilot meldete sich wieder zu Wort. »In welcher Verfassung ist der Patient jetzt?« »Stabil, aber immer noch kritisch.« »Verstanden. Wir haben das zusätzliche Equipment geladen, um das Sie gebeten haben, Doktor.« »Großartig. Und Sie sind sicher, dass es keine Platzprobleme gibt, wenn wir die Trage und das sie umgebende Sauerstoffzelt in den Flieger bringen?« »Oh, ganz sicher. Normalerweise betten wir den Patienten von der Trage des Krankenwagens auf unsere eigene um, aber nachdem Sie ja gesagt haben, dass das Zelt wegen der hohen Infektionsgefahr nicht geöffnet werden darf, haben wir unsere Trage ausgeladen und Platz zu schaffen. Solange die Maße, die Sie uns durchgegeben haben, korrekt sind, kann die Trage problemlos mit unseren Klemmbügeln gesichert werden. Ich hoffe nur, dass der Transport keine zu große Strapaze für ihn bedeutet. Er ist ein ziemlich langer Flug, bestanzelt.« »Ich weiß, Ihre Besorgnis zu würdigen. Er wurde nämlich vollkommen ruhig gestellt, wie Sie sich denken können.« »Oh, ja, das kann ich mir denken. So eine Tragödie. Das Feuer an Magna hat wohl jeden hier schockiert.« »Ja, und dieser Mann hat Glück, dass er überhaupt noch am Leben ist. Auch wenn wir nicht sagen können, wie lange er noch durchhält. Haben Sie das mit dem britischen Zoll für uns geklärt?« »Ja, alles nach Ihren Wünschen. Ich habe unser Büro in London verständigt und diese mit den Behörden und Stanstedt in Kontakt getreten. Wenn Sie mir in der Maschine die Pässe aller Mitreisenden und des Patienten aushändigen, dann erledigen wir die Freigabe, noch bevor Sie ihn in Ihren Wagen vor Ort umgeladen haben.« »Und Ihrem Büro? Ist die Schwere der Verletzungen dieses Mannes bewusst? Verbrennungen dritten Grades an fast 95 Prozent seines Körpers, inklusive des Gesichts?« »Ja, Doktor. Das wird auch so an die Behörden weitergegeben, ebenso wie die Anweisung, dass das Zelt nicht geöffnet werden darf. Aber ganz ehrlich, ich denke nicht, dass wir irgendwelche Probleme bekommen werden. Wie ich schon sagte, ich glaube, es gibt niemanden, den diese Geschichte nicht zu Tränen rührt. Außerdem ist der Patient doch Engländer, oder?« »Ja, ist er.« »Meiner Erfahrung nach hilft das immer. Ich meine, dieser arme... Was war er nochmal von Beruf? Chemiker für Ferset Petroleum. Ah, genau, Chemiker. Dieser arme Chemiker verbrennt in diesem schrecklichen Inferno fast zu Asche und alles, was er möchte, ist nach Hause gebracht werden, um im Kreise seiner Familie sterben zu können und in der Heimaterde begraben zu werden. Wenn die Einwanderungsfritzen in Stanstead in so einem Fall Probleme machen, dann bekommen Sie es mit mir persönlich zu tun.« »Danke sehr, Kapitän. Ich zähle auf Sie. Wir sind in 15 Minuten vor Ort. Bitten Sie den Tower um entsprechende Starterlaubnis und halten Sie den Jet abflugbereit.« »Roger.« Als Mina den Anruf beendet hatte, drehte er sich zum Platzwart um, der schon die ganze Zeit neben ihm arbeitete. »Wie kommen Sie voran?« Der Platzwart war nicht nur ein meisterhafter Attentäter, sondern auch ein Meister der Verkleidung. Er machte etwas Platz, damit Mina seine Arbeit bewundern konnte. »Großartig«, kommentierte Mina, bevor sie das Sauerstoffzelt über der Trage versiegelten. Mithilfe von Latex und professionellem Make-up für Spezialeffekte hatte der Platzwart den amerikanischen Präsidenten schrecklich entstellt. Ein Blick in das Zelt und dazu die Betroffenheit signalisierende Erwähnung des Brandunglücks in der Raffinerie würden ausreichen, um selbst den schwierigsten und herzlosesten Zollbeamten zu Tränen zu rühren. Das versiegelte Sauerstoffzelt, dessen grausam entstellter Patient nicht mehr als der Mann auf dem Foto des falschen Passes erkennbar war, würde schon dafür sorgen, dass man sie am Flughafen Stansted ohne weitere Fragen durch den Sicherheitsbereich winkte. Davon war Mina überzeugt. Die Beamten mochten ihm sogar eine Eskorte anbieten, die er jedoch leider ablehnen musste. 16. Als Harwith aufwachte, hatte er keine Ahnung, wie lange er geschlafen hatte. Seine Augen gewöhnten sich an das Licht, und er sah, dass er sich immer noch in demselben Zimmer befand, in das man ihn heute Nachmittag gebracht hatte. Zumindest hoffte er, dass es heute Nacht gewesen war. Ganz sicher. Er konnte nicht mehr als sechs Stunden geschlafen haben oder allerhöchstens Art. Obwohl die Vorhänge zugezogen waren, sagten ihm die Lichtverhältnisse, dass es früh am Morgen sein musste. Es schneite immer noch, aber nicht mehr ganz so heftig. Er spürte einen unangenehmen Druck auf der Blase und entschied, dass er nun wirklich genug Flüssigkeit bekommen hatte. Dann zog er sich die Infusionsnadel aus dem Arm. Auf der anderen Seite des Zimmers stand links die Tür zu einem Bad offen. Dr. Skip wäre wahrscheinlich sauer, wenn er wüsste, dass Gott nicht vorhatte, ihm seinen Urin zur Untersuchung zu überlassen. Aber das war ihm gerade völlig egal. Seine Bauchmuskeln zogen sich zusammen, als er sich unter Schmerzen aufsetzte und sich dann mit den Armen abstützte, um nicht sofort wieder rückwärts aufs Kopfkissen zu sinken. Nicht nur sein Rücken und seine Schultern schmerzten immer noch schrecklich. Jetzt taten auch verschiedene andere Stellen weh, die ihm gestern noch keine Probleme bereitet hatten. Ich hab's doch schon zur Hälfte geschafft, sagte er sich und verlagerte das Gewicht auf dem linken Arm, um mit dem rechten die Bettdecke zurückzuschlagen. Sein Atem ging schwerer, als er es vom Bloßen aufsetzen sollte. Und er atmete tief ein, bevor er die Füße unter der Decke hervorzog und sich so drehte, dass er nun auf der Bettkante saß. Da er sich nicht mehr abstützen musste, konnte er sich endlich strecken. Aber sein Bewegungsradius war extrem eingeschränkt. Er war schon häufig gestürzt oder bei Kämpfen verletzt worden, aber für das hier hatte er einen Preis verdient. Einen Oscar für den besten Stand oder sowas. Dennoch war er sicher, dass eine andauernde heiße Dusche die meisten Schmerzen und Verspannungen lösen würde. Harvith stellte die Füße auf den Boden und stand langsam vom Bett auf. Seine Beine waren noch sehr schwach, aber mit genug Anstrengung und Konzentration gelang es ihm, den kurzen Weg ins Badezimmer zurückzulegen. Der schwierigste Teil kam aber erst noch. Das Ausziehen des Krankenhauskittels. Das Ding war hinten zugebunden und seine Arme so steif, dass er sie nicht weit genug nach hinten strecken konnte, um die Schnüre zu lösen. Er ging zur Toilette und hob den unteren Rand des Kittels wie einen Rock an, um sich zu erleichtern. Dann zog er das lästige Ding ganz langsam über den Kopf, bis er es endlich los war. Er drehte den Temperaturregler in der Dusche auf heiß und er haschte dabei einen Blick auf seinen Rücken im Spiegel. Einen Schönheitswettbewerb würde er in nächster Zeit nicht gewinnen, so viel stand fest. Aber das würde alles verheilen. Gott segne den Präsidenten dafür, dass er Freunde hat, die sich ein Haus wie dieses leisten können, dachte es Gott, als er sich ächzend auf die marmorne Bank in der pompösen Dusche setzte und das heiße Wasser auf sich herabprasseln ließ. Nach etwa einer Viertelstunde legte er den Hebel um, der die Dampfdusche aktivierte und schloss die Augen. Während er die sengende Feuchtigkeit einatmete, ließ er die Ereignisse der vergangenen vierundzwanzig Stunden noch einmal vor seinem inneren Auge Revue passieren. Die Lawine ergab keinen Sinn. Es hatte zwar sehr viel und heftig geschneit, aber sowohl das Zentrum für Lawinen vorhersagen in Utah als auch das Lawinenkontrollteam in Deer Valley selbst hatten ihm versichert, dass das Risiko eines Abgangs minimal sei. Scott war selbst noch am Morgen zum Square Peak hinaufgefahren, um sich die Verhältnisse dort oben anzuschauen. War doch so viel mehr Schnee gefallen, als er dachte? Auch wenn das UAFC das Risiko als sehr gering eingestuft hatte, gab es natürlich immer eines. Die Verantwortung für das, was geschehen war, lastete schwer auf Scotts geschundenen Schultern. Wie in Trance saß er in der Duschtabine und ließ den gestrigen Tag immer wieder wie einen Film in seinem Kopf ablaufen. Dann setzte er sich plötzlich mit einem Ruck kerzengerade auf. Er hatte das Funkgespräch zwischen Hollenbeck und Hermes völlig vergessen. Das war kurz vor dem Moment gewesen, als die Erschöpfung ihn übermannte und in einen tiefen Schlaf fallen ließ. Zwei Agenten tot. Keine natürliche Ursache. Scott stellte den Hebel wieder auf den normalen Duschstrahl und drehte den Temperaturregler ganz auf kalt. Diesen Trick hatte er in einem Massageclub in Hongkong aufgeschnappt. Eine kalte Dusche nach einem heißen Bad wirkte besser als vier Tassen Kaffee. Der Kälteschock hatte den gewünschten Effekt, denn als Gott aus der Dusche stieg, fühlte er sich lebendig, seine Sinne hellwach und aufnahmebereit, auch wenn sein Körper immer noch Schmerzen litt. Er schwor sich, dass er keinerlei Schmerz- oder Beruhigungsmittel einnehmen würde, ganz gleich, was Hollenbeck oder Dr. Travick ihm verabreichen wollten. Sein Verstand war schließlich die wichtigste Waffe, die er besaß. Und er hasste es, wenn der durch Medikamente getrübt oder ausgebremst wurde. Und Sand im Getriebe konnte er jetzt wirklich nicht gebrauchen. Er konnte seine Kleidung vom Vortag nicht finden und nahm an, dass man sie ihm vom Körper geschnitten hatte. Daher war er erleichtert, als er einen Foté-Bademantel im Kleiderschrank aus Zeternholz fand. Er zog sich den Bademantel über und verließ das Zimmer. Im Flur bemerkte er als erstes, dass die Tür zum Zimmer gegenüber offen stand und dass das Bett frisch gemacht war. Er grübelte, was Dr. Travick gestern Abend über Amanda gesagt hatte. Hatte er nicht erwähnt, dass sie auch hier oben im Bett lag? Falls er das noch richtig im Kopf hatte, dann war sie offenbar verlegt worden. Scott fügte die Frage nach ihrem Verbleib zu seiner Liste der vielen anderen ungeklärten Dinge hinzu. Als er konzentriert auf den Treppenabsatz zuging, sah er keinen Agenten im Flur, hörte aber Stimmen aus dem Erdgeschoss. Auf ebener Fläche geradeaus zu gehen war eine Sache, aber die Treppe hinunter zu steigen, ein ganz anderes Kaliber. Scott stürzte sich schwer auf das Kieferngeländer und zwang seine Knie nur mit großer Mühe dazu, sich zu beugen und ihn heil nach unten zu bringen. Dankbar stellte er schließlich fest, dass keiner der Agenten, die in dem riesigen Wohnzimmer mit den großen Fenstern wasammen standen, Zeuge seiner armseligen Vorstellung auf der Treppe gewesen war. Nach drei schluffenden Schritten vom Treppenabsatz in ihre Richtung erblickte ihn Agent Palmer. »Wieso sind Sie denn auf den Beinen, Scott?« »Ich werde nicht fürs Schlafen bezahlt, und ich will wissen, was los ist.« »Es ist schlimm. Wirklich schlimm.« »Ich habe heute Nacht gehört, wie Birdhouse mit Hermes über die zwei toten Agenten gesprochen hat, die sie draußen gefunden haben.« »Und ich habe gehört, dass Sie ganz schön was abgekriegt haben. Sind Sie okay?« »Mir geht es blendend,« fauchte Scott Agent Palmer aufgebracht an, auch wenn sie nichts für seine Laune oder seine Schmerzen konnte. »Wie wäre es, wenn mir endlich jemand sagen würde, was los ist?« »Haben Sie schon etwas gegessen?« »Verdammt, Palmer! Ich will doch nur wissen, was vor sich geht.« »Hören Sie mir zu, Scott. Entspannen Sie sich. Eine ganze Menge ist passiert, und ich meine eine ganze Menge. Ich erstatte Ihnen gerne ausführlich Bericht. Warum besorgen wir Ihnen nicht erst mal was zum Frühstücken, und dann erzähle ich Ihnen alles.« »Sie sollten sich dafür sowieso besser hinsetzen.« Palmer verließ kurz den Raum, trat in den Flur hinaus und kam gleich darauf mit einem blauen Seesack zurück, auf dessen Seite das Emblem des Secret Service prangte. »Die mussten Sie gestern aus Ihren Kleidern rausschneiden. Hollenberg meinte, dass Sie ein paar Ihrer Sachen brauchen würden. Also hat er jemanden losgeschickt, um das hier aus Ihrem Hotel zu holen.« »Geh aufmerksam von ihm.« »Mein Hotel.« Scott konnte sich immer noch nicht an den Namen des Hotels erinnern. »Direkt den Flur entlang ist noch ein Badezimmer. Ziehen Sie sich doch rasch an, und dann treffen wir uns in der Küche. Ich setze eine Kanne Kaffee auf und sehe nach, was ich zu Essen auftreiben kann.« »Naja, danke, Palmer.« »Klar doch.« Als Scott zwanzig Minuten später frisch rasiert und in Jeans, Sweatshirt und Stiefeln von Timberland in der Küche erschien, sah man ihm die Qualen des Anziehens kaum an. Palmer saß auf einem Barhocker an einer Kücheninsel mit Granitarbeitsplatte und sah einen Stapel Formulare durch. Sie sah auf, als Scott im Türrahmen stehen blieb. »Wie geht es Ihnen jetzt?« »Wir haben genug über mich geredet. Wie wäre es endlich mit ein paar Antworten?« »Wissen Sie, Harworth, in Anbetracht Ihres gestrigen Tages haben Sie es vielleicht verdient, mit Samthandschuhen angefasst zu werden, aber Sie brauchen dennoch nicht so mit mir zu reden.« »Ich weiß,« seufzte Scott, als er sich auf den Hocker neben ihr setzte, froh über das weiche Polster, gegen das er seinen geschundenen Körper lehnen konnte. »Ach, tut mir leid. Ich möchte doch nur drob wissen, was vorgefallen ist.« »In Ordnung. Das verstehe ich. Es gibt eine Menge zu berichten, also gieße ich uns jetzt einen Kaffee ein und dann fangen wir an. Ich habe ein abgepacktes Frühstück für die Mikrowelle gefunden. Soll wohl Eier mit Speck darstellen und schmeckt wahrscheinlich nach nichts. Klingt himmlisch. Ich nehme es.« Während er sich über die Tasse heißen Kaffees und das labberige Mikrowellenessen hermachte, hörte er aufmerksam zu, wie Palmer ihm erzählte, was der Secret Service bisher wusste. »Um 16.10 Uhr gestern Nachmittag haben Sie durchgegeben, dass Goldilocks für den Tag genug hatte. Bei der letzten Runde haben Sie sich mit Hattricks Einheit getroffen, von wo aus er sich in Richtung Todesrinne aufmachte und Ihre Einheit Goldilocks auf der üblichen Route nach Hause begleitete. Ihrer Aussage von heute Nacht zufolge ist Goldilocks um etwa 16.25 Uhr gestürzt. Während Sie Ihre Ausrüstung eingesammelt haben, meinten Sie Aaron und Hutchins ebenfalls stürzend zu sehen. Und zwar an der Stelle, wo der Wald am Rand der Todesrinne beginnt. Und zu diesem Zeitpunkt haben Sie auch bemerkt, dass der Funkverkehr »Parma«, unterbrach Gott, Sie zwischen zwei Bissen weicher Kartoffelpuffer, »Können Sie bitte zu dem Teil kommen, von dem ich noch nichts weiß? Geben Sie mir einfach die Kurzversion.« »Ich kann Ihnen auch einfach die Berichte hinlegen und Sie können sich selbst raussuchen, was Sie wissen wollen.« »Machen Sie es mir doch nicht so schwer. Ich will nur die Fakten.« »Schon gut, schon gut. Ihre Einheit hat es nicht geschafft.« »Keiner davon?« »Wir haben bisher fünf Männer ihres Teams gefunden und suchen noch nach den anderen, die wir auch für tot halten. Die fünf, die wir herausgeholt haben, sind in der Lawine umgekommen.« Scott ließ den Kopf hängen und massierte seinen Nasenrücken. Damit versuchte er sich gegen die Kopfschmerzen und die Welle von Emotionen, die er heranrollen fühlte, zu wehren. »Und Goldilocks?« »Wie steht es um Sie?«, fragte er, ohne aufzusehen. »Sie hat ein schweres Schädel- und Nackentrauma erlitten, außerdem Erfrierungen und Unterkühlung. Hätten Sie sie nicht aus dem Schnee herausgeholt und hätte das Abfangteam sie nicht kurz darauf gefunden, dann wäre sie jetzt mit Sicherheit tot. Ihr Zustand ist ernst, aber stabil. Einige Wirbel sind verletzt, aber die Ärzte glauben, dass sie das wieder hinkriegen. Wird sie wieder laufen können? Sind die Schäden bleibend?« »Dr. Paulus sagt, dass es wohl keine bleibenden Schäden sind. Sieht aus, als ob sie durchkommt und wieder ganz die Alte wird.« »Ach, Gott sei Dank.« »Wie steht es um Hedrick?« »Das ist der wirklich unerfreuliche Teil. Alle Mitglieder von Hedricks Team sind tot.« »Woran sind sie gestorben?« »Neun Millimeter, soweit wir das bisher sagen können.« Scott wollte seinen Ohren nicht trauen und setzte sich erneut kerzengerade hin. »Was? Sie sind alle umgebracht worden?« »Jeder Einzelne.« Palmer hielt kurz inne, damit Scott die Information verdauen konnte, bevor sie weitersprach. »Wie Sie wissen, hatten wir mehrere Scharfschützenabwehrteams in dem Waldstück an der Todesrinne positioniert, und die wurden ebenfalls ausgeschaltet.« »Was ist mit Hedrick?« »Das wissen wir nicht.« »Was soll das heißen, Sie wissen es nicht?« »Bisher konnten wir seine Leiche nicht finden.« »Verarschen Sie mich?« Trotz des Zorns und der Trauer, die er verspürte, hatten ihm seine Ausbildung und das jahrelange Training beigebracht, dass später noch genug Zeit zum Trauern war und dass er dazu auch in der Lage sein würde, wenn alles vorbei und er alleine war. Jetzt aber musste er all diese Gefühle ausblenden. Denn was in diesem Moment zählte, war nicht, wie er sich fühlte, sondern wie er dachte. Mit bewundernswerter Ruhe fasste er die bisherigen Informationen zusammen. »Die gesamte Schutzeinheit und das Scharfschützenabwehrteam wurden also ausgeschaltet, und es gibt keine Spur von Hedrick. Ich fasse es nicht. Jemand muss ihn sich geschnappt haben.« »Wir haben bisher keine eindeutigen Indizien, aber« »Sie haben alle anderen gefunden, ermordet, aber seine Leiche war nicht dabei. Klingt für mich nach einer Entführung.« »Sind schon irgendwelche Forderungen eingegangen?« »Moment mal. Sie ziehen voreilige Schlüsse.« »Parma, kommen Sie. Was ist daran voreilig?« »Sie haben die Leichen aller Agenten gefunden, aber nicht Hedricks. Normalerweise weichen die nicht von seiner Seite.« »Ja, aber es hat immerhin eine schwere Lawine gegeben. Er könnte überall hin mitgerissen worden sein. Erzählen Sie mir doch keinen Blödsinn. Sie wissen doch genau, wie das aussieht. Wenn es nur die Lawine gegeben hätte, wäre es etwas anderes, aber seine Einheit ist exekutiert worden.« »Scott, wir stehen alle noch unter Schock. Noch nie in der Geschichte des Secret Service haben wir so viele Personenschützer auf einmal verloren. Und bisher hat es auch noch niemand geschafft, einen Präsidenten zu entführen. Wir nehmen an, dass genau das geschehen ist.« »Also stimmen Sie mir zu.« »Äh, ja.« »Mein Gott, ich kann das echt nicht fassen.« »Immerhin haben wir eine Spur.« »Was für eine Spur.« Harper konnte einen Schuss abfeuern und einen der Männer töten, von denen wir glauben, dass sie für den Angriff verantwortlich sind. Der gute alte Harp, dachte Scott mit grimmigem Lächeln. Und die haben die Leiche nicht mitgenommen? Wissen Sie schon, wer es ist? Was wissen Sie über den Mann? Wir warten noch auf die Bestätigung seiner Identität. Wir mussten die Fingerabdrücke und ein Foto an die Leute vom FBI im Nahen Osten schicken. In den Sandkasten? Wollen Sie mir erzählen, dass ein Haufen Beduinen diesen Job erledigt hat? Das ist unmöglich. Was wissen die schon über Schnee? Die kennen sich doch nur mit Sand und Kamelen aus. Alles, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir bis zu dreißig tote Agenten und einen vermissten Präsidenten haben und dazu einen verstorbenen Mann nahöstlicher Abstammung, der mit einer Kugel im Hinterkopf am Schauplatz des Verbrechens gefunden wurde. Und ich wette alles, was ich besitze, dass diese Kugel aus Sam Harpers Sick abgefeuert wurde. Scott stützte die Ellbogen auf der kalten Granitplatte ab und legte den Kopf in die Hände. All das träumte er doch nur. Er würde jeden Moment aufwachen und der Albtraum wäre vorüber. Während er so dasaß und spürte, wie der Kaffee und das Frühstück in seinem Magen rumorten, fügten sich die Puzzleteile nach und nach zu einem Bild. Der Ausfall unserer Kommunikationssysteme hatte also mit dem Wetter gar nichts zu tun, oder? Das wissen wir immer noch nicht. Gut. Und wie ist der momentane Stand der Ermittlungen? Sind unsere Leute dabei, die Todesrinne Zentimeter für Zentimeter zu durchkämmen? Nein? Nein? Echote Scott ungläubig. Was meinen Sie mit nein? Scott, Sie haben ebenso schnell eins und eins zusammengezählt wie alle anderen auch. Der Präsident ist entführt worden, oder Schlimmeres, und damit ist der Fall eine Angelegenheit für das FBI. Wir haben die Aufgabe, das Gebiet weiträumig zu sichern. Das ist alles? Heißt das, das war's? Ja, das ist alles. Wer hat denn diesen Befehl erteilt? Der kam direkt aus Washington, nachdem Hollenbeck mit dem Leiter des Secret Service gesprochen hat. Die FBI-Agenten aus Salt Lake City sind bereits am Tatort und warten auf den Special Agent, der die Ermittlungen leiten wird. Er wird in etwa einer Stunde eintreffen. Scott stöhnte auf, denn er wusste, um wen es sich dabei handelte. Lassen Sie mich raten, die schicken Gary Lawler, nicht wahr? Ja, die schicken tatsächlich den stellvertretenden Chef des FBI. Müssen sie ja. Der Leiter hat keine Wahl. Er muss in Washington bleiben und die Sache von dort aus koordinieren. Das wird ein Theater geben. Dem brennt sicher jetzt schon der Hut. 17 Harvith musste den Kopf frei bekommen. Was Palmer ihm da eben erzählt hatte, machte ihn fertig. Fast dreißig tote Agenten und der Präsident vermisst? Wahrscheinlich entführt. Das war einfach eine Nummer zu groß, um es auf Anhieb zu kapieren. Scott schnappte sich einen blau-weißen Parker vom Haken neben der Hintertür, die sich in der Küche befand, und ging nach draußen. Drei Agenten standen dort und rauchten, sahen zu ihm herüber, sagten aber nichts. Was sollten sie auch sagen? Harvith marschierte mit immer noch schmerzenden Knien hinüber in das Waldstück, gleich beim Haus. Und als er sich außer Sicht der anderen Agenten wehnte, lehnte er sich mit dem Rücken vorsichtig gegen einen der hohen Bäume und schloss die Augen. Unzählige Fragen schossen ihm durch den Kopf. Was ist passiert? Wieso habe ich das bloß nicht kommen sehen? Habe ich im Vorfeld irgendetwas übersehen? Jeder Spinner im Umkreis von 400 Meilen war überprüft worden und die Gefährlicheren von ihnen für die paar Tage, die der Präsident hier Urlaub machte, eingesperrt. Keinerlei Auffälligkeiten auf dem Radar der Einwanderungsüberwachung. Keine neuen Drohungen irgendwelcher Extremisten. Nichts, was auf dieses Desaster hingewiesen hätte. Er atmete tief ein und aus, ließ die eiskalte Luft in seine Lunge strömen und hielt sie dort, bis es brannte. Langsam stieß er die Luft mit einem Zischen wieder aus. Das tat er ein paar Mal bewusst hintereinander, während er versuchte, sich ein Bild der Situation zu machen. Fast dreißig tote Agenten und der Präsident verschwunden. Scott zweifelte an seiner Arbeit und suchte nach den Warnzeichen, die er übersehen hatte. Irgendetwas hätte ihm auffallen müssen. Einige Agenten waren immer noch irgendwo da oben im Schnee verschüttet, aber Palmer hatte natürlich recht. Die Chance, dass sie noch am Leben waren, ging gegen null. Er kämpfte gegen die Welle von Schuldgefühlen an, die ihn zu überrollen drohte. Viele dieser Männer waren seine Freunde gewesen und die Sicherheit aller seine Verantwortung. Jetzt nicht, sagte eine innere Stimme. Heb dir das auf für später. Aber es war so schwer, diesen Gefühlen nicht nachzugeben. Aber wenn er darauf trainiert war, seine Gedanken und Gefühle zu beherrschen, so war er doch auch nur ein Mensch. Es war nicht das erste Mal, dass er Kameraden verlor, aber das war auf Missionen weit weg von zu Hause geschehen, als er gegen Bedrohungen für die nationale oder internationale Sicherheit gekämpft hatte. Jene Männer waren im Kampf gefallen. Aber das hier war etwas anderes. Diese Agenten des Secret Service hatten keine Chance, hatten die Bedrohung nicht einmal kommen sehen, und es hatte sie auf Heimatboden erwischt. Der Gedanke, dass ausländische Extremisten diesen Anschlag auf amerikanischem Boden verübt und sich dann wieder dorthin verzogen haben könnten, wo auch immer sie herkamen, macht es Gott richtig wütend. Besonders, wenn sie wirklich irgendwo aus der Wüste gekommen waren. Aber tiefe Atemzüge im Wald würden ihm nicht die Antworten liefern, die er suchte. Außerdem brachte ihn der Schmerz in seinen Rippen beinahe um. Die Antworten lagen dort verborgen, wo der Kampf stattgefunden hatte. Oben, in der Todesrinne. Bis Gary Lawler eintraf, gehörte der Tatort immer noch dem Secret Service. Und als Anführer der präsidialen Schutztruppe hatte Scott nicht nur das Recht, sondern in seinen Augen auch die Pflicht, jeden Zentimeter davon zu untersuchen. Was ist? Sind Sie irre? fragte ein junger FBI-Agent aus dem Büro in Salt Lake City, als Howarth sich unter dem Absperrband durchducken und den Tatort betreten wollte. Scott war von einem Pistenfahrzeug mitgenommen worden, mit dem die Ausrüstung so nah wie möglich an das Plateau herantransportiert wurde. Von dort aus trugen die Agenten des FBI und des Secret Service dann das Equipment den Rest des Weges zum Tatort. »Hören Sie, Agent«, Scott warf einen Blick auf die Marke des Mannes, die an einer Kette um seinen bulligen Hals hing. »Zuschnatt! Ich muss mich hier ein wenig umsehen.« Der Mann war fast zehn Zentimeter größer und gut dreißig Kilo schwerer als Scott. Aber er hatte sich schon mit weit größeren Jungs angelegt und die Oberhand behalten. Der FBI-Agent war nicht in der Stimmung, sich mit Howarth zu befassen. Er hatte den simplen Befehl, niemanden hinter die Absperrung zu lassen, bis Lawler vor Ort war. Und er hatte nicht vor, diesen Befehl zu missachten. Dieser Tatort steht unter der Zuständigkeit des FBI. Niemand außer dem FBI betritt das abgesperrte Gebet. Kapische? Kapische? Wo hatte denn ein FBI-Mann aus Salt Lake City mit einem Namen wie Zuschnitt dieses Wort aufgeschnappt? fragte Scott sich. Sein dringendes Bedürfnis, endlich Antworten zu finden, machte ihn noch wütender. »Mein Name ist Scott Howarth. Secret Service. Ich war der Leiter der Schutzeinheit.« »Oh, Mann! In Ihren Schuhen möchte ich jetzt echt nicht stecken! Sie sind uns eine Menge Erklärungen schuldig!«, blaffte Agent Zuschnitt ihn an. »Dieser Kerl ist ein echtes Arschloch.« »Ich dachte immer, dass diese miese Behandlung für die Einschüchterung lokaler Polizeidienststellen reserviert wäre. Oder zumindest für die CIA, wenn die dem FBI mal wieder ein paar Schritte voraus ist.« Die meisten FBI-Agenten, denen Scott im Laufe seiner Karriere begegnet war, waren eigentlich ganz okay gewesen. Normalerweise kamen der Secret Service und die Behörde ganz gut miteinander aus. Aber dieser Kerl forderte seinen Ärger geradezu heraus. »Agent Zuschnitt, ich weiß, dass Sie hier nur Ihren Job machen. Und ich versuche eben, meinen zu machen.« »Wenn Sie Ihren richtig gemacht hätten, dann wären wir jetzt nicht hier, um diesen Saustall aufzuräumen.« »Wo liegt denn Ihr verdammtes Problem?« »Ich habe keins. Sie scheinen eins zu haben.« Harviths Wut kochte inzwischen fast über. Aber er zwang sich dazu, nicht auszurasten. Er hatte sich unter Kontrolle. »Es sind wahrscheinlich mehr als zwei Dutzend Männer gestorben, für die ich die Verantwortung hatte. Und jetzt wollen Sie, dass ich Sie hier reinlasse, damit Sie womöglich auch noch Spuren vom Tatort verwischen? Wäre dann alles wieder in Ordnung, ja? Denken Sie doch mal nach, Mann!« »Wissen Sie,« gab Harvith nach, »Sie haben recht. Sie haben hier eine Aufgabe zu erledigen, einen Posten zu verteidigen, ich verstehe das. Wenn Sie nicht einmal einen einfachen Fußsoldaten des Secret Service davon abhalten könnten, den Tatort zu betreten, dann würden Sie ja wie ein unfähiger Esel dastehen.« Ein Lächeln breitete sich auf den Lippen des bulligen FBI-Mannes aus, und er wehnte sich als Sieger, als er sah, wie Scott sich abbande, um unverrichteter Dinge wiederzugehen. Aber das Lächeln verschwand gleich wieder, als Harvith mit einer raschen Bewegung herumfuhr und ihm einen Schlag gegen den Solarplexus verpasste. Es führte sich an, als hätte ihn eine glühende Kanonenkugel getroffen. Er bekam keine Luft und krümmte sich vor Schmerzen, und Harvith nutzte die Gelegenheit, beide Hände auf Zuschnittsschultern zu legen und ihm das Knie ins Gesicht zu rannen. Die Lippe des Mannes platzte auf, und er sackte bewusstlos zu Boden. »So viel zur Höflichkeit im Dienst«, sagte Harvith, und duckte sich unter dem Absperrband durch. Er ging ein Stück den Berg hinauf, bis er die kleinen Fähnchen erreicht hatte, die im Schnee steckten. Blaue Folien spannten sich über den Leichen, damit sie nicht erneut eingeschneit werden konnten. Den Tatort abzuriegeln hatte durchaus seine Berechtigung, aber es gab keinen vernünftigen Grund, Scott nicht hereinzulassen. Das Gelände war ohnehin schon völlig zerwühlt von den Rettungsteams. Und im Schnee nach Spuren und Hinweisen zu suchen, war schwierig, anstrengend und unangenehm. Dieser Fall bildete da keine Ausnahme. Die Lawine hatte die Sache natürlich zusätzlich erschwert, und nun wusste Scott auch, dass sie nicht durch natürliche Ursachen ausgelöst worden sein konnte. Scott wanderte von Plane zu Plane, blickte unter jede einzelne und erkannte jedes einzelne Gesicht. Bei vielen Leichen standen die Augen weit offen und starrten direkt durch ihn hindurch. Rasch erkannte er ein Muster, aber es ergab keinen Sinn. Präzise ausgeführte Kopfschüsse bei allen Leichen, aber dazu dann wahllose Schusswunden nur bei einigen von ihnen. Ihm beschlich das ungute Gefühl, dass er auf weitere Dinge stoßen würde, die keinen Sinn ergaben. Scott versuchte, sich einen Reim auf all das zu machen, als er zu einer der letzten Planen kam, unter der der Leichnam von Sam Harper lag. Er hob die blaue Plastikplane an und starrte auf den leblosen Körper im Schnee. Auf die Sig Sauer in Sams rechter Hand. Die Erinnerungen drohten Scott zu übermannen und es war fast unmöglich, sie auszublenden. Wann immer ein Präsident irgendwo auf oder am Wasser auftauchte, wurden die Seals angefordert, um den Personenschutz zu unterstützen. Nach mehreren Jahren bei den Kaltwetterspezialisten im Team Two hatte Scott zum Team Six und damit zur Terrorismusbekämpfung gewechselt. In dieser Einheit war er auch Teil eines Kontingents gewesen, das die Personenschützer eines früheren Präsidenten unterstützte, der in seiner Freizeit gern vor der Küste Maines mit Rennbooten herumkurfte. Scott hatte sich bereits bei vielen Gelegenheiten als extrem talentiert erwiesen. Aber Sam Harpers Aufmerksamkeit erregte er erst, als er einen kleinen Sprengsatz entdeckte und entschärfte, der dazu gedacht war, einem solchen Ausflug des Präsidenten ein vorzeitiges Ende zu bereiten. Harper hatte schon eine Weile nach jemandem wie Scott Ausschau gehalten, um den Schutz des Präsidenten durch den Secret Service zu verbessern. Er suchte Harworth in Little Creek in Virginia auf, wo Scott als Teil der Ideenschmiede der Seals arbeitete. Es war nicht ganz einfach, Scott für die Arbeit beim Secret Service zu gewinnen, aber am Ende war Harper mit seiner Abwerbung erfolgreich. Nachdem Harworth die erweiterte Ausbildung in Balswell in Maryland absolviert hatte, trat er seinen Dienst bei Harper im Weißen Haus an. Der arbeitete ihn nicht nur ein, sondern machte ihn auch zu einem Teil seiner Familie. Unzählige Male war Scott zum Barbecue, Thanksgiving oder zum Weihnachtsessen bei Sam, seiner Frau Sharon und ihren beiden Töchtern gewesen. Als er daran dachte, wie sie wohl die Nachricht aufnehmen würden, brach es ihm fast das Herz. »Was zum Teufel ist in sie gefahren?«, erscholl die wütende Stimme Tom Hornbecks. Ohne sich umzudrehen, ging Scott zu letzten Planen hinüber, unter der der Mann liegen musste, den Harper erwischt hatte. »Harworth, ich habe Sie was gefragt!« Scott hob die Plane an und starrte auf den blutüberströmten Mann darunter. Sein halber Hinterkopf war zerfetzt. »Ich will wissen, was zur Hölle mit Ihnen los ist. Wieso greifen Sie einen FBI-Agenten an? Verdammt, Harworth! Sehen Sie mich an!« Er brauchte fast eine volle Minute, um sich vom Anblick des toten Arabers loszureißen. Er gab Harper ein stummes Versprechen. Er würde persönlich die tödlichen Schüsse auf all jene abgeben, die für diese Tragödie verantwortlich waren. »Eine Skorpion«, murmelte er so leise, dass Hornbeck es fast nicht gehört hätte. »Was?« »Seine Maschinenpistole.« »Das ist eine Skorpion«, erklärte Scott und drehte sich endlich zu Hornbeck um. »Und?« »Die wird in Tschechien hergestellt, aber vor allem von den Typen im Nahen Osten benutzt, die noch ein paar offene Rechnungen mit irgendjemandem haben.« »Und ich habe mit Ihnen ein Hühnchen zu rupfen, mein Freund. Ich weiß, was das für eine Waffe ist. Aber ich habe eine ganz andere Frage. Was zur Hölle haben Sie sich dabei gedacht, den FBI-Agenten K.O. zu schlagen?« Scott schüttelte die Schwermut ab, die der Anblick von Sam Harpers Leiche in ihm ausgelöst hatte. »Er hat es herausgefordert.« »Herausgefordert? Er hat nur seine Arbeit gemacht, nämlich dafür zu sorgen, dass niemand den Tatort unberechtigt betritt. Sie wissen doch genauso gut wie ich, dass in einer solchen Situation das FBI zuständig ist.« »Ja. Aber erst, wenn wir es rufen.« »Und wir haben es längst gerufen. Also haben Sie jetzt gar nichts mehr zu sagen. Unsere Aufgabe besteht jetzt nur noch darin, die Ermittlungen zu unterstützen, nicht sie zu behindern.« »Aber macht Sie das denn gar nicht wütend, Hollenberg?« »Wer auch immer das getan hat. Er hat sich unbemerkt hier reingeschlichen, unsere Männer getötet und sich den Präsidenten geschnappt.« »Wir können nicht mal mit Sicherheit sagen, dass er entführt wurde.« »Jetzt fangen Sie nicht auch noch damit an. Kommen Sie schon.« »Natürlich macht es mich wütend. Aber das ändert nichts daran, dass es für diesen Fall klare Regeln gibt.« »Wir haben den Ruf, die beste Personenschutztruppe der Welt zu sein. Es gibt keine bessere. Und dennoch konnte hier jemand ganz offensichtlich angeflogen kommen, das gesamte Team erledigen und mit dem Präsidenten verschwinden.« »Scott! Wir stehen deswegen doch alle noch unter Schock. Niemand kann so richtig glauben, dass das wirklich passiert ist. Aber Sie haben Goldilocks gerettet. Und darauf sollten Sie extrem stolz sein. Wir sind alle stolz auf Sie.« »Aber Tom, die haben den Präsidenten entführt. Unseren Präsidenten! Hier stehen nicht nur unser Ruf und der Ruf des gesamten Secret Service auf dem Spiel, sondern auch sein Leben. Wir können doch nicht einfach herumsitzen und gar nichts tun.« »Gott! Die nackte Wahrheit ist doch, dass er vielleicht bereits tot ist. Wir haben keinen Schimmer, was Sache ist. Vielleicht gräbt heute noch jemand einen Meter weiter drüben und findet ihn irgendwo unter diesem verdammten Schnee.« »Obwohl ich das bezweifle. Eigentlich bin ich ja Ihrer Meinung. Ich glaube, dass er entführt wurde. Und das ist ja nur ein Grund mehr, mit dem FBI zusammenzuarbeiten und die uns zugewiesene Rolle dabei zu spielen und jetzt nichts wie raus hier. Ich werde mir ganz schön was einfallen lassen müssen, um Ihren Arsch zu retten. Ich brauche ein paar Minuten zum Nachdenken.« »Nachdenken ist jetzt reine Zeitverschwendung, Tom. Wir haben keine Zeit. Wir müssen handeln.« Senator David Snyder nahm den Hörer beim ersten leisen Klingen ab. Genau wie schon einmal heute Nacht, gegen Mitternacht. Der Regen peitschte unablässig gegen die Scheiben seines Reihenhauses in Georgetown. Vorsichtig sah er nach, ob die Gestalt neben ihm sich irgendwie regte, bevor er sich mit leiser Stimme meldete. »Ja?« »Senator, hier ist der Zuschnitt. Ich...« »Zuschnitt? Herr Kott, warten Sie eine Sekunde. Ich kann den Anruf hier nicht entgegennehmen.« Senator Snyder drückte auf dem schwarzen Sony-Telefon, das auf seinem orientalisch anmutenden Nachttisch stand, die Taste »Anruf halten« und glitt sachte aus dem Bett. Dann schlüpfte er rasch in einen weißen türkischen Bademantel und seine Dunhill-Hausschuhe. Als er den Raum verließ, zog er die Schlafzimmertür ganz zu. Er drückte auf den Lichtschalter im Flur, und die geschwungene Treppe nach unten wurde vom Glitzern des aufwändigen Kronleuchters erhellt. Dichte Wolken und Dauerregen ließen den frühen Morgen noch dunkler erscheinen, als er normalerweise wäre. Am Fuß der Treppe angekommen, durchquerte er die marmorne Eingangshalle und öffnete im Vorübergehen kurz die Haustür, um die Zeitungen hereinzuholen. In den nassen Plastikhöhen steckten jeweils eine Ausgabe des Wall Street Journal, der Washington Post, der New York Times, außerdem die USA Today und die International Herald Tribune. Auch wenn seine Assistenten ihm sowieso alle relevanten Zeitungsausschnitte im Büro vorlegten, war er gern schon beim Frühstück informiert. Während er in sein Arbeitszimmer schlurfte, warf er einen schnellen Blick auf die Titelseiten. Er konnte die Schlagzeilen durch die Plastikfolie sehen, und sie klangen alle ganz ähnlich. »Lawine in Utah. Der Präsident wird vermisst. Tödlicher Skiunfall?« Snyder schaltete die Fernseher in seinem Arbeitszimmer ein, auf denen überall Nachrichtensprecher in Anzügen mit Reportern vor Ort im Schnee sprachen, wobei letztere in dicken Daunenjacken steckten, auf denen gut sichtbar das jeweilige Logo ihres Senders prangte. An keinem der Bildschirme war der Ton eingeschaltet, aber Snyder wusste auch so, dass die Reporter live vom Urlaubsort des Präsidenten berichteten, wo die schwere Lawine niedergegangen war. Es war die Story des Tages, im ganzen Land, wenn nicht gar auf der ganzen Welt. Er ließ den Stapel Zeitungen auf die Couch beim Kamin fallen und nahm die Fernbedienung zur Hand, um den Heat-and-Glow-Gaskamin einzuschalten, der geräuschlos zum Leben erwachte. Das Gebiet um die Hauptstadt herum kannte nur zwei Wetterlagen. Entweder ging die feuchte Kälte einem Biss ins Mark, oder die Temperaturen stiegen über 35 Grad und die Luftfeuchtigkeit auf 100 Prozent. Es gab hier einfach kein gesundes Mittelmaß, und das traf nicht nur aufs Wetter zu. Snyder ging um seinen Schreibtisch herum und zündete sich eine Zigarette an. Es war ihm egal, ob er Zuschnitt warten ließ. Salt Lake City besaß eine der größten FBI-Außenstellen des Landes, und das lag an den Waffenfabriken in Utah. Hier zeigte Amerika, dass es die Atomwaffenabrüstungsvereinbarungen mit der ehemaligen Sowjetunion einhielt. Nach der jahrzehntelangen politischen Schachpartie, die sich die beiden Länder in der Vergangenheit geliefert hatten, vertraute auch heute noch keines von beiden dem anderen, und deswegen wimmelte es in Salt Lake City von Russen, die den Fortschritt bei der Demontage und Entsorgung der Atombomben als Beobachter begleiteten. Aus demselben Grund hatten die Amerikaner ihrerseits eine Menge Leute an verschiedenen Standorten in Russland stationiert. Und wegen der vielen Russen in Utah war die amerikanische Regierung der Meinung, dass es eine gute Idee wäre, sie im Auge zu behalten. Das war die Aufgabe des FBI. Snyder verließ sich gern auf Insider-Informationen, also pflegte er intensive Kontakte zu Angestellten in den Geheimdienstorganisationen, sowohl den national als auch international tätigen. Zuschnitt mochte nicht der hellste sein, aber er besaß eine boshafte Ader, was Snyder gefiel, und er war extrem leicht zu kaufen gewesen. Jetzt fragte Snyder sich, ob es wirklich so klug gewesen war, ihm seine private Nummer zu geben. Aber er sagte sich, dass das immer noch besser war als ein Anruf Zuschnitts in seinem Büro. Sie sind spät dran, nahm Senator Snyder das Gespräch unvermittelt und in ungnädigem Tonfall wieder auf, während er an seiner Zigarette zog. Ich weiß, aber halten Sie den Mund und hören Sie mir zuerst zu. Von wo aus rufen Sie an? Aus der Außenstelle in Salt Lake, von dem Apparat, über den wir immer die Anrufe von Kriminellen und Verdächtigen umleiten. Sie wissen schon, das Telefon, das alle ein- und ausgehenden Anrufe automatisch aufzeichnet. Was denken Sie wohl, von wo aus ich anrufe? Halten Sie mich für zu blöd, um eine sichere Verbindung herzustellen? Ich rufe von einem Münzfern-Sprecher in dem Ferienort aus an. Snyder unterdrückte seinen Ärger über den unverschämten Ton des Mannes und wollte es noch genauer wissen. Wo im Ort sind Sie? In der Nähe der Krankenstation aber keine Sorge. Weit und breit keine anderen Regierungsbeamten. Ich bin der Einzige und in meinem Zustand falle ich auch nicht weiter auf. In Ihrem Zustand? Was soll das heißen? Ein völlig durchgeknallter Secret-Service-Agent hat mich niedergeschlagen. Der Arsch heißt Haworth. Er hat anscheinend die Vorausmannschaft für den Präsidenten geleitet. Nicht nur das. Er gehörte auch zu Rutledge's Schutzeinheit. Wollen Sie damit sagen, dass er noch am Leben ist? Ja, offenbar hat er gestern mit seinen Leuten die Tochter des Präsidenten begleitet, als die Lawine runterging. Wer hat noch überlebt? Soweit wir wissen, nur Haworth und das Mädchen. Gibt es irgendwelche Hinweise auf den Verbleib des Präsidenten? Zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Nada. Der Secret-Service hat die Leiche eines Turban-Trägers mit einer Maschinenpistole ausgebuddelt, eins und eins zusammengezählt und sieben herausbekommen. Und dann haben sie uns dazu geholt. Der FBI-Chef hat Gary Lawler geschickt. Alle gehen von einer in Führung aus. Und die Medien? Bisher hat man auch niemanden zum Tatort gelassen. Aus den verfügbaren Informationen haben die bisher nur zusammengestrickt, dass die Lawine mehrere Agenten und Zivilisten das Leben gekostet hat und dass sie den Präsidenten noch nicht gefunden haben, aber abgesehen davon wissen die gar nichts. In Ordnung. Zurück zum Anfang. Sie wurden niedergeschlagen? Was ist passiert? Dieses Arschloch, Harworth, wollte an mir vorbei und sich in dem Bereich umsehen, wo der Präsident und seine Einheit unter Beschuss geraten sind. Aber wir hatten die Order, den Tatort zu übernehmen und zu sichern, bis Lawler da war. Niemand sollte das Gelände betreten, auch nicht der Secret Service. Scheiße! Sie hätten sehen sollen, wie zertrampelt der ganze Bereich schon war. Ja, jedenfalls bestand Harworth darauf, dass er rein müsse, und ich habe abgeblockt. Als ich mich umgedreht habe, hat er mich plötzlich niedergeschlagen. Eine echt feige Aktion. Das mag sein, aber er hat es geschafft, sie zu überwältigen, nicht wahr? Snyder erwartete darauf keine Antwort. Er merkte sich Scott Harworths Namen für nachher und wandte sich dann wieder an Zuschnitt. Gibt es sonst noch etwas zu berichten? Abgesehen von der Tatsache, dass meine Lippe mit drei Stichen genäht werden musste und mein Gesicht wie ein Ballon angeschwollen ist, und dass ich Glück hatte, dass er mir nicht auch noch den Kiefer gebrochen hat, nein, ich schätze, das ist alles. Dann ergibt es vorerst auch nichts mehr zu bereden. Ich erwarte Ihren nächsten Bericht zur abgesprochenen Zeit, ganz egal, ob Sie wieder von irgendjemandem gehauen werden oder nicht. Haben wir uns verstanden? Ja, schon klar. Sehr gut. Was soll ich wegen der Presse unternehmen? Lassen Sie mich nachdenken. Snyder überlegte, wann wohl der richtige Moment gekommen wäre, durchblicken zu lassen, dass der Präsident nicht verschüttet, sondern entführt worden war. Sie tragen doch immer noch Ihren Pager, oder? Natürlich, den haben alle Agenten. Ich werde Sie anpiepsen, wenn es Zeit wird, der Presse Ihre kleine Geschichte zu erzählen, welche Schicksal den Präsidenten tatsächlich ereilt hat. Ich werde Ihnen dann noch sagen, wie das genau ablaufen soll. Verstanden? Ja. Gut. Snyder legte auf, bevor der Mann noch irgendetwas hinzufügen konnte. Gleichzeitig legte auch der hellwache Liebhaber oben im Schlafzimmer den Hörer des schwarzen Sony-Telefons auf dem Nachttisch auf. Er hatte nicht geschlafen, seit der erste heimliche Anruf gegen Mitternacht gekommen war, und nun war seine Neugier zumindest teilweise befriedigt worden. 19 Als er David Snyder endlich kennenlernte, verstand er auf Anhieb, wieso Mitch ihn so unwiderstehlich gefunden hatte. André hatte der Gedanke nie gefallen, dass sein Freund mit seinem Boss schlief, um voranzukommen, aber Mitch hatte ihm versichert, dass es nur vorübergehend war und dass man bestimmte Dinge in Washington nun mal so machen musste. Also hatte André zugesehen, wie das, was als einmalige Sache gedacht gewesen war, sich zu einer ausgewachsenen Affäre zwischen dem Senator und seinem jungen Angestellten entwickelt hatte. Zu sagen, dass es ihn störte, wäre die Untertreibung des Jahrtausends gewesen. Aber André war nun mal in Mitch verliebt und ebenso verliebt in das gemeinsame Luxusleben, das Mitch ihm für die Zukunft versprach. Es war kein Geheimnis, dass Mitch mit einer Menge Frauen aus dem Umfeld der Washingtoner Politik ausgegangen war, und das hatte André als Teil ihrer Tarnung auch akzeptiert. Aber Mitchs immer enger werdendes Verhältnis mit Senator Snyder fing irgendwann an, ihm mächtig auf den Keks zu gehen. Besonders als Mitch ganze Wochenenden wegblieb, oder wenn der Senator ihn mitten in der Nacht anrief und befahl, er solle seinen kleinen Arsch zu ihm rüberschwingen. Und schließlich hielt André es nicht länger aus. Wenn er Mitch nicht für sich haben konnte, dann wollte er auch nicht länger mit ihm zusammen sein. Es war schlimm genug, dass André die Tatsache, dass er schwul war, sowohl in der Anwaltskanzlei, in der er arbeitete, als auch vor seiner eigenen Familie verheimlichen musste. Aber vor dem Rest der Welt auch die tiefe Liebe, die er für Mitch empfand, verbergen zu müssen, war einfach zu viel für ihn. André Martin wollte so nicht weitermachen. Er wollte sich nicht mehr verstecken und stellte Mitch daher ein Ultimatum. Heute wusste er, dass er die Antwort seines Partners für den Rest seines Lebens mit gemischten Gefühlen im Kopf behalten würde. Mitch hatte erklärt, dass er bereits seit einigen Wochen versuchte, die Affäre abflauen zu lassen, aber je mehr er versuchte, sich zu lösen, desto seltsamer reagierte der Senator. Manchmal schien er distanziert und kalt, dann wieder verhörte er Mitch regelrecht wie ein Inquisitor. Er wurde launisch und rastete häufig aus, was Mitch zuvor nie erlebt hatte. Auch wenn man ihm oft über die berüchtigten Wutausbrüche Snyders berichtet hatte. Auch der Sex zwischen den beiden Männern wurde roher, sodass es Mitch fast schien, als wolle der Mann ihm sowohl körperlich als auch emotional wehtun. Dennoch war es ihm nach wie vor wichtig, sich im Guten vom Senator zu trennen, denn er fürchtete ansonsten, seinen Job zu verlieren. André war der Meinung, dass er Mitch wichtiger sein sollte als jeder Job. Und um seinem Partner das klarzumachen, zog er aus ihrem gemeinsamen Apartment aus. André wusste, dass es die richtige Entscheidung gewesen war, aber die Schuldgefühle verfolgten ihn bis heute. Mitch beteuerte immer wieder, wie sehr er André liebte und dass er mit ihm zusammen sein wollte, mehr als alles andere auf der Welt. Er sagte auch, dass er sicher war, dass der Senator bald mit ihm Schluss machen würde. Denn inzwischen behandelte er ihn so schlecht, dass Mitch sich nicht vorstellen konnte, dass er ihn noch lange um sich haben wollte. Schließlich kam der Tag, an dem er André versprach, dass er selbst Schluss machen würde, wenn der Senator das nicht binnen einer Woche getan hatte. Er bat André, ihm nur noch diese eine Woche zu geben, um die Sache zu einem anständigen Ende zu bringen. Und tief in seinem Herzen glaubte André Mitch. Seine Laune besserte sich schlagartig, und er beschloss, wieder in ihre gemeinsame Wohnung zu ziehen, sollte Mitch das Verhältnis tatsächlich bis zum Ende der kommenden Woche beenden. Er ging sogar so weit, für den späten Samstagabend einen Tisch in ihrem Lieblingsrestaurant Monroe's in Alexandria zu reservieren. Am Samstag saß André dann allein an dem kleinen Tisch, trank dort einsame Gläser Chardonnay und hatte ausreichend Zeit, über alles nachzudenken. Als er absolut sicher war, dass Mitch nicht mehr kommen würde, bezahlte er die Rechnung und verließ das Lokal. Er war inzwischen überzeugt, dass alles nur eine Lüge gewesen war. Mitch's Arbeit und seine Affäre mit dem Senator waren ihm letztendlich doch wichtiger als André. Er ging zu Fuß zurück zu dem Holiday Inn, in dem er wohnte, seit er Mitch verlassen hatte, und überredete dem Barkeeper, der gerade Feierabend machen wollte, ihm einen letzten Absacker zu kredenzen. André schüttete den Wodka-Tonic hinunter und spuckte ihn beinahe wieder aus, als der aufmerksame Mann hinter der Theke meinte, »Kumpel, was immer sie auch getan hat, du wirst irgendwann drüber hinwegkommen.« Nachdem er auch noch einen Teil der winzigen Fläschchen aus der rudimentären Minibar in seinem Zimmer gelehrt und sich selbst dafür verflucht hatte, sich in jemanden verliebt zu haben, dem er nicht wirklich viel bedeutete, fiel André in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Als er am nächsten Morgen aufwachte, brummte ihm der Schädel, aber das lenkte ihn wenigstens von seinem Herzleid ab. Er ging ins Bad, entfernte die Plastikhülle von einem der Zahnputzbecher, füllte ihn mit kaltem Wasser und nahm zwei Ibuprofen. Dann ging er zur Tür des Motels und bückte sich nach den Zeitungen, die im Zimmerpreis inbegriffen waren, USA Today und die Washington Post. Er warf die Zeitungen im Vorübergehen aufs Bett und ging erneut ins Bad. Vielleicht würde Zähneputzen ja helfen, dass er sich ein bisschen mehr wie ein Mensch fühlte. Es half nur bedingt. André setzte sich auf die Bettkante und überflog rasch die Speisekarte für den Zimmerservice, dann nahm er den Telefonhörer ab, um sich Frühstück zu bestellen. Ihm war immer noch zu übel und er führte sich auch zu elend, um in eins der umliegenden Cafés zu gehen. »Guten Morgen, Mr. Martin, mein Name ist Tabatha. Darf ich Ihre Bestellung aufnehmen?« »Ich weiß zwar nicht, wie gut der Morgen ist, Tabatha, aber meine Bestellung bekommen Sie auf jeden Fall.« Er fing an aufzuzählen, was er haben wollte, den Blick nur halb auf die Speisekarte gerichtet und halb auf die Aufmacher auf der Titelseite der Post. »Ich hätte gerne eine ganze Kanne Kaffee, zwei Eier und...« »Oh Gott, nein!« André hatte den kurzen Artikel unten in der Ecke entdeckt, in dem es um ein Drive-By-Shooting ging, bei dem am Vorabend zwei Menschen umgekommen waren. »Mitchell Conti, ein Assistent von Senator David Snyder und ein bisher noch unidentifizierter Mann, von dem die Polizei annahm, dass es sich um einen Freund Contis gehandelt hatte.« »Mr. Martin, ist alles in Ordnung?«, fragte die dem Hotelangestellten am Telefon. »Vergessen Sie die Bestellung!«, war alles, was André Martin herausbrachte, bevor er ins Bad hastete und sich übergab. Behutsam fragte André gemeinsame Freunde und Bekannte aus, um zu rekonstruieren, was Mitch gemacht hatte, bevor er in die Schießerei geraten war. Alle sagten, dass Mitch in letzter Zeit ziemlich deprimiert und schlecht drauf gewesen war, weil er im Job Probleme hatte und weil André ihn verlassen hatte. Wie es schien, war Mitch mit seinem Kumpel Simon unterwegs gewesen und hatte nach einem besonderen Geschenk für André gesucht, als sie in die Schießerei gerieten. Die Polizei nahm an, dass es sich um einen klassischen Fall von »Zur falschen Zeit am falschen Ort« handelte und Mitch und Simon nur zufällig in den Kugelhage geraten waren. Aber die zuständigen Behörden fanden nicht heraus, wer die Todesschützen waren oder wem die Schüsse eigentlich gegolten hatten. Zu Beginn gab es zwar einen öffentlichen Aufschrei über die Tat, aber irgendwann waren Mitch und Simon nur zwei Leichen unter vielen in der Polizeistatistik. Das galt allerdings nicht für André Martin. Etwas war faul in der Hauptstadt der Demokratie. Die ganze Geschichte stank zum Himmel. Es gab widersprüchliche Aussagen zu den Schützen und ihrem Wagen und nichts Handfestes zu den eigentlichen Zielen. Je mehr André sich damit beschäftigte, desto überzeugter war er, dass die Schießerei kein Unfall gewesen war. Er dachte ständig über all die Dinge nach, die Mitch ihm über Senator Snyder erzählt hatte. Dass er nie einen Kampf verlor und niemand wagte, sich ihm in den Weg zu stellen. Und er erinnerte sich auch genau an die letzte Nachricht, die Mitch ihm im Holiday Inn hinterlassen hatte. Er hatte gesagt, dass er vielleicht endlich einen Weg gefunden hatte, den Senator dazu zu bringen, das Verhältnis zu beenden, ohne dabei gleichzeitig seinen Job zu verlieren. Mitch hatte großspurig hinzugefügt, dass er womöglich sogar mit einer Beförderung rechnen konnte. Dann würden sie feiern, dass sie endlich wieder ein normales Leben zu zweit führen konnten. War Mitch dumm genug gewesen zu glauben, dass er den Senator erpressen konnte? Hatte er wirklich gedacht, auf diese Weise seinen Job zu behalten und den jähzornigen Liebhaber loszuwerden und zum Dank für die Erpressung auch noch befördert zu werden? Irgendwie klang das verdammt nach einem von Mitch's halsbrecherischen Plänen. Er hatte sich immer für schlauer als alle anderen gehalten. Mehr als einmal hatte André ihm gesagt, dass er mit seiner Selbstüberschätzung nochmal richtig auf die Nase fallen würde. Was auch immer Mitch gedacht hatte, gegen den Senator in der Hand zu haben, womit er auch immer ihn erpressen wollte, es hätte ihm doch klar sein müssen, dass er gegen diesen Mann nicht gewinnen konnte. Je länger André darüber nachdachte, desto mehr Sinn ergab die Schießerei, wenn man annahm, dass Mitch von Anfang an das Ziel gewesen war. Und je mehr Sinn seine Sicht auf die Dinge machte, desto entschlossener war er, den Tod von Mitch Conti zu rächen. Es war nicht ganz einfach gewesen, an den Senator heranzukommen. Aber schließlich war es André gelungen. Er mochte nicht über Mitch's Kontakte in der hauptstädtischen Politik verfügen, aber er war sehr gut darin, Informationen einzuholen und hatte sehr schnell eine Akte über den New Yorker Senator und die Dinge, die ihm an seinen kalten Herzen lagen, zusammengestellt. Es dauerte einige Monate, aber dann verschaffte ihm die Ehefrau eines Partners der Kanzlei eine Einladung zum Ball für die langjährigen Mitglieder des Internationalen Diplomatenforums. Bei dieser hochformellen Veranstaltung machte André in seinem Smoking eine ebenso gute Figur, wie Mitch es getan hätte. Er trank sich zuvor mit ein paar Martinis Mut an, bis er überzeugt war, dass er den Senator verfügen konnte. Und der hatte tatsächlich ein Auge auf ihn geworfen, aber es waren noch einige weitere zufällige Begegnungen zu wichtigen gesellschaftlichen Anlässen notwendig, bevor die beiden Männer endlich ein echtes Gespräch führten, das über Smalltalk hinausging. Als sie dann ihr erstes Date hatten, war André so clever, sich zu zieren, und gab sich unbeeindruckt von der Macht und dem luxuriösen Lebensstil des Senators. Er hatte ihn an der Angel. Aber seine gespierte Unnahbarkeit versenkte den Haken noch tiefer im Fleisch des anderen Mannes. Snyder war schon bald vollkommen hingerissen von André und konnte kaum genug von ihm bekommen. Er wollte ihn ständig um sich haben, und er wies sich als eifersüchtig und sehr unsicher. In letzter Zeit hatte Snyder angespannt gewirkt. Einem zufälligen Beobachter wären die Anzeichen gar nicht aufgefallen. Aber André hatte das Verhalten des Mannes lange genug studiert, um zu wissen, dass etwas im Busch war. Und was immer es auch sein mochte, es musste sich um eine richtig große Sache handeln. Seine Erfahrung als Anwalt sagte André, dass er sich eine Menge Ärger einhandeln konnte, während er im Leben eines der mächtigsten Senatoren des Landes herumschnüffelte. Aber ihm ging es ja nicht um Staatsgeheimnisse. Er suchte vielmehr nach den privaten Geheimnissen des Mannes, von dem er wusste, dass er Dreck am Stecken hatte. Er wusste, dass er für den Tod von Mitch und Simon verantwortlich war, und André wollte ihn dieser Morde überführen oder etwas anderes ans Licht bringen, das ihm ebenfalls den Hals brechen würde. Aber er wusste ebenso gut, dass ihn genauso schnell ein Unfall ereilen konnte wie Mitch und Simon, sollte Snyder ihm je auf die Schliche kommen. Als der Senator sich nach dem ersten seltsamen Telefonanruf gegen Mitternacht aus dem Haus geschlichen hatte, war André klar gewesen, dass da gerade etwas Wichtiges geschah. Er war durch eine Seitentür ins Freie getreten und hatte gesehen, wie der Senator einen halben Block die Straße runter ein Taxi herangewunken hatte. Bei dem heftigen Regen war es schwer, irgendwas genau zu erkennen, aber er merkte sich die Nummer des Taxis und nahm sich gleich darauf selbst eines. Der Senator hatte es eilig und dachte offenbar kaum an die Möglichkeit, dass er verfolgt werden könnte. Dem Fahrer von Andrés Taxi fiel es nicht schwer, am Wagen des Senators dran zu bleiben. Als dieser eine halbe Stunde später in einer feinen Wohngegend in McLean in Virginia von der Hauptstraße abbog, wusste André, wo seine Beute hin wollte. Er bat seinen Fahrer anzuhalten und beobachtete, wie der Chauffeur des anderen Wagens in die Gegensprechanlage vor dem großen schmiedeeisernen Tor eines Wohnhauses im klassischen Stil spätes neunzehntes Jahrhundert hineinsprach. Wenige Augenblicke später öffnete sich das Tor und Snyders Taxi fuhr hindurch. André hatte genug gesehen und bat seinen Fahrer, ihn zum Ausgangspunkt zurückzubringen. Dann lag er den Rest der Nacht wach, tat aber, als ob er schlief, als der Senator zurückkehrte. Er regte sich nicht, bis Snyder aufstand und nach unten ging, um den zweiten Anruf entgegenzunehmen. Und nun legte André im wolkenverhangenen Licht des frühen Morgens, sachte den Hörer des schwarzen Telefons wieder auf und rückte auf seine Seite des Bettes hinüber. Er dachte über die Bedeutung dessen nach, was er gerade gehört hatte. Es war an der Zeit, aufzustehen. Und er hoffte, dass eine heiße Dusche helfen würde, seine Nerven zu beruhigen. Er ging ins angrenzende Bad und spürte die Hitze gar nicht, die von der Fußbodenheizung unter den Fliesen ausging. Er drehte den Temperaturknauf auf heiß und stieg unter die Dusche, wo er sich mit der Zitronenhonigseife schrubbte, die der Senator so gerne mochte. Snyder umgab sich gerne mit wohlriechenden Pflegeprodukten. In seinem Kopf wirbelte alles durcheinander. Und er war so vertieft in seine wilden Gedanken, dass er überhaupt nicht bemerkte, dass sein Liebhaber das Badezimmer betreten hatte, bis die Tür zur Duschkabine aufschwang. André, ich glaube, du und ich sollten uns mal unterhalten. 20 Als Harworth und Holmbeck wieder am Fuß der Todesrinne angelangt waren, wartete eine Pistenraupe, die sie zurück zur Kommandozentrale brachte. Sie stiegen ein und, als das Gefährt sich in Bewegung gesetzt hatte, holte Holmbeck einen Stapel Polaroids aus seiner Jackentasche und reichte sie Harworth. Hast du so eins schon mal gesehen? Vielleicht in deiner Zeit als SEAL? Harworth betrachtete das erste Foto genau. Es handelte sich um eine weißgestrichene Kiste, die ihn sofort an einen Lautsprecher denken ließ. Genauer gesagt an einen Surround-Sound-Subwoofer. Auf dem Bild sah es so aus, als ob man sie im Schnee vergraben gefunden hatte. Scott sah sich die restlichen Bilder an, die das Ding aus verschiedenen Winkeln zeigten. Auf manchen Fotos war die Kiste teilweise hinter den Ästen der Kiefer verborgen, unter der sie stand. Ich weiß nicht. Sieht aus wie eine weiße Box, sagte Harworth, als er Holmbeck die Bilder zurückgab. Als unsere Leute sie gefunden haben, hatten wir erst auch keine Ahnung, was es war. Das Bauchgefühl sagte uns, dass es ein Sprengsatz sein könnte. Also haben wir sofort die Bombentechnik heraufgeschickt. Wo rauf? Zur Todesrinne? fragte Scott und zeigte mit dem Daumen über seine Schulter zu. Zurück. Ich dachte, das FBI wäre jetzt zuständig dafür. Ist es ja auch. Aber wir befanden uns außerhalb des abgesperrten Tatorts, unter dem Vorwand, nach weiteren vermissten Agenten zu suchen, die womöglich überlebt hatten. Aber Sie haben doch gesagt, dass Sie alle gefunden haben und dass alle tot sind. Ja, stimmt. Aber diese Information hatten wir da noch nicht ans FBI weitergegeben. Passen Sie auf, Scott. Ich habe Ihnen da oben Vorhaltungen gemacht, weil das meine Aufgabe ist, aber ganz im Vertrauen. Von dem Agenten habe ich schon gehört. Zuschnitt. Ihm eilt der Ruf voraus, ein echter Scheißkerl zu sein. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso man ihn eingeteilt hat, den Tatort zu bewahren. Denken Sie doch mal drüber nach. Nicht gerade der begehrteste Job, stundenlang in der Affenkälte zu stehen und Däumchen zu drehen. Harveth musste lachen bei dem Gedanken. Es war das erste Mal an diesem Morgen, dass er lachen konnte. Da haben Sie wohl recht. Klar habe ich recht. Und jetzt schauen Sie sich die hier mal an. Und damit zog er einen neuen Stapel Polaroids aus seiner anderen Jackentasche. Sobald wir ausschließen konnten, dass es sich um einen Sprengsatz gehandelt hat, haben wir entdeckt, dass das Ding rundum mit Platten verkleidet war, die man abnehmen kann. Scott betrachtete die Bilder mit neu erwachtem Interesse. Sie zeigten jeweils einen Teil des Innenlebens der Box, immer von einer anderen Seite. In dem weißen Würfel verbarg sich ein Haufen eng gestapelter Elektronik. Das sieht aus, als hätte ein Supercomputer etwas Schlechtes gegessen und die Box wäre seine Kotztüte. Da sind ja mindestens hundert Platinen auf engstem Raum. Wie soll denn dazwischen die Luft noch zirkulieren? Was immer das Ding kann, sowas würde doch sofort überhitzen, wenn es an ist, es sei denn... Man vergräbt es im Schnee, beendete Hollenbeck den Satz, denn er hatte diese Schlussfolgerung längst gezogen. Wie ein Magier zog er jetzt noch mehr Bilder aus seiner Tasche und kommentierte sie, während er sie Scott nacheinander zeigte. Die Legierung der Außenverkleidung hat wahrscheinlich geholfen, die Kälte zirkulieren zu lassen. Es gibt doch ein paar kleine Ventilatoren da drin und eine Reihe von Röhren mit abgeschirmten Lüftungslöchern. Ah, die haben wohl als Kühlsystem gedient. Haben Sie schon irgendeine Idee, wozu das Ding gut sein könnte? Scott zeigte auf das letzte Bild, das Hollenbeck in der Hand hielt. Nach diesem Bild zu urteilen, würde ich sagen, dass es sich um eine kleine, unauffällige Antenne handelt. Ihre Leute sollten sich mal die Spitze dieser Kiefer anschauen, unter der sie den Kasten gefunden haben. Ich wette, da oben finden Sie einen getarnten Sender mit Verstärker. Ja, das ist exakt, was wir gefunden haben. Wir haben hier also einen Funksender oder sowas. Ich könnte wetten, das Ding ist der Grund für die Störungen und Ausfälle unserer Funkgeräte. Wieder korrekt. Wir haben es stillgelegt und sofort kam der Funk wieder glasklar durch. Die gesamte Kommunikation hat wieder einwandfrei funktioniert. Und was sagen Sie hierzu? wollte Hollenbeck wissen, während er Scott ein weiteres Bild reichte. Harbeth sah sich das Foto genau an. Die Schrift sieht aus wie koreanisch. Die Komplexität des Geräts bringt mich zu dem Schluss, dass es von unseren Freunden aus dem Norden stammt. Die meisten der Komponenten sind wahrscheinlich aus Taiwan. Aber die Konstruktion und der Aufbau deuten auf Nordkorea hin. Unser Funktechniker hat sich das Ding genauer angeschaut. Und dann habe ich Jim Bates und einige seiner Kommunikationsexperten aus dem Weißen Haus mit draufgenommen, damit sie einen Blick drauf werfen. Die haben noch nie etwas in dieser Art gesehen. Aber alle sind sich einig, dass es ein sehr ausgeklügelter Störsender ist. Aber wieso hat es all unsere Hightech-Geräte gestört und den primitiven CB-Funk durchgelassen? Hm, vielleicht waren sie nicht nah genug dran, oder? Tom, die Entfernung hatte nichts damit zu tun. Unsere Funkgeräte sind in immer kürzeren Zeitabständen ausgefallen. Und dann gingen sie wieder. Und all das, während wir auf den Hauptpisten von Deer Valley unterwegs waren. Wenn das gesamte Gelände gestört worden wäre, hätten auch die CB-Funkgeräte nicht mehr funktioniert. Die andere Möglichkeit, die Bates und die Jungs von der WHCA in den Raum geworfen haben, ist, dass dieser Apparat so eingestellt werden kann, dass er nur bestimmte Frequenzen stört. Und dass auch die Zeitintervalle programmiert werden können. Eine Minute ran, 20 Minuten aus. Erwiderte Scott, aber er sagte es mehr zu sich selbst als zu Hornbeck. Auf diese Weise ist uns gar nicht aufgefallen, dass etwas nicht stimmt. Mal an, mal aus. Das sollte uns denken lassen, dass es sich um natürliche Ursachen für die Störung handelte. Ja, denke ich auch. Aber dazu müsste man ja vorher wissen, welche Frequenzen der Secret Service nutzen würde. Und das ist ein gut gehütetes Geheimnis. Ganz genau. Das bedeutet, wer immer den Störsender programmiert hat, muss über interne Informationen verfügen. Und zwar nicht nur, was unsere Frequenzen angeht, sondern auch die von Dear Valley und die der Westen. Na ja, an die Daten zu Dear Valley heranzukommen, sollte nicht allzu schwer sein, aber an unsere? Wollen Sie damit andeuten, wir haben eine undichte Stelle? Das kann doch nicht sein. Völlig unmöglich. Ich möchte, dass Sie kein Wort darüber verlieren, Scott. Verstanden? Ich will hier keine Hexenjagd eröffnen. Keine Sorge. Die Büchse der Pandora wird sich von ganz alleine öffnen. Da brauchen wir gar nichts zu sagen. Ich würde mir an Ihrer Stelle eher Gedanken darüber machen, wie Sie sie wieder schließen wollen. Einundzwanzig. Eine Million Dinge schossen Scott durch den Kopf, während er und Hollenbeck den Rest der Fahrt schweigend verbrachten. Er fühlte sich wie das Gemälde der Schrei. Seine Gedanken waren ein chaotisches Durcheinander. Nur ein Satz wiederholte sich unablässig. Du bist nur so stark wie dein schwächstes Glied. Der Gedanke, dass jemand aus seinem Team Informationen an irgendwen weitergegeben hatte, erst recht an jemanden mit feindlichen Absichten, war kaum zu fassen. Vielleicht gibt es aber auch gar keine undichte Stelle. Vielleicht sind die auf andere Weise daran gekommen. Dann versuchte er, sich zu beruhigen. Aber das Problem war, wenn man den Gedanken an einen Maulwurf oder Verräter einmal zuließ, dann konnte man an nichts anderes mehr denken. Es war schwierig, die anderen Möglichkeiten dann noch im Blick zu haben. Als die Pistenrappe anhielt, warteten Hollenbeck und Harwith nicht darauf, dass der Fahrer ausstieg und ihnen die Tür zur hinteren Kabine öffnete. Sie waren bereits auf dem Weg in die Kommandozentrale, bevor der Mann ganz aus seiner Führerkabine geklettert war. Tom, kann ich meine SIG zurückhaben? Bart Harwith, der annahm, dass jemand seine Waffe sicher verstaut hatte, als man ihn gestern bewusstlos herbrachte. Solange Sie versprechen, damit keinen FBI-Agenten zu erschießen. Sie ist im Sicherheitsschrank in der Zentrale. Longo ist dafür verantwortlich, also müssen Sie nur bei ihm unterschreiben. Scott ging zu dem extragroßen Winnebago Wohnmobil, das aus dem Bundesfuhrpark in Las Vegas stammte, und als Kommunikations- und Kommandozentrale für den Skiurlaub des Präsidenten fungierte. Das Haus, in dem der Präsident und seine Tochter untergekommen waren, war zwar ebenfalls voller Agenten und elektronischer Geräte, aber das riesige Gefährt, das nur 15 Meter entfernt parkte, stellte das Nervenzentrum der Operation dar. Scott fand Longo ganz hinten im Wohnmobil, über einen Laptop gebeugt und eifrig tippend. Hollenbeck hat gesagt, dass ich mir meine SIG bei Ihnen abholen kann. Irre was? Longo war abgelenkt, denn er verfasste gerade einen Bericht. Die schriftlichen Berichte waren das Einzige, an das sie Scott nie hatte gewöhnen können. Der Südglitz-Service liebte Papierkram zu sehr. Meine SIG Sauer! Sie ist etwa so lang, erklärte Howeth und zeigte die Länge mit den Händen. Grau-Schwarz und wenn man den Abzug drückt, feuert sie diese Dinger ab, die wir Patronen nennen. Wenn Sie sich einen Apfel holen gehen und ihn auf Ihren Kopf setzen, dann zeige ich Ihnen gerne auch, wie sie funktioniert. Sehr komisch. Dann bin ich ja froh, dass der Unfall Ihrem Sinn für Humor nicht geschadet hat. Tut mir leid, die Leute von der WHCA gehen mir auf die Nerven mit ihren detaillierten Fragen. Ich muss jetzt ganz genau auflisten, wann welches Funkgerät ausgefallen ist und welche Signale wir noch empfangen haben. Dieser Bericht kostet immens viel Zeit. Seit wann geben denn die Kommunikationsspezialisten des Weißen Hauses dem Secret Service Befehle? Die gehören zum Verteidigungsministerium, auch wenn sie in Zivil unterwegs sind. Ronnbeck hat gesagt, wir sollen mit allen kooperieren. Er ist ziemlich besorgt, wie der Secret Service dastehen wird. Ach was. Er macht sich ins Hemd, weil wir jetzt schon dastehen wie Vollidioten in dieser Sache. Wir haben den Präsidenten verloren. Ich kann's immer noch nicht fassen. Jetzt schickt das FBI seinen besten Bluthund und der bringt das Geiselbefreiungsteam mit. Die Special Agents von der Außenstelle des FBI in Salt Lake führen sich hier auf, als wären sie auf dem Kriegspfad. Und die vom lokalen Secret Service genauso. Ich ziehe bloß den Kopf ein, damit ihm mir keiner abschlägt. Keine Sorge, Chris. Sie werden Ihren Kopf nicht verlieren. Das, denken Sie? Harworth. Ich sage das nur ungern. Aber mehr als zwei Dutzend Agenten sind tot. Oder werden noch vermisst? Der Präsident ist weg. Und wir haben so gut wie keine Indizien. Es werden garantiert Köpfe rollen. Sie wissen, dass ich Sie gut leiden kann, aber als Leiter der Vorausmannschaft und des Personenschutzes sehen Sie am meisten aus, als wären Sie mit König Heinrich verheiratet. Dieser Spruch bezog sich auf den britischen König Heinrich VIII, der gleich mehrere seiner Ehefrauen hatte Köpfen lassen, nachdem er ihrer überdrüssig geworden war. Chris hätte das gar nicht so deutlich zu sagen brauchen. Der Gedanke war nur einer von vielen, die Harworth die ganze Zeit durch den Kopf schwirrten, verbunden mit den schwerwiegenden Schuldgefühlen und der Trauer um die toten Kollegen. Scotts einzige Hoffnung, mit heiler Haut und Karriere aus dieser Sache wieder rauszukommen, bestand darin, dass er dabei half, entscheidende Hinweise zu beschaffen, die Schuldigen zu finden oder, zumindest wesentlich, an der Aufklärung beteiligt zu sein. Hier ist Ihre Waffe, sagte Longo, als er sie aus dem Schrank holte und auf den Tisch legte. Erreichte Harworth ein Klemmbrett. Hier, unterschreiben. Scott legte sich sein Holster um, gab Longo das unterschriebene Formular zurück und ging zur Tür. Sie wissen, dass man eine Abfindung früher als Trennungsgeld bezeichnet hat. »Und wo der Begriff herkommt, nicht wahr?«, sagte Longo und hängte das Klemmbrett an einen Haken im Inneren des Sicherheitsschranks, bevor er ihn wieder abschloss. »Mein. Aber Sie werden's mir sicher gleich erzählen.« 22. Scott fand Vance Boysen und Nick Slettery am Rand des Grundstücks. Sie lehnten an der Ladefläche eines der Deer Valley-Fahrzeuge zur Lawinenkontrolle, das zu diesem Zweck eine Haubitze geladen hatte und überprüften ihre Ausrüstung auf Vollständigkeit. Scott kannte Vance noch aus seiner Zeit beim Freestyle-Ski-Team. Sie hatten sich damals angefreundet, und als Scott vor dem Besuch des Präsidenten die Umgebung von Deer Valley unter die Lupe nahm, hatte Vance ihm alle notwendigen Türen geöffnet. Jetzt sah Vance ihn näher kommen und ließ alle stehen und liegen, um ihn zu begrüßen. »Hey, Scott! Wie geht es dir, Mann?« »Ging mir schon mal besser, danke«, erwiderte Scott. »Wir haben gehört, dass du eine ganz schöne Bruchlandung hingelegt hast. War nicht viel schlimmer als die Stürze früher beim Springen.« Nick gesettte sich zu ihnen und fragte, »gibt es schon irgendwas Neues?« »Da oben wimmelt es von Sanitätern, aber wir haben bisher keinen Krankentransport runterkommen sehen. Kein gutes Zeichen.« »Nein, alles andere als gut«, nickte Scott. »Hört mal, könnt ihr meinen Gefallen tun? Jetzt ist das Wetter ja nicht mehr ganz so schlimm. Können wir mit eurem Hubschrauber auf den Berg?« Vance sah zu Nick hinüber, bevor er antwortete. »Klar, wo musst du hin?« »Ich möchte zum Squaw Peak rauf, damit ich mir die Stelle ansehen kann, an der die Lawine ausgelöst wurde.« Nick sucht scharf die Luft ein. »Der Sheriff hat uns gesagt, dass das Gebiet bis auf Weiteres gesperrt ist.« »Ich übernehme die volle Verantwortung. Der Sheriff muss davon auch gar nichts wissen. Und wenn er irgendwas sagt, dann erklärt ihm einfach, dass der Secret Service euch befohlen hat, einen seiner Agenten für weitere Ermittlungen da hochzubringen.« »Agent Howell. Sie sind ein netter Kerl. Und all das, aber ich«, Vance unterbrach seinen Kollegen Nick. »Schon klar. Natürlich willst du dich nicht in staatliche Ermittlungen einmischen. Wenn Scott sagt, dass er rauf zum Gipfel muss, dann muss er dahin. Von Anfang an hat man uns immer wieder eingeschärft, dass wir den Secret Service mit allen verfügbaren Mitteln und Leuten unterstützen sollen. Und jetzt braucht dieser Agent Unterstützung. Also bekommt er sie auch.« Vance zwinkerte Scott zu und drängte. »Steig schon ein.« Der Einsatzhubschrauber von Deer Valley war schon startbereit, als sie von der Zufahrtsstraße auf den Hubschrauberlandeplatz abbogen. Auf der kurzen Fahrt unterhielten sich Scott und Vance darüber, welcher Ausrüstung sie auf dem Gipfel benötigen. Das meiste davon hatte der Hubschrauber sowieso immer geladen, aber als sie den Wagen parkten, rief Vance über das Brüllen der Rotoren hinweg Nick noch einige Instruktionen zu. Der Hubschrauber erhob sich rasch in die Luft, und als Scott nach unten sah, bot sich ihm ein Bild wuselnder Geschäftigkeit. Die Route, die sie zum Landeplatz genommen hatten, lag abseits der Hauptwege. Aber von hier oben konnte Scott jetzt die Ansammlung von Rettungsfahrzeugen und Sendewagen der Nachrichtenstationen ausmachen, die überall chaotisch am Straßenrand parkten. Während der Hubschrauber immer höher stieg, sprach Scott mit Vance über die Einzelheiten der fatalen Lawine und zog gleichzeitig die gelbgrüne Skihose an, die Nick aus dem Truck mitgebracht hatte. Bisher hatte man alle vom Gipfel ferngehalten. Nicht einmal die Experten im Zentrum für Lawinenvorhersage waren oben gewesen, um ihre Untersuchungen anzustellen. Jede Aussage zum Ablauf basierte auf Annahmen. Es war sehr viel Schnee gefallen, und Lawinen kamen in den Bergen eben manchmal vor. Der Schnee sammelt sich so lange an den Felswänden, bis ein Haufen unter seinem eigenen Gewicht zu bröckeln anfängt und in die physikalisch-logische Richtung fällt, nämlich geradewegs nach unten. Da ist wirklich nichts Ungewöhnliches dran, sagte Nick in das Mikrofon seines Headshots. Es geht nicht um die bloße Tatsache, dass es eine Lawine gab, sondern um den Zeitpunkt und die Stärke dieser Lawine, erklärte Scott, der jetzt den Gipfel vor ihnen aufragen sah. Kann der Pilot nah genug heranfliegen, dass ich mir einen guten Überblick über die Felswand verschaffen kann? Nein, das geht nicht. Wir wissen nicht, wie instabil der Schnee ist, und der Wind der Rotoren könnte einen erneuten Abgang auslösen. Auf der anderen Seite gibt es ein kleines Plateau, ganz nah am Gipfel. Da kann er landen, und wir können uns zu Fuß auf diese Seite vorarbeiten. Bairns drehte sich auf dem Co-Pilotensitz um, sodass er Scott für seine nächste Frage ins Gesicht sehen konnte. Denkst du, du schaffst das? Mach dir keine Sorgen um mich. Bring uns einfach dahin. Die Wanderung zur Felswand war nicht so einfach gewesen, wie Scott gehofft hatte. Auf dieser Höhe wehte der Wind viermal stärker als im Tal, und der Hubschrauberpilot hatte drei Anläufe gebraucht, bis er es schaffte, auf dem kleinen Plateau zu landen. Inzwischen fühlte Scott verkälte seine Finger kaum noch, und die Schmerzen in seinen Muskeln wurden von Minute zu Minute schlimmer. Als der Wind noch stärker wurde, schlug Nick vor, dass sie sich zur Sicherheit anseihen sollten. Bairns reichte Scott das Ende des Seils und fragte, »Wonach genau suchen wir oben eigentlich?« »Pornografie«, erwiderte Scott. Die beiden anderen Männer hielten inne und starrten ihn verständnislos an. »Pornografie?« »Das sagt man bei uns so. Es ist schwer, eine klare, eindeutige Definition von Pornografie zu formulieren, aber ich erkenne sie, wenn ich sie sehe. Und genauso weiß ich, wonach wir suchen, wenn ich es sehe.« Die drei Männer umrundeten den Gipfel auf dem schmalen Kammweg und näherten sich der Felswand, von der die Lawine abgegangen war. Bairns ging voran, gefolgt von Scott, und zuletzt kam Nick. Harvith ließ den Blick die ganze Zeit angestrengt hinauf- und hinunterwandern, immer auf der Suche nach irgendetwas Ungewöhnlichem. Dann hob er die Hand und rief Bairns zu, stehen zu bleiben. Seine Mitkletterer kamen zu ihm und blieben zu beiden Seiten stehen. »Seht ihr das?« fragte Scott und zeigte auf eine kleine Spalte direkt über ihren Köpfen, in der ganz offensichtlich etwas in den Stein geschlagen worden war. »Ja, sicher«, erwiderte Nick. »Sieht aus, als wäre hier oben jemand herumgeklettert, und zwar erst vor relativ kurzer Zeit«, befand Bairns. »Dieses Gebiet ist aber eigentlich tabu.« »Richtig?«, wollte Scott wissen. Bairns antwortete als erstes. »Ja, ist es immer, besonders im Winter, und jetzt erst recht wegen dem Besuch des Präsidenten. Du hast doch selbst die Order ausgegeben, dass keiner unserer Leute hier rauf durfte, es sei denn in Begleitung von einem deiner Männer.« »Aber ist einer eurer Leute hier oben gewesen?« »Der hätte sich entweder bei mir oder bei Nick die Erlaubnis abholen müssen, und soweit ich weiß, gibt es keine Anfrage, also haben wir es auch niemandem erlaubt.« Scott sah Nick zur Bestätigung an und der nickte zustimmend. Fünfzehn Meter weiter unten konnte Scott den Überhang aus Schnee und Eis und das Schneebrett sehen, von dem die Lawine abgebrochen war. Die Stelle war nicht schwer zu erkennen, da die Schneehöhe ober- und unterhalb des Überhangs völlig unterschiedlich war. Bairns folgte seinem Blick und sagte trocken, »Lass mich raten. Ja, das muss ich mir genauer ansehen.« Nick nahm den Rucksack von seinen Schultern, da er wusste, dass die anderen ihn sowieso überstimmen würden, egal was er sagte, und holte die Seilrollen heraus, die sie mitgebracht hatten. Er überließ es Vance, Agent Howarth zur Vernunft zu bringen, während beide ihre Sicherungsseile lösten. »Scott, wir haben keine Ahnung, wie stabil oder instabil diese Schneebretter unten sein mag. Noch ein Grund mehr, jetzt gleich dorthin zu gehen. Kannst du mir erklären, was du dort zu finden hoffst?« »Ich will nicht ins Detail gehen, Bairns, aber ich glaube nicht, dass die Lawine von selbst abgegangen ist. Ich glaube, dass jemand nachgeholfen hat.« »Was? Du glaubst, dass jemand mit Absicht eine Lawine ausgelöst hat?« »Warum sollte jemand sowas tun?« »Ich kann das noch nicht abschließend beantworten, aber so langsam ergibt sich ein Bild. Siehst du das?« Scott wies auf Nick, der klugerweise eine neue Stelle in der Felsspalte gewählt hatte, um einen Kletterhaken einzuschlagen. Natürlich wollte er den Bereich meiden, auf den Howarth sie zuvor hingewiesen hatte. Ich glaube, dass jemand von nicht allzu langer Zeit hier oben war, einen oder mehrere Kletterhaken in den Fels geschlagen hat, je nachdem, wie viel Sicherung notwendig war, und dann auf diese Weise an der Felswand nach unten geklettert ist. »Aber das ist verrückt. Kein Amateur oder Tourenkletterer hätte das gemacht.« »Wer hat denn irgendwas von Amateuren gesagt?« »Diese Leute waren Profis.« »Nehmen wir mal an, das stimmt. Woher weißt du denn, dass diese Kletterei die Lawine ausgelöst hat?« »Ich glaube nicht, dass das Klettern sie ausgelöst hat. Um ehrlich zu sein, bin ich sicher, dass derjenige, der für die Lawine verantwortlich ist, längst über alle Berge war, als sie abging. »Alles bereit da oben, Nick?« Nick hob den Daumen. Er hatte ein paar mehr Kletterhaken als nötig in den Fels geschlagen, um auf Nummer sicher zu gehen, und jetzt warf er Howarth eine neue Seilrolle zu, mit der er sich beim Abstieg selbst sichern konnte. »Hier, nimm den,« sagte Howarth, als er Nick einen orangefarbenen Wachsmalstift zuwarf, den er aus der Kommandozentrale mitgenommen hatte. »Markiere bitte alle Haken, die du eingeschlagen hast, mit dem Stift, damit die Ermitter später unterscheiden können, welche von dir stammen und welche schon da waren, bevor wir gekommen sind.« Nick nickte und markierte jeden seiner Haken mit einem großen X. Scott führte das Seil durch den Metallring an seinem Geschirr und warf die Rolle in seiner rechten Hand über die Felskante, sodass sie an der Bergwand hinabbaumelte. Vance befestigte ein Sicherheitsseil am Geschirr und gab Scott letzte Instruktion. »Sieht aus, als wüsstest du, was du tust. Ich nehme an, du hast dich schon mal abgeseilt.« »Mehr als einmal. Und von mehr unterschiedlichen Sachen, als du dir überhaupt vorstellen kannst,« grinste Scott. »Trotzdem wird das hier ein bisschen anders. Da wir keine Ahnung haben, wie stabil das Schneebrett ist, kannst du keine großen Sprünge machen oder dich wie üblich vom Berg abstoßen. Du musst ganz langsam rückwärts runtergehen. Setze jeden Fuß mit größter Vorsicht und achte auf jedes Knacken und Krachen, das darauf hinweisen könnte, dass sich der Überhang bewegt oder abbricht. Verstanden?« »Ja, verstanden«, bestätigte Scott und drehte der Weite und dem Tal tief unter sich den Rücken zu. Er schaute zu Nick hinauf und fragte, »Gesichert?« »Gesichert«, echote Nick. »Abstieg«, meldete Scott. Und Nick antwortete im Bergsteigerjargon, »Abstieg beginnt!« Ganz langsam lehnte Scott sich in seinem Geschirr nach hinten und bewegte sich mit winzigen Schritten über den Rand des Grats hinaus, bis er auf dem vereisten Berghang stand. Rasch hintereinander ballte er ein paar Mal die Fäuste und lockerte sie wieder, um seine kältesteifen Finger aufzuwärmen, bevor er langsam das Seil spannte. Während Scott sich langsam an der Felswand abseite und jeden Schritt mit Bedacht setzte, gab Nick immer ausreichend Seil nah. Harwith bemerkte kleine Einbuchtungen im Schnee, bei denen es sich um Fußstapfen handeln konnte, aber ebenso gut auch um kleine, verwehte Krater im Fels. Es war schwer zu sagen. Der Abstieg schien ewig zu dauern. Nach jedem Schritt hielt er inne und lauschte, bevor er sachte das Gewicht auf den nächsten Fuß verlagerte. Scotts schmerzender Körper machte die Tortur mit, aber seine Muskeln protestierten dagegen. Ein kleines Lächeln stahl sich auf seine Lippen, als er sich vorstellte, was Dr. Travick gesagt hätte, wenn Scott um Erlaubnis gebeten hätte, einen Berg zu besteigen. Er hätte ihn wahrscheinlich umgehend für verrückt erklären lassen. Während seines Abstiegs vergaß Scott nicht, nach weiteren Auffälligkeiten Ausschau zu halten. Er achtete besonders auf die seltsamen Mulden, die etwa einen Meter links von ihm eine Spur im Schnee markierten. Sie waren zugleichförmig, um auf natürliche Weise entstanden zu sein. Aber er glaubte auch nicht, dass es Fußstapfen waren, denn dazu schienen sie viel zu klein. Dann begriff er. Scott betrachtete seine eigenen Spuren, die er beim Abstieg bisher hinterlassen hatte. Sie waren ungefähr halb so groß wie normale Fußspuren, und das aus gutem Grund. Als sie aus dem Hubschrauber ausgestiegen waren, hatte Vance ihm ein paar Steigeisen gegeben. Die scharfen Metallzähne, die man sich über die Stiefel zog und festzurrte, musste jeder Bergsteiger im Schnee tragen, und selbst ein strohdummer Anfänger würde nicht ohne die Dinger versuchen, eine vereiste und schneebedeckte Oberfläche in Angriff zu nehmen. Wer immer die Spuren links von Scotts Route hinterlassen hatte, wusste genau, dass er oder sie längst Hunderte, vielleicht tausende Kilometer weit weg wäre, wenn man sie entdeckte. Scott näherte sich der Kante des Überhangs, von dem die Lawine abgegangen war. Wieder folgte sein Blick den Spuren, die der Phantomkletterer hinterlassen hatte. Sie entfernten sich von seiner schnurgeraden Abstiegshute. Er suchte sein Gleichgewicht am Seil und hob vorsichtig die rechte Hand, um die Sprechtaste seines geliehenen Funkgeräts zu drücken, das vor seiner Brust am Geschirr befestigt war. Vance, hörst du mich? Over. Ja, laut und deutlich. Was ist los? Wir hatten recht. Je weiter ich runterkomme, desto deutlicher sehe ich, dass hier erst vor kurzem jemand mit Steigeisen gewesen ist. Bist du sicher? Ganz sicher. Hör zu. Die Spuren führen hier nach links weg. Und dann über den Rand. Ich muss mich irgendwie abstoßen und zur Seite schwingen, um an die Stelle zu gelangen, wo die Spuren enden. Ich brauche also etwas mehr Seil. Gib mir etwa sechs Meter. Wir geben dir Seil, aber bitte sei vorsichtig, dass du keine neue Lawine auslöst, okay? Ich bin schon die ganze Zeit vorsichtig. Und falls du eine andere Art weißt, wie ich das hier machen kann, dann her damit. Irgendwann muss ich über die Kante und ich bringe es lieber schnell hinter mich. Ende. Scott wartete, bis er sah, wie ein gutes Stück Seil die Felswand hinabglitt und als große Schlaufe unter ihm baumelte. Er berechnete, wie viel Schwung er benötigte, um sich abzustoßen und sein Ziel zu erreichen, und hoffte, dass sein Manöver das Schneebrett nicht zerbrechen und ins Tal hinabstürzen lassen würde. Dort unten waren immer noch viele seiner Agentenkollegen und die Rettungskräfte damit beschäftigt, das Gebiet nach etwaigen Überlebenden abzusuchen. Scott war überzeugt davon, dass die erste Lawine nicht zufällig abgegangen war, aber konnte nicht wissen, inwieweit dieser Abgang den Rest des Überhangs destabilisiert hatte. Seine Beine waren immer noch schwach, und es tat höllisch weh, als er mehrfach die Knie beugte, um Schwung für den Absprung zu holen. Oben auf dem Grat konnten Vance und Nick nur hoffen, dass Scott wusste, was er tat, denn sie agierten vollkommen blind. Auf drei, sagte Scott noch einmal zu sich selbst. Eins, zwei, drei. Er stieß sich von der steilen Felswand ab und flog rückwärts durch die Luft, trudelte auf die Stelle zu, an der die Spuren der fremden Steigeisen über der Kante des Überhangs verschwanden. Mit gebeugten Knien, die den Aufprall abdämpfen sollten, raste Scotts Körper auf sein Ziel zu. Er fürchtete, dass er sich mit etwas zu viel Kraft abgestoßen hatte und folglich zu rasch wieder auf die Felswand zusteuerte. Er machte sich auf den Aufprall gefasst. Als sich die Zähne der Steigeisen ins Eis gruben, fuhr der Schmerz ihm blitzartig in die Beine, von den Füßen aufwärts. Seine Knie konnten die Wucht nicht abfangen. Scott hatte seine Kraft falsch eingeschätzt. Seine Knie hatten ihm die Beanspruchung der letzten vierundzwanzig Stunden noch nicht ganz vergeben und versagten ihm den Dienst, die Erschütterung zu absorbieren. Seine Beine gaben nach, und sein Oberkörper krachte gegen den nackten Fels. Er wagte es nicht, auch nur eine seiner Hände vom Seil zu nehmen, um so den Aufprall etwas abzufedern. Schnee und Eis regneten auf ihn herab. Er hörte, dass Vance hektisch ins Funkgerät brüllte. Der Schnee prasselte immer heftiger und Harwith wusste, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb. Durch den Schleier aus fallendem Schnee schaute er sich so schnell und so gründlich wie möglich in dem Bereich der Abbruchkante um. Sowohl über als auch unter sich erblickte er Spuren, die auf die Detonation eines Sprengsatzes hinwiesen. Soweit er das unter den gegebenen Bedingungen beurteilen konnte, handelte es sich nicht um die Art Spuren, die eine der Haubitzen verursachen würde, die sie im Tal zur Lawinenkontrolle benutzten. Die Ausbreitung und der Sprengmuster waren vollkommen anders. Als Gott noch etwas sei, nachließ, um näher an die Fläche unter sich zu gelangen, traf ihn plötzlich eine Eisscholle von oben, die sich anfühlte, als sei sie einen Zentner schwer. Das unerwartete Geschoss brachte ihn aus dem Gleichgewicht und warf ihn weiter nach hinten von der Felswand weg. Panisch packte er das Seil noch fester. Er wusste, dass die Länge seines Sicherungsseils endlich war und nicht mehr viel davon übrig war. Er verfluchte seine Unaufmerksamkeit, denn die Eisscholle hatte ihn kalt erwischt, und für einen fatalen Moment hatte er seinen Griff gelockert. Jetzt stürzte er viel zu schnell nach unten und kämpfte verzweifelt darum, das Seil wieder unter Kontrolle zu bekommen. Mehrmals schlug er mit dem Kopf gegen den Fels, und dann kam er schließlich mit einem lauten Schnappgeräusch zum Stillstand. Das Blut stieg ihm zu Kopf, und ihm wurde klar, dass er verkehrt herum am Sicherungsseil hing. Er nahm sich vor, Nick und Vance einen Kuss zu geben, aber erst nachdem er sie beide dafür K.O. geschlagen hatte, dass sie ihn überhaupt so weit hatten fallen lassen. Er sah das Ende seines eigenen Seils, das etwa drei Meter über seinen Füßen baumelte. Er wusste, dass Nick und Vance ihr Bestes tun würden, um ihn wieder hoch bis zum Grat zu ziehen, oder zumindest hoffte er das. Also nahm er all seine verbleibende Kraft zusammen und versuchte, sich wieder aufzurichten und den Kopf nach oben zu bekommen. Sein Körper war geschwächt und wund, aber die Muskeln gehorchten ihm. Als er sich wieder zur Felswand hinüberschwang und die Steigeisen halt fanden, schwor sich Scott, dass er so bald wie möglich den längst überfälligen Urlaub nehmen würde. 23. Als sie alle wieder im Hubschrauber saßen, akzeptierte Scott die Begründung der beiden Männer, warum sie überhaupt so viel von der Sicherheitsleine hatten laufen lassen. Er beschloss auch, sie doch nicht K.O. zu schlagen. Vance erklärte Scott, während dieser sich vollkommen erschöpft aber wieder auf sicherem Boden auf die ebene Fläche des Grates legte, dass seine schmerzhafte Begegnung mit der harten Felswand genau das ausgelöst hatte, was sie alle fürchteten. Eine Folgelawine. Sie war nur ganz klein und versiegte wieder, bevor sie irgendjemandem im Tal weiter unten gefährlich werden konnte, aber Scott hatte wie ein Magnet auf das herabfallende Eis und den Schnee gewirkt, der sich auf ihm gesammelt und das Gewicht am Seil um ein Vielfaches erhöht hatte. Um sie herum hat es die Kletterhaken aus dem Fels gerissen, und beide waren sicher, dass es sie jeden Moment über die Felskante ziehen und in die Tiefe schleudern würde. Keiner von beiden dachte auch nur einen Moment lang daran loszulassen, das war schlichtweg keine Option. Endlich schafften sie es, sich ausreichend gegen den Zug zu stemmen und Scotts Sturz im letzten Moment abzubremsen. Die Schleifbrandspuren auf ihren Handschuhen bezeugten ihren Mut und Scotts extremes Glück. Er wollte die beiden am liebsten küssen. Aber bevor er dazu kam, meldete sich der Hubschrauberlandeplatz in Deer Valley über die Headsets und forderte den Piloten auf, zum Landeplatz zurückzukehren und ein Team des FBI zum Schauplatz eines Verbrechens im benachbarten Midway zu bringen. »Midway?«, fragte Scott und beugte sich vor, um Vance auf die Schulter zu tippen. »Das ist doch gleich auf der anderen Seite des Berges, oder? Was glaubst du, was da los ist?« Es fiel Vance nicht schwer, Scotts Gedanken zu lesen. Er fragte über Funk zurück, wo genau sie das FBI-Team denn hinbringen sollten. Als der Kollege am Boden ihnen die Information durchgab, nickte der Pilot, dass er wusste, wo das war. Und Vance gab ihm ein Zeichen, in diese Richtung zu fliegen. »Lassen Sie mich raten. Hierfür übernehmen Sie ebenfalls die volle Verantwortung?«, wollte Nick wissen. Scott lächelte bloß und fragte den Piloten, ob es einen Pass oder so etwas gab, der das Gebiet um die Todesrinne herum mit der Farm in Midway verbannt, die sie jetzt ansteuerten. »Es gibt ein paar Schneisen in den Berg, aber nur eine, die man als Pass bezeichnen könnte, weil sie komplett durchgeht«, erwiderte der Pilot. »Tun Sie mir einen Gefallen und fliegen Sie da lang«, bat Scott. Vance drehte sich in seinem Sitz um und fragte, »Was denkst du?« »Nur so eine Vermutung.« »Großartig«, fiel Nick sarkastisch ein und lehnte seinen Kopf gegen das Seitenfenster. Er blickte an die Deckel. »Noch eine Vermutung. Dann schauen wir doch mal, ob wir für diese Vermutung gefeuert werden können, oder besser noch, ob sie uns diesmal endgültig umbringt.« »Ganz sicher nicht«, sagte Scott und legte Nick dankbar und tröstend eine Hand auf die Schulter. »Wenn der Heli den Boden berührt, springe ich raus und ihr macht, dass ihr zurück nach der Valley kommt.« »Schade«, meldete sich Vance zu Wort, als er sich wieder umdrehte und den Blick nach vorn wandte. »Es fängt doch gerade an, interessant zu werden.« Bevor er aus dem tief über dem Boden stehenden Hubschrauber sprang, bedankte sich Scott bei seinen Freunden und bat den Piloten um einen weiteren Gefallen. Das FBI sollte die landschaftliche Schönheit der Wasage Mountains ausgiebig genießen, bevor sie hier landeten. Der Pilot lachte und hielt den Daumen hoch. Sobald er sicher war, dass er sich außerhalb der Reichweite der Rotoren befand, richtete Scott sich auf und ging zu den drei Jeeps des lokalen Sheriff-Reviers von Wasage County hinüber, die vor dem Wohnhaus der Maddoxes parkten. »FBI?« wollte ein Deputy-Sheriff wissen, als Haworth näherkam und in der Tasche seiner Jacke nach seiner Marke griff. »Secret Service, ich bin Agent Haworth, Leiter des... Leiter der Vorausmannschaft des Präsidenten. Ich erinnere mich an Ihren Namen. Von dem Memo über seinen Skiurlaub, das wir alle bekommen haben. Sie arbeiten gemeinsam mit dem FBI an der Sache?« »Ja. Wenn es um den Präsidenten geht oder wir annehmen, dass eine Verbindung besteht, dann kümmern wir uns gemeinsam um diese Dinge,« log er ungerührt. »Warum sagen Sie mir nicht kurz, was Sie bisher herausgefunden haben?« Deputy McIntyre zog ein kleines Notizbuch aus der Brusttasche seiner Winterjacke und las vor. »Gegen halb acht heute früh erhielten wir einen Anruf von der Tochter des alten Ehepaars, das hier lebt, Joseph und Mary Maddox. Wie es scheint, haben die beiden nach dem Kirchgang gestern das sonst übliche Sonntagsessen bei der Tochter ausgeschlagen, weil der Vater sich nicht gut führte. Die Tochter hat dann gestern Abend mehrfach versucht, sich per Telefon nach ihm zu erkundigen, aber es nahm niemand ab. Sie dachte erst, dass sie vielleicht einfach ganz früh zu Bett gegangen wären und das Telefon nicht gehört hätten, sind schon ziemlich alt gewesen. Also hat sie es heute früh wieder versucht, mehrmals, und wieder ist niemand rangegangen. Sie machte sich Sorgen, dass sie vielleicht einen Verkehrsunfall hatten oder sonst irgendetwas geschehen war. Also hat sie auf dem Revier angerufen und uns gebeten, mal nach dem Rechten zu sehen. »Aber wieso hat sie bei Ihnen angerufen und ist nicht selbst gekommen?«, fragte Harwith. »Sie wohnt unten in Orym,« erklärte der Deputy, nachdem er einen weiteren Blick in seine Notizen geworfen hatte. »Ist ein ganz schönes Stück bis hierauf, vor allem bei dem Wetter. Außerdem arbeitet sie und fürchtete, dass ihr Chef sie eh nicht fahren lassen würde. Ein paar von unseren Jungs kennen, äh, oder besser, kannten die Maddoxes, und es hat ihnen nichts ausgemacht, hier rauszufahren.« »Kannten?« »Dann sind sie tot?« »Ja. Mr. Maddox wurde aus nächster Nähe in den Kopf geschossen und Mrs. Maddox hat mehrere Schusswunden erlitten.« »Haben Sie Ihren Sheriff benachrichtigt?« »Ja, Sir. Er war drüben bei Ihren Leuten in Deer Valley wegen der Lawine, aber jetzt ist er auf dem Weg hierher, zusammen mit dem FBI. Unser Pathologe ist ebenfalls unterwegs und die Mordkommission in Salt Lake County wurde auch bereits verständigt. Die Autobahnpolizei und die Parkranger riegeln alle Straßen in der Umgebung ab.« »Gut gemacht, Deputy. Sie haben alles richtig gemacht. Da ich bereits in der Luft war, hat man mich zuerst hergebracht. Hat irgendjemand drinnen etwas angefasst?« »Nein. Der erste Beamte, der am Tatort war, trug Winterhandschuhe. Er hat sie lediglich abgenommen, um bei den beiden den Puls zu führen. Ein bisschen Schnee an den Schuhen hat er natürlich mit reingetragen, aber wir haben Plastikfolie ausgelegt, um den Schauplatz möglichst nicht zu verunreinigen.« »Sehr gut. Ihr Sheriff hat Sie ja sicher auch angewiesen, niemanden reinzulassen, bis er mit dem FBI eintrifft, oder?« »Selbstverständlich hat er das. Gut. Schicken Sie sie gleich zu mir rein, wenn Sie eintreffen.« »Sir, mein Befehl lautet, dass niemand reingeht, bevor der Sheriff und das FBI da sind.« »Deputy, was denken Sie, wann mich der Sheriff angerufen hat?« »Er hat Sie angerufen, Sir?« »Was denken Sie, wann er mich angerufen hat?« »Bevor er mit Ihnen gesprochen hat oder danach?« »Er wusste ja noch gar nichts von dem Mord, bis ich ihn angerufen habe, also muss er Sie danach angerufen haben.« »Ganz genau. Als der Sheriff Ihnen also befohlen hat, den Tatort zu sichern, bis er eintrifft, wusste er auch noch nicht, dass ich mich bereits in der Luft befand und deswegen schneller hier sein konnte.« »Deputy, Sie sind ein cleverer Burschen, also muss ich Ihnen das nicht groß erklären. Sie merken selbst schon, dass es sich um eine ernste Sache handelt, wenn der Sheriff mit den Leuten vom FBI den ganzen Weg hierher kommt und der Leiter der präsidialen Vorauswandschaft bereits hier ist.« »Ja, Sir.« »Hören Sie, in meiner Funktion als Leiter der Vorhut war ich schon an ziemlich abgelegenen Orten unterwegs. Richtiges Hinterland, wenn Sie wissen, was ich meine. Die meisten Sheriffs, mit denen wir arbeiten, lassen jeden Clown wie einen Astrophysiker aussehen. Ich will Ihnen keinen Honig um den Bart schmieren, aber Ihr Revier macht seine Arbeit verdammt gut. Ich möchte auch nicht, dass Sie meinetwegen Ärger mit Ihrem Boss bekommen, aber ich muss auch an meinen Boss denken. Und er ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Wenn Sie jetzt also ein Auge zudrücken und mich reinlassen, dann kann ich mich an die Arbeit machen und den Leuten vom FBI einen vorläufigen Bericht geben, wenn sie eintreffen, in Ordnung.« »Ich schätze schon. Schließlich hat man uns ja auch gesagt, dass wir mit dem Secret Service kooperieren sollen, wenn Sie und Ihre Leute irgendetwas brauchen.« »Guter Mann.« »Wo finde ich die Opfer?« »Im Schlafzimmer, erster Stock, den Flur entlang links. Tun Sie mir bloß einen Gefallen und ziehen Sie die hierüber. Wir wollen den Schauplatz so unkontaminiert wie möglich halten,« erklärte der Deputy und zog Chirurgenüberzieher aus Papier aus einer Schachtel, die auf dem Rücksitz seines Jeeps stand. »Danke,« sagte Scott und nahm die Überschuhe entgegen, ebenso wie ein paar Latexhandschuhe. Dann erklomm er die Stufen zur Eingangstür. »Ich hab das übrigens ehrlich gemeint. Sie und Ihre Jungs machen das sehr gut.« Ein Stück Plastikplane lag vor der Windfangtür. Scott stellte sich darauf, zog seine Timberlands aus und schlüpfte dann in die Überzieher. Er zog sich die Einmalhandschuhe an und öffnete beide Türen. Als Nichtraucher bemerkte er den Geruch nach kaltem Zigarettenrauch sofort. Er wurde stärker, als er sich dem Wohnzimmer näherte. Er drehte sich um und ging schnell noch einmal zur Haustür zurück. Als einer der Beamten vor der Tür ihn bemerkte, fragte er, »Officer, wissen Sie, ob Mr. und Mrs. Maddox Mormonen...« Er unterbrach sich, als er die leichte Veränderung im Gesichtsausdruck des Mannes bemerkte und realisierte seinen Fauxpas. Er setzte noch einmal an und verwendete diesmal den politisch korrekten Ausdruck, den die Mormonen heutzutage bevorzugten. »Tut mir leid. Ich meine, wissen Sie, ob die beiden Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage waren?« Es gefiel dem Beamten sichtlich, dass ein Außenstehender seinem Glauben diesen kleinen, aber wesentlichen Respekt erwies, sich korrekt auszudrücken. »Äh, ja, Sir. Mr. Maddox ist lange unser Bischof gewesen. Er ist schon vor einiger Zeit in Rente gegangen, aber wir haben ihn nach wie vor in der Kirche und bei allen Veranstaltungen gesehen.« »Verstehe,« sagte es Gott. »Ich entnehme Ihre Antwort, dass Sie ebenfalls Mitglied der Kirche sind?« »Ja, bin ich.« »Und Sie befolgen alle Regeln Ihrer Kirche?« »Selbstverständlich tue ich das.« »Dann rauchen Sie, also nicht?« »Nein, Sir. Noch nie.« »Wie standen Mr. und Mrs. Maddox dazu? Hat einer von beiden geraucht?« »Nein, Sir. So war ich hier still. Die beiden gaben das perfekte Beispiel für die Gemeinde ab, wie Mitglieder der Kirche sich verhalten sollten.« Harvith wandte sich noch einmal an Deputy McIntyre. »Ben, ist es möglich, dass einer Ihrer Jungs im Haus geraucht hat?« »Auf keinen Fall. Wieso?« »Und hier draußen in der Nähe der Haustür?« »Nein, keiner. Wieso fragen Sie?« Ohne zu antworten drehte sich Harvith wieder um und machte die Türen hinter sich zu. Er musste jetzt die Leichen sehen. Wie sie getötet und dann platziert worden waren, würde ihm hoffentlich etwas über die Mörder sagen. Selbst wenn der Hubschrauberpilot von Deer Valley das FBI zum Sightseeing mitnahm, worum er ihn ja gebeten hatte, würde das die Agenten nicht ewig aufhalten. Mit aufmerksamen Blick und maximal geschärften Sinnen stieg er die knarzende Treppe in den ersten Stock hinauf. Hier ist ja wirklich die Zeit stehen geblieben, dachte Scott, als er den grünen Flurteppich oben sah. Man kommt beim Älterwerden der Punkt, an dem die Leute aufgeben und zulassen, dass die Zeit an ihnen vorbeizieht. Auf dem Treppenabsatz fiel ihm die angelehnte Tür direkt vor ihm auf. Er ging hinüber und schob sie mit dem Fuß vollends auf. Es roch nach stark parfümierter Seife, wie das Badezimmer im Haus einer Großmutter eben riechen sollte. Alles befand sich ordentlich an seinem Platz. Außer einem Handtuch, das offenbar hastig auf seinen Halter gehängt worden war, ganz anders als der akkurat gefaltete Zwilling daneben. Scott warf einen Blick in die Wanne, die vollkommen trocken war. Dann folgte das Waschbecken, ebenfalls trocken, bis auf ein bisschen Feuchtigkeit rund um den Abfluss. Er bemerkte, dass der Wasserhahn ganz minimal tropfte. Scott drehte den Hahn fest dazu und das Tröpfeln hörte sofort auf. Dem wenige Nacht zu urteilen, was er bisher gesehen hatte, hielten die Maddoxes ihr Haus penibel aufgeräumt und sauber. Also hatte jemand anders dieses Waschbecken vor kurzem benutzt. Und dieser jemand hatte sich weder die Mühe gemacht, den Wasserhahn richtig zuzudrehen, noch das Handtuch wieder ordentlich aufzuhängen. Scott verließ das Badezimmer und ging den Flur entlang bis zu der Tür, hinter der sich laut Aussage des Deputies das Schlafzimmer befand. An der Wand des Flurs hingen reihenweise Fotos, auf denen Familienausflüge, Picknike und Hochzeiten zu sehen waren. Dazu gestellte Fotografenbilder von K-Mart, die sicher die Enkelkinder zeigten. Das Ganze war chronologisch angeordnet. Direkt am Treppenaufgang befanden sich Fotos, von denen er annahm, dass sie Mr. und Mrs. Maddox in ihrer Jugend zeigten. Und dann konnte man ihnen beim Altern zusehen, bis man zum Schlafzimmer kam. Jeden Abend hatten sie so auf dem Weg ins Bett ihr Leben Revue passieren lassen können. Scott spürte einen kalten Schauer bei der Vorstellung, dass sich das letzte Bild am Ende des Flurs befand, in ihrem Schlafzimmer, in dem sie als Tote zum letzten Mal für die Kamera des Pathologen posierten. Und posieren war der perfekte Ausdruck für das, was Gott vorfand, als er den Raum betrat. Der Mörder hatte sie nicht im Bett überrascht, denn beide waren komplett bekleidet und lagen auf der weißen genie Tagesdecke, auf der sich nun rostbraune Flecken ausgebreitet hatten. Auch auf dem Boden fanden sich Spuren dieser Farbe. Zweifellos, weil einer von ihnen gestürzt und zum Bett hinüber gezerrt worden war, wo man ihn, nein, sie, dann mit Schwung abgelegt hatte. Die Wunde auf der Stirn von Mr. Maddox passte zu einem professionellen Mord. Prägnant, kalt, zielsicher. Die Verletzungen am Körper von Mrs. Maddox stellten das genaue Gegenteil davon dar. Sie hatten ihre halbe Nase weggeschossen, und sie wies außerdem Schusswunden am Hals, im Brustkorb, Kopf und Gesicht auf. Es sah aus, als hätte jemand die Kontrolle verloren oder wäre völlig ausgerastet. Die grausige Szenerie würde die Polizei, den Sheriff und das FBI noch eine ganze Weile beschäftigen. Auf dem Flug von Deer Valley nach Midway hat es Gott sich eine Theorie zurechtgelegt. Einer seiner dringlichsten Fragen, abgesehen von der, wie die Entführers angestellt hatten, die Schutztruppe des Präsidenten unbemerkt in einen Hinterhalt zu locken und komplett auszuschalten, bestand darin, wie sie entkommen konnten. Alles, was er bisher gesehen hatte, bestätigte seine Vermutung, dass diese Leute Vollprofis waren. Jede Einzelheit war minutiös geplant und wahrscheinlich auch mehrfach durchgespielt worden, bis der Ablauf fehlerfrei blieb. Abgesehen von einem Angriff auf Orte wie das Weiße Haus oder Fort Knox war es schwer, sich ein gewagteres, gefährlicheres und schwierigereres Unterfangen vorzustellen als dieses. Und dennoch hatten die Kidnapper es geschafft. Das FBI würde den Raum auf Haare, Fasern und Fingerabdrücke untersuchen und würde auch überprüfen, ob der Mörder irgendeine andere Art von Hinweis hinterlassen hatte, wie ein Bekennerschreiben oder sein Markenzeichen. Scott war sicher, dass sie nichts dergleichen finden würden. Nur Psychos, die gefunden werden wollten, hinterließen etwas Schriftliches, verhöhnten damit die Polizei und die Behörden. Scott konnte noch nicht beurteilen, wie psychotisch dieser Mörder sein mochte, aber in einer Sache war er sich sicher. Er war ein Profi. Scott versuchte, den Doppelmord mit der Entführung in Verbindung zu bringen. Wenn das FBI auf dem Weg hierher war, dann dachten sie sicher das Gleiche wie er. Die Entführer hatten ein Versteck gebraucht, eine Basis. Aus der Todesrinde kam man nur zu Fuß oder mit dem Helikopter heraus. Bei dem Schneesturm am Vortag hätte es kein Helikopter dorthin geschafft. Außerdem hätte der zu viel Lärm gemacht, denn die Berge rundherum machten die Piste zu einem riesigen Hallraum. Nur ein spezieller Tarnkappen-Heli mit flüsterleisen Rotorblättern wäre vielleicht leise genug, unbemerkt in das Gebiet zu gelangen. Harvoth dachte kurz darüber nach, noch nicht gewillt, diese Möglichkeit auszuschließen. Wenn ein solcher Stealth-Jopper tief genug flöge, wäre es möglich, dass er nicht auf dem Radarschirm der Agenten vom Secret Service auftauchte, die bei den Leuten von der Luftfahrtbehörde in der Anflugkontrolle im Tower des Internationalen Flughafens in Salt Lake City saßen. Dann hätten sie unbemerkt in den gesperrten Luftraum über Deer Valley einbringen können. Wenn er an den hochentwickelten Störsender dachte, den Hornbeck an der Piste gefunden hatte, dann war es offensichtlich, dass die Entführer Zugang zu teurer Hightech-Ausrüstung hatten. Aber es gab einen Aspekt, der dieses Szenario unwahrscheinlich machte. Der Faktor Mensch, in diesem Fall die Piloten. Selbst die besten Piloten der Welt, wie die des Hubschrauberregiments der US Night Stalkers, wären in diesem Schneesturm aufgeschmissen gewesen. Selbst unter normalen Bedingungen war es unglaublich schwierig, mit den Abwinden rund um das Tal klarzukommen. Und wenn Scott sich den Abschnitt der Piste ins Gedächtnis rief, in dem die Leichen der Personenschützer gefunden wurden, wurde ihm auch klar, dass es dort nirgends genug Platz für eine Hubschrauberlandung gab. Im Kopf ging er noch einmal durch, wie die Sache in diesem Fall wohl abgelaufen wäre. Angenommen, die Kidnapper hätten einen entsprechenden Helikopter gehabt. Und weiter angenommen, sie hätten einen Piloten gefunden, der verrückt genug war, sich in die Abwinde zu wagen. Und dann wäre er auch noch gut genug, das in einem heftigen Blizzard hinzukriegen und ebenfalls angenommen, er war in der Lage, an einer Stelle mit dichtem Baumbestand zu landen, wo dafür eigentlich gar kein Platz war. Wäre das alles möglich gewesen? Auf keinen Fall, dachte Scott. Viel zu viele unrealistische Annahmen auf einmal. Viel wahrscheinlicher war, dass die Entführer auf Skiern den Berg heruntergekommen waren, und zwar auf einer Strecke, auf der sie relativ sicher sein konnten, nicht erspäht zu werden. Unten hatte dann irgendeine Art Transportmittel auf sie gewartet, entweder als Fluchtfahrzeug oder zumindest als unauffällige Möglichkeit, sich wenigstens ein Stück vom Tatort zu entfernen. Als der Helikopter von Deer Valley über den einzigen durchgehenden Pass nach Midway geflogen war, hatte der Pilot ihm erklärt, dass alle anderen Routen nur mit Kletterausrüstung passierbar waren und dass sie viel zu viele Kurven und Umwege beinhalteten, sodass man zwei- oder dreimal so lange brauchen würde, um auf die andere Seite zu gelangen. Und als Scott ihn gefragt hatte, ob ein Fahrzeug mit Allradantrieb den Pass schaffen würde, hatte der Pilot geantwortet, dass das zwar möglich wäre, aber wieso sollte man einen Jeep nehmen, wenn man mit einem Schneemobil ungleich schneller wäre? Scott kam die Treppe herunter, atmete durch die Nase ein und folgte dem schalen Geruch nach Zigarettenrauch ins Wohnzimmer. Mehrere Augenblicke lang stand er einfach mit geschlossenen Augen da und versuchte, sich in den Kopf des Mörders zu versetzen. Die Maddoxes rauchten nicht, also musste der Killer hier drin geraucht haben, und zwar mehr als einmal. Der Geruch hing schwer im Raum, sowas kam nicht von einer einzigen Zigarette. Also hatte er Zeit für mehr als eine gehabt. Wieso? Das ist einfach. Er hat hier gewartet. Scotts Gedanken rasten. Worauf hat er gewartet? Auf seine Kollegen in Führer, die den Präsidenten hierher gebracht haben. Er hat im Wohnzimmer gesessen, geraucht und gewartet. Was hat er sonst noch gemacht? Scott blickte sich in dem Zimmer um. Es gab kein Bücherregal, keine Zeitschriften, aber es gab einen Fernseher. Er trat darauf zu und schaltete ihn ein. Es dauerte eine Sekunde, bis das alte Gerät warmgelaufen war und das Bild erschien. Wo hat er gesessen? Harvath drehte sich um und betrachtete den Losettball, einen schweren Fernsehsessel mit mechanisch verstellbarer Rückenlehne. Das musste der Stammplatz von Mr. Maddox gewesen sein. Das Ding strahlte geradezu aus, dass es für den Herrn des Hauses bestimmt war. Er war sich darüber bewusst, dass er dabei war, den Tatort zu kontaminieren. Aber wichtiger war, dass er das Puzzle zusammensetzte. Also setzte Scott sich in den Sessel und ließ die abgenutzte Beinstütze mit Hilfe des entsprechenden Hebels an der Seite hochklappen. Die Lehne des alten Lasette-Boy kippte mit einem Satz nach hinten, als die Beinstütze herausklappte. Er saß jetzt sehr bequem. Wenn der Killer hier geraucht hat, dann brauchte er auch einen Aschenbecher und einen Platz, wo er den abstellen konnte. Er könnte ihn auf seiner Brust balanciert haben, während er gewartet und ferngesehen hat. Aber wenn er es sich schon so gemütlich gemacht hat, wieso sollte er dann nicht auch den Beistelltisch direkt neben dem Sessel benutzen? Scott ließ den Blick über die Gegenstände gleiten, die auf einem Tischchen lagen. Eine Fernsehzeitung mit dem kreisförmigen Abdruck eines nassen Glases auf der aufgeschlagenen Seite. Stricknadeln, die sicher Mrs. Maddox gehört hatten, eine Lesebrille und einige Untersetzer. Untersetzer? Warum stellte jemand sein Glas auf der Zeitung ab, wenn gleich daneben die Untersetzer bereit lagen? Das passte nicht zu dem übertrieben ordentlichen Eindruck, den das ganze Haus vermittelte. Scott tat so, als würde er eine Zigarette rauchen und stellte sich vor, dass der Mörder eine Cola-Dose oder etwas ähnliches als Aschenbecher benutzt hatte. Mit der linken Hand tat er so, als würde er ungefähr über der Fernsehzeitung abaschen. Gar nicht so einfach, und das lag weniger an seinen steifen Muskeln als am Winkel, den diese Bewegung wegen der Position des Tischchens nötig machte. Der Mörder hätte den Oberkörper jedes Mal ein bisschen drehen und hinsehen müssen, sonst hätte er sein Ziel verfehlt. Es war sehr wahrscheinlich, dass er ein paar Mal daneben gearscht hatte. Scott sprang aus dem Sessel, um genauer hinzusehen. Er beugte sich tief hinunter und untersuchte die Ränder der Tischplatte. Grauer, feiner Staub hatte sich dort gesammelt, der sehr gut Zigarettenasche sein konnte. Aber das würde das Labor einwandfrei klären müssen. Scott ging auf die Knie und suchte den Boden um den kleinen Tisch herum ab, bis er fand, wonach er suchte. Zwischen den Fasern des rauen, orangefarbenen Teppichbodens lagen ein paar größere Ascheflocken. Wie erwartet hatte der Killer daneben gearscht. Dann fiel ihm etwas anderes ins Auge. Der Beistelltisch stand zwischen dem Fernsehsessel und einer langen Couch. Nach der Abnutzung des Polsters direkt beim Tisch zu urteilen, war das der Platz von Mrs. Maddox gewesen, während Mr. Maddox es sich zum Fernsehen im Lasette Boy bequem gemacht hatte. Unter der Couch lag etwas Dunkles. Klein und quadratisch. Scott griff danach und holte es hervor. Er hielt es ins Licht, das vom Fenster in den Raum fiel. Es handelte sich um ein Stück Schokolade. Ein perfektes Quadrat, das von einer Tafel abgebrochen worden war. Scott erkannte das N, das zum unverkennbaren Nestle-Schriftzug gehörte, und darunter kaum zu entziffern das Wort »Lieber«. Bevor die Wärme seiner Finger das Stückchen zum Schmelzen brachte, legte er es vorsichtig in seine offene Handfläche und ging durch den Flur in die Küche hinüber, in der Hoffnung, dass die Maddoxes dort irgendwo Ziploc-Bags hatten, die kleinen Plastikbeutel mit dem luftdichten Schiebeverschluss. Er legte die Schokolade neben dem Spülbecken ab und durchsuchte rasch die Schubladen darunter. In der vierten fand er endlich, wonach er suchte. Scott ging zum Kühlschrank hinüber, nahm mehrere Eiswürfel aus dem Gefrierfach und ließ sie in den größeren Plastikbeutel fallen. Dann steckte er das Stück Schokolade in den kleineren Beutel, zog das Ziploc zu und steckte den Beutel in den größeren, um ihn kalt zu halten. Er steckte das Päckchen in die Außentasche seines Parkers und warf als nächstes einen Blick in den Abfalleimer unter der Spüle. Darin befand sich kaum Müll. Nichts, was man als Aschenbecher hätte benutzen können. Langsam machte er die Schranktür wieder zu, hinter der sich der Mülleimer verbarg, als er das Geräusch eines Hubschraubers in der Ferne vernahm. Scott lehnte sich gegen das Spülbecken und starrte aus dem Fenster in den verschneiten Himmel hinauf, ob er das FBI-Team bereits sehen konnte. Bisher war nichts zu entdecken, aber lange konnte es jetzt nicht mehr dauern, bis sie hier waren. Er überlegte fieberhaft, wonach er noch suchen sollte, als ihm die umgedrehten Gläser auf dem Abtropfgitter ins Auge fielen. Er drehte sie nacheinander um und hob sie an seine Nase, atmete tief ein. Beim zweiten Glas bestätigte sich seine Vermutung. Dann stellte er sie wieder so hin, wie zuvor, und rannte ins Wohnzimmer zurück, um den Sessel in die aufrechte Position zu klappen. Er verließ das Haus durch die Vordertür und steckte sich die Überzieher in die Jackentasche, als er sich die Stiefel zuschnürte. »Seht aus, als ob die Bande gleich da ist«, sagte Deputy McIntyre, als Scott seine Schuhe gebunden hatte und die Stufen herunterkamen. »Wird ja auch Zeit«, erwiderte Scott. »Haben Sie da drinnen irgendetwas herausgefunden?« »Nicht wirklich. Alles so, wie Sie es beschrieben haben. Ich weiß, dass es ganz ordentlich geschneit hat, aber hat die Jungs vielleicht irgendwelche Reifenspuren oder sowas auf dem Gelände gefunden?« »Ja, ein paar richtig fette sogar.« »Wirklich? Wie breit?« »Na ja, das sieht schon nach schwerem Gerät aus. Sattelschlepper, würde ich sagen. Der ist ganz nah an die Scheune rangefahren und dann gab es noch welche, bei denen würde ich einen dieser großen Pickups mit Ladefläche vermuten, die hinten Doppelreifen drauf haben, aber vorne nur einfache. Und hinter der Scheune ein paar schmale Spuren, wie von Schneemobilen.« »Das hört sich nach einer Menge Aktivität auf dem Gelände an Deputy.« »Ja, ja. Im Winter fahren hier überall eine Menge Schneemobile herum, auch über fremde Grundstücke. Das erklärt wohl die Spuren hinter der Scheune. Der Wagen mit den Doppelreifen könnte den meisten Nachbarn in der Umgebung gehören, davon gibt's hier einige.« »Das da drüben ist der Pickup von Mr. Maddox. Der hat vorn und hinten nur jeweils einen Reifen, also kann der es nicht gewesen sein. Die Spuren von dem Sattelschlepper finde ich eher verwirrend. So wie der rückwärts an die Scheune rangefahren ist, würde ich vermuten, dass er irgendwas abgeladen hat.« »Oder eingeladen. Haben Ihre Männer schon einen Blick in die Scheune geworfen?« »Nein, das wollten wir, aber das war, als wir den Sheriff kontaktiert haben und er hat uns ja angewiesen, das Gelände zu sichern und mit allem anderen zu warten, bis er kommt.« »Ah ja, und das war sicher richtig. Ich schätze«, überlegte Scott mit einer Geste in Richtung des näherkommenden Helikopters, »dass das FBI sich als erstes die Opfer ansehen möchte, dann einen Rundgang durchs Haus macht und sich erst danach die Außengebäude vornimmt. Also fange ich doch damit einfach schon mal an. Wenn die mit dem Haus fertig sind, tun Sie mir einen Gefallen und schicken Sie sie in die Scheune, okay? Vielen Dank.« Scott lächelte dem Mann sehr freundlich an und ging dann zur Scheune hinüber. Er beeilte sich, aber nicht so sehr, dass es arg aufgefallen wäre. Das Dröhnen des Hubschraubers war jetzt schon ganz nah. Scott war sich durchaus bewusst, dass er großes Glück hatte, so viel Zeit allein am Tatort verbringen zu können. Glücklicherweise war die Scheune unverschlossen. Er konnte hineinschlüpfen und das Tor wieder hinter sich zuziehen, bevor der Helikopter aus Deer Valley gelandet war. Seine Augen brauchten eine Minute, um sich an das gedämpfte Licht hier drin zu gewöhnen, und während er wartete, dachte er über das Durcheinander der Reifenspuren nach, die er vor dem Tor im Schnee gesehen hatte. Natürlich machte eben dieser Schnee es relativ schwer, einwandfrei zu erkennen, was genau die Spuren hinterlassen hatte. Aber Scott gab dem Deputy aus Wasage County recht. Seine Interpretation der Reifenspuren schien ihm korrekt. Abgüsse würden das später mit Sicherheit klären können. Aber für den Moment ging es Scott ja auch nur darum, ein möglichst klares Bild davon zu bekommen, was hier vorgefallen war. Seine Augen hatten sich an die Dunkelheit gewöhnt, und er ging einmal an den Wänden entlang, durch die gesamte Scheune, an den Trennwänden vorbei, hinter denen sich früher, als Mr. Maddox noch jünger war, sicher einmal Pferdeboxen und Schweinekoben befunden hatten. Er gab sich Mühe, keine möglichen Hinweise zu zertrampeln. Auf dem Scheunenboden bot sich ihm ein Irrgarten unterschiedlicher Spuren. Scott konnte die Spuren der Schneemobile von der Hintertür der Scheune quer durch das riesige Gebäude verfolgen, bis sie vor einer tiefen, quer verlaufenden Rinne im gestampften Lehmboden endeten. Das Bild ergänzte sich um ein weiteres Puzzletal. Scott war sich sicher, dass er die hintere Tür der Scheune öffnen und den Spuren die ganze Strecke durch den Pass hindurch folgen könnte, wenn der Schnee sie nicht völlig unkenntlich gemacht hatte. Sie würden ihn zu einem unzugänglichen, schwer einsehbaren Platz in der Nähe der Todesrinne führen. Plötzlich wurde die Scheune von hereinfallendem Licht geflutet. Er stand mit dem Rücken zum breiten Strahlen, der ihm gemeinsam mit dem kalten Wind in seinem Nacken verriet, dass das FBI wohl beschlossen hatte, die Scheune doch früher in Augenschein zu nehmen, als er gedacht hatte. Er musste sich nicht umdrehen, um ganz genau zu wissen, wer hinter ihm stand. 24 Da es auf diesem Hof keinen Holzschuppen gibt, ist das hier wohl der beste Platz, um Ihnen das Feld zu gerben, erklang die Stimme des stellvertretenden FBI-Chefs Gary Lawler, der durch das vordere Tor in die Scheune trage. »Was zum Teufel haben Sie hier gemacht?« Bevor er sich umdrehte, zog Scott rasch die Latexhandschuhe aus und stopfte sie in seine Jackentasche. »Die verdammten Handschuhe können Sie mir geben. Auf diese Weise hinterlasse ich wenigstens keine Fingerabdrücke. Und wenn man Ihre Leiche findet, dann bringt mich keiner damit in Verbindung.« »Gary, warten Sie doch mal eine Sekunde,« begann Harwith. »Zum Ersten, das hier ist kein verfluchter Höflichkeitsbesuch, Agent Harwith. Sie werden mich gefälligst mit Deputy Director oder Agent Lawler ansprechen, klar? Und zum Zweiten, warten Sie eine Sekunde? Wie können Sie es wagen, mir zu sagen, ich soll eine Sekunde warten? Für wen zur Hölle halten Sie sich eigentlich?« »Wollen Sie, dass ich darauf antworte, oder lassen Sie mich sowieso nicht mehr zu Wort kommen?« »Halten Sie den Mund!« »Da haben Sie meine Antwort.« »Wissen Sie was, Scott? Sie sind ein echter Besserwisser. Das war schon immer Ihr Problem. Sie sind ein exzellenter Agent, aber Ihre vorlaute Klappe steht Ihnen zu oft im Weg. Ich habe keinen Schimmer, wie Sie damit durch die Ausbildung bei der Navy gekommen sind und erst recht nicht, wie Sie es zum Ziel gebracht haben.« »Ich nehme an, die Empfehlung des Special Agent von der Außenstelle des FBI in San Diego hat mir viele Türen geöffnet.« »Es scheint so. Ja. Ich frage mich heute, was ich mir dabei gedacht habe, Ihnen diese Empfehlung zu schreiben.« »Das haben Sie getan, weil Sie wussten, dass ich zu den Ziels worte. Sie wussten, dass ich über einige brauchbare Talente verfüge. Und dass man mir dort Dinge beibringen konnte. Ach ja? Wirklich? Hat die Navy Ihnen etwa beigebracht, dass es in Ordnung ist, wenn man einen Bundespartner angreift?« »Hat sie Ihnen beigebracht, dass es in Ordnung ist, nicht einen, nicht zwei, sondern gleich drei vom FBI abgesperrte Tatorte unbefugt zu betreten und auf einem davon eine Lawine loszutreten, die nicht nur möglicherweise entscheidende Hinweise und Spuren unter sich begraben, sondern auch das Leben hunderter Rettungskräfte und Ermittler weiter unten am Berg gefährden würde?« »Und wenn wir schon dabei sind, sind Sie jetzt auch noch unter die Reiseveranstalter gegangen und bieten Rundflüge an? Wenn der Sheriff sich in der Gegend nicht ausgekannt hätte, dann hätte der Pilot sich einen Umweg über New Jersey genommen, um uns hierher zu bringen. Ich weiß, dass Sie da Ihre Finger im Spiel hatten.« »Mein Gott, Gary, ich habe mehr als dreißig Männer verloren. Gute Männer. Ich hatte die Verantwortung für Sie, für jeden Einzelnen dieser Männer. Die meisten von denen haben Familie. Was erwarten Sie denn von mir?« Lolas ungläubige Stimme wurde so laut, dass man sie sicher auch draußen im Hof hören konnte. »Was ich von Ihnen erwarte? Ich hätte erwartet, dass Sie den Schwur ehren würden, den Sie geleistet haben, nämlich die Gesetze dieses Landes zu befolgen und zu hüten. Das hätte ich von Ihnen erwarten dürfen!« Scott stand stocksteif da und starrte Lorla an. Er hatte erwartet, dass dieser Mann ihn am ehesten von allen verstehen würde. Dass er nachvollziehen könnte, was er zu tun versuchte. Nachdem Scotts Vater, der Ausbilder des Seals, bei einer Übung umgekommen war, hatte Gary Lorla, ein langjähriger Freund der Familie, sich seiner angenommen und war wie ein zweiter Vater für ihn geworden. Auch wenn sie beide längst nicht immer einer Meinung waren, fand Scott, dass Gary aufgrund ihrer gemeinsamen Vergangenheit ruhig ein wenig nachsichtiger sein könnte. Aber das Problem, vor dem Lorla nun stand, ging weit über ihr persönliches Verhältnis hinaus. Er war gezwungen, Scott zurechtzuweisen, wahrscheinlich auch zu bestrafen. Mit ruhigerer Stimme sagte Lorla daher, »Scott, Sie haben sich mächtig Ärger eingehandelt. Ist Ihnen das überhaupt klar? Sie haben sich über alle Regeln hinweggesetzt?« »Was hätten Sie denn an meiner Stelle getan?« »Verflucht doch mal, Scott!« »Sind Sie schwer von Begriff?« »Wir reden hier nicht über mich und wir spekulieren auch nicht über irgendwelche möglichen Alternativen. Wir reden darüber, was Sie bereits getan haben und den Ärger, den Sie deswegen bekommen werden.« »Lassen Sie mich Ihnen nur eine Frage stellen. Ihnen ist aber schon klar, dass der Präsident entführt wurde und ich absolut keine Zeit für diesen Mist habe?« »Wie haben Sie die Kerle damals bei der Sprengstoffgeschichte im Scripps drangekriegt?« »Haben Sie sich dabei an die kostbaren Regeln gehalten, die Ihnen offenbar jetzt so wichtig sind, dass Sie sie hier über alles andere stellen?« Damit traf Scott einen wunden Punkt. Er sprach von einer verfahrenen Situation am Scripps-Howard-Institut in La Gioia in Kalifornien vor über zehn Jahren. Damals leitete Gary die FBI-Außenstelle in San Diego. Eine radikale Gruppe hatte das Gelände in ihre Gewalt gebracht und hielt mehrere Angestellte als Geiseln. Als das Geiselbefreiungskommando des FBI nach einer Woche fruchtloser Verhandlungen schließlich das Gebäude stürmte, waren die Agenten nicht auf das vorbereitet, was sie drinnen vorfanden. Erstens hatten sich doppelt so viele Terroristen in dem Gebäude verschanzt, wie sie erwartet hatten. Und zweitens hatten die Terroristen alle möglichen Eingänge bedacht und jeden noch so verborgenen Zugang mit Sprengsätzen gesichert. Seine Männer wurden entweder vom Geschützfeuer der automatischen Waffen niedergemäht oder von den Sprengsätzen in Stücke gerissen. Lala war der Typ Mann, der von seinen Männern niemals etwas verlangt hätte, das er nicht selbst auch zu tun bereit war. Er hatte, sowohl vor als auch nach dem Fall in La Gioia, eine ganze Reihe von Entführungen, Überfällen und anderen Gewaltakten erfolgreich beendet, aber er konnte das Gefühl nie komplett abschütteln, dass er hätte wissen müssen, was in jenem Gebäude auf das Geiselbefreiungsteam gewartet hatte. Lala hatte drei Jahre gebraucht, aber er hatte es geschafft, jedes einzelne Mitglied der radikalen Gruppierung aufzuspüren, die für die Planung und Durchführung des sogenannten Scripps-Disasters verantwortlich war. Einige der Täter ergaben sich, bei anderen musste er nachhelfen. Und wieder andere versuchten, sich ihren Fluchtweg freizuschießen, aber Lawlers Finger am Abzug war schneller, und seine Kugel fand jedes Mal als erste ihr Ziel. Einige der Mitglieder der Gruppierung setzten sich ins Ausland ab, in dem naiven Glauben, dass sie dort sicher vor dem langen Arm des FBI waren, aber Lawler spürte sie alle auf. Geld und Zeit spielten dabei keine Rolle, denn er hatte der Regierung in einem leidenschaftlichen Appell klargemacht, dass sie der Verfolgung dieser Täter Priorität einräumen musste, um sie für ihre furchtbare Tat zur Rechenschaft zu ziehen, und dass man ihm diese Aufgabe übertragen musste. Scott wusste, dass Lawler auf seinem Feldzug mehr als einmal Gesetze gebrochen, Regeln missachtet und Bürgerrechte mit Füßen getreten hatte. Aber er hatte den Job erledigt. Um genau dieses Gefühl der Verantwortung für seine Männer und für die Verfolgung der Täter ging es Gott jetzt. Er wollte, dass Lawler wusste, was ihn antrieb. Gary schüttelte den Kopf mit Bestimmtheit, als er bemerkte, dass seine Gedanken in eine ganz bestimmte Richtung gedrängt wurden. Er wollte das nicht zulassen. Das ist sehr lange her und hat absolut nichts mit dem zu tun, was gerade vor sich geht, sagte er. Sie klingen wie einer von diesen verlogenen Predigern. Herrgott, Gary, es ist wirklich eine Schande, dass Sie keine Kinder haben. Sie haben all die leeren Ermahnungen drauf, die ein guter Vater so braucht. Sie wissen wirklich nicht, wann Schluss ist, oder? Der Special Agent, der das Büro in Salt Lake leitet, will Ihren Hintern als Trophäe über seinem Schreibtisch aufhängen, weil Sie einen seiner Männer K.O. geschlagen haben. Der Typ hat es verdient. Das spielt keine Rolle. Sie haben einen Bundesbeamten angegriffen, und zwar in meinem Zuständigkeitsbereich, und Sie haben meine Ermittlungen damit gefährdet. Und das ist ja noch längst nicht alles. Ihr Verhalten und Ihre Alleingänge sind nicht nur vollkommen inakzeptabel. Wenn man dem medizinischen Bericht glauben darf, den ich über Sie gelesen habe, dann hätten Sie heute Morgen nicht mal das Bett verlassen dürfen. Gary, kommen Sie. Sie wissen doch, wie wichtig die Sache ist. Darauf können Sie wetten. Ich bin derjenige, der Washington stündlich Bericht erstatten muss, damit der FBI-Chef den Vizepräsidenten auf dem Laufenden halten kann. Sie sollten doch wenigstens wissen, wie wichtig es ist, ein Teamplayer zu sein. Ja. Aber ich gehöre aufs Spielfeld, nicht auf die Ersatzbank. Ich war für diese Männer verantwortlich, und letztendlich bin ich auch für den Präsidenten verantwortlich. Sie haben doch auch schon einmal Männer verloren, Gary. Sie müssen doch wissen, wie sich das anfühlt. Wie ich mich jetzt fühle. Lola hatte die Nase voll. Wissen Sie was? Wenn Sie versuchen, mich fortzuführen, bringt Sie das auch nicht weiter, klar? Haben Sie mich verstanden? Was bei Scripps passiert ist, ist verdammt lang her. Und wie ich die Sache zu Ende gebracht habe, ist ebenfalls lange her. Ich habe auf Anweisung der Regierung gehandelt und über die Details dürfen und müssen Sie absolut nichts wissen. Ich habe eine Menge Fehler in meinem Leben gemacht, und einer davon bestand darin, zu glauben, dass ich Sie zur Vernunft bringen und Ihnen helfen könnte, Ihren Hintern zu retten. Aber Sie wollen es mir einfach nicht leichter machen, nicht wahr? Scott wurde jetzt ebenfalls richtig wütend und fauchte zurück. Es Ihnen leichter machen? Seit wann geht es denn hierbei um Sie? Seit ich Sie kenne, ist es immer nur um Sie gegangen. Das ist nicht wahr, und das wissen Sie auch. Was glauben Sie denn, was von meinem Leben und meiner Karriere noch übrig ist, wenn der Aufruhr sich gelegt hat? Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Im Augenblick habe ich ganz andere Probleme, aber eins kann ich Ihnen sagen. Sie machen es nicht besser, indem Sie überall herumspringen und den Ermittler spielen. Sie denken, das ist es, was ich tue? Den Ermittler spielen? Es macht ja auch so viel mehr Sinn, die lokalen Behörden stundenlang herumsitzen und Däumchen drehen zu lassen, wertvolle Zeit zu verplempern, während alle darauf warten, dass Sie hier eintreffen, damit die Ermittlungen endlich mal Fahrt aufnehmen können. Da spiele ich doch lieber selbst den Ermittler. Wissen Sie was? Sie haben mir gerade meinen letzten Nerv geraubt. Sie bekommen ja nicht mal mit, wenn jemand Ihnen aus der Patsche helfen will, oder? Ich werde es Ihnen jetzt mal wie einem Kleinkind erklären, und Sie hören besser genau zu. Wir sind effektiv, weil wir gut organisiert sind. Ist mir egal, wie viele Filme Sie gesehen haben. Der abtrünnige Cowboy auf dem Kriegspfad, der Einzelgänger, der hilft niemals dabei, einen Fall erfolgreich zu lösen. Er bringt nur alles durcheinander, versaut am Ende das Ganze. Eine Ermittlung ist erfolgreich durch Kooperation, Spezialisierung und Aufgabenteilung mit klarer Hierarchie. Hier zählt nicht, was der Einzelne allein tut, sondern die konzertierten Anstrengungen hunderter Männer, manchmal tausender. Wenn Sie einfach blind lospreschen, weil Ihnen nicht gefällt, wie wir die Dinge handhaben, dann richten Sie bloß mehr Schaden an als alles andere. Ich erinnere nur an die möglichen Spuren, die wir oben am Square Peak hätten finden können. Aber was noch schwerer wiegt, Sie lassen Ihr Team im Stich. Und wenn Sie Ihr Team im Stich lassen, dann verlieren Sie auch die Rechte und den besonderen Schutz, den wir alle genießen. Ich kann sehr gut verstehen, wie Sie sich fühlen, aber das entschuldigt keine Sekunde lang Ihr Verhalten. Sie haben das Gesetz missachtet und werden sich dafür höchstwahrscheinlich vor Gericht verantworten müssen, mal ganz abgesehen von den sonstigen Schwierigkeiten, in die Sie sich gebracht haben. Sie dachten schon vorher, Sie stecken tief in der Scheiße? Nun, jetzt haben Sie auch noch jedes Mitleid verspielt, das man Ihnen wegen Ihrer heldenhaften Rettungsaktion der Tochter des Präsidenten möglicherweise entgegengebracht hätte. Und das haben Sie ganz allein geschafft. Ich kann beinahe zusehen, wie sich Ihre Gedanken in Ihrem Kopf überschlagen, Scott, und ich sage Ihnen das nur einmal. Halten Sie ab jetzt Ihre große Klappe zu Ihrem eigenen Besten. Vielleicht haben Sie ja doch noch einen Job, der sich retten lässt. Aber wenn Sie noch ein einziges Mal aus der Reihe tanzen, dann garantiere ich Ihnen, dass ich persönlich dafür sorgen werde, dass Sie mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden. Für alles, was bereits geschehen ist und noch geschehen mag. Haben Sie mich verstanden? Machen Sie bloß nicht den Mund auf und sagen irgendwas. Ich will nur ein Nicken sehen. Der Zorn brannte in ihm wie ätzende Säure. Aber dennoch nickte Harweth langsam und zögernd mit dem Kopf. Gut, sagte Lawler, drehte sich um und verließ die Scheune. Er winkte Deputy McIntyre zu sich heran und rief ihm zu. Ich brauche einen Ihrer Männer, um Agent Harweth zurück zur Kommandozentrale des Secret Service in Snowhaven zu fahren. Ich habe hier mehr Hilfe bei den Ermittlungen bekommen, als ich ertragen kann. Und bitte stellen Sie sicher, dass unterwegs nicht angehalten wird, egal aus welchem Grund. Zum gleichen Zeitpunkt spürte Agent Zuschnitt in Deer Valley das Vibrieren seines Pagers. Er warf einen raschen Blick auf das Display und wühlte in seiner Hosentasche nach Münzen. Er hätte auch sein Handy benutzen können, aber auch dieser Anruf sollte nicht zurückverfolgbar sein. 25 Den ganzen Weg zurück zur Kommandozentrale kochte Scott innerlich. Der heuchlerische Mist, den Lawler ihm vor den Latz geknallt hatte, war einfach zu viel. Er wusste verdammt genau, dass Lawler wahrscheinlich jede Regel zurechtbiegen und zur Not auch brechen würde, um die Kerle aufzuspüren, die für den Mord an seinen Agentenkollegen verantwortlich waren. Niemand macht ihm deswegen Vorhaltungen. So, wie er Lawler kannte, traute sich wahrscheinlich auch niemand, sich ihm in den Weg zu stellen. Natürlich hatte Gary insofern recht, als es nicht umsonst eine Befehlskette und ein festgelegtes Vorgehen gab und beides normalerweise für die Effektivität der Behörden verantwortlich war. Er war schließlich selbst bei der Navy gewesen. Aber was blieb? Weil, war die unumstößliche Tatsache, dass Scott mindestens 30 Männer verloren hatte und der Präsident verschwunden war. Was Lawler auch sagen mochte, Scotts Karriere lag in seinen eigenen Händen. Und das Einzige, was die ganze Sache jetzt noch zu seinen Gunsten verändern konnte, wäre eine bahnbrechende Entdeckung seinerseits. Er müsste eine heiße Spur finden. Er hatte ein paar Hinweise entdeckt, die ein Bild ergaben. Aber nichts Weltbewegendes. Im Augenblick würde Lawler ihm sowieso nicht mehr zuhören, wenn er ihm seine Vermutungen mitteilte. Also war er wieder genau am gleichen Punkt wie zu Beginn. Allein. Harvith sprang aus dem Jeep des Reviers, bevor der völlig zum Stillstand gekommen war und zeigte kurz seine Marke am Tor. Der diensthabende Agent winkte ihn durch. Mit schnellen Schritten ging er zum Wohnmobil hinüber, wo er Agent Palmer zu finden hoffte. Sie saß ganz hinten und arbeitete am selben Tisch, an dem Longo heute Morgen gesessen hatte. Sie sah von ihrem Laptop auf und blickte Scott entgegen, während er durch den engen Mittelgang kam. Da ist aber heute jemand ein fleißiger Junge gewesen, was? Sehr komisch. Wer ist denn hier der Komiker? Blah, blah, blah. Gibt's irgendwas Neues? Wir haben endlich ein paar Dinge herausgefunden. Ich bin ganz ohr. Nun, wir wissen jetzt, wer der Mann aus dem Nahen Osten war. Er hieß Hassan Ussef. Der Mossad hat ihn identifiziert. Er war ein Scharfschütze, der auf eigene Rechnung für verschiedene palästinensische Befreiungstruppen gearbeitet hat, insbesondere für die radikaleren Splittergruppen der PLU. Man hat ihn mit mehreren Attentaten in Israel in Verbindung gebracht, bei denen es ein großes Medienecho gab. Hm, machte Scott nachdenklich. Das ergibt Sinn. Aber auch wieder nicht. Was meinen Sie damit? Die Waffe, die man bei ihm gefunden hat, war eine Skorpion. Das ergibt insofern Sinn, als dass eine der bevorzugten Waffen der PLU ist. Aber sie dient eigentlich eher der Verteidigung. Auf größere Entfernung ist sie nicht sehr präzise. Und weil sie so klein ist, kann man bei Vollautomatik eigentlich nur draufhalten und beten. Wieso beten? Naja, die Skorpion schlägt eine breite Schneise, wenn sie auf Automatik steht, also lässt der Schütze es wild Kugeln hageln und bittet, dass eine davon sein Ziel trifft. Gießkannenprinzip, könnte man fast sagen. Und was, wenn die Waffe nicht auf Automatik steht? Man kann zehn oder zwanzig Schussmagazine reinstecken. Aber warum sollte ein Scharfschütze keine präzisere und zuverlässigere Waffe benutzen? Vielleicht hatte er ja eine. Aber seine Kumpels haben sie mitgenommen. Und ihn mit einer zurückgelassen, bei der jeder sofort an die PLU denkt? Das ergibt doch keinen Sinn. Scott setzte sich neben Palmer und grübelte weiter darüber nach. Als sie bei den Seals waren, haben sie da nie Waffen getragen, die in Amerika hergestellt werden? Scott war mit den Gedanken noch immer halb bei dem, was Palmer gesagt hatte, und halb ganz woanders. Das hing von der jeweiligen Mission ab, aber wir hätten um keinen Preis einen unserer Männer oder seine Ausrüstung zurückgelassen. Rein und auch wieder raus, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen, so lautete stets die Devise. Ach, wissen Sie, ich war mal mit einem Ziel zusammen, und wenn der diese Devise auch in meinem Badezimmer angewendet hätte, anstatt jedes Mal ein Minenfeld aus nassen Handtüchern und hochgeklappten Toilettenbrillen zu hinterlassen, dann wäre er vielleicht immer noch mein Freund. Palmer lachte. Ein gut gemeinter Versuch, die angespannte Stimmung aufzulockern, die von Scott ausging, aber er reagierte gar nicht darauf. Sie mögen Schokolade, nicht wahr? Zeigen Sie mir mal eine Frau, die keine mag, erwiderte Palmer. Ich dachte gerade an all das Zeug, das Sie letztes Jahr von Ihrer Europareise mitgebracht haben. Meinen Sie etwa die Schokolade, die ich um die halbe Welt gekarrt und dann im Dienstraum im Weißen Haus liegen gelassen habe, die Sie und Ihre gierigen Kollegen dann komplett aufgefressen haben? Kein Stück habe ich davon bekommen. Ja, genau die meine ich. Was ist damit? Wo hatten Sie die her? Ich meine, haben Sie sie in Duty-Free-Shops gekauft oder sind Sie extra in irgendwelche Süßwarenläden gegangen? Mal nachdenken. Überall eigentlich. Ich hatte einen Ural-Pass und war die ganze Zeit mit dem Zug unterwegs. Da fand ich es ganz schön, immer etwas Süßes für zwischendurch dabei zu haben, also habe ich immer mal wieder irgendwo Schokolade gekauft. Erinnern Sie sich noch an einzelne Orte oder Läden? Palmer zog die Stirnkraus und dachte nach. Die Reise fing in Belgien an und weil die einen hervorragenden Ruf für gute Schokolade haben, habe ich mich, glaube ich, gleich gegenüber vom Bahnhof mit einem ordentlichen Vorrat eingedeckt. Damit bin ich mindestens durch ganz Frankreich gekommen. Und als ich dann in Österreich war, habe ich diese Mozartkugeln gefunden. Mozartkugeln? Sehr leckere, gefüllte Schokoladenkugeln. Und dann? Was kam nach Österreich? Puh, lassen Sie mich überlegen, nach Österreich... Ach ja, nach Österreich bin ich durch die Schweiz gefahren. Die ist ja wirklich berühmt für ihre Schokolade, aber eher nur für Milchschokolade. Die Belgier sind die Experimentierfreudigen, die Schweizer eher nicht. In Belgien haben sie sogar versucht, Cheeseburger mit Schokolade zu verkaufen. Und in der Schweiz gab es einfach nur unglaublich viele Sorten cremige Milchschokolade. Als nächstes bin ich dann nach Italien gefahren und da gab es diese großartigen Batschikugeln. Stopp, 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 mal zurück. Was? Nochmal zurück zu den Schweizern. Nestlé ist doch eine Schweizer Firma, oder? Ja, von denen gibt's hier vor allem die Nestlé Crunch Bars. Und ich glaube, dieser Kaffeeweißer, äh, Coffee Mate ist auch von denen. Genau. Das sind die Produkte, die wir hier in den Staaten haben. Aber wie sieht es in Europa aus? In der Schweiz produzieren die einen ganzen Haufen Sachen. Nicht nur Schokolade, auch Babybrei und sowas. Bleiben wir mal bei der Schokolade. In Ordnung. In der Schweiz habe ich jedenfalls eine ganze Menge verschiedener Sorten Nestlé Schokolade gesehen. Und wenn die exportieren würden oder eine bestimmte Sorte in Amerika auf den Markt bringen wollten, dann würden sie der Schokolade doch sicher einen Namen geben, den man auf Englisch versteht, oder? Vielleicht, muss aber nicht sein. Wieso nicht? Naja, denken Sie an sowas wie Toplarone oder Batschi. Die haben beide ihren Namen behalten, als sie angefangen haben, die aus Europa in die Staaten zu exportieren. Allerdings ist es auch in beiden Fällen so, dass die europäische Firma ihren gesamten Auftritt auf diese Marken hin ausgerichtet hat. Die Firma ist quasi der Markenname. Da wäre es ja blöd, den im Ausland zu ändern. Wenn es jetzt um eine Sorte Nestlé Schokolade ginge, die man in der Schweiz zwar kennt, die aber nicht mega berühmt ist, und dann nehme ich an, dass die Marketingabteilung hier in den Staaten sich einen neuen Namen für den amerikanischen Verkauf ausdenken würde. Denn der Markt für hochpreisige Schokolade mit fremdklingenden Namen ist sicher viel kleiner als der Markt für Riegel wie Snickers. Guter Punkt. Hä, ich habe meinen Posten ja auch nicht bekommen, weil ich ein Dummerchen bin, sagte Palmer mit einem warmen Lächeln. Über sie mache ich mir aber langsam Sorgen. Reden wir von was anderem als Schokolade. Ich bin sicher, dass Nestlé eine Webseite hat, entweder mit .com oder mit .ch für die Schweiz. Danke, Palmer. Ich weiß das zu schätzen, erwiderte Scott und erhob sich. Wo gehen Sie hin? Seit dem wunderbaren Frühstück, das Sie mir gemacht haben, habe ich nichts mehr gegessen. Ich habe gedacht, ich gehe rüber ins Restaurant der Silver Lake Lodge und esse eine Schüssel Chili oder sowas. Hätten Sie gern Gesellschaft? Ich könnte sicher etwas früher in die Pause gehen. Nein, aber vielen Dank. Ich muss jetzt mal allein sein und mir über einige Sachen klar werden. Das verstehe ich. Schauen Sie noch mal rein, wenn Sie wieder da sind. Okay. Scott zog die Tür des Wohnmobils rasch hinter sich zu, damit die anderen Agenten nicht wieder meckern konnten, dass er die kalte Luft hineinließ. Als er das Treppchen hinuntergestiegen war, hörte er, wie sich die Tür hinter ihm erneut öffnete. Palmer streckte den Kopf zur Tür heraus. Eine Sache noch. Vielleicht gibt es keinen Zusammenhang, aber am Westrand des Tals, drüben, bei der Kennekit-Kupfermine, haben Sie einen verlassenen Krankenwagen gefunden. Wirklich? War der als gestohlen gemeldet? Nein, die Diebstahlmeldung kam erst rein, als man den Wagen schon gefunden hatte. Und wo wurde er gestohlen? Die frierenden Agenten schimpften von drinnen, also zog Agent Palmer die Tür hinter sich zu und ging die Treppe hinunter. Bei einer Autowerkstatt namens Gruner Automotive. Offenbar hat Mr. Gruner den Krankenwagen am Samstag abgeschleppt. Abgeschleppt? Was war denn kaputt? Es gab Probleme mit der Bremsleitung, also hat Mr. Gruner den Wagen am Samstag Nachmittag zu einer Werkstatt abgeschleppt und der Krankentransportfirma gesagt, dass er sich erst am Montag darum kümmern könne. Er hat sonntags geschlossen und hat ausgesagt, dass der Wagen zwischen Samstagabend und heute früh gestohlen worden sein muss. Wie kann man denn mit einem Krankenwagen abhauen, der in so schlechtem Zustand ist, dass er gerade erst abgeschleppt wurde? Mr. Gruner hat gesagt, dass er repariert worden ist. Repariert? Haben Sie nicht gerade gesagt, dass Gruner der Transportfirma gesagt hat, dass er erst Montag dazu kommt, also heute? Ganz richtig. Gruner hat gesagt, dass der Dieb den Wagen repariert hat und dann damit weggefahren ist. Das wäre aber eine Menge Arbeit für eine verbotene Spritztour, sagt es Gott. Für eine Spritztour, ja, aber nicht so viel Arbeit, wenn man einen Fluchtwagen braucht, mit dem man so schnell fahren darf, wie man will und der von der Polizei nicht gestoppt wird. Das FBI wird sicher dieselbe Schlussfolgerung ziehen. Danke für die Info. Palmer drehte sich um und verschwand wieder im Wohnmobil, während Scott langsam die Zufahrt entlang zum Checkpoint marschierte und dann die Hauptstraße hinauf zur Skihütte. Auf dem Weg bemerkte er einen Krankenwagen, der kurz vor der Einfahrt geparkt war. Bisher war ihm nie aufgefallen, dass so ein Krankenwagen im Aufbau einen Kleinlaster oder Truck ziemlich ähnlich sah, mit einer hohen Karosserie über der Ladefläche. Er sah sich das Fahrzeug genauer an. Während es vorne ganz normale Einzelreifen besaß, war die Hinterachse wegen des zusätzlichen Gewichts mit Doppelreifen ausgestattet. Ein weiteres Puzzleteil, das sich ins Bild einpasste, aber das Bild vervollständigte sich damit keineswegs. 26 Da er wusste, dass ihn am Ende der Straße die Reporter wie ein heulendes Rudel Bluthunde erwarteten, bug Scott in den Wald ab. Er kannte eine Abkürzung, die quer über eine Skipiste führte, und hoffte, dass er den Rest des Weges auf diese Weise unbehelligt hinter sich bringen konnte. Die Ruhe im Wald und die kalte Luft taten ihm wirklich gut. Sein Verstand war den ganzen Tag mit ihm Karussell gefahren, hatte seit dem Aufstehen heute Morgen auf Hochtouren versucht, immer neue Informationen zu sortieren und zu verarbeiten, aber es war ziemlich viel auf einmal gewesen. Er spürte, wie er ein wenig zur Ruhe kam und sah den Skifahrern zu, die in Schwüngen die Abfahrt hinunterglitten, während er am Rand der Piste entlang ging. Obwohl die Lawine auch mehrere Zivilisten das Leben gekostet hatte, ließen sich die meisten offenbar nicht davon abbringen, weiter ihre Ferien zu genießen. Die menschliche Natur verwunderte ihn immer wieder aufs Neue. Die Leute fuhren den ganzen Tag auf ihren Ski an den Berg rauf und runter, als ginge sie das alles nichts an. Und am Abend versammelten sie sich in der Hütte um den Fernseher und seufzten, wie furchtbar es doch war, dass man den Präsidenten immer noch nicht gefunden hatte. Von der Silver Lake Lodge zogen köstliche Essensdüfte den Hang hinauf und stiegen Scott direkt in die Nase. Sein Magen knurrte zur Antwort sofort hungrig. Im Bergrestaurant der Feriensiedlung würden eine Portion Chili im ausgehüllten Brot und eine Tasche heiße Schokolade sicher um die elf Dollar kosten. Aber was machte das schon? Als er das letzte Stück bergab ging, erspähte er das Büro von Nick und Vance gleich hinter dem Restaurant. Er würde sie gerne um einen weiteren Gefallen bitten, aber das konnte bis nach dem Essen warten. Das Training war ihm längst so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, dass er keinen Raum betreten konnte, ohne die Gegebenheiten genau zu analysieren. So auch in diesem Restaurant. Er registrierte jeden Ausgang, die Lage der Fenster und was jeweils dahinter lag. Obwohl der große Speisesaal des Blockhauses Platz für hunderte von Gästen bot, ließ er den Blick über das Gesicht und den Körperbau jedes einzelnen Schweifen, den er von hier aus sehen konnte. Das war eine tief sitzende Angewohnheit, die ihm und seinen Schützlingen schon öfter das Leben gerettet hatte, als er zugeben wollte. Sollte er das Glück haben, so alt zu werden, dann wäre Scott Harworth der Alte, der noch mit neunzig den Aufenthaltsraum des Altersheims betrat und nach potenziellen Feinden Ausschau hielt, und sein Hirn würde auch dann noch automatisch abwägen, wer eine Bedrohung darstellen mochte. Scott nahm sich ein Tablett und stellte sich hinter einer Gruppe lärmender Deutscher an, die sich extra beeilt hatten, um vor ihm in der Bestellschlange zu sein. Er erinnerte sich an eine Geschichte, die ihm einer der Jungs aus dem schwedischen Skiteam erzählt hatte, als sie für einen Wettkampf in Deutschland trainierten. Scott hatte sich beschwert, dass es ihm beim Anstehen für den Skilift so vorkam, als hätten die Deutschen schon als Kinder gelernt, dass jeder für sich alleine kämpft. Mehr als einmal war er nahe daran gewesen, jemanden dafür zu verprügeln, dass er oder sie einfach über seine Skier gefahren war oder sich mit Schwung vorgedrängt hatte, während er brav wartete, dass er an der Reihe war. Der Schwede hatte gelacht und ihm erzählt, dass jeder in Schweden die Deutschen als Liftwaffe bezeichnete. Scott murmelte das Wort vor sich hin, als die Männer vor ihm noch lauter wurden. Als er dann endlich die Essensausgabe erreicht hatte, bestellte er Chili im Brot mit Zwiebeln und Extrakäse. Dann orderte er eine heiße Schokolade, aber als die Frau auf die Kaffeebar gegenüber zeigte, deren Warteschlange mindestens noch einmal genauso lang war, begnügte er sich mit einer kalten Milch. Ziemlich bescheuert, dass man sich für warme Getränke noch einmal neu anstellen musste, aber jetzt wollte Scott bloß noch essen. Also zarte er rasch und ließ den Blick über das Meer von Tischen schweifen, um hoffentlich einen freien Platz zu entdecken. Er hatte Glück. Ein Pärchen stand auf, als er sich einem der Tische näherte. Sie stritten sich und hatten offenbar ihre Unstimmigkeiten von zu Hause mit in den Urlaub gebracht. Daher hörten sie gar nicht, wie Scott ihnen für den freien Tisch dankte, als er sich hinsetzte. Er schloss die Augen und beugte sich über sein ausgehöhltes Brot, sog den Duft der Gewürze tief ein. Er schaufelte sich einen großen Happen auf den Löffel, ließ ihn in seinem Mund verschwinden und lehnte sich dann auf dem Stuhl zurück, während er den rauchigen Geschmack auf der Zunge genoss. Guten Tag, mein Name ist Judy Burns. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Es war nicht wirklich eine Bitte, sondern eher eine Feststellung. Sie bewegte sich flink wie ein Wiesel und hatte ihn daher vollkommen unvorbereitet erwischt. Die quirlige Blondine, die sich einfach auf den Sitz gegenüber gleiten ließ, sah aus wie die rasende Reporterin aus einem Comic. Ich bin von CNN und kein Kommentar, sagte Scott und nahm noch einen Löffel Chili. Aber ich habe Ihnen doch noch gar keine Frage gestellt, aber das werden Sie gleich und es ist mir schnurz, was für Fragen das sind. Kein Kommentar. Sie sind doch Scott Haworth, nicht wahr? Früher Freestyle-Ski-Profi, heute Agent beim Secret Service. Kein Kommentar. Kommen Sie schon. Ich versuche doch nur, meinen Job zu machen und ich meinen. Ich will Ihnen mal was sagen. Der Präsident gehört nicht Ihnen und auch nicht Ihren Leuten. Er gehört dem amerikanischen Volk. Diesen Spruch hatte Scott vorher noch nie gehört. Er war absolut lächerlich und er musste aufpassen, dass ihm die Milch nicht wieder zur Nase herauskam, als er lachte. Lady, bitte nennen Sie mich Jodie. Wie gesagt, Lady, kein Kommentar. Was können Sie mir über die Lawine sagen? Sie war aus Schnee und kam den Berg runter. Sie sind wirklich niedlich, wissen Sie das? Und wirklich hungrig. Wieso gehen Sie sich nicht jemanden anderen suchen, den Sie nerven können? Nerve ich Sie wirklich? Ja. Die junge Reporterin beugte sich über den Tisch, sodass Scott immer näher kam, machte ein aufmerksames Gesicht und nickte mehrfach, so als ob sie ihm zuhörte. Haben Sie irgendein Problem? fragte Scott. Im selben Moment sah er aus dem Augenwinkel, wie sie mit ihrer Hand irgendjemandem ein Zeichen gab. Sie hat einen Kameramann dabei. Scott drehte sich um und zwei Tische weiter hinten erspähte er sofort den Mann mit der Beta-Cam auf der Schulter, der sie beide dabei filmte, wie sie miteinander redeten. Dann bemerkte er auch das Knopfloch-Mikrofon an ihrem Laser. Scott beugte sich zu ihr und zog es mit einer schnellen Bewegung ab. Hey, rief sie. Ruhe jetzt, Lady, warnte er sie, und dann hielt er das Mikrofon ganz dicht an seinem Mund und machte ein paar merkwürdige und sehr laute Tiergeräusche. Hinter sich hörte er den Kameramann aufschreien. Harveth drehte sich gerade noch rechtzeitig um, um zu sehen, wie der Mann sich den Kopfhörer von den Ohren riss. Die Lautstärke, mit der Scott ins Mikro gebrüllt hatte, musste extrem schmerzhaft gewesen sein. Er wandte seine Aufmerksamkeit wieder der Reporterin zu. Sie wollen sicher eine Art Freigabe von mir, also hören Sie gut zu. Sie haben absolut null Erlaubnis, mich, meinen Namen oder mein Bild zu benutzen, egal wofür. Sollte ich mein Gesicht im Fernsehen entdecken oder meine Stimme hören, dann werde ich Ihren hübschen Hintern verklagen und Ihren Sender ebenso, habe ich mich klar ausgedrückt. Er verlieh seinen Worten zusätzlichen Nachdruck, indem er ihr das winzige Mikro wieder zuwarf. Vollkommen, erwiderte sie und stand beleidigt auf. Sie eilte zu ihrem Kameramann hinüber. Gene, ist alles in Ordnung? Was hat der Kerl denn für ein Problem, Mann? War das Letzte, was Scott von dem Mann hörte, bevor die beiden den Speisesaal verließen. Scott ahnte nicht, dass Agent Zuschnitt nicht nur das gesamte Spektakel beobachtet, sondern das Zusammentreffen selbst arrangiert hatte. Und als die Reporter gingen, schlüpfte auch er durch einen der vielen Seitenausgänge nach draußen. Zwanzig Minuten später hatte Scott sein Chili und zwei große Kekse gegessen, sowie eine weitere Milch getrunken. Er führte sich satt und befriedigt, sogar ein bisschen schläfrig. Er verließ das Restaurant und ging zu dem Flügel der Skihütte hinüber, in dem sich das Lawinenkontrollzentrum befand. Die erste Person, die er dort sah, war Nick Slattery. »Oh nein, immer schön langsam. Die Sparkasse für gefallen hat längst geschlossen,« begrüßte Nick ihn. »Hallo, Kumpel.« »Was geht?«, fragte Scott mit breitem Grinsen. »Was geht?« »In den letzten zwei Stunden haben nicht weniger als fünf Leute mir nacheinander den Arsch aufgerissen, und vier von denen hatten Waffen.« »Ich kenne sie überhaupt nicht, mein Herr.« »So behandelt man doch seine Freunde nicht, Nick,« mischte Vance sich an, der hinter Scott zur Tür hereinkam und eine Tasse heißen Kakao in der Hand hielt. »Ist das,« fragte Scott. »Kakao?« »Ja,« erwiderte Vance. »Wie lange musstest du dafür anstehen?« »Anstehen? Ich bin wichtig genug, dass ich mich nicht anstellen muss, schon gar nicht für heißen Kakao.« »Wo kämen wir denn dahin?« »Willst du auch einen?« »Oh, das wäre fantastisch,« seufzte Scott. »Nick, würdest du was ausmachen, Scott einen Kakao zu holen? Du kannst ihn vorne auf dem Schreibtisch stehen lassen und eine Runde spazieren gehen. Ich helfe diesem Mann, weil er mein Freund ist und wir eine gemeinsame Vergangenheit haben, aber wir brauchen dich da ja nicht weiter mit reinzuziehen.« »Folz irgendjemand fragen sollte, dann habe ich mir eine heiße Schokolade geholt und dann beschlossen, mal bei den Jungs von der Skipatrouille vorbeizuschauen,« erklärte Nick. »Sag, was immer du willst, Mann, danke,« erwiderte Vance, als Nick sich umdrehte und den Raum verließ. »Haben Sie euch echt so sehr in die Mangel genommen?«, fragte Scott, sobald die Tür hinter Nick ins Schloss gefallen war. »War kein Spaziergang, aber ich habe einfach gemacht, was du gesagt hast.« »Was ich gesagt habe?« »Was habe ich denn gesagt?« »Dass ich dir die Schuld geben soll.« »Ey, Moment mal, ich habe gesagt, dass ich die gesamte Verantwortung übernehme. Ist doch das Gleiche.« »Ich habe Nick gesagt, er soll den Mund halten und mich reden lassen.« »Findest du es komisch, dass ich dir dafür nicht dankbar bin?« »Nick braucht diesen Job weit dringender als ich, was sich ja schon daran zeigt, dass ich jetzt überhaupt mit dir rede. Also, du bist doch sicher wegen mehr als einer Tasse Kakao hergekommen?« »Ja, ich brauche noch einen Gefallen.« »Solange es nicht wieder um den Helikopter geht?« Scott zog die Schultern ein. »Der Pilot war ein Ass.« »Wie schlimm haben Sie ihn runtergemacht?« »Er fliegt jetzt den Hubschrauber einer Ölplattform am Polarkreis,« sagte Vance dumpf und warf einen Blick auf seine Armbanduhr, bevor er weitersprach. »Sein Dienst beginnt ziemlich genau jetzt.« »Echt?« »Jetzt?« »Nein, Blödsinn.« Er hat hartnäckig geschwiegen, als das FBI und der Sheriff ihn runtergemacht haben, weil er den Umweg geflogen ist und damit die Ermittlungen der Bundesbehörden behindert hat. Aber als unser Boss ihn dann auch noch in die Mangel nehmen wollte, hat er ihm gesagt, dass er ihn mal kann.« »Machst du immer noch Witze?« »Nein. Auf dem Papier ist der Mann sowieso ein Rente. Er macht seinen Job nur noch zum Spaß in der Hauptsaison. Er ist also noch weit weniger darauf angewiesen als ich und außerdem hasst er seinen Chef leidenschaftlich. Ich soll dir von ihm danken.« »Mir danken?« »Ja. Er hat gesagt, dass er schon lang nicht mehr so viel Spaß hatte.« »Na, dann sag ihm, es war mir ein Vergnügen und wegen dem Gefallen«, fuß Scott fort. »Was kann ich für dich tun?« »Habt ihr hier einen Rechner, mit dem ich ins Internet komme.« »Logisch.« »Dann müsste ich den mal benutzen.« »Klar, setz dich einfach her und mach«, sagte Vance und zeigte auf den freien Stuhl neben sich. »Ich müsste ihn aber allein benutzen«, fügte Scott hinzu. »Alter, auf keinen Fall. Wenn der Chef rausfindet, dass mein Computer dazu benutzt wurde, auf Pornoseiten zu surfen, dann bin ich meinen Job endgültig los.« »Ich meine es ernst.« »Okay, okay.« »Ich sehe schon, du bist gerade nicht zu scherzen aufgelegt. Wie lange brauchst du ihn? Wahrscheinlich nicht länger als eine halbe Stunde. Allerhöchstens eine Dreiviertelstunde. Ich kann dich hier drin allein lassen, aber ich muss drüben im vorderen Büro bleiben, für den Fall, dass wir einen Notruf oder sowas reinbekommen. Danke, Vance. Ich weiß das echt zu schätzen. Und jetzt noch einen letzten gefallen, ja? Welchen? Mach die Tür hinter dir zu, wenn du rausgehst. 27 In Anbetracht der Tortur, die er hinter sich hatte, war es kaum ein Wunder, dass Harworth müde war. Vance sah deutlich, dass sein Freund nicht nur erschöpft war, sondern auch nach wie vor unter starken Schmerzen litt. Als Scott aus dem Büro kam und ihm für die Benutzung des Computers dankte, reichte Vance ihm seine inzwischen gar nicht mehr heiße Schokolade und gab einem der Männer von der Skipatrouille Bescheid, dass er ihn mit dem Motorschlitten zurück nach Snowhaven bringen sollte. Harworth bat den Fahrer, außen herumzufahren, um den Reportern aus dem Weg zu gehen. Als sie sich parallel zum abgesperrten Gelände befanden, bedankte er sich bei seinem Chauffeur, während zwei Agenten ihn auf dem Weg zum Haupthaus durchwinkten. Die Müdigkeit lag blei schwer auf seinen Gliedern. Natürlich hatte man ihn darauf trainiert, wenn nötig tagelang ohne Schlaf auszukommen, aber er hatte ebenfalls gelernt, dass guter Schlaf eine nicht zu unterschätzende Waffe darstellte. Schlaf half dabei, den Verstand scharf wie ein Rasiermesser zu halten, und zum gegenwärtigen Zeitpunkt war er das ganz sicher nicht. Als er sich der Hintertür näherte, die zur Küche führte, traten gerade mehrere Agenten ihre Zigaretten aus und beendeten ihre Pause verfrüht, um wieder nach drinnen zu gehen. Scott beschleunigte seine Schritte, denn ihm war klar, dass da etwas im Gange war. Er betrat das Haus kurz nach den anderen Agenten. Die meisten seiner Kollegen hatten sich um den großen Fernsehbildschirm im Konferenzraum versammelt. Auf dem Schirm lief CNN, und als Scott den Raum betrat, verschwand gerade das Logo, mit dem der Sender seinen Live-Special-Report ankündigte. Der Nachrichtensprecher sagte ein paar Worte, bevor er sich an die Reporterin vor Ort wandte, die in einem kleineren Fenster auf dem Bildschirm erschien. Scott spürte, wie sich sein Magen bei ihrem Anblick zusammenzog. Ein ungutes Gefühl machte sich in ihm breit, und er stöhnte auf. Die umstehenden Agenten registrierten das natürlich ganz genau. Ich danke Ihnen, Richard. Wie Sie wissen, hält das ganze Land den Atem an, und mit ihm wahrscheinlich die ganze Welt, während hier in Park City unter dem Schnee und Eis der Lawine, die das beliebte Skigebiet am Sonntagnachmittag erschüttert hat, die Suche nach Präsident Jack Rutledge weitergeht. Der Präsident war hier mit seiner 16-jährigen Tochter Amanda im Skiurlaub. All diese Anstrengungen sind jedoch womöglich vergebens. Man konnte das kollektive Einatmen aller Beteiligten im Raum hören. Einen Moment lang sah man auf dem Schirm weiterhin Jodie Berners am Fuße eines Skihanges, im Hintergrund Kräne und Rettungsfahrzeuge, aber dann wechselte das Bild und zeigte das Innere der Silver Lake Lodge. Die Kamera war erneut auf Jodie gerichtet, die sich mit einem Mann unterhielt, der dem Kameramann den Rücken zudrehte. Auch sein Gesicht war aus dem Winkel kaum zu erkennen. Die meisten Zuschauer konnten unmöglich wissen, wen sie da interviewte. Aber das galt leider nicht für die Anwesenden oder jeden anderen, der Scott kannte. Judys Stimme erklang erneut. Nach Berichten mehrerer Quellen aus dem Umfeld des Secret Service soll es sich bei der Lawine, die mehr als zwei Dutzend Personenschützern und sechs Zivilisten das Leben gekostet hat, nicht um ein zufälliges Unglück gehandelt haben. Inzwischen wurde der Tod aller vermissten Agenten bestätigt. Aber die umfangreichen Such- und Rettungsmaßnahmen sind nach wie vor in vollem Gange. Und man klammert sich an die Hoffnung, weitere Überlebende zu finden, insbesondere den Präsidenten selbst. Unsere Quellen berichten, dass die Lawine mit Absicht ausgelöst wurde, und zwar als Ablenkungsmanöver, das eine Entführung des Präsidenten der Vereinigten Staaten vertuschen sollte. Zu diesem Zeitpunkt sind weder der Secret Service noch das FBI oder das Weiße Haus bereit, diese Berichte zu bestätigen oder zu dementieren. Aber wir werden sie natürlich auf dem Laufenden halten, sobald wir weitere Informationen für sie haben. Das Chili rumorte unangenehm ins Gottsmagen, und er spürte, wie ihm die Galle hochkam. Diese Reporterin hatte ihn benutzt. Aber warum? Wieso ihm? Wenn sie ein fingiertes Interview mit einer Quelle aus dem Umfeld des Secret Service aus dem Hut zaubern wollte, warum setzte sie nicht einfach irgendeinen Produktionsassistenten auf seinem Platz? Wenn man die Wahrheit so zu seinen Gunsten verdrehte, wieso nahm man dann keinen Schauspieler für diesen Job? Das Ganze ergab, schon wieder, keinen Sinn. Hatte sie ihn etwa wirklich in dem Glauben interviewt, dass er ihr etwas Verwertbares sagen würde? Und nachdem der Versuch auf so unangenehme Weise gescheitert war, hatte sie da beschlossen, ihn aus Trotz und Gemeinheit dennoch für ihre Story zu benutzen? Harvith ging in die Küche und goss sich eine Tasse Kaffee ein. Einige der Agenten, die eben noch im Konferenzraum neben ihm gestanden hatten, folgten ihm. Der Ausdruck auf ihren Gesichtern war eindeutig. Scott würde nicht zulassen, dass irgendjemand dachte, er hätte auch nur eine Sekunde lang mit CNN kooperiert. »Dieses Interview ist Bullshit. Ich habe der Tussi nur immer wieder gesagt, kein Kommentar. Also seht mich gefälligst nicht so vorwurfsvoll an.« »Hey, Harvith«, meldete sich einer der Agenten von der Tür her zu Wort. »Wir sehen dich überhaupt nicht an. Wir wollten uns nur einen Kaffee holen, sonst nichts.« Scott schüttelte angewidert den Kopf, nahm seinen Kaffee und ging an den Männern vorbei aus der Küche auf die Haustür zu. Er wollte auf dem Transportplan nachschauen, wann das nächste Team seine Schicht beendete und zu den Hotels zurückgebracht wurde. Nach der Lawine hatten sie den ursprünglichen Fahrplan verworfen und die Fahrzeuge nach Dringlichkeit umdisponiert. Er brauchte dringend ein paar Stunden Schlaf. Danach würde er die Dinge wieder klarer sehen und vielleicht auch den Sinn dahinter. Als er über den verschneiten Pfad zur Kommandozentrale stapfte, sagte er sich, dass dieser Tag kaum noch schlimmer werden konnte. Aber dann flog die Tür des Wohnmobils auf und Gary Lawler stand im Türrahmen und starrte zu ihm hinaus und ihm wurde klar, dass er sich verdammt noch mal geirrt hatte. Hinter Lawler ragten zwei Hühnen auf, die Scott noch nie gesehen hatte. Er nahm an, dass sie ebenfalls zum FBI gehörten. Lawlers Gesichtsausdruck sagte alles. Er war wütend und gleichzeitig eiskalt. Eine furchterregende Kombination. Scott zweifelte nicht daran, dass ein falsches Wort seinerseits einen schrecklichen Zornausbruch auslösen würde. Das Letzte, was Scott jetzt noch gebrauchen konnte, war eine Schimpftirade des stellvertretenden FBI-Chefs, hier vor all seinen Kollegen. Also nahm er sich vor, extrem vorsichtig zu sein, was er sagte. »Sieht aus, als hätten Sie den Bericht von CNN gesehen«, stellte Scott fest, als er auf den Winnebargo zukam. »Keinen Schritt weiter«, brüllte Lawler ihn an, und Scott blieb wie angewurzelt stehen. »Ob ich ihn gesehen habe? Oh ja, ich habe ihn gesehen. Die ganze Welt hat ihn gesehen. Ich kann erklären, wie... Oh, ich wette, dass Sie das können, aber das ist mir inzwischen egal. Sie haben meine Ermittlungen zum letzten Mal gefährdet. Ich hatte Sie gewarnt. Was passiert, wenn Sie noch einmal aus der Reihe tanzen? Aber Sie wollten ja nicht hören. Sie mussten es auf Ihre Art machen. Auf meine Art? Soll das ein Witz sein? »Ich habe dieser Reporterin kein Wort. Ich will nichts hören.« Scott stand nahe davor, die Geduld zu verlieren, und sprach jetzt auch lauter. »Ist mir gleich, ob Sie das hören wollen oder nicht. Ich sag's Ihnen trotzdem.« »Keine Chance. Agent Lawler, wenn Sie sich das Originalband von der Reporterin holen, werden Sie sehen, dass ich immer nur kein Kommentar gesagt habe. Nichts weiter.« »Agent Haworth, es gibt keine Möglichkeit, zweifelsfrei festzustellen, was Sie gesagt haben, ob die Kamera nun mitlief oder nicht. Aber was sollte es mir denn nützen, die Ermittlungen auf diese Weise zu gefährden?« »Ich weiß nicht, Agent Haworth. Vielleicht gefällt Ihnen ja nicht, wie das FBI seine Arbeit macht. Und Sie wollen die Sache ein wenig vorantreiben, weil Sie denken, Sie können das besser.« »Ich will dasselbe wie Sie.« »Das haben Sie schon mehrfach gesagt. Aber Sie weigern, sich im Team zu agieren und die Spielregeln zu befolgen. Was denn für Spielregeln? Denken Sie, die Entführer haben sich an irgendwelche Spielregeln gehalten, als sie sich den Präsidenten geschnappt haben?« »Agent Haworth, ich habe genug von Ihnen. Und Ihre Vorgesetzten sehen das genauso.« »Meine Vorgesetzten?« »Wovon reden Sie denn?« »Ich habe Ihnen beileibe genug durchgehen lassen. Viel mehr, als ich wollte. Mit dem letzten Stück Geduldsfaden, an dem Sie noch baumelten, haben Sie sich soeben selbst Ihre Schlinge geknüpft.« »Meine Schlinge? Aber ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich mit dem Bericht von CNN nichts zu tun hatte.« »Und ich habe Ihnen gesagt, dass mir das egal ist. Sie wurden vor«, Lola unterbrach sich, um einen Blick auf seine Armbanduhr zu werfen, »vor zwei Minuten nach Washington zurückbeordert.« »Sie haben dafür gesorgt, dass ich raus bin? Das glaube ich einfach nicht.« »Glauben Sie es besser. Agent Petrasso und Agent Sprecher hier werden Sie zu Ihrem Hotel begleiten, wo Sie Ihre Sachen packen und dann mit den beiden zum Flughafen nach Salt Lake City weiterfahren. Am Schalter von Delta liegt ein Ticket auf Ihren Namen bereit. Die Agenten bleiben bei Ihnen und stellen sicher, dass das Flugzeug mit Ihnen an Bord abhebt. Danach sind Sie nicht länger mein Problem.« Scott war sich sehr wohl bewusst, dass er nach Strohhalmen griff, aber er versucht es dennoch. »Es tut mir leid, was passiert ist.« »Sie haben recht. Jede Ermittlung steht und fällt mit einem geschlossen agierenden Team. Ich bin zu weit gegangen. Aber ich werde mich in Zukunft zurückhalten. Es sind Ihre Ermittlungen und das werde ich von nun an respektieren. Ich habe bereits einige Theorien, von denen ich glaube, dass sie es wert sind, sie weiter zu verfolgen. Wir könnten zu spät.« »Ich habe Sie gewarnt und Sie haben nicht zugehört. Jetzt liegt es nicht mehr in meiner Hand.« Als letzten Ausweg verlegt es Scott sich auf den Standpunkt seines Arztes. »Dr. Travic wollte noch ein CT und ein MRT machen. Er hat beides für morgen Nachmittag anberäumt. Dann kann er mir ja gleich danach die Reisefreigabe erteilen.« »Ich scheiß auf Dr. Travic. Sie bekommen Ihre Freigabe von mir.« »Wenn Sie in der Verfassung sind, einen meiner Agenten aus dem Anzug zu hauen, eine senkrechte Felswand drunter zu klettern, einen Helikopter zu kapern und nach Midway rüber zu fliegen und dann noch fit genug sind, CNN-Interviews zu geben, dann sind Sie ganz sicher auch reisefähig.« »Ich habe Ihnen doch schon erklärt, dass ich dieser Reporterin nichts gesagt habe. Und ich habe Ihnen erklärt, dass es mir egal ist.« »Patrasso und Sprecher gehen jetzt mit Ihnen Ihre Sachen holen. Und dann fahren Sie zum Flughafen und steigen in den nächsten Flieger nach Washington. Was Sie machen, wenn Sie erst mal dort sind, ist das Problem von jemand anderem. Und jetzt verschwinden Sie!« befahl Lawler, bevor er sich umdrehte und wieder im Wohnmobil verschwand. Scott blickte von Patrasso zu Sprecher und sah ein, dass er sich mit diesen beiden Schränken besser gar nicht erst anlegte. Lawler hatte sie sicher angewiesen, ihn mit allen notwendigen Mitteln dazu zu bringen, das verdammte Flugzeug zu besteigen. Und ehrlich gesagt war er auch viel zu müde, um sich dagegen zu wehren. »Wie heißt dein Hotel hier?« Das war eine der Fragen gewesen, die Dr. Travik ihm gestern Abend gestellt hatte, um sein Kurzzeitgedächtnis zu testen. Aber selbst jetzt, als er den Namen auf dem großen Schild über dem Eingang entdeckte, erinnerte er sich nicht daran. Sein Kopf war wirklich ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Patrasso und Sprecher begleiteten ihn in sein Zimmer, wo er seine Sachen zusammenpackte, und dann brachten sie ihn zum Flughafen. Der Flug zurück nach Washington war der schnellste, den er je erlebt hatte. Denn ungeachtet seiner starken Kopfschmerzen, verschlief er ihn komplett. 28 Die Wäscheleine, mit der André Martin gefesselt war, schnitt ihm in die Handgelenke. Und er versuchte, sich davon zu befreien. Aber dann zwang er sich, seine Muskeln zu entspannen. Er musste Ruhe bewahren. »Konzentrier dich auf deinen Atem«, befahl er sich. Der Knebel in seinem Mund schmeckte nach Schuhcreme, und ein strenger Geruch nach Schimmel stieg vom fleckigen Boden auf. Er hätte sich am liebsten übergeben. Aber er wusste, wenn er das tat, würde er daran ersticken und sterben. Immer wieder ermahnte er sich selbst, ruhig zu bleiben. »Es muss einen Weg hier rausgeben«, dachte er. Er brauchte ganz schnell eine Idee. Die unbequeme Position, in der er sich befand, Hände und Füße zusammengebunden, machte ihn wahnsinnig. Er schloss die Augen und versuchte noch einmal zu begreifen, was passiert war. Als Senator Schneider die Tür zur Duschkabine geöffnet hatte, war André die Spritze in seiner Hand entgangen. Als er sie bemerkte, war es zu spät. Das Beruhigungsmittel wirkte extrem schnell. In Anbetracht des Größenunterschieds zwischen ihnen konnte Schneider ihn nur mit Tricks und Täuschung überwältigen, denn André war größer und kräftiger als er. Es war ihm nicht bewusst. Aber bisher hatte André noch Glück gehabt. Der Senator hatte viele Termine und nach all dem, was in den letzten vierzehn Stunden geschehen war, blieb ihm keine Zeit für irgendwelche Ablenkungen, schon gar nicht für einen Mord und die unvermeidliche Beseitigung der Leiche. Dafür wollte er sich Zeit nehmen. Außerdem wollte er wissen, wie viel sein junger Liebhaber wusste. Schneider hatte bisher noch keine Zeit gehabt, die Puzzleteile zusammenzusetzen, aber in den letzten Wochen hatte ihn irgendetwas an André Martin gestört. Nur sein Gefühl. Senator Schneider nahm seine Intuition sehr ernst, insbesondere, wenn sie ihn vor etwas warnte. Zuerst hatte er versucht, seine Befürchtungen damit abzutun, dass er immer paranoider wurde, je älter er wurde. Aber er wusste, dass das nicht wahr war. Im Gegenteil, seine Sinne waren mit dem Alter nur noch schärfer und feiner geworden. In dieser Nacht musste er sich nur ein paar Mal umdrehen und aus dem Heckfenster des Taxis spähen, um nicht misstrauisch zu wirken, aber er war sich sicher, dass ihm jemand folgte, als er zu Rolanders Haus fuhr. Als er dann später in sein Haus in Georgetown zurückkam, fand er den Boden im Eingangsbereich vollkommen trocken vor. Aber der Abstellraum an der Hintertür war feucht, obwohl jemand versucht hatte, den Boden aufzuwischen. Das konnte nur André Martin gewesen sein. Schneider war außerdem sicher, dass André sein Telefonat mit Agent Zuschnitt belauscht hatte. Als er das Gespräch beendet hatte, drückte er den Gabelumschalter, weil er gleich danach in seinem Büro anrufen wollte. André hatte den Handapparat oben im Schlafzimmer nicht schnell genug in die Station zurückgestellt. Schneider hatte das Klicken gehört. Diese beiden Dinge reichten aus, um Martins Schicksal zu besiedeln. In dem kleinen Bar-Kühlschrank in seinem Arbeitszimmer stand eine falsche Piccolo-Flasche Champagner, während Boden Schneider aufschraubte, um die versteckte Spritze mit dem starken Beruhigungsmittel herauszuholen. Kurz darauf stand er oben im Badezimmer. Er bewegte sich schnell, und in der Wolke aus dichtem Wasserdampf hatte André keine Chance, der Nadel auszuweichen. Wie eine Katze, die eine Maus gefangen hatte, konnte Schneider es nicht lassen, die Gelegenheit zu nutzen, ein wenig mit André zu spielen. Während er darauf wartete, dass die Droge ihre volle Wirkung entfaltete, fragte er sein Opfer, warum es ihm gefolgt war und warum es sein Telefonat belauscht hatte. André schlug sich wacker. »Du bist in letzter Zeit so distanziert gewesen. Du bist mit den Gedanken immer woanders oder bei einem anderen,« brachte er hervor, während seine Muskeln rapide schwächer wurden. In seinem Blick lag die nackte Angst, obwohl die Lieder ihm bereits schwer wurden. Er wusste, dass Schneider zu allem fähig war. Er klammerte sich verzweifelt an seinen Verstand, um sein Gegenüber zu überzeugen. Aber der Nebel des Medikaments zog ihn immer schneller in Richtung Vergessen. »Ich habe gedacht, dass du dich vielleicht nebenher mit einem anderen triffst. Was gäbe es für einen anderen Grund, mitten in der Nacht heimlich das Haus zu verlassen?« »Was ich tue, mein kleiner André,« sagte Schneider und riss Martins Kopf, der ihm auf die Brust gesunken war, an den Haaren hoch, »ist ganz allein meine Angelegenheit. Ich bin Senator. Ich habe zu jeder Tages- und Nachtzeit wichtige Dinge zu tun.« André wusste, dass Schneider ihm nicht glaubte. Aber er versuchte es dennoch weiter. »Ich, ich liebe dich. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass du einen anderen hast. Ich war schon immer eifersüchtig.« »Warum hast du mich dann nicht danach gefragt?« »Ich hatte Angst. Ich wollte zuerst sichergehen, dass du dich wirklich mit einem anderen Mann triffst. Ich wollte mich nicht blamieren, falls ich Unrecht hatte.« »Und das ist wirklich alles.« »Oder hast du noch einen anderen Grund, warum du mir gefolgt bist?« »Was hast du noch gesehen?« Schneider hatte das Wasser abgestellt, nachdem er André die Spritze verabreicht hatte, und jetzt saß der in der Duschkabine auf dem Boden. Sein Mund war erschlafft und leicht geöffnet. Ein silbriger Spuckefaden ran ihm aus dem linken Mundwinkel. Der Senator gab ihm eine Ohrfeige, damit er ihm noch einmal zuhörte. »Was ist mit dem Anruf, den ich heute früh bekommen habe? Was hast du mir dazu zu sagen?« André lachte ganz leicht und murmelte etwas Unverständliches. Schneider verpasste ihm noch eine Ohrfeige, fester diesmal. Er hatte die Dosis des Beruhigungsmittels falsch eingeschätzt. Er hatte noch nie gesehen, dass es so schnell wirkte. Aber das war nicht wirklich ein Problem. Wenn er heute Abend wieder nach Hause kam, war sein Opfer sicher bereit, ihm alles zu sagen, was er wissen musste. Er versuchte es mit einer letzten Ohrfeige. »Was hast du dazu zu sagen?« Wieder murmelte André etwas, und der Senator raunzte ihn an, lauter zu sprechen. Als er es tat, wurde Schneider wütend. »War nur ein kleiner Stich unter der Dusche, mehr war das nicht. Alles ganz klein, ein kleiner Stich von einen kleinen Stich mit einem kleinen Schwanz,« sagte André mit flatternden Lidern und lachte wieder leise in sich hinein. Schneider verpasste ihm einen heftigen Schlag gegen den Kopf, und das Lachen verstummte, denn André Martin verlor das Bewusstsein. 29 Dass Gott ursprünglich damit gerechnet hatte, in der Air Force One nach Washington zurückzukehren, hatte er sich keine Gedanken darüber gemacht, wie er vom Flughafen nach Hause kommen sollte. Beim Abflug hatte ihn wie immer eine der Junior Agents vor seiner Wohnung abgeholt und zum Washington National Airport gefahren, sodass er nun fast erwartete, auch jetzt einen Agenten in der Abholschlange stehen zu sehen. Aber weder am Gate noch hinter der Gepäckabholung erblickte er einen seiner jüngeren Kollegen. Pager und Handy waren eingeschaltet, aber er hatte keine Nachrichten über einen wartenden Fahrer. Demnach war offenbar nichts arrangiert worden. In der festen Überzeugung, dass Lawler dahinter steckte, schüttete Scott sein Gepäck und ging zum Taxi-Stand. Nach 20 Minuten anstehen kam er endlich an die Reihe, stieg in ein Taxi und ließ sich zu seiner Wohnung in Alexandria fahren. Unterwegs suchte er in der Kontaktliste seines Mobiltelefons nach der Nummer von Big Tonys und bestellte sich etwas. Der Taxifahrer wartete, während Scott seine Pizza und das Sixpack-Bier der Marke Kirin im Laden abholte. Tonys hatte die beste Auswahl importierter Biere und Pizzen zum Mitnehmen in ganz Alexandria. Der wunderbare Duft seines Abendessens, der von dem viereckigen Karton aufstieg, überdeckte glücklicherweise den weit weniger appetitlichen Geruch, den sein Fahrer verstohmte. Als sie Scotts Wohnblock erreichten, bezahlte er das Taxi und bat um eine Quittung. Er nahm sich vor, die Fahrt auf seine Spesenabrechnung zu setzen. Und wenn er schon dabei war, würde er die Ausgaben für Pizza und Bier gleich mit dazurechnen. Was hatte er schon zu verlieren? Selbst ein verurteilter Mann hatte das Recht auf eine Henkersmahlzeit. Er kämpfte mit seinem Gepäck, schaffte es aber, die Eingangstür aufzuschließen, und schob sie mit seiner Hüfte weiter auf. Die Dame von der Hausverwaltung hatte die Post für ihn gesammelt, aber es war bereits zu spät, um jetzt an ihre Tür zu klopfen, also stieg er gleich die alte Holztreppe zu seiner Wohnung hinauf. Die Rechnungen können bis morgen warten. Als er den zweiten Stock erreicht hatte, blieb Harworth gleich links neben dem Treppenabsatz vor seiner Wohnungstür stehen und sah sich die obere rechte Ecke des Türrahmens aufmerksam an. Er überzeugte sich davon, dass während seiner Abwesenheit niemand in der Wohnung gewesen war, und dann entfernte er das Haar, das zwischen Tür und Rahmen klemmte, balancierte Pizza und Bierkarton auf einem Knie und schloss die Tür auf, um endlich nach Hause zu kommen. Harworth hatte seinen Anruf beantwortet bereits im Taxi abgehört. Aber jetzt nahm er dennoch den Hörer ab und lauschte auf den unterbrochenen Klingeton, nur um ganz sicher zu gehen. Nichts. Eine seltsame Ruhe überkam ihn, als er sein Gepäck im Schlafzimmer abstellte und sich dann mit der Fernbedienung in der Hand auf die Couch fallen ließ. Er öffnete eine Flasche von dem japanischen Bier und nahm sich ein Stück Pizza. Wie auch schon auf den Bildschirmen am Flughafen lief auf allen Sendern die Story von Judy Burns. Die Kommentatoren und Nachrichtensprecher stellten immer wieder fest, dass bisher niemand die Entführung des Präsidenten bestätigt hatte, vergaßen aber auch nicht zu erwähnen, dass die Meldung nicht dementiert worden war. Als er erneut auf mehreren Kanälen hören musste, dass die bisherigen Informationen von einer Quelle aus dem Secret Service standen, verlos Gott zunehmend den Appetit und warf sein halbgegessene Stück Pizza in den Karton zurück. Er stellte die restlichen Bierflaschen neben sich auf den Fußboden und legte sich auf die Couch. Dann schaltete er den Fernseher auf OLN, kurz für Outdoor Live Network, wo dankbarerweise nichts über den Präsidenten zu hören war. Vielmehr zeigte der Sender die Wiederholung eines Skispringens aus Innsbruck und er schaute sich das an, trank sein Bier und schaltete seinen Verstand langsam ab. Das Letzte, woran er sich erinnerte, bevor er eingeschlafen war, war, die Schuhe auszuziehen und sie auf den Läufer vor der Couch fallen zu lassen. Um genau sieben Uhr morgens erwachte Scott vom Klopfen der Hausverwalterin an seiner Tür. Sie hatte ihn gestern Abend nach Hause kommen hören und wollte ihm seine Post bringen. Da er nun schon einmal wach war, beschloss Harwith, eine Kanne Kaffee zu kochen und eine Dusche zu nehmen. Die Rasur sparte er sich. Und nachdem er angezogen war, aß er die letzten beiden Fertigwaffeln, die er noch in seiner Tiefkühltruhe fand. Sirup war auch keiner mehr da, also bestrich er sie mit Butter und Honig. Es hatte definitiv viele Vorteile, zum Personenschutz des Präsidenten zu gehören. Als Mitglied des Teams bekam man nicht nur einen Zuschuss zum Anzugkauf, da der Secret Service im Fernsehen eine gute Figur machen sollte, sondern hatte auch Anspruch auf bevorzugte Terminvergaben bei einigen gefragten Spezialisten im Großraum Washingtons. Einer davon war Dr. Sarah Halsebeck. Und Scott durfte gleich vorbeikommen. Er ließ sich den Großteil des Vormittags untersuchen, stochern und stupsen, ausfragen und scannen. Dr. Halsebeck staunte nicht schlecht, als sie das Muster aus Blutergüssen aus seinem Rücken sah und fand es unglaublich, dass die Kraft, die dieses Trauma verursacht hatte, keine Knochenbrüche oder innere Verletzungen ausgelöst hatte. Ihre genauen Worte waren noch etwas bildlicher. Ich könnte sie jetzt nach den Nummernschildern der Lastwagen fragen, die sie über den Haufen gefahren haben, aber eigentlich müsste es reichen, wenn sie mir sagen, welche Farbe die Dinge hatten, denn eine Flotte dieser Größenordnung müsste leicht aufzuspüren sein. Als sie mit ihrer Untersuchung fortfuhr und sich die Testergebnisse noch einmal ansah, fasste sie zusammen. Sieht aus, als wäre nichts gebrochen, gerissen oder ausgekugelt, und innere Blutungen kann ich auch nicht entdecken. Dann ist ja eigentlich alles soweit in Ordnung, richtig? Wollte Scott wissen. Die meisten Sorgen mache ich mir über die Schläge, die ihr Kopf abbekommen hat. Das Gehirn ist ein sehr komplexer Mechanismus. Die Bilder aus dem CT zeigen zwar keine Blutungen, aber ich bin dennoch besorgt. Wieso? Nun, da wäre zunächst ihre Psychometrie. Als sie beim Secret Service angefangen haben, haben die eine ganze Batterie von Tests mit ihnen gemacht, um eine Grundlage für die Bemessung ihrer Leistungsfähigkeit zu haben. Damals sind Dinge wie ihr Erinnerungsvermögen, ihre Konzentration und Reaktionszeit erfasst worden. Wenn ich das mit den heutigen Tests vergleiche, sind all diese Aspekte beeinträchtigt. Aber Dr. Travic hat gesagt, nichts gegen Dr. Travic, aber seine Diagnose war extrem subjektiv. Ohne die Vergleichswerte, die ich hier vorliegen habe, konnte er bestenfalls schätzen, wie es um sie steht. Oh, kommen Sie, Dr. Haseberg, ich habe mir den Kopf schon öfter angeschlagen. Da ist nie was zurückgeblieben. Und diesmal wissen wir das noch nicht ganz sicher. Sie haben einen beträchtlichen Verlust im Kurzzeitgedächtnis erlitten, Doktor. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass ich so schnell zu Ihnen kommen durfte und Sie all diese Untersuchungen gemacht haben, aber können Sie mir einfach sagen, was das unterm Strich bedeutet? Ganz kurz. Bei Ihrem Sturz haben Sie sich wahrscheinlich den Kopf an etwas extrem Hartem angeschlagen, vielleicht an einem Felsen und dabei eine Gehirnerschütterung erlitten. Auch wenn Sie noch wissen, wer Sie sind, scheint da mindestens eine geringfügige Amnesie zu bestehen, und die schlägt sich im Verlust des Kurzzeitgedächtnisses nieder. Wie kurz? Von welchem Zeitraum reden wir? Normalerweise betrifft diese Störung neue Dinge. Vielleicht fällt es Ihnen schwer, sich an Dinge zu erinnern, die in den letzten vier Wochen passiert sind. Und kommen diese Erinnerungen zurück? Wahrscheinlich schon. Es kann sein, dass Sie jemanden erst vor kurzem kennengelernt und nun vergessen haben, oder Rechnungen und Bankeinzahlungen, an die Sie sich nicht erinnern können, solche Sachen. Gibt es noch andere mögliche Probleme deswegen? Es kann sein, dass es Ihnen sehr schwerfällt, sich zu konzentrieren, und wie bereits gesagt, Ihre Reaktionszeit hat sich gravierend verlangsamt. Was ist mit körperlichen Nebenwirkungen? Nein. Möglicherweise schlafen Sie viel mehr als sonst, oder Ihr Schlaf ist unterbrochen. Ah, großartig. Es ist auch gut möglich, dass die Kopfschmerzen, über die Sie mir berichtet haben, noch eine Weile gehäuft auftreten, ebenso Übelkeit. Irgendwelche anderen guten Nachrichten? Es kommt häufiger vor, dass Patienten mit ähnlichen Verletzungen wie Ihren reizbar werden. Reizbar? Wie drückt sich das aus? Dinge, über die Sie keine Kontrolle haben, frustrieren Sie weit stärker, als das unter normalen Bedingungen der Fall wäre. Kurz gesagt, Ihr Geduldsfaden reißt vielleicht viel schneller als sonst. Scott fragte sich, ob das der Grund war, weshalb er Agent Zuschnitt K.O. geschlagen hatte. Oder ob er das auch ohne den vorherigen Sturz getan hätte. Er brauchte nicht lange nachzudenken, um zu dem Schluss zu kommen, dass er es auf jeden Fall getan hätte. Zuschnitt hatte sich seinen Knockout verdient. Ist das alles? Wollte Scott wissen. So ziemlich. Sie sollten sich vor allem merken, dass alle erwähnten Symptome durch körperliche Erschöpfung verstärkt werden können. Einfach gesagt, Ihr Gehirn wurde einmal durch den Fleischwolf gedreht, und jetzt müssen Sie ihm und Ihrem Körper Zeit zur Heilung geben. Durch den Fleischwolf gedreht. Immer wieder schön, welche Bilder Mediziner fanden, wenn sie versuchten, ihre Befunde für den Laien verständlich zu übersetzen. Diese Ärztin hatte ihm nicht nur drastisch klargemacht, was Sache war. An ihr war auch noch eine Komikerin verloren gegangen. Bevor er ging, gab ihm Dr. Haselbeck noch den Namen eines guten Chiropraktikers, den sie kannte. Den werden Sie brauchen, sagte sie. Scott bedankte sich und trat hinaus in den regnerischen Nachmittag. Wenn es in Washington regnete, war es beinahe unmöglich, ein leeres Taxi zu finden. Eigentlich sollte man schon den Versuch als Extremsportart bezeichnen. Scott hätte am liebsten Marke und Pistole hochgehalten, als der nächste Wagen heranbrauste, aber dann hielt endlich einer an und ernannte dem Fahrer die Kreuzung mit dem kleinen Lebensmittelladen in der Nähe seiner Wohnung als Ziel. Mit einer prall gefüllten Einkaufstüte in jedem Arm ging er das letzte Stück durch den Regen nach Hause und fragte sich, wieso sein Boss ihn immer noch nicht einbestellt hatte. Bei dem Fass, das Lawler aufgemacht hatte, mussten sie doch eigentlich Schlange stehen, um ihn runterzuputzen. Er trug seinen Pager und das Handy die ganze Zeit mit sich herum, aber bisher hatte niemand versucht, ihn zu erreichen. Und das war sicher auch besser so. Er war nicht in der Stimmung, sich mit irgendetwas auseinanderzusetzen. Er wollte nur zurück in seine Wohnung, die Einkäufe einräumen und herzhaft in sein Royben-Sandwich beißen. Nach dem Sandwich und einer halben Dose Hühnersuppe überlegte Harwith, ob er Agent Palmer in der Kommandozentrale in Park City anrufen sollte, um herauszufinden, ob es etwas Neues gab. Aber dann entschied er sich dagegen. Er streckte sich kurz auf der Couch aus, um für einen Augenblick die Augen zu schließen, und schlief sofort erneut ein. In der Dunkelheit seines Schlafes vernahm er ein Geräusch, das sich wie das leise Hämmern eines Vorschlaghammers auf nassem Zement anhörte. Zu dem Wummern gesellte sich kurz darauf ein hohes Kreischen, das ihm in irgendeinem Winkel seines Gehirns bekannt vorkam. Noch glitt er in der warmen Leere zwischen Schlafen und Wachen wie in Trance dahin. Aber dann begann sein Verstand, sich verschiedene Erklärungen auszudenken für das, was er hörte. Die Gedanken zerrten ihn zurück an die Oberfläche und er wachte auf. Sein Pager, das Handy und sein Festnetztelefon klingelten alle zur gleichen Zeit. Erschrocken griff er als erstes zu dem schnurlosen Telefon. »Hawith«, meldete er sich. »Hawith, hier ist Sean«, sagte die Stimme am anderen Ende der Leitung. Scott setzte sich auf und versuchte, die Watte in seinem Kopf abzuschütteln. Er streckte die Hand aus, um das vibrierende Handy und den Pager auf dem Wohnzimmertisch auszuschalten und antwortete gleichzeitig dem Einsatzleiter des Secret Service im Weißen Haus. »Ja, Sir, was kann ich für Sie tun?« »Der Direktor will Sie sehen. Wie schnell können Sie fertig sein?« Scott warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Ich muss mich nur kurz duschen. Ich kann in zwanzig Minuten abfahrbereit sein.« »Gut«, erwiderte Sean. »Ich schicke einen Wagen, um Sie abzuholen.« Genau zwanzig Minuten später stand Agent Hawith geduscht, rasiert und in einem faltenfreien Anzug von Brooks Brothers unter seinem Trenchcoat vor seinem Wohnblock. So wie es aussah, hat es den ganzen Tag geregnet. Überall waren große Pfützen. Während er zusah, wie sein warmer Atem in der kalten, feuchten Luft kleine Wolken bildete, erspähte er die Scheinwerfer eines Wagens, der um die Ecke bog und dann langsamer auf ihn zurollte. Scott hatte einen typischen Viertürer erwartet, etwa einen Crown Victoria oder einen anderen Wagen, der auf Anhieb als Behördenkutsche erkennbar war. Aber stattdessen hielt eine lange, schwarze Limousine vor ihm an, und dann senkte sich das hintere Seitenfenster. »Steigen Sie ein«, forderte Stan Jameson, der Leiter des Secret Service, ihn auf. Die Tür ging auf und Scott gehorchte. Er hatte seinen obersten Vorgesetzten erst zweimal gesehen, und seither war der Mann unglaublich gealtert. »Diese Position fordert ganz offensichtlich Ihren Tribut«, dachte er. Sobald er eingestiegen war und die Tür zugezogen hatte, fuhr die schwere, gepanzerte Limousine vom Bordstein weg und beschleunigte in Richtung Washington. »Die letzten Tage waren vollkommen verrückt«, begann der Direktor. »Ja, Sir, das waren sie«, stimmte Haworth zu. Ein Mann in Uniform saß rechts neben dem Direktor, der ihn mit einer Handbewegung vorstellte. »Agent Scott Haworth, ich möchte Sie mit General Paul Vanrick bekannt machen, dem Leiter des JSOC.« Er wählte die geläufige Abkürzung für die militärische Kommandoeinrichtung, die für Verbundaufgaben der Spezialeinheiten der Streitkräfte zuständig war, etwa Terrorismusbekämpfung oder Geiselbefreiung. »Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Sir«, sagte Scott und schüttelte die Hand des Mannes. Mit seinen breiten Schultern, dem kantigen Kinn und dem Bürstnahschnitt wirkte der General wie ein Abziehbild militärischer Rechtschaffenheit. »Ganz meinerseits, Agent Haworth«, erwiderte der General mit einem starken Südstaatenakzent, genauer gesagt, mit dem eindeutigen Einschlag eines Mannes, der in Louisiana aufgewachsen war. »Wir haben nicht sehr viel Zeit, Agent, also machen wir's kurz«, meldete sich der Direktor sofort wieder zu Wort. »General Vanrick und ich haben Ihren Einsatznachbericht gelesen, aber der ist ja wohl kaum vollständig, oder?« Scott war verwirrt. »Wenn er ihn herunterputzen und dann feuern wollte, wieso hatte der Direktor ihn nicht einfach in sein Büro beordert? Wieso machte er das so nebenher, in seiner Limousine, mit dem Kommandanten des JSOC als Zuschauer?« »Sir, falls Sie sich auf die Story beziehen, die CNN gesendet hat, darüber konnte ich keinen Bericht mehr schreiben, denn ich wurde ja gleich darauf hierher zurück beordert und »Mein Junge, ich gebe rein gar nichts auf das, was irgendeine Reporterin sagt. Ich habe denen noch nie über den Weg getraut und werde es auch nie. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geht es mir nicht darum, ob Sie irgendetwas gesagt haben oder nicht. Aber nachdem ich mir Ihre Dienstakte angesehen habe, würde ich schätzen, dass sie Ihre Geschichte nicht von Ihnen bekommen hat«, erklärte der General. Bevor Scott die Gelegenheit hatte, sich mit Worten zu bedanken, nahm der Direktor den Faden wieder auf. »Stellen wir die Diskussion darüber, wo die Informationen herkamen, vorerst hinten an. Wie es aussieht, gibt es irgendwo in unserer Organisation eine undichte Stelle. Und das ist schon für sich genommen eine ganz schlimme Sache. Aber eins nach dem anderen, denn zuerst möchte ich Ihre Version der Vorkommnisse hören und auch Ihre Vermutungen, was dahinter stecken könnte.« Während der gepanzerte Wagen durch die regennassen Straßen rollte, erzählte Harwith seine Geschichte. Da er nicht wusste, ob man den Direktor über seine Eskapaden zum Square Peak und der Farm der Maddoxes informiert hatte, ging er darüber hinweg und sagte so wenig wie möglich über seine Ermittlungen auf eigene Faust. Als er fertig war, holte der General eine Akte aus dem Aktenkoffer, der zu seinen Füßen stand. »Agent Harwith«, sagte Ihnen der Name »F-R-C« etwas? »Eine terroristische Organisation?« »Meinen Sie den Fattach, R-C«? Wollte Scott wissen. »Genau.« »Natürlich sagt mir das etwas. Dahinter verbirgt sich der revolutionäre Rat Fattach, auch bekannt als die Organisation von Abu Nidal. Das State Department hat sie vor nicht allzu langer Zeit als gefährlichste terroristische Gruppierung der Welt klassifiziert. Mitte der Siebziger von Sabri Khalil Albana gegründet, der sich Abu Nidal nennt. Haben die gesamten 80er Jahre hindurch eine blutige Spur durch den Nahen und Mittleren Osten gezogen, ebenso durch Asien, Südamerika und Europa. Die Organisation hat Ziele der unterschiedlichsten Nationalitäten angegriffen, aber ganz oben auf der Liste standen und stehen hochrangige PLO-Mitglieder, die nicht aggressiv genug gegen Israel vorgehen. Bis in die frühen 90er hat es immer noch Anschläge gegeben, aber danach verschwand die Organisation mehr oder weniger von der Bildfläche. Ah, den Gerüchten zufolge ist Nidal schwer krank, wenn nicht gar tot, und versteckt sich irgendwo in Libyen, steht unter dem Schutz der Regierung, auch wenn die das natürlich abstrahltet. Es ist jedenfalls schon länger ziemlich still um den FRC gewesen, sodass manche Beobachter sagen würde, dass er de facto gar nicht mehr existiert. Das haben wir auch gedacht, bis wir das hier gesehen haben, erklärte der General und zog einen Zeitungsausschnitt aus der Akte. Erreichte Haworth den Artikel der International Herald Tribune. Am 14. Januar hat die österreichische Polizei die Festnahme von Halima Nimer, einer hochrangigen Kämpferin des FRC, bekannt gegeben. Sie haben sie geschnappt, als sie umgerechnet siebeneinhalb Millionen Dollar von einer Bank in Wien abheben wollte. Woher hatte der FRC denn überhaupt so viel Geld, wollte Scott wissen. Oh, der hatte schon immer extrem großzügige Financiers. Der Irak und Libyen waren lange Zeit die beiden größten Unterstützer, und dann ist die Organisation immer sehr klug mit ihrem Vermögen umgegangen. Diese siebeneinhalb Millionen sind sicher nur die Spitze des Eisbergs. Und was hat das nun mit der momentanen Situation zu tun? Nun meldete sich der Direktor des Secret Service wieder zu Wort. Er räusperte sich und sagte, wir haben eine Lösegeldforderung für den Präsidenten erhalten. Haworth war schockiert. Vom FRC? Wie hoch ist die Forderung? Sind Sie sicher, dass sie echt ist? Ja, fuhr der Direktor fort. Wir sind sehr sicher. Es gibt keine Zweifel. Und selbst wenn es die gäbe, die Forderung war bereits unterwegs, als jemand den Leuten von CNN erzählt hat, dass der Präsident einführt wurde. Daher wissen wir, dass es sich nicht um einen Scherz handelt. Und was meinen Sie mit unterwegs? Scott sah vom Direktor zum General, der Jameson weiter das Wort überließ. Heute früh kam eine Expresspostlieferung in meinem Büro an, und zwar mit der richtigen Postleitzahl, um die normalen Vorüberprüfungen zu umgehen und direkt auf meinem Schreibtisch zu landen. Die Rücksenderadresse war die der Zweigstelle in Salt Lake City. Und der verantwortliche Special Agent war als Absender angegeben. Also habe ich natürlich angenommen, dass er auf etwas gestoßen ist, das erst nach dem Abflug des Kuriers reingekommen ist oder nicht wichtig genug war, um da mitgeschickt zu werden. Hier sind Kopien des Inhalts dieser Postsendung. Er zog drei Blätter aus der Mappe, die er die ganze Zeit auf dem Schoß gehalten hatte, und reichte sich Scott. Während Harwith die drei Kopien studierte, kommentierte der Direktor, was er dort sah. Seite 1 ist, wie Sie unschwer erkennen können, ein Polaroid-Foto des Präsidenten. Auf der Kopie sieht man das nicht so gut, aber seine Augen sind völlig glasig und unkoordiniert. In den Händen hält er die Sonntagsausgabe der Salt Lake Tribune. Wie Sie sehen, trägt der Präsident dabei keine Handschuhe. Scott nickte lediglich. Und das bringt uns zu Seite 2. Scott wechselte zum nächsten Blatt, und der Direktor fuhr mit seinen Ausführungen fort. Das ist die Kopie der Titelseite eben dieser Zeitung, und das FBI hat bereits bestätigt, dass die Fingerabdrücke des Präsidenten darauf sind. Bisher haben sie keine anderen Abdrücke darauf gefunden. Harwith bezweifelte, dass sie welche finden würden. Diese Kerle wussten haargenau, was sie taten, von Anfang an. Und als letztes, fügte der Direktor hinzu, ein kleiner Liebesbrief der Kidnapper, ebenfalls keinerlei Fingerabdrücke. Als er den Briefkopf sah, blieb Scott kurz der Mund offen stehen, aber der Direktor, der genau wusste, was er sagen wollte, kam ihm zuvor. Ja, genau. Das Best Western in Park City, in dem zufällig auch der halbe Secret Service untergekommen ist. Wir überprüfen das gerade. Das FBI verfolgt die Route, die die Sendung als Luftpost genommen hat, aber ich setze keine großen Hoffnungen darauf, dass uns das irgendeine heiße Spur beschert. Lesen Sie sich den Brief kurz durch. Harwith tagt, wie ihm geheißen. Direktor Jameson, wie klein Sie sich heute fühlen müssen, da die Schande Ihres Landes so schwer auf Ihnen und Ihren Männern lastet. Nach Jahren und Jahrzehnten, in denen Amerika sich gewaltsam in die Angelegenheiten anderer Nationen eingemischt hat, sind Eure beiden Kinder, Betrug und Verrat, nun als ausgewachsene Monster zu Euch heimgekehrt, um das große Unrecht zu rächen, das Ihr in der Welt angerichtet hat. Heute ist ein großer Tag für den Islam. Die Welt wird sich an diesen Tag erinnern, der den Anfang vom Ende des großen Satans markiert. Als Gott fertig war, gab er dem Direktor die drei Kopien zurück. Ihre Profiler und Handschriftenanalysten haben mit dem Ding sicher schon alles Mögliche angestellt. Irgendwelche Ergebnisse? Nichts Beweiskräftiges. Die Nahostanalysten des CIA haben sich das Schreiben angeschaut und sagen, dass die Formulierungen nicht gerade das sind, was sie von jemandem aus der Region erwarten, selbst wenn er oder sie in England oder hier in den Staaten zu Schule gegangen ist. Er oder sie? hakte Hawith nach. Auch da sind wir nicht sicher. Die Handschriftenleute denken, dass sie ein paar Schnörkel ausgemacht haben, die darauf hinweisen könnten, dass eine Frau den Brief verfasst hat. Aber die Psychologen sind der Meinung, dass der Satzbau sehr deutlich auf einen männlichen Autor hinweist. Im Augenblick sind wir dabei, Handschrift und Wortwahl mit den Datenbanken abzugleichen. Wir schauen uns alle archivierten Drohungen gegen den Präsidenten und die Vereinigten Staaten aus den letzten 15 Jahren an. Da wir annehmen, dass Abu Nidal und der FRC dahinter stecken könnten, haben wir den Mossad eine Kopie zugeschickt und um Unterstützung gebeten. Schließlich ist der FRC in diesem Teil der Welt entstanden und ist im Grunde immer eine palästinensische Organisation gewesen. Also sind die Israelis vielleicht in der Lage, uns brauchbare Hinweise auf den Verfasser oder den Subtext der Nachricht zu liefern, vorausgesetzt ein solcher Subtext existiert. Das Problem ist allerdings, dass jeder Schritt, den diese Gruppe bisher getan hat, extrem durchdacht und gut inszeniert war. Dennoch vielleicht nicht gut genug inszeniert, mischte der General sich ein. Scott meinte, ich verstehe immer noch nicht, wieso Sie den FRC mit all dem in Verbindung bringen. Jede extremistische Vereinigung des nahen oder mittleren Ostens könnte dahinter stecken. Wieso nicht die PLU? Soweit ich weiß, ist die Leiche, die man in Park City gefunden hat, als Söldner identifiziert worden, der von Zeit zu Zeit für die PLU gearbeitet hat. Das ist richtig. Und auf der Basis dessen, was Sie bisher wissen, würde ich Ihnen wahrscheinlich zustimmen, erklärte der Direktor. Aber ich sagte Ihnen ja bereits, dass wir eine Forderung erhalten haben. Er zog einen Mikrokassettenrekorder aus der Innentasche seiner Jacke. Dieser Anruf ist heute beim FBI eingegangen, um circa elf Uhr dreißig Ostküstenzeit. Ich nehme an, dass Sie eine der Stimmen erkennen werden. Die andere wurde verschlüsselt, um sie zu verzerren, und die NSA arbeitet fieberhaft daran, sie zu entschlüsseln. Interessanterweise hat der Anrufer die Telefonzentrale umgangen und sich über eine Direktleitung gemeldet. Inzwischen überraschte Harworth nichts mehr, was er über die Kidnapper erfuhr. Jameson drückte die Abspieltaste, und nach mehreren Sekunden, in denen man nur leises Rauschen hörte, erklang die Stimme von Gary Lawler. »Lawler?« »Spreche ich mit dem stellvertretenden Direktor Lawler?«, fragte eine künstlich klingende Stimme. »Ich habe mich noch mit meinem Namen gemeldet. Wer ist da?« Es folgte ein Rascheln, und Harworth nahm an, dass Lawler mit dem Stuhl vom Schreibtisch wegrollte, um sicherzugehen, dass er die richtige Taste drückte, um den Anruf zurückzuverfolgen. »Wer wir sind, spielt keine Rolle, Mr. Lawler. Es geht darum, wen wir haben. Wissen Sie, wen wir haben? Heute haben mich schon so viele Verrückter angerufen. Wieso klären Sie mich nicht auf?« »Das macht er sehr gut«, dachte Scott, den Cyborg am anderen Ende zum Reden bringen. »Zweifellos versuchen Sie, diesen Anruf zurückzuverfolgen, Agent Lawler. Wieso sollte ich das tun? Der ganze Aufwand kostet eine Stange Geld, und wenn ich jeden Anruf zurückverfolgen würde, der...« »Oh, äh«, befahl die Computerstimme. »Wir beide haben etwas zu besprechen, und Sie werden meine Zeit nicht mit Ihren armseligen FBI-Spielchen vergeuden.« »Das ist Ihr Geld, mein Freund. Sie haben mich angerufen, schon vergessen. Wieso kommen Sie nicht zur Sache und erzählen mir jetzt endlich, worum es geht? Ich habe selbst genug zu tun.« »Darauf wette ich. Auf Ihnen lastet gerade eine große Verantwortung, nicht wahr? Inzwischen dürften Sie den Umschlag erhalten haben, den wir dem Direktor des Secret Service geschickt haben. Er enthält das Foto Ihres Präsidenten, die Zeitung und unserem Brief. Bevor wir ernsthaft über die Rückgabe Ihres Präsidenten verhandeln, erwarten wir von Ihnen ein Zeichen Ihrer guten Absichten.« »Unser guten Absichten?«, erklang Lawler Stimme. »Was soll das für ein Zeichen sein?« »Die Vereinigten Staaten halten zwei islamische Freiheitskämpfer gefangen, Fawad Assa und Ali Ahmed Rakim. Wir verlangen ihre sofortige Freilassung und ihren Transport.« »Daffy und Goofy? Die Bombenliga von Disneyland? Soll das ein Witz sein?« »Agent Lawler«, »Ihrer Respektlosigkeit diesen Männern gegenüber gefällt meinen Leuten gar nicht. Sie haben ihnen diese lächerlichen Spitznamen gegeben. Hören Sie, Kumpel, das Einzige, was wir den beiden gegeben haben, sind ihre Registriernummer als Gefängnisinsassen. Die Spitznamen haben die sich ganz alleine verdient. Erst legen die Bomben in Disneyland und dann verliert einer von beiden auf der Flucht seine Brieftasche und der andere ist tatsächlich dumm genug, sich der Sammelklage gegen Disneyland anzuschließen, um Schadenersatz für die Verletzungen zu fordern, die er bei den Explosionen erlitten hat, den Explosionen jener Bomben, die er selbst mitgelegt hat.« »Agent Lawler«, ich werde das nur einmal sagen. Die Männer werden freigelassen und in ein Flugzeug nach Tripolis in Libyen gesetzt. Zum Zweiten hat die ägyptische Regierung mehrere Konten der Abunidal-Organisation eingefroren und im Besitz mehrerer Mitglieder beschlagnahmt. Es geht um mehr als vier Millionen US-Dollar. Diese werden mit sofortiger Wirkung freigegeben. Wenn beides geschehen ist, unterhalten wir uns weiter.« »Das könnte eine Weile dauern. Ich habe nicht die Befugnis, solche Entscheidungen zu treffen. Und außerdem, woher weiß ich, dass der Präsident noch lebt.« »Das wissen Sie nicht. Auf Wiederhören.« Man konnte hören, wie der Kidnapper auflegte, und dann drückte der Direktor die Stopptaste. Scott sah die beiden Männer an, die ihm gegenüber saßen. »Das ist also die Geschichte? Abunniere als Leute haben den Präsidenten und wollen uns damit erpressen, damit wir ihnen helfen, ihre Organisation wieder aufzubauen?« »Der Vizepräsident hat andere Pläne«, erwiderte der Direktor. »Er schmeißt jetzt den Laden. Als die Forderung reinkam, hat sich das Kabinett sofort getroffen und sehr rasch den 25. Zusatz der Verfassung angeführt, um Vizepräsident Marshfield die Macht zu übertragen, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, da der Präsident hoffentlich in der Lage sein wird, sie wieder zu übernehmen.« »Marshfield konnte es wohl nicht abwarten, was? Hat er sie schon im Weißen Haus breitgemacht?«, fragte Scott. »Das war eine seiner ersten Amtshandlungen«, antwortete der Direktor. »Ich wette, sure ist hellauf begeistert davon, sich jetzt um ihn kümmern zu müssen.« Auch wenn ihn viele aus der Ferne für einen cleveren, ausgebufften Reformpolitiker rieten, wussten die, die den echten Adam Marshfield kannten, dass er nichts als ein selbstherrlicher Narzisst war. Dessen politischer Erfolg ausschließlich auf der zugegebenermaßen sehr geschickten Manipulation der Medien und der öffentlichen Meinung basierte. Der einzige Grund, der ihm einen Platz auf Jack Rutledge's Liste verschafft hatte, bestand darin, dass die Mehrheit der unwissenden Öffentlichkeit ihn sehr gern mochte und dass sein Name am ehesten sicherstellen würde, dass Rutledge ins Weiße Haus einziehen konnte. Zu diesem Zeitpunkt, Agent Howarth, so wenig das einigen Menschen gefallen mag, ist Vizepräsident Adam Marshfield unser amtierender Präsident und Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Harworth meinte, General Van Rake zusammenzucken zu sehen. »Und nachdem das FBI von der Postsendung erfahren hat, die sie bekommen haben, ist Lawler selbstverständlich den schnellsten Weg von Park City hierher zurückgekommen, fasst es Gott zusammen.« »Genau.« »Direktor Jameson, was denken Sie, wie die Entführer an die Postleitzahl gekommen sind, die diese Sendung ohne Umwege auf ihren Schreibtisch gebracht hat?« »Und wenn wir schon dabei sind, woher hatten Sie die Direktdurchwahl zu Lawlers Büro?«, fragte Scott. »Was denken Sie, wie das möglich war?«, gab der Direktor die Frage zurück. »Leider muss ich annehmen, dass wir eine undichte Stelle haben, und zwar eine ganz gewaltige.« »Ich denke, dass diese undichte Stelle den Entführern auch die Funkfrequenzen zugespielt hat, die wir benutzen, sodass sie unsere Kommunikation stören konnten, während sie sich den Präsidenten eingeschnappt haben.« »Dieser Interpretation stimme ich zu,« sagte der Direktor. »Ich ebenso,« meldete sich General Vanrick zu Wort. »Agent Howarth, wie ich schon sagte, ich habe mir Ihre Dienstakte angesehen, und die ist verdammt beeindruckend. Ich weiß auch, was für eine Bereicherung Sie für die Ideenschmiede der Seals gewesen sind, und ich kann mir gut vorstellen, wie Sie sich fühlen müssen, nachdem Sie gerade erst so viele Männer verloren haben.« »Danke sehr, Sir«, sagte Scott. »Das weiß ich zu schätzen.« »Was sagt Ihr Bauchgefühl Ihnen in dieser Sache?« »Nun, General, als man den Araber mit dem Gesicht nach unten im Schnee gefunden hat, habe ich unwillkürlich gedacht, dass unmöglich eine Gruppe aus dem Nahen Osten dahinter stecken kann. Die wären niemals in der Lage gewesen, unbemerkt die notwendige Menge an Personal und Ausrüstung nach Utah zu schaffen.« »So sind Sie dieser Meinung,« wollte der General wissen. »Sir, während der ganzen Zeit, die ich dort war, habe ich genau drei schwarze Amerikaner gesehen, und alle drei waren ebenfalls Agenten des Secret Service. Utah ist so ziemlich die weißeste Gegend, die ich kenne. Als Außenseiter fällt man dort auf. Natürlich gibt es ein paar Minderheitengruppen direkt in Salt Lake City. Aber eine Horde Araber würde dort auffallen wie ein bunter Hund.« »Nun, offenbar war mindestens einer dort. Wir haben immerhin seine Leiche als Beweis,« gab der Direktor zu bedenken. »Ja, aber jetzt kommt mir das noch komischer vor. Wir finden also diesen Toten mit einer Skorpion neben ihm im Schnee. Er hat als Söldner für die PLO gearbeitet, und die Waffe schreit geradezu »Freiheit für Palästina«. So läuft das doch nicht. Ich meine, wenn er so offensichtlich ist, wieso trägt er dann nicht eine Unterhose, auf der »I love Yasser« steht? Und außerdem fallen mir einhundert bessere Angriffswaffen ein, mit denen er auf unsere Leute hätte schießen können, von denen ihn keine einzige so eindeutig als Mann aus dem Nahen Osten verraten hätte.« »Aber wenn Sie den Mann auf den ersten Blick als Araber erkannt haben, Agent Harbeth, was macht die Skorpion dann für einen Unterschied,« insistierte der General. »Vielleicht macht die Waffe keinen Unterschied. Warum haben seine Komplizen ihn zurückgelassen? Sie müssen doch gewusst haben, dass wir ihn relativ schnell identifizieren und Ihnen damit auf der Spur sein würden,« gab Harbeth zu bedenken. Der Direktor schüttelte den Kopf. »Aber wir haben eine Weile gebraucht, seine Leiche nach der Lawine auszugraben.« »Ja, das ist wahr, und scheint auch Sinn zu machen, aber Sie haben mich nach meinem Bauchgefühl gefragt, und das sagt nach wie vor, dass auf keinen Fall irgendeine Gruppe aus dem Nahen Osten einen so komplizierten Coup landen konnte.« »Agent Harbeth, sind Sie da nicht ein wenig voreingenommen?« »Ob es nun politisch korrekt ist, das zu sagen oder nicht, keine dieser Gruppen, auch nicht die von Abonida, besteht aus großen Taktikern. Die binden sich an den Sprengstoffgürtel um und marschieren damit in Diskotheken rein. Die setzen Autobomben ein, feuern mit Maschinengewehren auf Märkten in die Menschenmenge oder entführen vollgetankte Flugzeuge und fliegen damit in Gebäude. Unterm Strich sind das Feiglinge. Sie stellen sich niemandem eins zu eins in den Weg. Und sie haben weder den Glimps noch den Mut für solche gewagten Operationen.« »Nehmen Sie mal für einen Moment an,« bat der General, »dass der Grund, wieso Abonida und der FRC so lange von der Bildfläche verschwunden waren, genau der ist, dass sie für exakt ein solches Szenario trainiert haben. Für einen der größten Coups in der Geschichte des Terrorismus. Auf gleicher Stufe mit dem 11. September. Das glaube ich nicht. Nicht für einen Moment. Um dafür zu trainieren, hätten diese Typen jahrelang in kälteren Klimazonen Skifahren üben müssen, außer dem Klettern und taktische Winterkriegsführung. Aus dem Nichts ein Team für diese Geschichte auszubilden und auszustatten, wäre zudem unglaublich kostspielig.« »Der FRC hat eine Menge Geld,« erinnerte ihn der Direktor. »Dem Hörensagen nach. Eine ihrer Handlangerinnen ist also im Januar festgenommen worden, als sie siebeneinhalb Millionen Dollar abheben wollte, und die Ägypter halten offenbar ihre Hände auf weiteren vier Millionen, die dem FRC gehören. Macht zusammen elfeinhalb Millionen, an die sie nicht rankommen. Dieser koreanische Störsender, dazu die Fähigkeit, an interne Informationen zu gelangen und überhaupt die erforderlichen Mittel, um die ganze Sache durchzuziehen. Ich bin der Meinung, dass wir es hier mit etwas und jemandem zu tun haben, das oder der absolut nichts mit dem Terrorismus nahöstlicher Prägung zu tun hat. Das sprengt deren Rahmen, wenn sie die Formulierung erlauben.« »Aber wieso sollten die Entführer uns dann eine solche Nachricht schicken?«, fragte der Direktor und wedelte mit seiner Kopie herum. »Wieso sollten sie verlangen, dass wir zwei verurteilte islamische Bombenleger mit Verbindungen zum FRC freilassen und das Vermögen von Abu Nidal freigeben?« »Ich weiß, das ergibt keinen Sinn,« gab Haruth zu. »Aber wenn tatsächlich der FRC dahinter steckt, hätten die wirklich einen Mann rekrutiert, der bekanntermaßen als Scharfschütze für die PLO gearbeitet hat, auch wenn er von denen nur angeworben wurde und auf eigene Rechnung agiert, wo der FRC doch einige der wichtigsten Mitglieder der PLO ermordet hat?« »In Ordnung, vielleicht haben sie den Mann umgedreht, keine Ahnung, aber das wirft doch mehr Fragen auf, als es beantwortet, und das macht mich nervös.« »Geht mir genauso,« stimmte der General zu. »Was denkst du, Stan?« Nachdem er die Kopie des Erpresserbriefs wieder in seine Mappe gesteckt hatte, massierte Direktor Jameson seine Schläfen mit den Fingern. »Ja, natürlich bin ich nervös. Einiges daran ist zu sauber, zu aufgeräumt, und das macht mir Angst. Ich fange langsam an zu glauben, dass unser Vorhaben heute Abend vielleicht doch keine so gute Idee ist.« »Was ist keine so gute Idee?«, wollte Haruth wissen. »Das FBI konnte den Anruf heute Vormittag zurückverfolgen. Wir haben den Standort des Anrufers, aber Gott steh uns bei, wenn wir uns irren,« sagte der Direktor. »Ich verstehe nicht,« gab Scott zu. Der General atmete tief ein und aus. »In Übereinstimmung mit der Position der Vereinigten Staaten zum Umgang mit Terroristen, die es insbesondere ablehnt, uns auf Verhandlungen einzulassen, hat Vizepräsident Marschfield grünes Licht für die Entsendung einer Spezialeinheit zur Befreiung des Präsidenten gegeben.« »Wir sind daher auf dem Weg ins Weiße Haus, geradewegs in den Situation Room. Die Rettungsmission soll in weniger als zwei Stunden starten.« »Aber so schnell kann man doch niemals ausreichend Informationen über die Lage vor Ort gesammelt haben, das ist … Die haben doch keinerlei Vorstellung davon, was das Team dort erwartet,« befand Scott. »Genau das ist es ja, was uns Sorgen bereitet,« erklärte der General. »Nicht wahr, Stan?« 30. Im Kontrollraum des Weißen Hauses war es laut. Und am lautesten gebärdete sich wie immer der Stabschef des Vizepräsidenten, Edward Dufina. Vizepräsident Marschfield hatte wirklich keine Zeit verloren und die Machtpositionen im Weißen Haus bereits an seine Leute verteilt. Und Dufina drangsalierte nun jeden, der sich diesem Wachwechsel verweigerte oder auch nur durchblicken ließ, dass er vielleicht nicht ganz damit einverstanden war. Er war das Paradebeispiel eines Mannes, der nur nach Macht strebte, um sich dann vor allen anderen wie der Herr im Haus aufzuspielen. Aufgrund seiner Erfahrung und der Freigabe auch für streng geheime Informationen war Harweth eingeladen worden, den General zu seiner umfassenden taktischen Besprechung zu begleiten. Zwei Stunden lang hörte er zu, wie der General und sein Stab die Zusammensetzung des Einsatzteams und die Verlässlichkeit der bisher verfügbaren Informationen diskutierten. Sie besprachen das geplante Eindringen in das vermutete Versteck der Entführer ebenso wie die Befreiung des Präsidenten, und da das Team vom israelischen Geheimdienst unterstützt werden sollte, gingen sie auch die benötigten Ressourcen von dieser Seite noch einmal durch. Mehrere erst kürzlich eingeführte Verbesserungen im Sicherheits- und Kommunikationsbereich des Weißen Hauses ermöglichten die Nutzung des Situation-Room als Kommandozentrale für die Mission. Das bedeutete nicht nur, dass der Vizepräsident den Platz in dem Ledersessel mit der hohen Lehne am Kopfende des Konferenztisches einnehmen konnte, der normalerweise für den Präsidenten reserviert war, sondern auch, dass alle Beteiligten zu ihm kommen mussten. Der Gedanke, das gesamte Washingtoner Polit-Estatement auf dieser Weise daran zu gewöhnen, ihn als Machthaber zu sehen, schmeichelte Marshfields Ego ungemein. Er bestand darauf, dass das Weiße Haus die Hauptkommandozentrale für die Beobachtung und Überwachung der Operation darstellte. Die Leiter des FBI, der CIA und des Secret Service hatten sich widerwillig gefügt, aber nur unter dem Vorbehalt, dass die Hauptquartiere der NSA und CIA die ganze Zeit per Freileitung mit dem Sit-Room verbunden blieben. Sollte das Satellitenbild ausfallen, dann waren sich alle, die es wirklich wissen mussten, einig, dass die überflüssigen Reserve-Systeme des Weißen Hauses nicht völlig zuverlässig waren und man sich nicht allein auf sie verlassen sollte. Als Haworth hinter General Vanrick den Kontrollraum betrat, verschaffte er sich rasch einen Überblick, wer sich dort alles versammelt hatte. Die Leiter der zuvor erwähnten Behörden waren alle da, in Begleitung diverser Assistenten. Ebenso diejenigen aus der Chefetage des Militärischen Verbundkommandos JSOC, die nicht ans Mittelmeer geflogen waren, um die Mission vor Ort zu dirigieren. Haworth kannte einige der Versammelten gut und er nickte ihnen zu, als er ihren Blick auffing. Daneben befanden sich noch weitere Angestellte des Militärs und der Regierung im Sit-Room, aber niemand machte sich die Mühe, sie vorzustellen. Als er den Blick über den langen Tisch aus Kirschholz schweifen ließ, erblickte Haworth weiter hinten Gary Lawler. Und zuerst dachte er, der Kommentar, der von diesem Ende des großen Raumes herüberscholl, sei von ihm gekommen. »Was zum Teufel macht der denn hier?«, wollte die Stimme wissen. Scott kniff die Augen zusammen, um die Gruppe von Männern besser zu sehen, die in der hinteren Ecke stand, während General Vanrick erklärte, »Da ich der Meinung bin, dass Agent Haworth uns bei diesem Einsatz von Nutzen sein kann, hab ich ihn gebeten, sich uns anzuschließen.« »So viel ich gehört habe, ist Agent Haworth wohl eher auf seinen eigenen Nutzen bedacht, worauf zumindest seine Zusammenarbeit mit CNN schließen lässt. Und ich scheine mit meiner Einschätzung ja nicht alleine dazustehen, da der stellvertretende FBI-Chef ihn persönlich von dem Fall abgezogen hat, weil er die Ermittlungen erheblich behindert hat.« Der Sprecher löste sich von der Gruppe und lehnte sich an die Tischkante. Nun konnte Scott ihn endlich sehen. Es war Edward Definer. Direktor Jameson antwortete darauf, bevor es irgendjemand anderes tun konnte. Es war offensichtlich, dass sich die beiden nicht ausstehen konnten. »All das ist keineswegs erwiesen, Definer. Und das wissen Sie auch. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber es ist im Secret Service tatsächlich gelungen, den Präsidenten zu verlieren, oder nicht? Ich meine, das ist der Grund, wieso wir alle hier sind, richtig?« Scott war noch nie der Mann gewesen, der andere seine Kämpfe für sich ausfechten ließ. »Storbschef Definer, ich kannte jeden Einzelnen der Agenten persönlich, die bei dem Versuch, den Präsidenten und seine Tochter zu beschützen, gestorben sind. Ausgehend von dem, was in Park City vorgefallen ist und was ich dort gesehen habe, bin ich sogar ziemlich sicher, dass Amanda und ich ebenfalls unter den Toten wären, wenn ich an jenem Tag nicht zu ihrem Schutz eingeteilt worden wäre. Und in Anbetracht der Tatsache, dass sie absolut keinen Schimmer haben, was der Secret Service gerade durchgemacht hat, und was wir Tag für Tag durchmachen, schlage ich vor, sie kommen zum Punkt. Wenn sie einen haben.« Gary Lawler schüttelte seinen Kopf und fing an, sich die Augen mit Daumen und Zeigefinger zu massieren. Als Harworth im Schlepptau von General Vanrick und dem Direktor des Secret Service den Raum betreten hatten, wollte er es zunächst nicht glauben. Der Junge hatte mehr Leben als eine Katze. Irgendwie hatte irgendwo irgendjemand entschieden, noch mehr Nachsicht mit ihm zu haben, aber wie es aussah, war er schon wieder dabei, diesen Vertrauensvorschuss zu verspielen. Lawler war nach wie vor empört über das, was in Park City vorgefallen war. Ganz sicher würde er nicht noch einmal riskieren, selbst in Ungenade zu fallen, indem er den halsstarrigen Agenten verteidigte. Was Lawler anging, war Harworth vollkommen auf sich allein gestellt. »Mein Punkt, Agent Harworth«, sagte der Fiener, der auf die Provokation ansprang mit schneidender Stimme, »ist, dass Sie und Ihre Behörde eine Aufgabe hatten und versagt haben. Sogar kläglich versagt, um ehrlich zu sein. Und um den Schaden noch größer zu machen, haben Sie sich an nicht weniger als drei mit der Entführung verbundene Tatorten zu schaffen gemacht, damit die Ermittlungen unnötig erschwert und, bis man mich eines Besseren belehrt, bin ich davon überzeugt, dass Sie dann auch noch ermittlungsrelevante Informationen an die Presse weitergegeben haben. Das ist mein Punkt.« »Das ist doch völliger Blödsinn«, sagte der General. Alle, die den Schlagabtausch schuldbewusst belauscht und so getan hatten, als hörten sie gar nicht hin, sahen jetzt zu dem Mann in Uniform auf, der sich verärgert zu voller Größe aufgerichtet hatte. »Nichts davon hat irgendetwas mit unserer jetzigen Aufgabe zu tun. Wir haben Agent Harworth aufgrund seiner erheblichen Erfahrung mit Anti-Terror-Missionen gebeten, dabei zu sein, und auch weil wir hoffen, dass er als einer der hoffentlich drei Überlebenden der Entführung uns vielleicht dabei behilflich sein kann, klarer zu sehen, womit wir es hier eigentlich zu tun haben und wie wir weiter vorgehen sollen.« »Weiter vorgehen?«, wiederholte Defina. »General, Sie klingen nicht gerade, als ob Sie daran glauben, dass die Operation heute Abend erfolgreich verlaufen wird. Wieso ist dem so?« »Wieso dem so ist?« »Weil wir nicht ausreichend Zeit hatten, die erforderlichen Informationen zu sammeln, um eine wirkungsvolle Befreiungsaktion zu starten.« »General, nachdem wir erfahren haben, dass der Präsident entführt worden ist, waren Sie oder waren Sie nicht an unserer Besprechung zur strategischen Einschätzung der Lage beteiligt?« »Das war ich aber.« »General, Sie waren doch derjenige, der sich dezidiert dafür ausgesprochen hat, dass wir so schnell wie möglich reagieren und handeln, sobald wir über verlässliche Informationen verfügen.« »Mr. Defina, das ist das letzte Mal, dass Sie mich unterbrechen.« »Und was meine Aussagen angeht, haben Sie offenbar beschlossen, das entscheidende Wort darin zu ignorieren.« »Verlässlich«, habe ich gesagt. Unbeeindruckt fuhr Defina fort. »General Vanrick, ich weiß nicht, wie viel detaillierter die Informationen dennoch sein sollen. Einer der Kidnapper wurde tot am Tatort aufgefunden. Er war ein unabhängiger Scharfschütze aus dem Nahen Osten, der häufig für pro-palästinensische Befreiungsgruppen gearbeitet hat. Wir halten die Beweise dafür in den Händen, dass der Präsident tatsächlich von einer solchen Organisation festgehalten wird, die daraufhin die Freilassung zweier islamischer Terroristen mit relativ gesicherten Verbindungen zum FRC verlangt hat, die wir in einem unserer Gefängnisse eingesperrt haben. Als die Lösegeldforderung telefonisch beim FBI einging, waren wir in der Lage festzustellen, wo dieser Anruf herkam. Was brauchen Sie denn noch?« »Was er noch braucht?«, warf Harwith ungläubig ein. »Wie wäre es für den Anfang mit Beweisen dafür, dass sich das benutzte Telefon tatsächlich am selben Standort befindet, wo auch der Präsident festgehalten wird?« »Agent Harwith«, grummelte Daphina. »Ihre Meinung dazu ist mir herzlich egal, aber ich gebe Ihnen trotzdem eine Antwort. Der Mossad verfügt im gesamten Libanon über Agenten, insbesondere in dem Gebiet, um das es hier geht. Auch die syrische Regierung hat ihre Quellen, die...« »Syrer?«, diesmal unterbrach ihn der Leiter des CIA. »Sie haben Kontakt mit den Syrern aufgenommen, ohne das zuerst mit meinem Büro zu besprechen?« »Zunächst einmal, Direktor Vail, war es Vizepräsident Marshfield, der den syrischen Präsidenten kontaktiert hat. Und zum Zweiten denke ich kaum...« »Ach, wirklich?«, ätzte Harwith. Daphina funkelte ihn wütend an, und der CIA-Chef nutzte die Gelegenheit, um ihn weiter anzugehen. »Sie wissen ja überhaupt nicht, was Sie da tun. Damit haben Sie womöglich die gesamte Operation gefährdet.« »Direktor Vail, der Vizepräsident und ich sind zuversichtlich, dass die Beteiligung der Syrer und der Israelis diesem Vorhaben nur dienig sein kann.« »Mein Gott! Nur darum geht es Ihnen, nicht wahr?« Harwith war beinahe fassungslos. »Das Ansehen des Vizepräsidenten steigt, wenn er es schafft, den Präsidenten zurückzuholen, aber vor allem würde sich eine amerikanisch-israelische Operation, an der auch die Syrer beteiligt sind, auf der Weltbühne sehr gut machen und vielleicht sogar einen Schritt in Richtung Versöhnung darstellen. Sie und Marshfield wollen so viel politischen Profit aus der Geschichte ziehen wie irgend möglich.« »Agent Harwith, jetzt gehen Sie zu weit!«, bellte Daphina. »Tue ich das?« »Ich glaube, jedem hier im Raum ist sehr wohl bewusst, dass der Präsident stark bezweifelt, dass er sich auf den Versuch, eine zweite Amtszeit zu bekommen, einlassen will. Die ganze Sache stinkt. Für Sie mag das nur ein halbherziges Spiel und politisches Theater sein, aber Sie verlangen von sehr guten Männern dafür, ihr Leben aufs Spiel zu setzen.« »Agent Harwith!« »Sie klingen ja fast, als wollten Sie gar nicht, dass der Präsident befreit wird,« giftete Daphina jetzt. »Ich will sehr wohl, dass wir den Präsidenten befreien, aber ich würde gern um jeden Preis vermeiden, dass dabei noch weitere Amerikaner ihr Leben verlieren.« »Ein rühmliches Ziel, das uns wohl alle vereint.« »Guten Abend zusammen,« sagte Vizepräsident Marschfield, der soeben den Raum betreten hatte. »Guten Abend, Mr. Vice President,« erwiderten alle Anwesenden die Begrüßung. Die versammelten Männer und Frauen nahmen ihre Plätze an dem großen Konferenztisch ein, und wie erwartet setzte sich der Vizepräsident in den Sessel am Kopfende, der seit jeher für den Präsidenten reserviert gewesen war. »Meine Herren,« begann der Vizepräsident. »Ich weiß, dass wir einen sehr engen Zeitplan haben, also halte ich es für das Beste, wenn ich das Wort ohne weitere Umschweife an General Vanrick übergebe, den Kommandanten der Verbund-Spezialeinheiten der Streitkräfte. Bitte, General.« Vanrick erhob sich. »Danke, Mr. Vice President. Wie Sie alle wissen, weisen unsere bisherigen Informationen darauf hin, dass der Präsident von der Abunidal-Organisation, dem Fatah-RC, als Geisel genommen wurde, um gegen die Freigabe von Geldern und Besitz durch die Ägypter und die Freilassung der Disneyland-Bombenleger durch uns ausgetauscht zu werden. Unsere Versuche, verlässliche Informationen über den Gesundheitszustand von Abunidal, dem wahrscheinlichen Anführer der Gruppierung herauszufinden, sind bisher erfolglos geblieben. Was wir wissen ist, dass der Anruf, den das FBI von den Entführern erhalten hat, zu einem Gebäude südlich von Beirut zurückverfolgt wurde, am Rand der Stadt Saida, im Westen besser bekannt als Sidon, an der libanesischen Mittelmeerküste. Den Informationen zufolge, die wir von den Israelis bekommen haben, steht das Gebäude wahrscheinlich mit der Organisation FRC in Verbindung, aber wir haben dazu keine verlässlichen Angaben, was gelinde gesagt, beunruhigend ist.« »Beunruhigend?« hakte der Vizepräsident mit gehobenen Augenbrauen nach und verschränkte die Hände vor sich auf dem Tisch. »Äh, ja, Sir«, fuhr General Vanrick fort. »Bisher konnten wir das Gebäude lediglich per Satellit überwachen, und das hat auch länger als gedacht gedauert, da wir ihn erst umprogrammieren und in eine andere Umlaufbahn bringen mussten. Der Mossad mag über Agenten in und um Sidon verfügen, aber wir hatten bisher nicht ausreichend Zeit für eine umfassende Überwachung, wie sie eigentlich notwendig wären.« »Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, General. Aber Sie waren doch derjenige, der gesagt hat, wir müssten schnell zuschlagen, wenn wir eine Chance haben wollen, den Präsidenten zurückzubekommen, wandte der Vizepräsident ein. Stabschef Daphina lehnte sich mit einem selbstzufriedenen, beinahe schon höhnischem Ausdruck auf dem Gesicht auf seinem Stuhl zurück und starrte den General herausfordernd an. Würde er dem Vizepräsidenten widersprechen? »Ja, Sir, das habe ich gesagt, aber...« »Und nun haben Sie plötzlich Zweifel, General?« »Sie stimmen mir aber doch sicher zu, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für Unentschlossenheit ist, sondern der zum Handeln?«, wollte der Vizepräsident wissen. »Natürlich stimme ich Ihnen zu, Sir. Aber wenn wir vorschnell handeln, dann gefährden wir möglicherweise nicht nur das Leben der Männer des Geiselbefreiungsteams, sondern womöglich auch das des Präsidenten, wenn er sich denn tatsächlich in diesem Gebäude befindet.« »Sie hegen Zweifel, ob der Präsident sich dort befindet?« »Wieso haben Sie mich nicht früher darüber in Kenntnis gesetzt?«, fragte der Vizepräsident, obwohl er genau wusste, warum der General ihm seine Bedenken nicht hatte mitteilen können. »Mr. Vice-Präsident, ich habe mehrfach versucht, Sie zu kontaktieren. Aber Stabschef Daphina ließ mich wissen, dass Sie beschäftigt seien, und er Sie bitte, mich zurückzurufen.« Marschfield sah Daphina an. »Ist das wahr?« Daphina spielte den Zerknirschten. »Mr. Vice-Präsident, die vergangenen 48 Stunden waren für uns alle ein einziger Aufruhr. Wenn der General Probleme hatte, durchgestellt zu werden, dann verstehe ich wirklich nicht, wieso er nicht direkt ins Weiße Haus gekommen ist, um Ihnen seine Gedanken dazu persönlich mitzuteilen.« Fassungslos erwiderte der General, »Zum Ersten habe ich natürlich nicht erwartet, dass er mich persönlich empfangen würde, wenn ich ihn noch nicht einmal telefonisch erreichen konnte. Und zum Zweiten hatte ich eine Mission zu organisieren.« Er wandte sich wieder an den Vizepräsidenten. »Sir, selbst mit unserer fortschrittlichsten Technologie sind wir bisher nicht in der Lage gewesen, herauszufinden, wer oder was sich in dem fraglichen Gebäude befindet.« »Und das bereitet Ihnen aus welchem Grund solche Bauchschmerzen?«, wollte der Vizepräsident wissen. »Er verursacht mir Bauchschmerzen, weil unsere Männer da völlig blind reingehen. Sie wissen nicht, wie viele Terroristen sich in dem Gebäude befinden oder wo der Präsident festgehalten wird, wenn er überhaupt dort ist.« »Müssen wir das wirklich noch einmal durchkauen?«, fragte der Fehler mit gespielt genervter Stimme. Der Vizepräsident brachte ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen. »General, haben Sie irgendwelche handfesten Informationen, die darauf hinweisen, dass der Präsident nicht an diesem Standort festgehalten wird?« »Nein, Sir. Aber wir haben ebenso wenig handfeste Beweise dafür, dass er sich in dem Gebäude befindet.« »Nach ausführlichen Beratungen mit meinem Stab sowie mit Agent Howarth«... »Agent Howarth«, unterbrach ihn der Vizepräsident. »Ist er inzwischen auch Mitglied des JSOC?« »Nein, Sir. Aber seine umfangreichen Erfahrungen mit Antiterroreinsätzen und Operationen, die vom JSOC koordiniert wurden, qualifizieren ihn ganz sicher dazu.« Der Vizepräsident hob die Hand, um diesmal den General mitten im Satz abzubürgen. »Agent Howarth, möchten Sie noch irgendetwas hinzufügen? Denn wir sind sicher alle interessiert daran, Ihre Einschätzung zu hören, in Anbetracht all der Dinge, die bereits vorgefallen sind.« Howarth ignorierte den Sarkasmus in der Stimme seines Gegenübers und stand auf, als der General sich wieder hinsetzte. »Danke sehr, Mr. Vice President. Ich muss dem General uneingeschränkt zustimmen.« »Und wieso das?« »In diesem Puzzle gibt es zu viele Teile, die nicht passen. Wir denken, dass wir Fortschritte machen, aber die Wahrheit ist, dass die Entführer uns drei Schritte voraus sind. Sie haben jede Reaktion unsererseits vorhergesehen und sind auf unser Kommen vorbereitet. Wenn ich den Grad an Professionalität und Expertise bedenke, mit dem Sie bisher vorgegangen sind, dann finde ich es doch sehr verdächtig, dass Sie zugelassen haben, dass der Anruf mit den Forderungen zurückverfolgt werden konnte.« Lorla legte fast unmerklich den Kopf ein klein wenig schief, als er über die Implikationen dessen nachdachte, was Howarth gerade gesagt hatte. »Und Sie haben General Vanrick Ihre weisen Eingebungen mitgeteilt?«, wollte der Vizepräsident wissen. »Ich habe ihm alles gesagt, was ich denke, bis auf meine Meinung zu diesem lokalisierten Anruf.« Er wollte nicht zugeben, dass seine unablässigen Kopfschmerzen seine Urteilsfähigkeit womöglich einschränkten. Also rechtfertigte er sich dafür, dass ihm das nicht schon früher eingefallen war. Erst als ich hier zu Ihnen eingestoßen bin, hat sich auch dieses Puzzleteil geweigert, ins Bild zu passen. Das ist einfach irgendwie nicht stimmig. »Irgendwie nicht stimmig? Soll ich allen Ernstes die vielleicht einzige Chance, den Präsidenten zu befreien, in den Wind schießen, weil Ihnen irgendetwas nicht stimmig genug vorkommt?« »Agent Howarth, Ihre wagen Gefühle mal beiseite. Haben wir irgendwelche Informationen, die darauf hinweisen, dass der Präsident an einem anderen Ort festgehalten wird?« »Nein, Sir?« »Und haben Sie mal darüber nachgedacht, in was für eine Situation wir geraten, wenn wir diese Gelegenheit heute Nacht verstreichen lassen und der Präsident vielleicht morgen an einen anderen Ort gebracht wird, von dem aus die Entführer dann keine weiteren Telefonanrufe tätigen, die wir zurückverfolgen können?« »Nein, Sir?« »Und selbst wenn das Befreiungsteam den Präsidenten heute Nacht nicht an diesem Ort vorfinden sollte, haben Sie vielleicht bedacht, dass wir möglicherweise neue Informationen bekommen, wenn wir zumindest einige der Mitglieder der Vatah-Organisation gefangen nehmen können, die etwas mit der Entführung zu tun haben?« »Nein, Sir«, gab Howarth zum dritten Mal zu. Er wusste genau, was der Vizepräsident mit seinen scheinbar logischen Einlassungen mitzwecken wollte. Die Argumentation war alles andere als hieb- und stichfest, aber als amtierender Oberbefehlshaber der Streitkräfte hatte er das letzte Wort, und es gab keine Möglichkeit, ihn zu überstimmen, ganz gleich, wie viele Löcher sein Plan auch haben mochte. Howarth und Benric standen auf verlorenen Posten, und es spielte gar keine Rolle, dass die Annahmen ungesichert und die Informationen spärlich waren. Sie konnten weiter dagegen argumentieren, aber eigentlich war es dazu bereits zu spät. »Agent Howarth, soweit ich das beurteilen kann, haben Sie diese Mission und Ihre möglichen Auswirkungen nicht in Ihrer Gesamtheit durchdacht.« »Wir gehen also vor wie geplant,« befahl der Vizepräsident. Scott schluckte die Antwort herunter, die ihm auf der Zunge lag, denn sie hätte ihm nur weiter größeren Ärger eingebracht, und dafür gesorgt, dass er aus dem Sit-Room entfernt würde. Er setzte sich wieder hin, griff nach der Karafe, die vor ihm stand, und schenkte sich ein Glas Wasser ein. Dann nahm er zwei weitere Kopfschmerztabletten. Denn es würde eine lange Nacht werden. 31. Bisher verlief die Mission des JSOC-Verbundteams nach Plan. Die Geiselbefreier trafen sich um kurz nach zwei Uhr morgens mit einem kleinen Fischerboot an der israelischen Küste. Das Kontingent der Navy Seals war damit beauftragt gewesen, einer NATO-Blockade im persischen Golf Geltung zu verschaffen. Da Schnelligkeit von entscheidender Bedeutung für diese Mission war, die unter dem Codenamen Rapid Return lief, hatte man sie als bestqualifizierte und am schnellsten verfügbare Mitglieder für das Team ausgewählt. Die dunkle, feuchte Luft hing wie eine nasse Decke über der südlibanesischen Küste. Die Schwüle nahm einem fast in Atem. Aber die Soldaten achteten gar nicht auf die Hitze. Sie konzentrierten sich vollkommen auf ihre Aufgabe und auf die Rolle, die jeder zu spielen hatte, um sie erfolgreich zu erfüllen. In Washington saß Scott Haworth verweil in der Sicherheit des Kontrollraums im Weißen Haus und wusste dennoch ganz genau, wie die Seals auf dem kleinen Fischerboot sich fühlen mussten. Aus Gewohnheit beschleunigte sich sein Puls und das Adrenalin breitete sich spürbar in ihm aus, während er der unaufgeregten Kommunikation lauschte, die via Satellit um die halbe Welt übertragen wurde und aus den in die Wand eingelassenen Lautsprechern des Sitroom drang. »Ishmael, hier ist Jonah. Bisher hat keiner angebissen. Wir schippen rein,« meldete sich der Anführer des Teams. »Auch nichts in den Netzen. Ich hoffe, Sie fangen einen großen. Petri Heil,« kam die Antwort aus der Kommandozentrale des JSOC. General Vendrick trug zwar ein Headset, das ihn ununterbrochen auf dem Laufenden hielt, aber dennoch hatte es ihn unglaublich wütend gemacht, dass der Vizepräsident darauf bestand, dass er die Operation vom Sitroom aus beobachtete. Der General vertraute seinen Leuten in der Kommandozentrale, aber im Grunde war er der Verantwortliche und hätte bei ihnen vor Ort sein sollen, nicht in diesem Konferenzraum, als säße er auf einem Logenplatz bei einem Spiel der Redskins. Während sie darauf warteten, dass die Mission ihren Lauf nahm, hatte der General Scott die Codenamen und Bezeichnungen erklärt, sodass er nun in der Lage war, das Gespräch zu verstehen und zu übersetzen. Aus eigener Erfahrung kannte Scott die nächsten Schritte bis ins Detail. Abhängig von den Umgebungsbedingungen verließen die Männer irgendwo zwischen 200 und 100 Metern Entfernung zum Strand ihr Schlauchboot und glitten ins Wasser. Dann zogen sie ihre Messer aus der Scheide und rissen Löcher in das Boot, dessen schwerer Außenborder es sofort bis auf den Grund des Meeres sinken ließ. Bevor irgendjemand die Überreste des Schlauchbootes entdecken konnte, war das Team längst wieder fort. Die Augen aller Anwesenden waren auf eine Reihe von Monitoren gerichtet, die quer über eine Wand des Raums verliefen, strategisch sinnvoll angeordnet. Jeder Platz am Tisch besaß außerdem noch einen persönlichen Bildschirm, der in die Tischplatte eingelassen war. Die interne Kommunikation der JSOC-Kommandozentrale plätscherte aus den Lautsprechern über ihren Köpfen. Hier wurden Daten über den Fortschritt der Mission weitergegeben, aber die Übertragung wurde automatisch unterbrochen, sobald ein Mitglied des Befreiungsteams sich über Funk meldete. Als er den Blick durch den Raum schweifen ließ, bemerkte Scott, dass sowohl der General als auch CIA-Direktor Vail ihre Laptops in die sicheren Kommunikationsverbindungen des Weißen Hauses eingeklinkt hatten. Zweifellos standen beide auf diese Weise mit ihrem jeweiligen Büro in Verbindung und machten sich damit unabhängig von den offiziellen Kanälen. Sehr klug von ihnen. Harbeth starrte auf die Reihe der Bildschirme an der Wand. Sie waren viel größer als der Monitor, der sich vor ihm im Tisch befand. Obwohl er dort selbst zwischen den verschiedenen Feeds hin- und herschalten konnte, bevorzugte er die Gleichzeitigkeit des Panoramas an der Wand. Jeder der SEALs war mit einer faseroptischen Kamera mit Weitwinkelobjektiv und Nachtsichtfunktion ausgestattet, die genau das auf die Bildschirme in Washington übertrug, was die Männer in ihrem Sichtfeld hatten. Der größte Bildschirm dagegen zeigte Bilder, die das NSA-Spionagesatellitennetzwerk Chaperone gesammelt hatte. Bei Chaperone, zu Deutsch Anstadsdame, handelte es sich um ein hochentwickeltes Spähsystem, das dazu konstruiert worden war, Informationen zu sammeln und Geheimoperationen zu unterstützen. Insbesondere solche, die zum größten Teil im Dunkeln stattfanden. Kein anderes bis dato existierendes Informationssystem übertraf die Nachtsichtfähigkeit des Chaperone-Netzwerks. Da es sich mehrerer Satelliten mit überlappender Reichweite bediente, erhöhte sich der Zeitraum nahtlos übertragbarer Bilder von einem einzigen Zielort gegenüber früheren Systemen um ein Vielfaches. Der Hauptbildschirm an der Stirnwand des Raums verfügte außerdem über eine Bild-in-Bild-Darstellung. Das größere Bild zeigte den Strand, auf den das Team in diesen Minuten zuschwamm. In der unteren rechten Ecke des Bildschirms zeigte ein Satellitenbild das Zielgelände mit dem Gebäude des FRC, wie Scott annahm. Wenn die Seals das Ufer erreichten, erwartete sie ein Sprint von einer knappen Meile ins Landesinnere, wo ein Laster mit zwei Fahrern auf sie warten würde. Diese sollten das Team für Spezialoperationen dann verborgen im Laderaum des Lasters bis auf wenige Blocks an ihr Ziel heranschaufieren. Niemand im Raum sprach auch nur ein Wort. Die Stimmen aus der Kommandozentrale wurden von sporadischem Piepsen unterbrochen, das wahrscheinlich von den Satelliten stammte und der Übertragung eine gespenstische Science-Fiction-Qualität verlieh. So, als ob man der NASA dabei zuhörte, wie sie eine zerbrechlich wirkende Raumkapsel von der dunklen Seite des Mondes zurück zur Erde dirigierte und gespannt auf den Bericht der Astronauten wartete. Scott wurde klar, dass man in einem solchen Moment gar nichts Sinnvolles sagen konnte. Außerdem hatte der General immer noch die Leitung der Mission inne, und er brauchte absolute Ruhe, um arbeiten zu können. Er hatte sich diese Stille ausgebeten und darauf bestanden, dass er in diesem Punkt keine Kompromisse duldete, wenn er schon im Kontrollraum sitzen musste, anstatt in der JSOC-Kommandozentrale an Deck zu sein, wenn Rapid Return an den Start ging. Die Minuten erschienen wie Stunden, während das SEAL-Team sich zu dem Laster vorarbeitete. Ein Monitor in der oberen rechten Ecke des Raums zeigte eine Live-Übertragung aus der Kommandozentrale. Harvaths Vergleich mit einer NASA-Mission schien gar nicht so abwegig, denn der Kontrollraum des JSOC sah der Mission Control in Texas, die er einmal besucht hatte, ziemlich ähnlich. Die Agenten des JSOC saßen an langen Reihen von Computer-Terminals, die wie die Stufen eines Amphitheaters auf mehrere aufsteigende Ebenen verteilt waren, während die Wand gegenüber voller Bildschirme war. Das Militär hatte einen ausgeprägten Hang zu Struktur und Ordnung. Daher nahm Harvath an, dass die Agenten im Raum nach ihren Fähigkeiten gruppiert saßen, zum Beispiel alle Kommunikationsspezialisten auf einer Ebene oder die Zuständigen für Satellitentechnologie auf einer weiteren, während die wichtigsten Agenten ihre Plätze ganz hinten in der Nähe der Chefetage hatten. Jeder SEAL trug eine spezielle Weitwinkel-Nachtsichtbrille, die erst vor kurzem für die Spezialeinsatzkräfte entwickelt worden war. Diese Brillen erweiterten nicht nur das Blickfeld der Soldaten und verbesserten die Tiefenschärfe, sondern beinhalteten auch die Option, bei Bedarf auf einen kleinen Computerbildschirm umzuschalten, dessen Bild dann in einem vorher gewährten Bereich der Brille angezeigt wurde. Auf diese Weise konnte beispielsweise der Anführer eines Teams die Feeds der phaseroptischen Kameras seiner Soldaten verfolgen, die oben an den Brillen befestigt waren. Ebenso konnte die Kommandozentrale Informationen auf die Brillen des Teams senden, etwa Karten mit Wegbeschreibungen oder die Bilder von Chaperone. Harwith starrte in die angespannten Gesichter der SEALs, die von den Kameras ihrer Kameraden, die ihnen im Laderaum des Lasters gegenüber saßen, im geisterhaften Grün der Nachtsichtgeräte auf die Bildschirme im Sitroom übertragen wurden. Die hohe Auflösung der Bilder war erstaunlich. Die Technologie, die Scott in seiner Zeit als aktiver SEAL zur Verfügung gestanden hatte, war schon verblüffend gewesen. Aber in der kurzen Zeit, die seit seinem Wechsel zum Secret Service vergangen war, hatte sie sich so rapide verändert und erschien ihm nun so hochentwickelt, dass er es kaum glauben mochte. Die Stimme aus der JSOC-Kommandezentrale erklang wieder lauter und alle am Tisch lehnten sich unwillkürlich nach vorn. Eine Minute bis zur Anlieferung, sagte die Stimme. Das kleine Bild im Bild auf dem Chaperone-Satellitenschirm wurde größer und überdeckte schließlich das andere, als das Rapid-Return-Team dem Zielort so nah war, dass alles Notwendige auf einem Bildschirm dargestellt werden konnte. Der Laster bog in eine Straße voller verfallener Gebäude ein, flankiert von der Wüste, die sich permanent Sandkorn für Sandkorn zurück in ihr angestammtes Land drängte. Nachdem das JSOC die Nahumgebung mithilfe von Chaperone so gruendlich wie aus dieser Entfernung moeglich nach potentiell feindlichen Zielen abgesucht hatte, bat die Kommandezentrale um Bestetigung des israelischen Geheimdienstes, dass dessen am Boden befindliche Agenten sich zu beiden Enden der Straße postiert hatten. Die positive Antwort kam umgehend. Also ging der Funkspruch zum Aussteigen an den Anführer der SEAL. Jonah, hier ist Ismael. Zeit, in den Bauch des Walfischs zu steigen, owa? In den Bauch des Wals steigen, verstanden, Jonah, Ende, kam die Antwort. Auf das Kommando des Anführers sprangen die SEALs einzeln vom Laster, rollten sich auf den Boden ab und gingen sofort in Deckung. Der sich rasch entfernende Laster machte Lärm, aber ansonsten war die Straße vollkommen ruhig. Das Team wusste, dass die lokale Polizei und auch die Zivilschutzpatrouillen hier zwar sporadische Runden machten, aber keinem verlässlichen Zeitplan folgten. Daher überprüfte jeder nur kurz die Vollständigkeit und Sicherung seiner Ausrüstung, bevor sie sich gedeckt dem Zielgebäude näherten. Alle Mitglieder des Teams hatten sich die Aufklärung Satellitenfotos angeprägt, auf denen die für ihre Mission wesentlichen Punkte zu sehen waren. Anlieferung und Ausstieg, das Zielgebäude, der Platz, an dem sie herausgeholt werden würden, sowie zwei Alternativen zu letzteren für den Notfall. Mit den schallgedämpften MP-10-Maschinenpistolen im Anschlag arbeitete sich das Rapid Return Team langsam durch die Gasse vorwärts, über Gröll und Stein hinweg, in östlicher Richtung auf sein Ziel zu. Sie bewegten sich leise und vorsichtig und blieben bei jedem Geräusch aus den benachbarten Häusern kurz starr und aufmerksam lauschend stehen. Natürlich trugen sie Gewänder und Turbane, die sie wie arme Dorfbewohner aussehen ließen, aber wenn einer der tatsächlichen Einwohner des Orts die schwer bewaffneten Soldaten aus nächster Nähe zu Gesicht bekäme, würde er garantiert Alarm schlagen. Wie geplant machte sich das Team dann bereit, sich aufzuteilen, als es sich bis auf wenige Meter dem Zielgebäude genähert hatte. Die Israelis hatten schon früher mit den Seals für gemeinsame Einsätze trainiert, aber in diesem Fall hatte General Vendrick entschieden, dass sie lediglich als Spähtrupp und als Verstärkung für den Ernstfall vor Ort sein sollten. Der Zugriff würde allein durch die amerikanischen Geiselbefreier erfolgen. »Ishmael, hier ist Jonah. Wir sind bereit für den Wahl. Können Sie uns einen aktuellen Lagebericht geben, Over?« »Roger, Jonah. Laut Chaperone haben Sie freie Bahn.« »Viel zu frei«, dachte Harworth, während er auf den Bildschirm direkt vor seinem Platz starrte. Wenn der FRC den Präsidenten wirklich an diesem Ort festhielt, dann wäre das Gebäude doch sehr viel strenger bewacht. Es war natürlich auch möglich, dass der FRC befürchtete, dass sichtbar positionierte Wachtposten nur unnötig Aufmerksamkeit erregen würden. Seltsamerweise war auf den Bildern der amerikanischen Satelliten zu sehen gewesen, dass Leute ins Gebäude gegangen und auch wieder herausgekommen waren, aber es gab keinerlei Einblicke ins Innere des Blocks. Diese Lehmziegelhäuser bildeten normalerweise keine Hürde für die Spionagetechnologie der NSA, aber das Zielgebäude war offenbar mit einer Art Schutzschicht abgeschirmt, die keine der technischen Spielereien, über die die NSA verfügte, zu durchdringen vermochte. So als ob er Harworths Gedanken gelesen hätte, sprach General Vanrick jetzt in sein Lippenmikrofon. Jonah, hier spricht der alte Mann. Sind Sie nah genug dran, um festzustellen, woraus die Außenhaut des Wals besteht? Die Tatsache, dass der Satellit nicht in der Lage gewesen war, das Gebäude zu durchdringen, bereitete Vanrick offenbar ebenfalls Sorgen. Der Anführer sprach leise in sein Kehlkopfmikrofon. Negativ, sieht genauso aus wie alle anderen. Der General warf einen letzten Blick auf den Feed von Chaperone, bevor er antwortete, »Jonah, werfen Sie die Netze aus, over.« »Verstanden, Jonah Ende.« Mit einer knappen Handbewegung schickte der Anführer zwei Mitglieder zur Rückseite der Häusereihe, die sich dem Zielgebäude von hinten nähern sollten. Zwei weitere sandte er zum Nachbarhaus. Die verbleibenden vier Männer der Einheit eilten im Schutz der tiefen Schatten zur hässlich rot gestrichenen Tür des nächsten Gebäudes, das sich wenige Meter die Straße hinab vom Ziel entfernt befand. Wie abgesprochen hatten die Israelis dafür gesorgt, dass die Tür unverschlossen war. Mit schussbereiten Waffen betrat das Team das Gebäude und durchsuchte Erdgeschoss und ersten Stock im Schnelldurchgang. Sobald sie sich davon überzeugt hatten, dass alles sauber war, kletterten sie vorsichtig die Stiege zum Dach hinauf. Langsam hob der Anführer die Dachluke an und spähte hinaus. Als er sicher war, dass dort oben keine Gefahr lauerte, nahm er die Spezialbrille ab und holte ein Nachtsichtfernglas mit stärkerer Vergrößerung aus seinem Rucksack. Soweit er sehen konnte, war immer noch alles ruhig. Er glitt durch die Falttür aufs Dach und kroch flach auf dem Boden gepresst zur Südwestecke hinüber. Um nicht im letzten Moment gesehen zu werden, schob er seine Spezialbrille nur langsam von unten über die Kante der Brüstungsmauer des Daches und hielt die oben liegende Kamera auf das Ziel gerichtet. Sein zweiter Mann, der bereits an der Dachluke wartete, schaltete die Kamera des Anführers auf seiner Brille hinzu und als sich auch hier nichts in der Umgebung des Zielgebäudes regte, hob er den Daumen. Der Mann mit dem Kotnamen Jonah nahm die Spezialbrille wieder von der Mauerkante, rückte noch näher an die Ecke des Daches heran und zog sich sachte hoch, um mit seinem Fernglas über die Brüstungsmauer zu schauen. Das Zielgebäude lag vollkommen still im Dunkeln. Selbst auf dem Dach war niemand zu sehen. Diese Vertachttypen waren entweder extrem selbstsicher oder strohdumm. Jonah zog die Nachtsichtbrille wieder auf und kroch zurück zur Dachluke, bevor er dem Scharfschützen des Teams grünes Licht gab. Der muskulöse 25-Jährige, der für seinen tödlich präzisen Schuss bekannt war, zwängte sich durch die Öffnung, rollte sich auf dem Dach ab und machte seine Waffe bereit. Er trug ein schallgedämpftes Scharfschützengewehr der Marke Walter WA-2000, die als Munition Winchester Magnumpatronen im Magazin hatte. Auch ohne das Nachtsicht-Zielfernrohr von Leupold und den Laserentfernungsmesser gab es nicht viele Ziele, die der Spitzenschütze damit nicht treffen würde. Der speziell konstruierte Gewehrlauf, der am vorderen und hinteren Ende mit Klemmen versehen war, verhinderte, dass das Drehmoment der großen Patrone ihn vom anvisierten Ziel weghob. Der Lauf war außerdem geriffelt, um die Vibrationen beim Feuer noch weiter zu reduzieren. Mit ihrem Griff, der an den einer Pistole erinnerte und den an den Schützen angepassten Kolben und Wangen polstern, würde ihm diese Waffe sehr gute Dienste leisten, sollte irgendjemand im weiteren Verlauf der Operation Rapid Return in der näheren Umgebung herumschleichen. Jonah und die beiden verbleibenden Teammitglieder waren für den Frontalangriff zuständig. Gemeinsam verließen sie das Gebäude, auf dessen Dach sie den Scharfschützen zurückgelassen hatten und schlichen etwas weniger angespannt die verlassene Straße entlang, weil sie sich nun unter dem wachsamen Blick und dem persönlichen Schutz eines der besten Schützen befanden, die die Seals jemals ausgebildet hatten. Die wesentlichen Elemente der Mission waren die Schnelligkeit der Männer, das Überraschungsmoment auf ihrer Seite und ihre vereinte Stoßkraft im entscheidenden Moment. Als Jonah und seine Männer sich dem Ziel näherten, waren alle Fensterläden des Gebäudes geschlossen. Jonah stellte seine Spezialbrille noch einmal scharf und schaute zum Flachdach hinauf, an dessen Kanten wirklich Platten eines Metalls hervorlugten, das wie Blei aussah und mit Gips und Lehm nutdürftig verputzt war. Er vertraute darauf, dass die richtigen Leute vor den Bildschirmen in Washington es ebenfalls gesehen hatten und wussten, um was es sich handelte. Mit seinen Männern nahm er das Gelände noch einmal aufmerksam in Augenschein. Es gab keinerlei Anzeichen, irgendwelche Abwehrmaßnahmen gegen Eindringlinge, nicht einmal das Bellen von Hunden wahrzuhören. »Ismael, hier spricht Jonah«, flüsterte er, und sein Kehlkopfmikrofon übertrug die leisen Worte glasklar. »Es ist sehr ruhig hier.« »Bewegt sich irgendetwas auf Ihrem Schirm?« »Negativ, Jonah. Sie haben freie Bahn und grünes Licht, wann immer Sie soweit sind.« Über einen Innenhof mit Bogengängen kletterten zwei Teammitglieder die gemeinsame Mauer hinauf und erreichten unbemerkt das Dach des angrenzenden Gebäudes. Der Scharfschütze verkniff sich den Witz darüber, dass er Ihnen von seiner Warte aus jetzt einen perfekten Bürstenhaarschnitt verpassen könnte, und sagte stattdessen nur das Nötige. Leise sprach er in sein Kehlkopfmikrofon. »Alpha, hier ist Watchdog. Ich habe euch im Visier, und ihr seid allein da oben.« »Verstanden«, erwiderte Alpha. Da er seine Männer nun auf dem angrenzenden Dach wusste, wisperte Jonah in sein Mikro. »Alpha, die Außenhaut ist vielleicht härter als angenommen. Geht rüber und überprüft das. Ich will eine sofortige Einschätzung.« »Verstanden«, kam Alphas Antwort zurück. Geräuschlos bewegten sich die beiden über das Dach des angrenzenden Hauses. Dabei achteten sie besonders auf Schwachstellen, denn beide erinnerten sich an die Geschichte von dem Agenten, der in Panama auf einem Dach eingebrochen und ins Haus darunter gestürzt war. Jonah und seine drei Begleiter blieben im Dunkeln, ganz nah an der Häuserfront des Zielgebäudes, während die restlichen beiden Soldaten dahinter auf Anweisungen warteten. Schließlich meldete Alpha sich wieder. »Jona, hier ist Alpha. Sieht aus, als wäre der Eingang zum Dach aus Metall, ziemlich dick, aber die Scharniere sind auf der Außenseite. Mit ein bisschen Fraßkleber können wir durchbrechen, denke ich.« Er meinte die kleinen Tuben mit der speziellen Säurepaste, die ein Team bei Missionen im Gepäck hatte, auf denen unter Umständen Türen zu überwinden waren und man die Scharniere nicht einfach wegsprengen konnte. Trug man die Paste an den richtigen Stellen auf, fraß sie sich binnen Sekunden durch beinahe jedes Metall. »Warte kurz, Alpha«, sagte Jonah. »Bravo. Seid ihr in Position?« »Sind wir. Bereits im Zugriff«, kam die Stimme des Mannes, der mit seinen Kollegen auf der Rückseite wartete. »In Ordnung, Alpha. Raus mit dem Kleber und sag uns, wenn ihr bereit seid«, befahl Jonah. Mit seinen Männern schlich er geduckt unter den Fenstern des Hauses entlang, bis sie vor der alten Holztür standen. Wie er vermutet hatte, war sie verschlossen. Aber so eine Eingangstür stellte kein ernstzunehmendes Hindernis dar. »Watstock, hast du die Tür im Visier für den Fall, dass sie keinen Besuch von den Zeugen Jehovas wollen?«, vergewisserte Jonah sich. »Klopf, klopf, Arschloch. Das ist genau wie bei Gaddafi. Ich habe euch im Blick«, gab Watchstock zurück. »Alpha, wie läuft es oben?« »Wir sind soweit.« »Gut, dann hört alle zu. Alle genau nach Plan. Schnell und heftig. Zuerst die Blendgranaten. Hört ihr mich alle einwandfrei?« »Bravo, verstanden.« »Alpha, verstanden.« »Und es sieht aus, als wären wir hier oben auch bereit für die Party. Auf dein Kommando, Jonah, over.« Die Männer im Situation Room hielten den Atem an. »Okay, auf mein Kommando.« »Schützen, auf Gefechtsposition.« »Werfer!« »Blendgranaten bereithalten. Wir stürmen in fünf. Vier, drei, zwei, eins, jetzt!« Gleichzeitig drangen Jonas Männer von drei Stellen ins Haus ein, warfen die Blendgranaten sofort nach dem Durchbruch der Vordertür, des hinteren Fensters und der Dachluke nach drinnen und stürmten das Gebäude, sobald die Granaten detoniert waren. Was das Geiselbefreiungsteam der Mission Rapid Return nicht sehen konnte, erschien stattdessen nur Augenblicke später in aller Deutlichkeit auf dem Chaperone-Wildschirm im Weißen Haus. Eine weißglühende Feuersbrunst, die den gesamten Straßenzug und mit ihm auch das Gebäude, in das sie gerade eingedrungen waren, im Handumdrehen zu Staub und Asche reduzierte. Keiner von ihnen hatte das kommen sehen. Zweiunddreißig Im selben Moment, in dem Chaperone zeigte, wie das Gebäude explodierte, verschwanden die grünlichen Nachtsichtbilder der Kameraübertragung und auf allen Monitoren erschien an ihrer Stadt die ernüchternde Botschaft. Offline. Die schockierte Stille im Situation Room verwandelte sich rasch in hektische Betriebsamkeit. Als Haworth Blick an dem Bildschirm hängen blieb, der die Kommandezentrale des JSOC zeigte, sah er, dass es dort ebenfalls chaotisch zuging. Die im Kontrollraum versammelten Männer telefonierten auf allen verfügbaren Leitungen gleichzeitig und versuchten herauszufinden, was geschehen war. Scott saß gleich neben General Vendrick und hörte mit, wie dieser sich mit seinen Gefolgsleuten besprach. Das haben wir auch von hier aus gesehen. Wie es scheint, war es eine sehr heftige. Mindestens einen oder zwei komplette Blocks, soweit Chaperone uns das jetzt gerade zeigt. Eins nach dem anderen. Können wir eine Rückmeldung über den Status des Teams ... Was ist mit den israelischen Agenten vor Ort? Mein Gott, ist nur einer? Schicken Sie ihn da rein, wir brauchen ein genaueres Bild. Wir brauchen die Bestätigung. Wenn es Verletzte gibt, müssen wir sie sofort rausschaffen. Ja, ja, Sie haben recht. Darüber haben wir uns auch Gedanken gemacht. Aber jetzt ist es ein bisschen zu spät, Bedenken zu äußern. In Ordnung. Besprechen Sie das mit den Israelis und dann melden Sie sich wieder, sobald Sie etwas Neues wissen. In der Zwischenzeit möchte ich, dass Sie die Aufzeichnungen der Agentenkameras zurückspuren und mir die letzte Minute vor der Unterbrechung in Zeitlupe hierher übertragen. Nein, negativ. Bis wir ein klares Bild von der Situation haben, sollen sich alle Teams weiter in Bereitschaft halten. Das ist alles. An die Arbeit! Der General schüttelte angewidert seinen Kopf. Er hätte den Vizepräsidenten noch viel stärker dazu drängen sollen, den Befreiungsversuch zurückzustellen, bis sie verlässlichere Informationen gesammelt hatten. Ein Team großartiger Männer war direkt in eine Falle gelaufen. Seine Abneigung gegen den Vizepräsidenten hatte sich erheblich verstärkt, aber weit schwerer wogen Scham und Schande, weil die Männer, die er verloren hatte, unter seinem Kommando in den Tod gegangen waren. Die gesamte Mission war unausgegoren, ein halbherziger Versuch, den er hätte unterbinden müssen. Als die Kommandozentrale die Bilder der Agentenkameras in Zeitlupe übertrug, gab der General über seine Kommunikationsverbindung Anweisungen, bestimmte Stellen anzuhalten und andere mehrfach zurückzuspulen. In den kommenden Monaten würden Militärexperten mit Unterstützung von Brandermittlern der Bundesbehörde sich diese Bilder immer wieder ansehen, um einwandfrei festzustellen, ob es eine oder mehrere Explosionen gegeben hatte, wo exakt diese detoniert waren und welche Art von Sprengstoff benutzt wurde. Aber für den Moment musste sich der General sein eigenes Bild von dem schrecklichen Geschehen machen. Die verlangsamte Wiedergabe zeigte deutlich, dass alle drei Zugriffsgruppen erfolgreich ins Haus eindrangen und ihre Blendgranaten hineinwarfen, in der Hoffnung, jegliche an den Eingängen befindliche Ziele augenblicklich außer Gefecht zu setzen. Dafür würden das blendend weiße Licht und die Erschütterungen, die sie beim Aufprall auslösten, sorgen. Als die Männer im Haus waren, zeigten die Kameras, dass sie sich rasch vorwärts bewegten und sofort damit begannen, die jeweils nächstgelegenen Räume zu sichern. Aus der Perspektive der Soldaten sah es aus, als lägen in einigen Räumen schlafende Männer. Aber würden die Entführer tatsächlich riskieren, sich selbst mit in die Luft zu sprengen? Bevor sie die Gelegenheit hatten, auch nur einen der Männer mit den Kunststoffhandfesseln zu fixieren, die ein Team stets bei sich trug, wurde das Bild von einem hellen Blitz überdeckt. Und dann schaltete die Übertragung auf allen Kamerafeeds synchron auf Offline. Das Kamerabild der Scharfschützen war nicht sehr hilfreich, da er seine Spezialbrille links von sich auf seinem Rucksack abgelegt hatte. Solange er durch das Nachtsicht-Zielfernrohr seines Gewehrs blickte, konnte er die Brille nicht gebrauchen. Sein Feed sendete nur wenige Einzelbilder länger als der seiner Kameraden, die sich wohl im Epizentrum der Explosion befunden hatten. Der verwendete Sprengstoff musste extrem leistungsstark sein. Die Chancen auf Überlebende waren äußerst niedrig, um nicht zu sagen praktisch nicht vorhanden. Im vorherrschenden Chaos bemerkte zunächst niemand, dass ein Telefon klingelte. Und auch nicht, dass der Stabschef des Vizepräsidenten den Hörer abgenommen hatte, bis er ihn mit seiner Hand zuhielt und die Anwesenden anschrie, still zu sein. Der gesamte Raum war fassungslos. Daphines Gesicht war aschfahl. »Woher haben Sie diese Nummer?« fragte er tonlos. Es handelte sich um die Direktleitung des Präsidenten. Lola wusste ganz genau, wer am anderen Ende war. Und daher reagierte er auch als Erster. Er nahm den Hörer des Telefons an seinem Platz ab und wählte schneller als je zuvor in seinem Leben. Als sich jemand meldete, nannte er seinen Namen, sein Passwort und seinen momentanen Standort. Dann befahl er sofort, den eingegangenen Anruf zurückzuverfolgen und konnte es kaum glauben, als er die Antwort bekam. »Das geht nicht.« »Was?« zischte Lola in den Hörer. »Wollen Sie mich verarschen?« »Es handelt sich um eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit. Jetzt machen Sie, dass Sie den Anruf verfolgen.« Lawlers Vorgesetzter, FBI-Direktor Sors, legte ihm eine Hand auf den Arm und flüsterte, »Gary, wir können keine Anrufe verfolgen, die im Situation Room eingehen oder von hier rausgehen. Es ist schlicht unmöglich.« »Was soll das heißen, unmöglich?« fragte er. »Als dieser Raum und seine Ausstattung modernisiert wurden, haben wir auch die Kommunikation auf den neuesten Stand gebracht. Alle Leitungen mussten abhörsicher und auch verfolgungssicher sein. Wer hätte auch schon ein Szenario vorhersehen können, bei dem die Verfolgung eines Anrufs hier notwendig wäre?« Lola fühlte sich furchtbar machtlos. Er konnte nur da sitzen und zusehen. Und das Schlimmste war, dass Daphina den Hörer in der Hand hatte. »Er will, dass ich ihn auf Lautsprecher schalte. Wie mache ich das?« wollte Daphina hektisch wissen. Wieder hielt er die Hand über die Sprechmuschel. Zwei gedrückte Tasten später erklang die maschinenähnliche Stimme, die Lola nur allzu genau wiedererkannte aus den Lautsprechern des Kontrollraums. »Guten Abend, Gentlemen.« Da die Entführer mit ihm den ersten Kontakt hergestellt hatten, widersprach niemand, als Lola sich von seinem Stuhl erhob und zu dem Telefon am Platz des Präsidenten hinüberging. Aber als er das Ende des Tisches erreichte, hob Vizepräsident Marshfield eine abwehrende Hand und er blieb wie angewurzelt stehen. Lola war perplex. Die Stimme fuhr fort. »Ihr Vizepräsident ist doch sicher bei Ihnen vor Ort.« Daphina reichte ihm mit zitternden Fingern den Hörer. »Ja, ich bin hier.« »Wer spricht da?« »Noch mehr alberne Spielchen«, sagte die Stimme. »Sie wissen genau, wer hier ist. Hat Ihnen unsere kleine Vorführung gefallen?« »Wovon reden Sie denn?« »Mr. Vice President, ich werde das nur einmal sagen. Keine Spielchen.« »Wo ist der Präsident?« »Es geht ihm gut. Das versichere ich Ihnen.« »Wie können wir sicher sein, dass das der Wahrheit entspricht?« »Mr. Vice President, wir haben doch schon bewiesen, dass wir ihn in unserer Gewalt haben und dass wir in der Lage sind, sie und ihre Militärs zu überlisten. Die Explosion war ein sehr bedauerliches, aber notwendiges Übel. So viele Seelen, die zu Allah berufen wurden, ohne zu ahnen, welche Rolle ihnen im Dschihad zuteil wurde.« »Ist es das, worum es Ihnen bei der ganzen Sache geht?« »Eine Art heiliger Krieg?« »Sehr gut, Mr. Vice President, Sie wissen ja doch mehr über die internationale Bühne, als Ihre Kritiker Ihnen zugestehen wollen.« Bei dieser Beleidigung stellten sich Marshfields Nackenhaare auf. Tief im Inneren hätte fast jeder der Anwesenden dem Kidnapper zu seinem gekonnten Seitenhieb gratulieren mögen. Wäre er nicht für so viel Chaos und Tod verantwortlich. »Damit werden Sie nicht durchkommen.« »Das garantiere ich Ihnen,« sagte der Vizepräsident. »Aber das bin ich doch schon.« »Was wollen Sie?« »Als allererstes will ich, dass man meiner Intelligenz endlich den gebührenden Respekt erweist.« »Haben Sie wirklich gedacht, ich hätte nicht gewusst, dass, wenn ich beim FBI anrufe, die Rückverfolgung automatisch mitläuft?« »Haben Sie geglaubt, ich würde zulassen, dass dieser Tanz so schnell endet, nachdem ich ihn so umfassend geplant und vorbereitet habe?« »Wenn Sie mich unterschätzen, sind Sie womöglich gezwungen, den doppelten Preis dafür zu zahlen.« »Den doppelten Bankpreis?«, fragte der Vizepräsident. »Was meinen Sie damit?« »Inzwischen sollte Ihnen glasklar sein, dass Ihre Männer die Explosion nicht überlebt haben.« »Das war der Preis, den Sie für Ihre Unvernunft gezahlt haben. Sollten wir dabei auch einige der israelischen Schweine getötet haben, die den Vereinigten Staaten bei ihrem armseligen Befreiungsversuch geholfen haben, umso besser. Aber wenn Sie nicht kooperieren, dann zahlen Sie gleich noch einmal. Denn dann werden wir Beweise vorlegen, die diese Explosion mit Ihnen und dem von uns nicht anerkannten Staat Israel in Verbindung bringen. Dann wird alle Welt denken, dass es sich um einen von Amerika unterstützten Terroranschlag der Israelis gegen das palästinensische Volk handelte.« »Die Blicke aller Anwesenden waren gebannt auf den Vizepräsidenten gerichtet.« »Was auch immer Sie für Beweise zu fälschen gedenken, das wird niemals funktionieren.« »So wie mein Plan, den Präsidenten zu entführen, nicht funktioniert hat?« »Z-Z-Z-Äh, Mr. Vice-Präsident, ich glaube, Sie unterschätzen mich immer noch.« »Wissen Sie, Mr...« »Ich kenne noch nicht einmal Ihren Namen,« stieß der Vizepräsident hervor. »Mein Name ist unwichtig.« »Sie sollten sich lieber auf meine Forderungen konzentrieren. Ich will, dass Sie meine Männer mit sofortiger Wirkung freilassen.« »Es gehört zu den politischen Prinzipien der Vereinigten Staaten, nicht mit Terroristen zu verhandeln.« »Ist das wahr?« »Wo waren diese Prinzipien, als Sie dem Iran im Austausch für Ihre Geiseln Waffenlieferungen versprochen haben?« »Ein ziemliches Fiasko, erinnern Sie sich?«, bohrte die Stimme. »Das war damals. Wir reden über heute. Wir verhandeln auf keinen Fall mit Terroristen. Die beiden Männer, um die es hier geht, haben hunderte unschuldige Amerikaner getötet. So wie wir die Sache sehen, Mr. Vice-Präsident, gibt es so etwas wie einen unschuldigen Amerikaner nicht. Und außerdem, wie viele unschuldige Menschen sind im gesamten Nahen Osten getötet worden, und das als direkte Folge der Einmischung durch die Vereinigten Staaten? Wissen Sie das überhaupt?« Mehrere Männer am Tisch gaben dem Vizepräsidenten per Handzeichen zu verstehen, dass er aufhören sollte, den Hardliner zu spielen, aber er ignorierte alle Versuche, ihn zum Schweigen zu bringen. »Ich schlage Ihnen einen Deal vor«, sagte Marschfield in den Hörer und hielt dann inne, um auf die Reaktion des Kidnappers zu warten. »Einen Deal?« »Sie sind nicht in der Position, irgendetwas von uns zu verlangen. Wir sind diejenigen, die Ihren Präsidenten haben. Und wir sind auch diejenigen, die Ihnen die Forderungen stellen. Um nun endlich Ihren guten Willen unter Beweis zu stellen, lassen Sie, wie verlangt, unsere Männer frei und sorgen außerdem dafür, dass Ägypten unser Vermögen freigibt. Und beides werden Sie unverzüglich tun«, sagte die Stimme lauter. Und dann war die Leitung tot. Lola lehnte sich zu seinem Chef hinüber. »Ein echtes Ass im Verhandeln. Wo hat das Arschloch das bloß gelernt?« Der FBI-Direktor gab keine Antwort. Er wusste, dass jeder im Raum exakt dasselbe dachte. Die Sache war eine Nummer zu groß für den Vizepräsidenten. 33. Nachdem die Zusammenkunft im Sit-Room bis auf Weiteres aufgelöst worden war, verließen alle nacheinander schweigend den Raum. Kleinlaut und immer noch unter Schock. Die Männer waren nicht nur vom Scheitern der Mission und dem Verlust ihrer besten Soldaten entsetzt, sondern auch fassungslos über die Art und Weise, wie der Vizepräsident den Telefonanruf der Entführer abgewickelt hatte. Direktor Jameson bedeutete Scott unauffällig, noch kurz mit ihm im Raum zu bleiben. Wenige Augenblicke später saßen nur noch sie beide, die Leiter des FBI und der CIA sowie Gary Lawler am Tisch. »Es scheint, dass Sie den richtigen Riecher hatten«, sprach der CIA-Chef Harworth an. »Das hat den Männern, die die Mission durchgeführt haben, aber gar nichts genützt«, erwiderte Scott. »Was hätten Sie denn tun können?« »Die Frage habe ich mir sicher schon eine Million Mal gestellt. Nicht nur jetzt, heute Abend, sondern auch wegen Sonntag.« »Diese Kerle, wer auch immer die sind, die wissen ganz genau, was sie tun.« »Was mich brennend interessiert«, meldete sich Lawler zu Wort, »ist wie zur Hölle, die sowohl an meine direkte Durchwahl als auch die des Präsidenten hier im Sit-Room gekommen sind.« Die Männer schwiegen, als sie das Klicken der Türklinkke hörten und die schallsichere Tür dann mit einem leisen Zischen aufschwang. »Sollten Sie sich nicht an die Arbeit machen?«, fragte Stabschef Daphina, während er den Raum durchquerte, um eine liegengelassene Akte vom Tisch zu holen. Vail war schneller als die anderen. »Wissen Sie was, Daphina?« »Was wir tun und wie wir es tun, geht Sie einen Scheißdreck an!« Das überraschte Harwood. Direktor Vail hatte den Ruf, stets diplomatisch zu agieren. Aber sowohl Daphina als auch sein Chef, der Vizepräsident, ließen selbst die gelassensten Menschen aus der Haut fahren. »Das sieht der Vizepräsident sicher ganz anders,«, erwiderte Daphina beleidigt. Er kommandierte andere gern herum, spielte den starken Mann aber nur. Nichts als heiße Luft. Sobald jemand ihn anging, schob er den Vizepräsidenten vor. Harwood machte seine Geringschätzung mit einem Seufzerluft, und Daphina schoss sich sofort auf ihn ein. »Sie! Mit Ihnen war ich noch nicht fertig, Harwood,« sagte er und wandte sich dann an Jameson, den Leiter des Secret Service und Lawler, den Vize-Chef des FBI. »Stimmt es oder stimmt es nicht, dass Agent Harwood gleich drei verschiedene Tatorte unbefugt betreten und damit möglicherweise kontaminiert hat und dazu noch einen Staatsbanden angegriffen hat?« Aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich weil ihm der Stabschef mit seiner auftrumpfenden Art extrem zuwider war, warf Lawler seine ablehnende Haltung über den Haufen und kam zu Scotts Verteidigung. »Wir prüfen das noch.« »Sie prüfen das? Soweit ich weiß, waren Sie es doch, der ihn deswegen nach Washington zurückbeordert hat.« Daphinas vorgeblicher Zorn wuchs mit jeder Sekunde und seine gar nicht so heimliche Befriedigung ebenso. Er wusste, dass er sie in die Ecke gedrängt hatte und nutzte die Gelegenheit, die Kontrolle wieder an sich zu reißen, die Vale ihm entzogen hatte. »Direktor Jameson, wieso haben Sie diesen Mann nicht suspendiert, bis eine umfassende Untersuchung durchgeführt werden kann?« »Die ausführliche Befragung zum Einsatz steht noch aus. Der Secret Service wird sich auf seine Weise um die Angelegenheit kümmern. Ich denke kaum, dass wir den Stabschef des Vizepräsidenten brauchen, um uns zu sagen, wie wir unsere Arbeit machen sollen.« »Offenbar muss Ihnen das aber jemand sagen.« »Und wer hat Ihnen gesagt, dass es in Ordnung ist, ans private Telefon des Präsidenten zu gehen, wenn es klingelt?« schoss Harworth dazwischen. Daphina überspielte die Peinlichkeit, dass Harworth einen wunden Punkt getroffen hatte. »Direktor Jameson, ob es Ihnen gefällt oder nicht, Vizepräsident Marshfield hat jetzt das sagen. Und das kann noch eine Weile gelten. Falls, und ich betone das, falls der Präsident nicht unversehrt zurückkehren sollte, dann wird der Vizepräsident bis zum Ende dieser Amtszeit regieren. Ich muss Sie wohl nicht daran erinnern, dass Ihre Position als Leiter des Secret Service bereits jetzt auf dem Spiel steht. Falls, und ich betone erneut, dass, falls, der Präsident nicht in sein Amt zurückkehrt, dann behalten Sie die Leitung nur mit der Zustimmung von Vizepräsident Marshfield. Habe ich mich klar ausgedrückt?« Jameson befand sich in einer schwierigen Lage. So sehr er sich auch dagegen sträuben mochte, es zuzugeben in diesem Punkt, hatte Daphina natürlich recht. Aber bevor er etwas erwidern konnte, fuhr der Stabschef mit seinem Versuch, ihn noch weiter gegen die Wand zu drängen, fort. »Ich will, dass dieser Mann«, sagte er mit ausgestrecktem Finger auf Harworth zeigend, »mit sofortiger Wirkung suspendiert wird, bis der Bericht über eine umfassende Untersuchung der Vorfälle vorliegt. Ich will ihn nicht mehr in der Nähe des Weißen Hauses sehen und auch sonst nirgends, damit das klar ist. Verstanden?« »Ich werde darüber nachdenken. Bis dahin möchte ich aber sicherstellen, dass Sie eine Sache verstanden haben. Solange nicht etwas Unvorstellbar Schreckliches geschieht, das Sie ins Oval Office befördern würde, bin ich und bleibe ich der Leiter des Secret Service. Ich nehme keine Befehle von Ihnen an.« »Haben Sie mich verstanden?«, wollte Jameson nun seinerseits wissen. »Direktor Jameson, ich warne Sie. Sie bewegen sich aus sehr, sehr dünnem Eis. Ich kann Ihnen versichern, dass ich für den Präsidenten spreche. Der Kraft des vom Kabinett zitierten 25. Zusatzes zur Verfassung der derzeit amtierende Präsident und Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist. Agent Harworth wird suspendiert. Punkt. Verstanden?« Harworth wusste, dass er nichts zu verlieren hatte und wollte diesem Würstchen auf keinen Fall das letzte Wort lassen. »Sie haben weit größere Probleme als mich, über die Sie sich Sorgen machen sollten.« »Wissen Sie?« »Sie wollen einfach nicht verschwinden, was?« »Natürlich haben wir größere Sorgen als Sie,« erwiderte Daphina. »Weit größere. Zunächst mal haben Sie irgendwo eine undichte Stelle. Und zwar ist das jemand mit ziemlich weitreichenden Zugangsberechtigungen. Diese Kidnapper hatten Hilfe von ganz weit oben. Und dann wäre...« Wieder besseres Wissen versuchte Lorla, ihm den Hals zu retten. »Scott, es ist genug.« »Agent Lorla, bei allem Respekt. Ich werde mir anhören, was Agent Harworth zu sagen hat, denn ich garantiere Ihnen, dass es die letzten Worte sein werden, die er als aktiver Agent im Dienst des Secret Service ausspricht. Also«, sagte er herausfordernd, während er um den Tisch herumkam, um sich vor Harworth aufzubauen. »Was wollen Sie noch sagen? Tiefer können Sie sich Ihr Grab ja nicht mehr schaufeln, oder?« Er spielte Machtspielchen. In dem offensichtlichen Versuch, ihn einzuschüchtern, stand Daphina direkt über Harworth, aber der war noch nie ein Duckmäuser gewesen. Die Pose machte ihn nur noch wütender. Er war kein Idiot, und er hatte vor, die Dinge, die er zu sagen hatte, so diplomatisch wie möglich auszudrücken, aber der Zorn brodelte immer höher und drohte, die Oberhand zu gewinnen. Er zwang sich nicht, die Beherrschung zu verlieren. Harworth hatte seinen Stuhl leicht zur Seite gedreht, als Daphina auf ihn zugetreten war, und jetzt lehnte er sich ein Stück zurück und nahm eine entspannte, gelassene Haltung ein. »Mr. Daphina, für Sie immer noch Stabschef, Daphina Harworth. Das ist doch nicht so schwer. Wissen Sie, mir wird langsam klar, wie die ganze Sache überhaupt passieren konnte. Die anderen hier im Raum mögen von ihrer Zielausbildung beeindruckt sein, aber mich blenden Sie damit nicht. Als Verantwortlicher für die Vorausmannschaft haben Sie vollkommen versagt. Der gesamte Secret Service hat versagt, und es ist mir scheißegal, dass Sie die Tochter des Präsidenten gerettet haben. Der Präsident ist weg, und ich muss nicht lange überlegen, wer die Schuld daran trägt. Er sitzt genau vor mir.« Daphina bekräftigte seinen nächsten Satz damit, dass er Harworth seinen Wurstfinger in die Schulter bohrte. »Wenn Sie also noch etwas zu sagen haben, dann tun Sie es jetzt, denn Ihre Karriere ist beendet!« Harworths Geduldfaden riss. Er packte Daphinas Finger, erhob sich von seinem Stuhl und drehte ihm den Finger um, bis Daphinas Arm erschlaffte. Dann drehte er ihn, den auf den Rücken, zog ihm die Hand bis hoch zum Nacken und beugte sich vor, um ihm direkt ins Ohr zu fauchen. »Ja, ich habe noch etwas zu sagen. Erstens, Ihre Mutter hätte Ihnen beibringen sollen, dass es mehr als unhöflich ist, auf Leute zu zeigen. Man zeigt nicht auf Leute, erst recht nicht auf einen Seer. Nichts bringt mich schneller auf die Palme als Leute, die mit dem Finger auf mich zeigen. Zweitens, Sie und Ihr Boss spielen hier ein mörderisches Spiel. Sein Gerede davon, nicht mit Terroristen zu verhandeln, nimmt ihm sowieso niemand ab. Und ich am allerwenigsten.« Daphina zuckte verschmerzend zusammen. Harworth fuhr fort. »Und mit Ihrem kleinen Anruf bei den Syrern legen Sie auch niemanden rein.« »Jedem hier im Raum war sofort klar, dass Ihr Boss das meiste für sich aus dieser Sache herausholen will. Und wenn der Präsident nicht lebend zurückkehrt, dann bekommt er natürlich die hundertprozentige Zustimmung, diejenigen zu bombardieren, die Sie beide als Verantwortliche ausmachen. Die amerikanische Öffentlichkeit ist immer für flächendeckende Bombardierungen zu haben. Und wenn das erst einmal durch ist, dann macht das Ihren Boss bei der nächsten Wahl zum sicheren Kandidaten fürs Weiße Haus. Die ganze Sache stinkt sowas von zum Himmel.« Scott ließ Daphina los und wandte sich ab, um den Raum zu verlassen. Aus dem Augenwinkel sah er, wie der Stabschef mit flacher Hand ausrute, so als wollte er ihn ohrfeigen. Scott drehte sich um und wichte Daphinas Schlag aus, nur um ihm dann einen Haken von unten gegen das Kinn zu verpassen. Man hörte es knacken. Und dann spritzte Blut aus Daphinas Mund, als seine Zähne heftig aufeinander schlugen und er sich dabei auf die Lippe biss. Daphina schlug die Hände vors Gesicht und stolperte rückwärts. Jameson wartete einen Moment und zog dann ein Taschentuch aus seiner Jacke, das er dem Stabschef reichte. Als Daphina das Blut auf dem Tuch sah, war sein Zorn endlich echt. »Haworth, Sie haben soeben Ihr Todesurteil unterschrieben. Sie sind fertig!« Er wandte sich an die anderen und keifte. »Haben Sie gesehen, was er mir angetan hat?« Diesmal war es der normalerweise sehr zurückhaltende FBI-Direktor Soros, der als erster reagierte. »Ja, ich habe es sogar ganz genau gesehen. Sie haben versucht, Agent Harwith zu schlagen, als er nicht hinsah. Und er hat sich gerade noch rechtzeitig umgedreht. Für mich sah das aus, als ob er die Hand gehoben hat, um sich zu schützen, und dann ist ihr Kinn plötzlich im Weg gewesen. Für mich ein klarer Fall von Notwehr und Selbstverteidigung. Und ich bin sicher, alle Anwesenden werden mir zustimmen.« »Notwehr? Selbstverteidigung? Das ist Schwachsinn, und das wissen Sie auch. Und wie nennen Sie es, dass er mich am Finger gepackt und mir den Arm auf den Rücken gedreht hat?« »Um die Wahrheit zu sagen, das habe ich nicht gesehen. Aber Sie haben Agent Harwith gestoßen, und das kann als Angriff gewertet werden, was jede Reaktion seinerseits zur Notwehrhandlung macht.« Stocksauer funkelte Daphina die anderen Männer an und spie. »Und ich nehme an, Sie alle stimmen Direktor Sors zu?« Keiner sagte etwas. Sie erwiderten lediglich seinen Blick, mit sehr ernsten oder ausdruckslosen Minen. »Unterm Strich möchte ich festhalten«, fuhr Sors ungerührt fort, »dass Ihr Verhalten für einen Stabschef sehr unziemlich ist, auch wenn Sie nur das Büro des Vizepräsidenten leiten. Kaum auszudenken, was die Medien aus dieser Geschichte machen würden, wenn das an die Öffentlichkeit geriete.« »Sehen Sie sich meine Lippen! Ich fühle doch schon, wie sie anschwillt. Was soll ich den Leuten denn sagen?« »Na ja, zum Beispiel das, was wir früher in Chicago immer gesagt haben, wenn ein Verdächtiger etwas härter angefasst wurde. Sie sind ausgerutscht.« Der Fiener griff nach seiner Aktenmappe. Erst als er die Hand bereits am Türgriff hatte, zischte er aus sicherem Abstand. »Das hier ist noch nicht vorbei, Haube. Ich werde dafür sorgen, dass Sie zu Boden gehen. Das verspreche ich Ihnen!« 34. Er konnte nicht sagen, wie lange er auf dem kalten Betonboden in Senator Snyders Keller gelegen hatte. Ihm tat alles weh. Und er konnte nicht aufhören zu zittern. Die Kälte drang immer tiefer in seinen nackten Körper ein und querte ihn. André hatte sich immer für sehr fit gehalten. Für seine Position als Juniorpartner in der Washingtoner Anwaltskanzlei, die sich auf internationale Finanzen spezialisiert hatte, brauchte er körperlich zwar nicht in solcher Topform zu sein, aber er hatte schon immer Wert darauf gelegt, auf seine Gesundheit zu achten und seinen Körper zu stählen. Als Ausgleich für sein regelmäßiges Gewichts- und Ausdauertraining hatte er vor zwei Jahren mit dem Yoga angefangen, womit er auch seinen Geist positiv trainierte, was vor allem im grauen Washingtoner Winter ein nicht zu unterschätzender Vorteil war. Mit dieser Sportart konnte er seine Herzfrequenz auf angenehme Weise in die Höhe treiben, wann immer er es nicht ins Fitnessstudio schaffte oder wenn draußen zu schlechtes Wetter zum Laufen war. Er wäre nie auf die Idee gekommen, dass es ihm eines Tages das Leben retten könnte. Die unangenehme Position, in der Snyder ihn zurückgelassen hatte, alle Viere aneinander gefesselt, hätte die meisten Menschen bewegungsunfähig gemacht, nicht jedoch André. Von Anfang an hatte er sich darauf konzentriert, seinen Geist und seine Atmung zu kontrollieren, damit die Angst ihn nicht überwältigen konnte. Die Schnüre um seine Fußknöchel und Handgelenke schnitten tief in die Hand ein. Aber er verbannte den Schmerz aus seinem Bewusstsein und versuchte, sich völlig darauf zu konzentrieren, Ruhe zu bewahren. Der Lappen, mit dem er geknebelt war, drohte ihm bei jedem Atemzug zu wirken. Aber ihm war bewusst, und das sowohl auf logischer als auch auf der Instinktebene, dass er dem Drang, sich zu übergeben, nicht nachgeben durfte. Seine Arme waren so eng hinter seinem Rücken zusammengebunden, dass jede Bewegung schmerzte. Nachdem er zu Beginn ein paar Mal gegen seine Fesseln angekämpft hatte und sein Geist sich sofort ungefragt vorstellte, was ihn erwartete, wenn der Senator zurückkehren würde, lag André eine Weile still. Er betrachtete die Situation rational und kam zu dem Schluss, dass sein größter Vorteil darin bestand, abgesehen davon, dass er überhaupt noch am Leben war, dass der Senator ihn nicht noch enger gefesselt hatte. Ungeachtet der Schmerzen konnte er sich bewegen, wenn er es wirklich wollte. Und das tat er. Er hatte begriffen, dass er weder die Arme noch die Beine oder Handgelenke brauchte, um vom Fleck zu kommen. Wenn er nur das Becken und den Brustkorb einsetzte, dann konnte er sich wie eine Raupe ganz langsam über den Boden schleppen, die Brust nach oben und zur Seite schieben, dann das Becken hoch und hinterher. André benötigte fast drei Stunden, um den Kellerraum auf diese Weise zu durchqueren und die Ecke mit dem Trockner und der Waschmaschine auf der anderen Seite zu erreichen. Immer wieder musste er eine Pause einlegen, um zu Atem zu kommen. Die Anstrengung ließ ihn schneller atmen, was durch den Knebel und den durchdringenden Geruch von Schuhcreme, der ihm jedes Mal in die Nase stieg, wenn er versuchte, tiefer einzuatmen, zur Qual wurde. Als er den Haushaltsbereich endlich erreicht hatte, rollte er sich auf die Seite, sodass die Schnur um sein Hand- und Fußgelenk das metallene Bein eines alten Waschzubers berührte, der zwischen Waschmaschine und Trockner stand. Da er sich nicht aufrichten konnte, war das seine einzige Chance. Er fing an, mit dem ganzen Körper hin und her zu schaukeln und rieb so die Wäscheleine immer wieder gegen das Bein des Zubers. Das ging quälend langsam voran. Ein warmes, klebriges, nasses Gefühl breitete sich auf seinen Händen aus, und er wusste, dass er blutete, aber machte weiter. Er wusste schließlich nicht, wann der Senator zurückkommen und sein grimmiges Werk vollenden würde. Darum musste er sich um jeden Preis befreien. Ein tiefsitzender animalischer Instinktergriff von ihm Besitz, und André rieb schneller, fester und presste dabei seine Hand und Fußgelenke gegen die Metallkante. Die mühsam aufrechterhaltene Kontrolle über seinen Geist war verschwunden. Er musste an Wölfe denken, die sich ihre eigenen Beine abbissen und in Wolfsfallen zurückließen, um zu entkommen. Er schwang seine Körper hin und her und sägte noch schneller. Endlich hörte er ein gedämpftes Reißen, und der Druck auf seinen Gelenken ließ ein klein wenig nach. Die Wäscheleine franzte endlich aus. Er schloss die Augen und versuchte, den Schmerz auszublenden. Dann rieb er die Fesseln weiter hastig gegen das Metall und verstärkte den Druck auf die Leine, indem er sich mit Händen und Füßen gegen die Schlingen stemmte. Wieder ein reißendes Geräusch. Er hatte es fast geschafft. André schaukelte mit allen Kräften hin und her und spürte dann endlich erleichtert, wie die Schnur nachgab und auch die letzten Fäden rissen. Seine Füße kippten nach hinten, und die Arme lagen gefühllos zu beiden Seiten seines Körpers. Obwohl ihm bewusst war, dass er dafür sorgen musste, die Durchblutung in seinen Armen und Beinen wieder anzuregen, blieb er einfach auf dem Boden liegen und weinte mehrere Minuten lang, gab sich seiner Erschöpfung hin. Nur den Knebel spuckte er mühsam aus und stellte fest, dass Schneider dafür tatsächlich einen Schuhputzlappen verwendet hatte. Er kochte vor Wut, war aber viel zu müde, um zuzulassen, dass sie sich seiner bemächtigte. Er hatte gewonnen, zumindest für den Augenblick, und er konzentrierte sich auf die Süße des kleinen Triumphs, während er regungslos auf dem kalten Boden lag. Nach dieser kurzen Verschnaufpause holte André Schwung, um sich unter Schmerzen auf den Rücken zu drehen. Er hielt sich die Handgelenke vors Gesicht und betrachtete die blutigen Wunden in seiner tief aufgeschürften Haut. Dann spannte er die Bauchmuskeln an, richtete sich ein Stück auf und sah auf seine Fußgelenke hinab, die ähnlich zugerichtet waren. Seine linke Seite sah aus, als hätte man ihn mindestens drei Meilen eine Straße entlang geschleift, die voller Schotter und Glasscherben war. All das tat furchtbar weh, aber er würde es überleben. Von wegen. Noch hatte er sich nicht in Sicherheit gebracht. Okay, Mr. Travolta, sprach er sich selbst Mut zu. Der entscheidende Teil heißt Staying Alive, also müssen wir sie hier rausbringen. André strengte seine Bauchmuskeln noch weiter an, um sich ganz aufzusetzen. Er rollte die Schultern vor und zurück und ließ auch die Fußgelenke kreisen, um die Blutzirkulation wieder in Gang zu bringen, aber es tat höllisch weh. Er wickelte den Rest der Wäscheleine von seinen Handgelenken und Knöcheln und dankte dem Yoga-Zentrum Lightness of Being im Stillen für die neu gewonnene Beweglichkeit seines Körpers. Er nahm sich vor, dem Zentrum eine Spende zukommen zu lassen, sollte er es tatsächlich schaffen, lebend und relativ unversehrt aus dieser Situation herauszukommen. Mühsam zog André sich hoch und stand auf. Er drehte den Wasserhahn des Waschzubers auf und ließ das rostbraune Wasser erst klar werden, bevor er seine Handgelenke unter den Strahl hielt. Zuerst brannte das Wasser auf seiner Haut, aber dann fühlte es sich betäubend süß an. So sehr er sich auch wünschte, das Wasser stundenlang auf seine geschundenen Hände herabprasseln zu lassen, wusste er doch, dass er sich beeilen musste. Wie in vielen der besseren Wohnhäuser George Towns führte auch hier ein Wäscheschacht vom oberen Stock des Gebäudes, in dem sich die Schlafzimmer befanden bis in den Keller hinab. Nicht weit von Trockner und Waschmaschine entfernt stand ein großer Wäschekorb, in dem alles landete, was oben in den Schacht geworfen wurde. Zwischen den Kleidern des Senators lagen auch seine Korthose und der Rollkragenpullover, den er erst gestern hinuntergeworfen hatte. Er wühlte in dem Korb, fand auch ein paar schmutzige Socken und fing an, sich anzuziehen. Als er den zweiten Socken überstreifte, fiel sein Blick auf ein blutiges Stück Wäscheleine. André war nicht dumm. Er wusste, dass sein Wort gegen das des Senators stehen würde, wenn er ihn anzeigte. Anklage erhob. Während er nackt, frierend und verängstigt auf dem stockfleckigen Betonboden gelegen hatte, hatte er sich gefragt, ob ihm irgendjemand seine Geschichte glauben würde. Er wusste ebenfalls, dass der Senator alles in seiner Macht Stehende tun würde, um zu verhindern, dass dies hier an die Öffentlichkeit drang. Also brauchte er irgendeinen Beweis dafür, dass er tatsächlich gefesselt hier gelegen hatte. Er starrte erneut auf das Stück blutbefleckter Wäscheleine hinab, und dann beförderte er es mit einem gezielten Tritt, soweit er konnte, unter den Trockner. Nun konnte er dem unwiderstehlichen Drang, so schnell und so weit wie möglich wegzulaufen, nicht länger widerstehen. Hastig begab er sich zum hinteren Ende des Kellers, wo sich eine kleine Tür befand, hinter der eine Treppe in den Garten hinaufführte. Er hatte nicht vor, zu versuchen, durch die Vordertür zu verschwinden und dort womöglich auf den zurückkehrenden Senator zu treffen, also eilte er zur Gartentür. Er packte die kalte Metallklinke und drückte sie hinunter. Abgeschlossen. Er versuchte es noch einmal, hatte aber kein Glück. Die Tür war definitiv verriegelt und nur mit einem Schlüssel zu öffnen. Auch der Glaseinsatz würde ihm nichts nützen, denn er war von außen mit einem dicken Sicherheitsdrahtgitter versehen. Eine Welle der Übelkeit machte sich in seinem Magen breit, und André kämpfte gegen den Würgereiz an. Denk nach, es muss einen Weg geben, hier rauszukommen. Er wusste, dass alle Kellerfenster mit dem gleichen Gittergeflecht geschützt waren. Es schien hoffnungslos. Er wandte den Blick nach oben, so als ob er den Himmel um Hilfe anfrehen wollte, und er blickte prompt seine Rettung. Direkt neben der oberen rechten Ecke des Türrahmens stak ein rostiger Nagel in der Wand, und an dem hing ein Schlüssel. Bitte, sei der richtige Schlüssel. André nahm den Schlüssel vom Haken und steckte ihn mit zitternder Hand ins Schloss. Er passte. Aber als er ihn nach links drehte, ließ er sich nicht bewegen. Er versuchte es andersherum, aber auch nach rechts ließ der Schlüssel sich nicht drehen. Scheiße, es ist der Falsche. Er atmete tief durch und wiederholte immer wieder stumm in seinem Kopf. Beruhige dich, ruhig jetzt, beruhige dich. Der Senator konnte jeden Augenblick nach Hause kommen, und André musste bei klarem Verstand bleiben. Er durfte jetzt nicht durchdrehen. Er probierte den Schlüssel noch einmal aus, mit mehr Kraft. Vorsicht, sonst bricht er. Nichts. Er erinnerte sich daran, dass er zu Beginn seiner Beziehung mit Mitch, mit dem viel zu oft nachgemachten Schlüsseln für die gemeinsame Wohnung auch so seine Schwierigkeiten gehabt hatte, und versuchte es noch einmal mit etwas Effet. Während der Drehung zog er ein wenig am Schlüssel. Unglaubliche Erleichterung durchflutete ihn, als sich das rostige Ding endlich einmal ganz herumdrehen ließ, hörbar den Riegel zurückschob und die Tür freigab. Er atmete den regenschwangeren Geruch der frischen Luft von draußen ein. Der Regen fiel beständig, und am Fuß der Bodentreppe hatte sich eine große Pfütze gebildet. Als er mit dem Türschloss gekämpft hatte, waren ihm die Gartengeräte neben der Tür aufgefallen. Da stand auch ein paar grüner, teurer Gummistiefel. Die gehörten sicher Snyder. André hatte größere Füße, aber er nahm sich einfach eine Heckenschere und kappte damit die Spitzen der Stiefel. Rasch zog er sie über und schlich sich leise aus dem Keller heraus ins Freie. Es war kalt im Garten, und die Nachtluft fühlte sich schwer auf seine Haut an, gesättigt vom feuchten Dunst der Regenwolken. Er hatte nach wie vor keinerlei Zeitgefühl, aber es war ihm auch völlig egal, wie spät es war. Snyder dachte offenbar, dass es keine Rolle spielte, wann er zurückkam, um ihn zu töten. Wie sollte er auch ahnen, dass André es geschafft hatte, ihm zu entkommen? Der schlich sich langsam und im Schutz der hohen Bäume durch den Garten. Der steinerne Rokoko-Springbrunnen bot ihm genug Halt, um von dort aus auf die das Grundstück umgebende Mauer zu klettern. Als er sich mit dem linken Bein abstieß, um den nötigen Schwung zu holen, löste sich der Kopf eines steinernen Engelchens und stürzte mit einem lauten Klatschen in das Wasserbecken darunter. Das machte jetzt auch keinen Unterschied mehr. André Martin landete mühelos im benachbarten Garten und rannte mit überraschender Schnelligkeit davon, getrieben von dem Wissen, was der Senator ihm antun würde, wenn er ihn erwischte. 35 Direktor Jameson hob sich seine Ermahnungen und Verwarnungen für die Heimfahrt auf, und Scott akzeptierte jede einzelne, ohne zu widersprechen. Hätte er eine Gelegenheit gesehen, auch mal zu Wort zu kommen, dann hätte er vielleicht zugegeben, dass einige seiner Reaktionen ihn selbst überrascht hatten. Aber stattdessen saß er nur schweigend in der Limousine des Direktors und ließ sich nach Hause fahren. Als sie vor seinem Wohnblock anhielten, war es bereits nach zehn Uhr, und Direktor Jameson befahl ihm, sich am folgenden Morgen für die abschließende Befragung zum Einsatz im Finanzministerium einzufinden, die im Beisein des Ministers stattfinden würde. Jameson warnte ihn außerdem, dass der Finanzminister kein Mann war, den man an der Nase herumführte, und dass er sich folglich besser zusammenriss, wenn er nicht untergehen wollte. Scott bedankte sich bei seinem obersten Vorgesetzten, schloss die Tür der Limousine und klappte den Kragen seines Trenchcoats hoch. Für den kurzen Sprint zum Eingang lohnte es sich nicht, den Schirm aufzuspannen. Er machte sich auch nicht die Mühe, in seinen Briefkasten zu schauen, sondern schlurfte langsam die Treppen ihn auf. Die Kopfschmerzen waren in den letzten Stunden nicht besser geworden. Vor seiner Wohnungstür überprüfte er wie immer, ob das braune Haar noch an derselben Stelle zwischen Tür und Rahmen klemmte, wo er es hinterlassen hatte. Es befand sich an Ort und Stelle. Er zupfte es ab, holte die Schlüssel aus der Tasche und betrat sein Apartment. Drinnen sah es haargenau wie immer aus. Er wusste nicht, wieso er erwartet hatte, irgendetwas wäre anders. Manchmal stellte er sich beim Nachhausekommen vor, wie schön es wäre, wenn ihn auf der anderen Seite der Tür jemand erwarten würde. Freundlich und erfreut über seine Rückkehr. Sein Lebensstil war einer Langzeitbeziehung nicht gerade zuträglich und war es auch noch nie gewesen. Als Ziel konnte er jederzeit von einem Augenblick auf den anderen mobilisiert werden und war dann womöglich monatelang fort, und das alles ohne Vorwarnung. Er hatte viele Male miterlebt, wie Männer, die einer Spezialeinheit angehörten, schmerzhafte und schmutzige Scheidungen durchlitten hatten. Die einfachste Antwort für Scott bestand darin, sich niemals ernsthaft auf jemanden einzulassen. Es war so viel leichter, wenn man nur Affären und oberflächliche Beziehungen zuließ, und es war ihm nie schwergefallen, eine Frau zu finden, die mit ihm zusammen sein wollte, kurzzeitig, vorläufig, einstweilen. Es hatte auch einige Frauen in Scotts Leben gegeben, die ihn so sehr mochten, dass sie ihn dazu drängten, sich auf eine tiefergehende Beziehung mit ihnen einzulassen. Keine von ihnen hatte verstanden, warum er sie dann kurz darauf verließ oder sich einfach immer seltener blicken ließ, bis die Sache versandete. Das mochte ihm manchmal sehr schwerfallen, aber er glaubte fest daran, dass es auf lange Sicht einfacher war. Sein ehemals unstetes Leben war um einiges ruhiger geworden, seit er zum Secret Service gewechselt war. Aber es gab immer noch viel Unvorhersehbares, und die Macht der Gewohnheit hatte auch sein Gefühlsleben fest in ihren Krallen. Als er seinen Trenchcoat an der Garderobe aufhängte und sich aus dem Anzug schelte, dachte er immer noch über sein Junggesellendasein nach. Er zog sich einen dunkelblauen Trainingsanzug an mit dem Schriftzug Navy in gelb quer über der Brust und am linken Oberschenkel und entschied, dass ihm ein bisschen Bewegung guttun würde. Also zog er sich seine Nikes an, verließ das Apartment gleich wieder und lief die Treppen hinunter. Die Vermieterin war extrem froh, dass ein Agent des Secret Service in einer ihrer Wohnungen gezogen war, denn sie hatte schon eine Menge schwieriger und ärgerlicher Mieter gehabt, sowie mehr als einen Einbruch. Daher hatte sie auch sofort zugestimmt, als er sie darum gebeten hatte, eine Ecke im relativ leeren Keller des Gebäudes als privaten Fitnessraum nutzen zu dürfen. Das Training ging ihm nur sehr mühsam und zäh von der Hand. Die ersten zwanzig Minuten verbrachte er mit leichten Dehnübungen, um auf diese Weise den Schaden einzuschätzen, den die Verletzungen angerichtet hatten, und festzustellen, wie schnell die Heilung voranging. Ihm taten immer noch alle Muskeln entsetzlich weh. Aber er wusste, nach dem Sport würde die Erleichterung einsetzen und das steife Gefühl an verschiedenen Stellen seines Körpers nachlassen. Ihm war aber vollkommen klar, dass er nicht sofort wieder auf demselben Level in sein Training einsteigen konnte, also reduzierte er die Gewichte bei seinen Übungen auf sechzig Prozent dessen, was er vor dem Einsatz und vor der Lawine geschafft hatte. Er erinnerte sich an Dr. Halsebecks Warnung, die Symptome nicht durch Stress oder zu große körperliche Anstrengung zu verschlimmern. Also achtete er darauf, sich nicht zu viel zuzumuten. Seine Muskeln brannten. Das gewohnte Gefühl fühlte sich gut an und half ihm dabei, die Kopfschmerzen auszublenden und ebenso den Misthaufen, in denen sich sein Job in den vergangenen Tagen plötzlich verwandelt hatte. Harvith rundete sein Fitnesstraining mit fünfundvierzig Minuten auf dem Laufband ab. Die sich immer wiederholenden Schritte auf dem schrägen Band erforderten keinerlei Gedankenarbeit und erlaubten ihm, sich noch eine Weile länger in der sportbedingten Euphorie zu verdieren. Als er danach wieder in sein Apartment zurückkam, bemerkte er das blinkende Licht an seinem Anrufbeantworter, das anzeigte, dass ein neuer Anruf eingegangen war. Er ging durchs Wohnzimmer und wollte gerade das schnurlose Telefon in die Hand nehmen, als es erneut klingelte. Harvith, meldete er sich. Scott, Gott sei Dank bist du endlich zu Hause. Ich versuche, dich schon seit über einer Stunde zu erreichen, sagte eine aufgebrachte weibliche Stimme. Natalie, bist du das? fragte Scott. Natalie Spirando war die Assistentin des Gesellschaftssekretärs des Weißen Hauses und koordinierte die meisten gesellschaftlichen Auftritte des Präsidenten. Der Verhaltenskodex des Secret Service untersagte es den Agenten strikt, mit leitenden Angestellten des Weißen Hauses auszugehen oder Beziehungen einzugehen, insbesondere wenn die Agenten selbst dort Dienst taten. Aber es gab keine Richtlinie, die auch Freundschaften zwischen den beiden Gruppen verbot. Scott und Natalie waren inzwischen sehr gute Freunde geworden. Tja, ich bin's. Scott, ich brauche deine Hilfe, erklärte sie. Worum geht es? Du klingst beunruhigt. Ist alles in Ordnung? Ich kann darüber nicht am Telefon sprechen. Wir müssen uns treffen. Das klingt ernst. Sehr ernst. In Ordnung. Ich habe gerade eine Runde trainiert. Ich springe schnell unter die Dusche und wir müssen uns jetzt gleich treffen. Kannst du nicht nachher duschen? drängte Natalie. Ned, willst du mir nicht wenigstens einen Hinweis geben, worum es hier eigentlich geht? Kann ich nicht. Nicht übers Telefon. Bist du in irgendwelchen Schwierigkeiten? Könnte man so sagen. Es geht um einen Freund meines Bruders. Bitte, Scott. Können wir uns einfach jetzt gleich treffen? Klar, die Dusche kann warten. Sag mir, wo du bist. Natalie gab Scott Namen und Adresse durch und bat ihn, sich zu beeilen. Er zog den durchgeschwitzten Trainingsanzug aus und schlüpfte in eine Jeans und ein Jeanshänd. Er warf einen Blick auf seine Waffe im Holster, die neben dem Bett lag, aber sie mitzunehmen würde bedeuten, dass er eine weitere Schicht Kleidung bräuchte oder den ganzen Abend die Jacke anlassen müsste, um sie darunter zu verbergen. Er entschied sich gegen beides. Wo er hinging, würde er keine Waffe brauchen. Harveth bat den Taxifahrer, ihn an der Metro-Station die Pond Circle abzusetzen. Von dort ging er die Massachusetts Avenue entlang in Richtung Scott Circle. Er bog in die 17th Street ein und betrat einen vornehmen Pub mit dem Namen J.R.'s. J.R.'s war auf ein schwules Publikum zugeschnitten, das sich selbst gern als Gyppies bezeichnete. Gay Urban Professionals. Mit seiner langen, blankgewienerten Holztheke und den Bleiglasfenstern hätte man den Laden leicht mit vielen anderen schicken Washingtoner Kneipen verwechseln können, wäre da nicht der auffällige Mangel an weiblichen Gästen. Scott bahnte sich seinen Weg durch die Männer, die sich sichtlich am All-You-Can-Drink-Angebot für fünf Dollar erfreuten, bis er Natalie schließlich ganz hinten in der Ecke mit einem Mann entdeckte, den er nicht kannte. »Och, Scott, ich bin so froh, dass du hier bist«, begrüßte Natalie ihn, stand auf und umarmte ihn. »Für dich immer, Nat. Das weißt du doch. Aber kannst du mir erklären, was ich an einem Dienstagabend um Mitternacht in einer Bar tue?« »Das ist ganz allein meine Schuld, fürchte ich. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt«, sagte der Mann, der mit Natalie am Tisch saß. Er wirkte blass und abgespannt. Als er Scott die Hand reichte, bemerkte der das notdürftig verbundene Handgelenk, durch dessen Verband man etwas Blut sehen konnte. Scott schüttelte dem Mann vorsichtig die Hand. »Nett, Sie kennenzulernen, Mr.« Der Mann warf Natalie einen zögernden Blick zu und sie nickte, dass alles in Ordnung war. »Martin. Mein Name ist André Martin. Wir sind uns vor etwa einem Monat schon einmal begegnet, als ich im Weißen Haus war, um mich mit Natalie zu treffen. Macht aber nichts. Sie treffen sicher eine Menge Leute in Ihrem Job. Ach, es tut mir leid. Eigentlich kann ich mir Gesichter gut merken. Was kann ich für Sie tun?« Bevor der Mann antworten konnte, kam der Kellner, der schon in der Nähe gewartet hatte, zu ihnen an den Tisch, um die Bestellung aufzunehmen. André bestellte sich einen weiteren Bourbon. Natalie winkte ab, da ihr Weinglas noch halb voll war, und Scott orderte ein Heineken. Als der Kellner gegangen war, hob André sein Glas und kippte den letzten Rest der dunkelgoldenen Flüssigkeit hinunter. Seine Hand zitterte dabei. »Okay, Ned, du hast gesagt, es sei wichtig und es gehe um einen Freund deines Bruders,« fasste Scott zusammen. »Ist es und tut es. André ist ein Freund von Stephen, er...« André räusperte sich. »Natalie, lass mich doch einfach hier einhaken und die Sache erklären, okay?« »Agent Harbert, haben Sie von dem Mord an Senator David Snyders Assistenten Mitchell Conte gehört, der vor fast einem Jahr geschehen ist?« »Ja, ich glaube schon. Er wurde erschossen, oder? Ein Drive-by, wenn ich mich recht erinnere. Der Junge war ziemlich beliebt, nicht wahr?« »Das war er,« bestätigte André. »Die Zeitungen haben daraus einen tragischen Fall von zur falschen Zeit am falschen Ort gemacht, aber ich habe das nie geglaubt.« »Warum nicht?«, wollte Scott wissen. »Weil Sie bis heute weder den Schützen noch die tatsächlich anvisierten Opfer identifiziert haben,« erwiderte sein Gegenüber. »Mr. Martin, ich sage das nicht ungern, aber leider sind auch die Beamten der Washingtoner Polizei nur Menschen, die Unmengen zu tun haben. Jedes Jahr bleiben viele Mordfälle ungeklärt. Das ist also leider nichts Ungewöhnliches.« »Nein?« »Und was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass Mitchell Conti außer dem Senator Snyders Liebhaber war?« Scott traute seinen Ohren nicht. Er sah zu Natalie hinüber, die mit dem Kopf nickte. »Mr. Martin, mal angenommen, dass das wahr ist. Wie sind Sie an dieses Wissen gelangt? Und wenn wir schon dabei sind, was hat das mit der Schießerei zu tun? Und vor allem, was hat das mit mir zu tun?« »Wenn Sie mir eine Sekunde geben, Agent Harworth, dann erkläre ich es Ihnen.« Scott lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und schwieg, denn in diesem Moment brachte der Kellner ihre Getränke. Sobald er sich wieder entfernte, fuhr André fort. »Ich weiß diese Dinge, weil Mitchell Conti und ich ein Paar waren. Wir haben zusammengelebt, und ich habe ihn wegen seiner Beziehung mit Senator Snyder verlassen.« Scott unterbrach ihn. »Aber ich weiß von mindestens fünf Frauen in den letzten Jahren, mit denen der Senator angeblich zusammen gewesen ist. Ich meine, er ist doch als ziemlicher Frauenheld bekannt.« »Das war Mitch auch. Aber manchmal trügt eben der Schein. Außerdem hat Bisexualität nichts damit zu tun, ob man besonders männlich ist oder ob die Frauen auf einen fliegen.« Scott konnte das nicht beurteilen. Aber André schien ja zu wissen, wovon er sprach. Er nahm einen Schluck Bier und wartete darauf, dass sein Gegenüber fortfuhr. Nach einem zittrigen Schluck aus dem neuen Glas Whisky und einem nervösen Rundumblick, um sicher zu gehen, dass sie nicht belauscht wurden, vertraute André Scott weitere Einzelheiten an. Mitch's holpriges Verhältnis mit Snyder, seinen eigenen Verdacht, sein Freund könnte versucht haben, den Senator zu erpressen. »Das ist eine wirklich spannende Geschichte, Mr. Martin, und Sie haben ein herzliches Beileid, aber ich sehe immer noch nicht wohin. Was Sie nicht sehen, Agent Harbert, ist, dass Mitch kurz darauf bei der angeblichen Schießerei ums Leben kam. Ich war mir sicher, dass Mitch's Tod kein Unfall gewesen sein konnte, aber die Polizei hat nichts herausgefunden, also habe ich beschlossen, auf eigene Faust zu ermitteln.« »Großartig. Der Kerl ist ein neuer Dick Tracy«, dachte Harbert sarkastisch. »Ich habe Informationen gesammelt, alles über Senators Schneider herausgefunden, was ich konnte, und da ich durch Mitch ja bereits seine Vorlieben kannte, habe ich arrangiert, dass wir uns kennenlernen. Natürlich habe ich dafür gesorgt, dass es wie reiner Zufall scheinen musste, aber nach und nach gewandt nicht dann auch sein Vertrauen, und er hat etwas mit mir angefangen. Okay, Mr. Martin, ich unterbreche Sie an dieser Stelle. Wissen Sie, ich habe viele schwule Freunde, und ich möchte wirklich nicht, dass Sie denken, ich hätte ein Problem mit Ihrem Lebensstil oder dem von jemand anderem, denn darum geht es nicht. Jeder kann machen, was er oder sie will, aber ich möchte da gar nicht unbedingt hineinschauen. Und was Sie mir bisher erzählt haben, hat absolut nichts mit mir zu tun, also lassen Sie mich zu Ende erzählen, dann André. Sie würden nur Ihre Zeit verschwenden, und bitte verzeihen Sie, dass ich Sie gleich beim Vornamen nenne. Ach was, kein Problem. Gut. Hören Sie, ich mag Sie. Sie scheinen ein netter Kerl zu sein, ein cleverer Kerl. Wenn Sie konkrete Beweise für Senators Schneiders direkte oder indirekte Beteiligung an dem Mord an Mr. Conti haben, dann sollten Sie sie dem Staatsanwalt vorlegen, aber ich kann Sie nur warnen. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Anwalt. Nun, dann brauche ich Ihnen ja nicht zu erklären, was für Folgen es haben kann, wenn Senator Schneider erfährt, was Sie wissen oder glauben zu wissen. Er besitzt sehr viel Macht und hat sehr viele Freunde. Er kann Ihnen eine Menge Schwierigkeiten bereiten. Das weiß ich alles. Glauben Sie mir. Aber was ich Ihnen zu sagen habe, Agent Howarth, hat nichts mit Mitch tot zu tun. Es geht um das Verschwinden des Präsidenten. Natalie sagte etwas, aber er hörte ihr Komm zu. Siehst du, Scott? Das ist der Grund, wieso ich dich angerufen habe. Eben noch hatte Scott gelangweilt und herabblassend zugehört, aber nun war er hellwach und ganz ohr. Wenn Sie irgendwelche Informationen haben, die die Entführung des Präsidenten betreffen, dann sofort raus damit. 36. Zum hundertsten Mal blickte Scott sich misstrauisch im Raum um, um sicherzugehen, dass niemand sie belauschte. André Martins Geschichte war absolut unglaublich. Nun verstand Howarth auch, warum Natalie ihn und André zusammengebracht hatte. Wo hätte der arme Kerl denn sonst hingehen können? Was er erzählt hatte, mochte die Wahrheit sein, aber die würde ihm niemand abkaufen. Und falls Snyder nicht bereits auf der Suche nach ihm war, dann konnte das nicht mehr lange dauern. Die Tragweite dessen, was André ihm da erzählte, war erschütternd. Howarth hakte nach und bat um mehr Details, damit er sich ein möglichst realistisches Bild des Ungeheuerlichen machen konnte. Und aufgrund all dessen glauben Sie, dass der Senator etwas mit der Entführung des Präsidenten zu tun hatte? Genau. Ich weiß nicht, André. Ich meine, es besteht kein Zweifel daran, dass der Mann ein krankes Schwein ist, nach dem, was er Ihnen angetan hat. Aber glauben Sie wirklich, dass er vorhatte, sie umzubringen, weil Sie ein Telefonat belauscht haben? So wie Sie die Sache schildern, ist das, was Sie da gehört haben, ja nicht gerade ein eindeutiges Geständnis oder sowas, befand Howarth. Auch das stimmt genau. Ich habe nichts gehört oder gesehen, das vor Gericht Bestand hätte, und trotzdem wollte er mich tot sehen. Sind Sie ganz sicher, dass er Sie umbringen und Ihnen nicht bloß Angst einjagen wollte? Scott, erwiderte André. Denn die Förmlichkeit der Anrede als Agent Howarth hatte er schon vor einer halben Stunde aufgegeben. Ich bin Anwalt. Und wir Anwälte sind der Überzeugung, dass das Ungesagte mindestens eben so wichtig ist, wie das Gesagte. Snyder konnte gar nicht wissen, was ich tatsächlich gehört oder nicht gehört hatte. Er wusste nur, was ich gesagt oder nicht gesagt hatte. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Sie haben insofern recht, als er mir auch Angst einjagen wollte. Er hat mir eine Heidenangst gemacht und mich dann gefesselt im Keller liegen lassen, damit ich viel Zeit zum Nachdenken habe. Er wollte zurückkommen, und dann hätte er antworten gewollt. Er hätte von mir hören wollen, was ich zuvor nicht gesagt hatte. Können Sie mir jetzt folgen? Ja, allerdings, aber das ist der Teil Ihrer Geschichte, der mir am meisten Angst macht, erwiderte Scott. Die Anschuldigungen, die Sie da erheben, das ist eine ziemlich ernste Sache. Und so, wie es aussieht, können Sie sie auch belegen. Es wäre mehr als peinlich für den Senator, wenn auch nur ein Teil davon herauskäme. Sie haben also recht. Ich denke auch, dass er nicht vorhatte, sie lebend aus seinem Haus herauszulassen. Dann sind Sie überzeugt? Jedenfalls ausreichend, um zu wissen, dass Natalie gut daran getan hat, mich anzurufen. Ich wusste, dass du uns helfen würdest, sagte Natalie. Uns? Du meinst euch beiden? Auf keinen Fall, Ned. Du hältst dich so weit wie möglich aus der ganzen Sache raus und lässt mich André allein helfen. Es kann schnell extrem gefährlich werden, und das wird es ganz sicher. Hör zu, Scott. Ich habe dich nicht angerufen, damit du hier reingeschneit kommst und Befehle erteilst. André hat mich angerufen, weil er nicht wusste, an wen er sich sonst wenden sollte. Jetzt hast du seine Geschichte gehört und weißt, wieso er nicht zur Polizei gehen konnte. Ja, aber jetzt bin ich ja hier. Wir können ihm helfen, ihn beschützen. Wer? Wir? Der Secret Service? Nach allem, was man im Weißen Haus so hört, hat er so viele undichte Stellen, dass Vizepräsident Marshfield bereits laut darüber nachdenkt, den Secret Service bis auf Weiteres vom Personenschutz abzuziehen und Leibwächter vom FBI einzusetzen. Scotts Blutdruck stieg spürbar bei ihren Worten. Zuallererst, Vizepräsident Marshfield kann seinen eigenen Hintern nicht von einem Loch im Boden unterscheiden. Der Secret Service ist mit dem Schutz und der Sicherheit des Weißen Hauses und aller seiner Bewohner beauftragt, und das wird auch so bleiben. Wir werden ganz sicher nicht durch Personenschützer vom FBI ersetzt. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Und was die undichten Stellen angeht, so müssen wir die noch ausfindig machen. Das ist richtig, aber es gibt keinen Grund, wieso der Secret Service André nicht in Schutzhaft nehmen kann, bis wir der Sache auf den Grund gegangen sind. Das dauert nur ein bisschen. Dauert, aber Sie haben doch gerade selbst gesagt, dass ich in Lebensgefahr bin, protestierte André. Ich glaube wirklich, dass Sie das sind. Aber ich werde ein paar Stunden brauchen, um das in die Wege zu leiten und sie unterzubringen. Während ich mich darum kümmere, müssen wir sie an einem sicheren Ort verstecken. Er kann mit in meine Wohnung kommen, schlug Natalie vor. Matt, ich habe dir doch gesagt, dass es gefährlich werden kann, und ich dich da nicht mit reinziehen will. Du hast das Richtige getan, und jetzt möchte ich, dass du hier rausspazierst und Abstand hältst. Und ich habe dir gesagt, Scott, dass ich bei André bleibe und auf ihn aufpasse. Er war jahrelang immer für meinen Bruder da, und ich werde ihm das sicher nicht vergelten, indem ich ihn im Stich lasse, wenn er in der Klemme steckt. Scott wusste, wann ihm die Argumente ausgingen. Na gut, wenn du darauf bestehst. Aber ich will nicht, dass ihr zu dir nach Hause geht. Warum nicht? Weil Snyder vielleicht schon auf der Suche nach André ist, und falls er herausfindet, dass ihr beide befreundet seid, dann kommt er dich womöglich besuchen. Wie viel Bargeld hast du bei dir? Um die hundert Dollar, glaube ich. Ich habe nach der Arbeit Geld geholt. Harveth steckte die Hand in die Hosentasche und zog zwei Hunderter heraus. Dann hast du jetzt dreihundert. Ich möchte, dass ihr euch ein Taxi nehmt und nach Alexandria fahrt. Ihr geht ins Radisson Old Town auf der Fairfax Avenue und bezahlt für ein Zimmer für eine Nacht in Bar. Sagt einfach, ihr seid AAA-Mitglieder. Aber euch wurden Handtasche und Brieftasche gestohlen. Deswegen habt ihr keinen Ausweis dabei. Auf diese Weise kostet das Zimmer nur die Hälfte, und sie stellen euch auch keine blöden Fragen. Tragt euch unter dem Namen Cashman ein. Und wenn ihr auf dem Zimmer seid, ruft niemanden an. Ich werde euch anrufen. Alles verstanden? Ich bin dennoch der Meinung, wir können genauso gut in meine Wohnung fahren. »Nerd, du hast mich um einen Gefallen gebeten, und jetzt bitte ich dich um einen. Fahrt in das Hotel und schließt euch da ein.« »Okay, machen wir ja. Aber beeilst du dich bitte?« »Ich komme so schnell ich kann. Ich glaube nicht, dass er schon mit der Waffe vor deiner Tür steht, aber ich will auf Nummer sicher gehen.« Harveth streckte André die Hand hin. »Wir gehen der Sache auf den Grund, keine Sorge.« »Das hoffe ich wirklich,« erwiderte André und schüttelte ihm die Hand. Natalie zog sich ihren Mantel an. »Scott, Sie haben mich doch gefragt, ob mir in letzter Zeit sonst noch irgendetwas Komisches am Verhalten des Senators aufgefallen ist.« »Und?« »Da gab es noch eine Sache, die ich vergessen habe zu erwähnen, aber vielleicht hat das ja auch gar nichts zu bedeuten.« »Was für eine Sache.« »Na ja, einfach eine weitere Ungereimtheit in einer von Snyders Geschichten, aber in meinen Augen eben ziemlich auffällig.« Scott hob die Augenbrauen und nickte, damit André weitersprach. »Vor ungefähr einem Monat ist der Senator ungeplant auf Reisen gegangen. Wir waren verabredet und er hat kurzfristig abgesagt.« »Als Wiedergutmachung hat er mir dann eine Flasche Dessertwein mitgebracht.« Er behauptete, dass schon Napoleon oder Josephine dieser Art Wein am liebsten getrunken hätten. Irgend so was. Aber das war Blödsinn. Die ganze Geschichte fand ich aus mehreren Gründen seltsam. »Warum?« »Nun, er hat mir erzählt, dass er an einer Konferenz der Weltbank zur wirtschaftlichen Entwicklung teilnehmen müsse.« »Und?« »Na ja, mein Fachgebiet sind internationale Finanzen, und es war nicht schwer herauszufinden, dass es zum entsprechenden Zeitpunkt keine Veranstaltungen der Weltbank gegeben hat.« »Vielleicht hat er sich versprochen, oder Sie haben ihn falsch verstanden.« »Ich habe ihm schon immer genau zugehört. So leicht versteht man sowas nicht falsch.« »Sie meinten eben, dass Ihnen die Sache aus mehreren Gründen komisch vorkam, nennen Sie mir noch einen Grund.« Er sagte, dass die Konferenz in Frankreich stattgefunden hatte. Aber auf seinem Koffer klebte ein halb abgerissener Aufkleber für aufgegebenes Gepäck der Schweizer Eisenbahn. »Der auch von einer früheren Reise stammen könnte?« »Das habe ich mir auch gesagt, bis ich einem Freund von mir die Flasche Wein gezeigt habe.« »Der ist einer von diesen Kennern, die nicht alles trinken, und ich wollte ihn beeindrucken. Ich hatte noch nie einen Dessertwein aus Südafrika.« »André, hören Sie, es wird Zeit, dass Sie und Natalie sich auf den Weg machen. Ich bin sofort fertig. Dieser Freund von mir hatte schon von dem besonderen Wein gehört. Das Zeug hatte einen sehr hohen Zuckergehalt, und der Import ist in der EU verboten.« »Wer und?« »Und Frankreich gehört zur Europäischen Union.« »Es war also gar nicht möglich, dass der Senator den Wein in einem kleinen Laden in Frankreich entdeckt hat, wie er behauptete.« »Tut mir leid, André, ich verstehe immer noch nicht, worauf Sie hinaus wollen.« »Die Schweiz ist nicht Teil der EU, und dorthin ist der Import dieser speziellen Weinsorte erlaubt, egal wie hoch der Zucker- und Alkoholgehalt ist. Und das wirft doch die Frage auf, was hat er so Geheimes in der Schweiz gemacht?« »André, möglicherweise hat das etwas zu bedeuten. Vielleicht aber auch nicht. Ich werde das überprüfen. Und jetzt verschwindet ihr zwei.« »Was ist mit Stargazer?«, erinnerte Natalie ihren Begleiter. »Du hast doch gesagt, dass die ganze Sache ohne Stargazer nicht funktionieren würde.« »Oh, stimmt, das hatte ich vergessen.« »Wer oder was ist Stargazer?«, fragte Scott. »Ich habe keinen Schimmer, aber ich habe gehört, wie der Senator erwähnt hat, dass, was immer er da auch machte, ohne Stargazer nicht funktionieren würde.« »Können Sie sich da irgendeinen Reim drauf machen?« »Bisher kann ich mir auf gar nichts von all dem einen Reim machen. Und jetzt müsst ihr wirklich gehen.« Harveth drängte die beiden, sich zu beeilen. Als sie den Papp verlassen hatten, wartete er fünf Minuten, bevor er zwei Zwanziger auf den Tisch legte und Jay asked, durch die Hintertür verließ. Ein seltsames und doch allzu vertrautes Gefühl beschlich ihn in der dunklen Washingtoner Nacht. Als er erneut den Kragen seines Trenchcoats hochschlug, wünschte er, er hätte seine Pistole dabei. 37 Trotz der zu Schau gestellten Zuversicht, mit der er Natalie und André verabschiedet und ins Radisson geschickt hatte, hatte Harveth keinen Schimmer, was er als nächstes tun sollte. Im Augenblick war es um seine Glaubwürdigkeit in Washington nicht wirklich gut bestellt. Und er war sich darüber im Klaren, dass er sehr vorsichtig sein musste, mit wem er sein neu gefundenes Wissen teilte. Die Geschichte besaß eine Menge Zündstoff und konnte riesigen Schaden anrichten, ob sie nun der Wahrheit entsprach oder nicht. Die schiere Vermutung, dass ein Senator, vielleicht sogar zwei, etwas mit der Entführung des Präsidenten der Vereinigten Staaten zu tun gehabt haben könnte, war beinahe unvorstellbar. Beim Laufen konnte Scott normalerweise am besten nachdenken. Daher ging er zu Fuß, nachdem er das J.R.'s verlassen hatte, und ignorierte den konstanten Nieselregen, der vom Himmel fiel. Er wanderte die 17th Street in südliche Richtung hinunter, am Farragut Square vorbei, und als er die H. Street erreichte, bog er links ab. Dann ging er am Lafayette Square entlang, bis er zu 15th Street kam, und ging das Gehörte immer wieder in Gedanken durch, versuchte es von allen Seiten zu betrachten. Er zerbrach sich den Kopf über den Namen Stargazer und überlegte, was er damit anfangen sollte. Wer oder was war Stargazer? Und was hatte dieser Name mit der Sache zu tun, die Senator Snyder so überaus heimlich ausheckte? Ohne bewusst darüber nachzudenken, bog er nach rechts in die 15th Street ab. Nach anderthalb Blocks stand er vor dem Finanzministerium. In weniger als acht Stunden sollte er sich genau an diesem Ort einfinden und sich von Direktor Jameson und Paul Feigen, dem Finanzminister, über seinen Einsatz in Park City befragen lassen. Er fragte sich, ob sie ihn sofort seines Postens entheben und ihn feuern würden, sobald sie aus ihm herausgeholt hatten, was sie wissen wollten. Scott dachte an das, was er sich selbst erst gestern gesagt hatte, auch wenn es nun eine Ewigkeit her zu sein schien. Die einzige Hoffnung, seine berufliche Karriere noch zu retten, lag darin, etwas zu finden, das dabei half, den Fall zu lösen. Vielleicht war ihm dieses Etwas soeben in den Schoß gefallen. Dank Natalie Spirando. Zumindest hoffte er das. Sollte niemand Andres Geschichte glauben, sollte man sie nicht beweisen können, Dann war Scott höchstwahrscheinlich so gut wie erledigt. Dann würde es so aussehen, als ob er sich an jeden Strohhalm klammerte und alles tat, nur um seine Haut zu retten, ganz gleich, wie lächerlich es war und wessen Name er damit beschmutzte. Er würde sehr vorsichtig vorgehen müssen. Aber selbst wenn Andres Geschichte sich am Ende als Sackgasse erweisen sollte, Harvith hatte einen Eid geleistet, den Präsidenten zu beschützen. Und Sam Harper hatte er ein Versprechen gegeben. Beide Verpflichtungen blieben bestehen, ganz gleich, wie schwierig es auch werden mochte. Er wusste, dass er diese Information an die Öffentlichkeit bringen musste, und jetzt wusste er auch ganz genau, an wen er sich damit wenden musste. Harvith überquerte die New York Avenue und winkte vor der presbyterianischen Kirche ein Taxi heran. Er gab dem Fahrer eine Adresse in Arlington in Virginia. Es war mehr als unwahrscheinlich, dass der Mann, den er aufsuchen wollte, noch auf war. Aber er war der Einzige, der Scott helfen konnte. Und vielleicht auch dem Präsidenten. Auf der Veranda brannte kein Licht, als Scott die paar Stufen erklomm, und das war kein gutes Zeichen. Wenn er jetzt den Klingeknopf drückte, dann weckte er den Mann, der hier wohnte, und dieser Mann war dann sehr ungehalten, um es milder auszudrücken. William Shaw war sehr jähzornig. Der Einsatzleiter des Secret Service für das Weiße Haus und damit Scotts Direktor-Vorgesetzter trug seinen Codenamen Fury nicht umsonst. Scott bereitete sich auf den Wutausbruch vor und streckte die Hand aus, um den orange leuchtenden Knopf zu drücken, der im Dunkeln den Eindruck vermittelte, an der Ziegelfassade des Hauses zu schweben. Es dauerte mehrere Sekunden, dann gingen im Haus mehrere Lichter an, und schließlich flammte auch eine Lampe im Vordach der Veranda auf und illuminierte Scott gegen die ihn umgebende Dunkelheit. »Wer zur Hölle ist da?« erscholl eine barsche Stimme von drinnen. »Ich bin's, Harworth. Bill, machen Sie auf.« Scott hörte, wie drinnen eine Kette zurückglitt, und dann das Klacken mehrerer Riegel. Schließlich ging die Tür auf, und ein verschlafener William Shaw stand im Flur. Sein Backenbart war unrasiert, die Haare standen wirre von seinem Kopf ab, und eine Hand steckte in der Tasche des Frottee-Bademantels. Wahrscheinlich hielt er damit seine halbautomatische Sicksauer fest im Griff. Harworth! »Ich hoffe, Sie haben einen verdammt guten Grund für Ihr Auftauchen.« »Sie legen es wirklich drauf an, es sich mit jedermann zu verderben, oder?« »Bill, es ist wirklich wichtig. Darf ich reinkommen?« »Natürlich. Möchten Sie vielleicht, dass ich Ihnen ein kleines Frühstück zaubere, wenn Sie schon mal hier sind?« fragte Sean sarkastisch, während er die Tür hinter Scott wieder zumachte und verriegelte. »Schönes Haus«, sagte Scott ehrlich. Der Eingangsbereich öffnete sich zu einem Wohnzimmer, das von dunkelroten Ledersofas mit Messingknöpfen und einem riesigen Fernseher dominiert wurde. Zwei Wände standen voller gut gefüllter Bücherregale, und an der Decke entdeckte Scott ein gebautes Round-Sound-Lautsprecher. Der offene Kamin wurde von einem verschnörkelten Sims bedeckt, auf dem Bilder der Familie Sean in silbernen Rahmen aufgereiht waren. In der Mitte des großzügigen Raumes lag ein sehr großer und sehr kunstvoller Orientteppich. »Mrs. Sean hat stets einen sehr guten Geschmack bewiesen. Nur mit Ehemännern hatte sie's nicht so«, erwiderte Sean, der mit ihm in das schöne Zimmer getreten war. Scott wusste, dass Seans Frau sich erst vor kurzem von ihm hatte scheiden lassen, und dass das ziemlich schwierig für ihn gewesen war. Daher beschloss er, das Thema zu wechseln und sofort auf den Punkt zu kommen. »Bird, ich glaube, ich habe neue Informationen zur Entführung des Präsidenten.« »Sie?« »Woher zur Hölle wollen Sie die denn haben? Sie sollten gar nicht mehr im aktiven Dienst stehen. Ich verstehe sowieso nicht, warum Jameson Ihnen gestern nicht gleich die Marke abgenommen und sie suspendiert hat. Und was die Entführung des Präsidenten angeht, so wurde dem Secret Service doch sowieso die Zuständigkeit dafür entzogen. Ende der Geschichte. »Können wir uns hinsetzen? Ich glaube, dass Sie hören wollen, was ich Ihnen zu erzählen habe.« Sean stieß einen genervten Seufzer aus und nickte zu den Sofas hinüber. Sie setzten sich einander gegenüber, und während Sean sich den Schlaf aus den Augen rieb, ließ Scott die Bombe platzen. »Ich habe Grund zu der Annahme, dass die Entführer Hilfe von sehr weit oben hatten.« »Ah, was Sie nicht sagen, Sherlock. Wir haben doch schon die ganze Zeit befürchtet, dass es eine undichte Stelle geben muss.« »Ich rede nicht von unserer undichten Stelle, Bill. Ich rede von Männern mit ausreichend Macht und Einfluss, um einzufädeln, dass die Kidnapper und die Person, die wir als undichte Stelle aufzuspüren versuchen, miteinander in Kontakt getreten sind.« »Wissen Sie, Harworth«, sagte Sean unbeeindruckt und sah auf seine Armbanduhr, »ich muss in wenigen Stunden wieder aufstehen und zur Arbeit gehen. Wenn ich mir jetzt keine Märchen anhöre, kann ich vielleicht sofort wieder einschlafen. Also, nehmen Sie sich doch Ihre Geschichte, Bill. Das sind keine Märchen. Ich habe den begründeten Verdacht, dass Senator Snyder und eventuell auch Senator Rolander etwas mit der Entführung des Präsidenten zu tun hatten.« Sean rückte zur Sofakante vor. »Snyder und Rolander. Was zur Hölle reden Sie denn da?« »Ich habe mich heute Abend mit einem Mann getroffen, der behauptet, Snyders Liebhaber gewesen zu sein.« »Au Liebhaber?« »Lassen Sie mich ausreden. Dann blicken Sie gleich durch. Ich habe zuerst auch so reagiert. Erinnern Sie sich noch an den Politassistenten, der vor knapp einem Jahr in eine tödliche Schießerei geriet?« »Ja. Was ist mit dem?« »Also, der Mann, mit dem ich mich vorhin getroffen habe, ein Mr. André Martin, war mit diesem Assistenten zusammen. Und der hat für Senator Snyder gearbeitet. Und laut Martin hatte er außerdem eine Affäre mit ihm.« »Der Assistent mit dem Senator?« »Genau. Offenbar hatte Martin irgendwann die Schnauze voll davon, dass sein Partner ihn betrog und hatte sich von ihm getrennt. Der Assistent hat versucht, mit dem Senator Schluss zu machen und gleichzeitig seinen Posten zu behalten. Vielleicht hat er sogar versucht, Snyder zu erpressen. Kurz darauf wurde der Assistent dann bei der Schießerei tödlich getroffen.« »Kommen Sie, Howard. Nicht nur handelt es sich um klassisches Hörensagen, die Story ist auch noch so dünn, dass ich mit bloßem Auge durchsehen kann. Das klingt eher wie aus einem Roman von Jackie Collins.« »Ich habe genau das Gleiche gedacht, bis« »Bis was?« »Bis Martin mir erzählt hat, dass er sich das Vertrauen des Senators erschlichen und dann selbst eine Affäre mit ihm begonnen hat.« »Reden wir hier von Senator David Snyder? Dem ewigen Junggesellen und berüchtigten Weiberhelden?« »Wir haben noch alle unsere Geheimnisse, Bill. Jedenfalls fängt dieser Martin also etwas mit dem Senator an, weil er überzeugt davon ist, dass der für den Tod seines Assistenten verantwortlich ist und weil er ihn unbedingt überführen will. Er beobachtet und, was noch wichtiger ist, er belauscht ihn. Er hört immer ganz genau hin, aber macht das ganz heimlich nebenbei im Verborgenen. Er gibt vor, zu viel zu trinken, tief zu schlafen. Er tut alles Plausible, damit der Senator sich in Sicherheit wiegt und vielleicht einen Fehler macht, sich irgendwie verrät und dann... »Bingo!« »Vor kurzem hat Martin etwas mit angehört, was er nicht hören sollte. Was dem Senator gar nicht gefallen hat.« »Was er nicht hören sollte?« »Was hat er denn gehört zum Teufel?« »Nun, da wäre erstens ein Gespräch über die Entführung des Präsidenten. Aber dann ist er Snyder auch noch bis zu Senator Rolanders Haus gefolgt, nachdem Snyder mitten in der Nacht verdächtige Anrufe erhalten hatte und sich daraufhin davongeschlichen hat. »Ach, übrigens, erinnern Sie sich an den FBI-Agenten, mit denen ich mich in Park City angelegt habe?« »Der Kerl, den Sie aus den Socken gehauen haben? Wie hieß der noch gleich?« »Zuschnitt.« »Ah, stimmt, ja. Den haben Sie K.O. geschlagen und weiter?« »Naja, nach dem, was Martin mir erzählt hat, war er derjenige, der Snyder regelmäßig per Münztelefon aus Park City berichtet hat. Und offenbar haben die beiden auch den wundervollen Plan ausgeheckt, mich als den Informanten von CNN auszugeben.« »Sie verarschen mich doch.« »Absolut nicht.« Martin sagte, er hat das alles ganz klar und deutlich verstanden, als er an einem zweiten Telefon mitgehört hat. »Zu diesem Zeitpunkt haben wir keine Möglichkeit, irgendwas davon zu beweisen, aber wenn ich diesen Zuschnitt noch einmal in die Finger bekäme, könnte ich ihn bestimmt zum Reden bringen.« Schors Finger bohrten sich in die lederne Armlehne des Sofas. »Und was ist jetzt mit dem Präsidenten?« Harvith erzählte seinem Boss alles, was er von Martin erfahren hatte, und dann rückte er noch mit der einen Sache heraus, von der er bisher niemandem etwas gesagt hatte. »Wissen Sie noch, dass ich zu der Farm von diesen Mormonen geflogen bin, wo das alte Ehepaar ermordet worden ist?« »Ob ich das noch weiß? Natürlich weiß ich das noch. Was ist damit?« Dort habe ich Indizien gefunden, von denen ich niemandem etwas gesagt habe. »Indizien?« Sean war blass im Gesicht. »Was für Indizien?« Nun, als ich das Haus betrat, roch es dort nach Zigarettenrauch. Die Jungs von der örtlichen Polizei haben gesagt, dass keiner von ihnen im Haus geraucht hat, und die beiden Alten waren offenbar strenggläubige Mormonen, auf alle Fälle nicht Raucher. Und von da aus war es keine große Leistung, darauf zu kommen, dass die Farm als eine Art Basislager für die Entführung gedient hat. »Wie genau sind Sie darauf gekommen?« »Das alte Ehepaar ist von einem Profi erledigt worden. Kopfschüsse.« »Der Mann ja, aber dem Bericht zufolge die Frau doch nicht,« merkte Sean an. »Ja, ich weiß. Ich glaube, er hat zuerst den Mann erledigt, und dann hat die Frau noch versucht wegzurennen, oder sowas.« Da hat er die Beherrschung verloren, und Sie – verzeihen Sie die Krimi-Sprache – mit Kugeln durchsiebt. Den Präsidenten haben Sie wahrscheinlich per Motorschlitten vom Schauplatz der Entführung zum Farmgelände transportiert und dann dort in ein anderes Fahrzeug verladen, mit dem Sie unauffälliger vorwärts kamen. Im Haus wurde nichts gestohlen oder durchsucht, daher nehme ich an, dass Sie es lediglich als Basis benutzt haben. »Und der Zigarettenrauch? Ist Ihr Indiz für all das?« Nein. Während der Killer im Haus darauf gewartet hat, dass die Entführer von der Arbeit zurückkehrten, hat er im Wohnzimmer geraucht und wahrscheinlich ferngesehen und, ich glaube, dass er Schokolade gegessen hat. »Schokolade? Mein Gott, Harworth! Erst erzählen Sie mir, dass Senator Schneider sich mit Männern und Frauen vergnügt. Als nächstes fesselt und foltert er auch noch irgendwelche Leute, die möglicherweise seine Anrufe belauscht und ihn nachts um die Häuser verfolgt haben. Und zuletzt präsentieren Sie mir die schier unglaubliche Vermutung, dass einer der Kidnapper möglicherweise an einem Tatort etwas Süßes gegessen hat. Nicht zu vergessen, dass wir bisher noch nicht einmal zweifelsfrei sagen können, ob dieser Tatort überhaupt etwas mit der Entführung des Präsidenten zu tun hat. Es war Schweizer Schokolade. Ja. Und? Es gibt wahrscheinlich Unmengen von Schweizer Schokolade in den Staaten, genau wie überall auf der Welt, oder nicht? Ich lasse nur ungern Ihre Träume platzen, aber ich glaube, Schokolade kommt gleich nach Jodeln und teuren Uhren. Die Schweizer sind berühmt dafür. Ich muss Ihnen dennoch widersprechen. Ich glaube nicht, dass diese Schokolade für den Export bestimmt war. Jedenfalls nicht für den Verkauf in den Staaten. Die Schrift auf dem Stück war deutsch. Na und? Vielleicht hat jemand den Alten ein Geschenk von einer Deutschlandreise mitgebracht, aber die beiden waren doch Mormonen. In dieser Religion sind alle Genussmittel verboten, auch Schokolade. Hören Sie, Ihnen ist klar, dass Sie bereits bis zum Hals in Schwierigkeiten stecken, oder? Sagen Sie mir jetzt nicht, dass Sie irgendetwas vom Tatort mitgenommen haben. Sie haben die Schokolade doch liegen gelassen, wo Sie sie gefunden haben. Oder? Harworth war nicht sicher, ob Sean ihm zu verstehen gab, dass er doch bitte einfach das sagen sollte, was man von einem korrekten Agenten erwartete, oder ob er wirklich die Wahrheit hören wollte. Aber egal. Sein Bauchgefühl sagte ihm, dass er besser nicht zugab, dass er die Schokolade und damit das einzige Indiz vom Tatort mitgenommen hatte. Natürlich habe ich Sie da gelassen. Ach gut, dann ist das nicht unser Problem, sondern das des FBI. Die sollen entscheiden, ob es relevant ist, wenn Sie es finden. Ich bin dennoch der Meinung, dass Sie aus einer Mücke einen Elefanten machen. Sie sind ja auch völlig gestresst. Ich hatte noch keine Gelegenheit, den Bericht über Ihre körperliche Verfassung zu lesen. Waren Sie bei Dr. Hersebeck? Ja. Und? Nichts und. Sie sagt, mir geht's gut. Dass mein Kopf sich noch ein paar Tage wie durch den Wolf gedreht anfühlen kann, aber das war's dann auch. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente? Nur Telenol. Ich werde diese Kopfschmerzen einfach nicht los. Jean schwieg mehrere Momente lang und dachte nach. Seine Fingerspitzen bildeten einen Bogen vor seiner Nase, während die Daumen das Kinn stützten. Scott hörte die alte Standuhr im Eingangsbereich ticken. Schließlich brach Jean sein Schweigen wieder. Also gut. Ich denke, das reicht aus, um André Martin in Schutzhaft zu nehmen, bis wir untersucht haben, ob an der Geschichte wirklich was dran ist. Wo ist er jetzt? Er ist mit Natalie Sperando im Reddison Old Town in Alexandria. Sperando? Sie ist diejenige, die mich mit Martin bekannt gemacht hat. Er war ein enger Freund ihres Bruders. Wie viel weiß sie? So ziemlich alles, was auch Martin weiß. In Ordnung. Sie sind also beide im Reddison. Das ist auf der Fairfax Avenue nahe Montgomery, oder? Ja, ungefähr eine Viertelstunde außerhalb des Stadtrings. Ja, dann weiß ich wo. Wir schicken einen Wagen, der sie abholt und sicher unterbringt. Wir haben gar nicht weit von dort ein Safehouse, das wir benutzen können. Wissen Sie, ob die beiden mit sonst jemandem über die ganze Sache gesprochen haben? Nein. Sie haben mir versichert, dass sonst niemand davon weiß. Ich habe auch noch mal extra betont, dass jeder in Gefahr sein könnte, bei dem Sie auch nur etwas angedeutet haben, und Sie meinten, Sie haben nur miteinander und mit mir geredet. Gut. Das erleichtert uns die Arbeit ungemein. Ich kann Ihnen natürlich nicht versprechen, wie dieser Fall ausgeht. Selbst im günstigsten Fall handelt es sich ja doch nur um Indizienbeweise, und André Martins Aussage steht gegen die von Senator Snyder. Es war sehr clever, von ihm das Stück Schnur unter dem Wäschetrockner verschwinden zu lassen. Die Spurensicherung wird nachweisen können, dass er in Snyders Haus und auch im Keller gewesen ist. Der Junge hat gut mitgedacht. Und was Sie angeht, ich werde Sie da lieber raushalten. Sie haben schon genug Ärger am Hals. Und sollte sich diese Geschichte als Haufen Blödsinn rausstellen, dann brauchen Sie sicher nicht noch mehr Probleme. Ich werde Sie das nur einmal fragen, und ich möchte, dass Sie mir ehrlich antworten. Haben Sie mit irgendjemandem außer Martin und Spirando darüber gesprochen? Nein. Sind Sie sicher, dass niemand in der Bar irgendetwas davon mitbekommen hat? Vollkommen sicher. In Ordnung. Sehr gut. Und gibt es noch irgendetwas anderes, das Sie mir erzählen wollen? Irgendwas, das in Park City vorgefallen ist? Wenn Sie noch mehr auf Lager haben, dann ist jetzt der Zeitpunkt, es mir zu sagen. Hawith dachte kurz darüber nach. Nein, Sie kennen die ganze Geschichte. Haben Sie irgendeine Idee, wer oder was dieser Stargazer sein könnte? Überhaupt keine. Könnte also theoretisch jeder sein, schloss Shaw. Ein Sternengucker. Sie mit Ihrem ganzen Astronomie-Krempel zum Beispiel. Ich? Was zum Teufel wollen Sie damit … Herrgott, beruhigen Sie sich, Hawith. Ich wollte Sie doch nur aufziehen. Sie sind aber leicht reizbar. Tut mir leid, Bill. Ich bin bloß ein wenig nervös. Ja, das habe ich gemerkt. Wie gehen wir denn jetzt weiter vor? Ich würde sagen, ich hole Ihnen meinen Laptop und setze eine Kanne Kaffee auf. Ich will einen ausführlichen Bericht von Ihnen, inklusive aller Details, die Park City betreffen und die Sie vielleicht versehentlich vergessen haben. Wenn ich mich schon für Sie aus dem Fenster lehnen soll, dann will ich kein bösen Überraschungen. Ich will das alles schriftlich, solange Sie es noch frisch im Gedächtnis haben. Und während Sie daran arbeiten, kümmere ich mich darum, Martin und Spirando eine sichere Unterkunft zu besorgen. Haben Sie ein Kennwort oder so etwas mit den beiden ausgemacht, damit Sie sicher sein können, dass Sie es sind? Ich habe ihr gesagt, Sie sollen unter dem Namen Cashman einchecken. In Ordnung. Ich mache uns einen Kaffee und hole den Laptop. Sie können ja in der Zwischenzeit das Telefon auf dem Beistelltisch benutzen und Sie anrufen. Hawith tat wie ihm befohlen. Er erklärte Natalie, dass entweder er oder Sean sie in Kürze erneut anrufen und ihr die Einzelheiten zur Abholung durchgeben würde. Er sagte, dass man sie zu einem sicheren Unterschlupf ganz in der Nähe bringen und André in Schutzhaft nehmen würde, mindestens bis die vorläufigen Ermittlungen durchgeführt werden konnten. Sie hatte das Richtige getan, als sie ihn angerufen hatte. Darauf konnte sie stolz sein, denn jetzt würde alles gut. Zehn Minuten später tauchte Sean mit einem Becher Kaffee und seinem Laptop auf. Während Scott sofort damit begann, seinen Bericht zu schreiben, verschwand Sean in seinem Arbeitszimmer. Er schloss die Tür hinter sich und war mit drei schnellen Schritten beim Telefon. Er nahm den Hörer ab und wählte die Nummer in McLean. Auswendig. 38 Marsha? fragte Sean, nachdem eine verschlafene Stimme sich am anderen Ende gemeldet hatte. Sie haben die falsche Nummer, erwiderte die Stimme und der Hörer wurde aufgelegt. Sean setzte sich hin und wartete geduldig. Die dicke Tür seines Arbeitszimmers hatte er hinter sich abgeschlossen. Neben seinem Schreibtisch befand sich eine Reihe von Monitoren und darauf konnte er Agent Harworth dabei beobachten, wie er fleißig seinen Bericht in den Computer tippte. Die winzige verborgene Kamera war genau auf ihn gerichtet. Drei Minuten später klingelte Shans private Durchwahl und er drückte die Taste, die den im Schreibtisch versteckten Verwürfler aktivierte. Das ist aber eine seltsame Uhrzeit für einen Anruf, meldete sich Sean. Aber um diese Zeit kostet es am wenigsten, erwiderte die Stimme. Nachdem sie ihre geheimen Codesätze durchgespielt hatten, konnte die eigentliche Unterhaltung beginnen. Sie sprachen ganz offen, denn sie wussten, dass die Verbindung sicher war und die Verwürfler verhinderten, dass irgendjemand ihr Gespräch belauschen konnte. Sie haben hoffentlich einen guten Grund für diesen späten Anruf, Sean. Meine Frau und ich haben tief und fest geschlafen. Den habe ich, Senator. Nun, dann raus damit. Senator Rolanda. Offenbar ist Ihr Kollege Senator Snyder alles andere als diskret gewesen. Alles andere als diskret? Drücken Sie sich doch mal klar aus, Mann. Was meinen Sie damit? Ich meine, dass Snyder es zugelassen hat, dass jemand einige seiner vertraulichsten Gespräche belauscht hat. Diese Aussage machte Rolanda mit einem Schlag furchtbar nervös. Er packte den Hörer fester. Welche Art von Gesprächen? Die schlimmste Art. Die Art, die uns alle für sehr lange hinter Gitter bringen kann. Oder gleich auf den elektrischen Stuhl. Zuallererst mal, es ist mir egal, wie sicher diese Leitungen auch sein mögen. Ich will, dass Sie sehr genau darauf achten, was Sie sagen und wie Sie es sagen. Also wählen Sie Ihre Worte mit Bedacht. Haben wir uns verstanden? Ja, Sir. Gut. Und jetzt erklären Sie mir doch bitte, wovon Sie da eigentlich reden. Und geben Sie mir die nötigen Einsleiten. Fünf Minuten später hatte Sean alles erzählt. Einige Details hatte er ausgelassen, aber die wesentlichen alle erwähnt. Senator Rolanda war im Bild. Dieser alte Hirstmolch, fluchte Rolanda. Um die Wahrheit zu sagen, es spielt gar keine Rolle, mit wem er geschlafen hat. Das hätte so oder so passieren können. Natürlich. Aber es spielt sehr wohl eine Rolle, dass Snyder nachlässig gewesen ist und ich jetzt seinen Schlamassel beseitigen muss. Wo ist Agent Haworth in diesem Moment? In meinem Wohnzimmer. Er ist in Ihrem Haus und Sie telefonieren mit mir? Was für ein Volltrottel sind Sie eigentlich? Kommen Sie wieder runter, Senator. Bei mir läuft stets die versteckte Kamera. Ich sehe ihn auf dem Monitor meiner privaten Videoüberwachung. Er hat sich in den letzten zehn Minuten nicht vom Fleck bewegt und hören kann er uns auch nicht. Was macht er denn? Ich habe ihn angewiesen, einen umfassenden Bericht zu schreiben. Dieser Bericht darf niemals ans Licht kommen. Ist das klar? Natürlich ist das klar. Machen Sie sich darüber keine Sorgen, sagte Sean beschwichtigend, den Blick auf eine Reihe von Büchern an der gegenüberliegenden Wand geheftet, hinter denen sich sein Wand-Safe verbarg. Natürlich würde der Bericht nie an die Öffentlichkeit gelangen, es sei denn, er hielte das aus irgendeinem Grund für ratsam oder notwendig. Vorläufig wäre er in seinem Safe gut aufgehoben und stellte eine nicht zu verachtende Lebensversicherung dar. Sobald Harworth fertig war und den Bericht ausgedruckt hatte, würde Sean ihn gegenlesen und von Harworth unterschreiben lassen, bevor er in den Safe wanderte. Sobald er damit fertig ist, wandert das Ding in den Aktenvernichter. Wir können schließlich keine losen Enden gebrauchen, die uns später nur Ärger bereiten, nicht wahr, Senator? Der Ton seines Gesprächspartners gefiel Rolander überhaupt nicht. Aber er ging nicht darauf ein. Nein, die können wir ganz und gar nicht gebrauchen. Was denken Sie, wie lange es dauern wird, bis er den Bericht fertiggestellt hat? Ein paar Stunden, wenn er alles aufschreibt, worum ich ihn gebeten habe. Gut. Ich will auf keinen Fall, dass er draußen frei herumläuft. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Deswegen habe ich ihm ja auch diese Beschäftigung gegeben. Ist Ihnen eigentlich klar, was für ein Glück wir haben, dass er sich damit an mich gewandt hat? fragte Sean. Absolut. Sind Sie sicher, dass weder er noch dieser Martin oder Natalie Sparando mit irgendjemand anderem gesprochen haben? Ziemlich sicher. Gut. Ich will, dass Sie ihn weiter beschäftigt hatten, bis ich Sie zurückrufe. Er darf unter keinen Umständen ihr ausverlassen, ist das klar? Ja, Sir. Rolanda notierte sich die Adresse des Hotels in Alexandria und legte auf. Nachdem er mehrere unterschiedliche Nummern gewählt und niemanden erreicht hatte, erwischte Rolanda Senator Schneider schließlich auf seinem Handy. Russell, so gern ich mich mit dir unterhalten würde, ich bin gerade wirklich sehr beschäftigt, meldete sich Schneider. Rolanda wusste ganz genau, was Schneider in diesem Augenblick so auftrapiert, die Suche nach Andre Martin. Hast du etwas verloren? fragte er. Vielleicht. Hör zu, David. Den Blödsinn kannst du sein lassen. Ich muss mit dir reden, und ich will das ganz sicher nicht tun, wenn du am Handy bist. Wieso denn nicht? Ist digital, und hier ist niemand außer uns Mäusen, also schieß schon los. Der Senator hatte keine Ahnung, was die Mäuse zu bedeuten hatten, nahm aber an, dass Schneider sich auf die Auftragsschläger bezog, die er für illegale Aufgaben anzuheuern pflegte, also fuhr er fort. Du bist nicht zufällig auf der Suche nach einem entlaufenen André, oder? Stille in der Leitung. Schneider war fassungslos. Bist du noch dran? Wollte Rolander wissen. Ja, ich bin dran. Woher weißt du das? Um einen alten Freund zu zitieren. Woher ich das weiß, ist nicht so wichtig. Es geht darum, was ich weiß. Du hast es richtig verkackt, mein Freund. Erinnerst du dich noch, wie ich immer wieder darauf bestanden habe, dass wir uns in alle Richtungen absichern, um im Notfall unsere Ärsche zu retten? Jetzt stehen unsere Ärsche auf der Abschussliste, und das ist ganz allein deine Schuld. Und ob du dein Handy für sicher hältst, ist mir scheißegal. Ich will hundertprozentig sicher sein, dass wir beide dieses Gespräch ganz alleine führen. Also fährst du jetzt sofort nach Hause und rufst mich von dort aus an. Tut mir leid, Russell, aber ich muss zuerst das entlaufende Hündchen finden. Ich rufe dich an, wenn ich das erledigt habe. Hörst du mir jetzt mal zu, du verdammter Idiot? Ich weiß, wo er ist. Und ich sage es dir auch gern, aber wir müssen jetzt schnell etwas arrangieren. Ab nach Hause und ruf mich zurück. Rolander legte auf, bevor Schneider noch etwas darauf antworten konnte. Der wandte sich an seinen Chauffeur und sagte, Zurück zu meinem Haus. Ich glaube, wir haben die Fährte aufgenommen. 39 Der riesenhafte schwarze Chevy Suburban mit den dunkel getönten Scheiben rollte geräuschlos die Washington Street hinauf, mitten durch Old Town Alexandria. Obwohl alle Fenster geschlossen waren, drang der Geruch des nahen Potamac-Flusses ins Innere des Wagens. An der Kreuzung zur Pendleton Street wies ein Schild auf den Orinoco Bay Park hin. Hier bog der Fahrer rechts ab. Drei Blocks weiter kam zuerst die Royal Street und dann die Fairfax Avenue. Der Wagen bog links ab und fuhr langsam in nördliche Richtung weiter. Schon bald kam das leuchtende Werbeschild des Radisson in Sicht. Als der große schwarze Wagen die Hauptzufahrt erreicht hatte, bog er ein. Der Fahrer hielt direkt vor dem Eingang des Hotels und ließ den Motor laufen. Um diese Uhrzeit taten nur wenige Angestellte Dienst. Eine attraktive Philippiner, auf deren Namensschild Anna stand, sah von ihrem Papierkram auf und lächelte, als der Mann hereinkam und an die Rezeption trat. »Guten Abend, kann ich Ihnen helfen, Sir?« fragte Anna mit deutlichem Akzent. »Ja, das können Sie«, erwiderte der Mann und zog eine schwarze Brieftasche aus seinem Jackett. Er zeigte ihr seine Makel. »Mein Name ist Scott Harworth. Ich bin vom Secret Service. Ich bin hier, um jemanden abzuholen. Mr. und Mrs.« Der Mann zog einen Notizblock aus einer anderen Jackentasche, blätterte ein paar Seiten um und gab vor, den Namen endlich zu finden. »Ah, Mr. und Mrs. Cashman. Nach meinen Informationen sind Sie bei Ihnen abgestiegen.« Die Rezeptionistin linste über die Schulter des Mannes und sah den schwarzen Wagen mit den getönten Scheiben, der vor dem Eingang parkte. Das Fahrzeug sah genauso aus, wie sie es aus unzähligen Fernsehserien kannte. Ihr Blick wanderte zu dem gut aussehenden Mann, der vor ihr stand, und sie fragte sich, ob sie schon jemals so blaue Augen gesehen hatte. Schließlich zwang sie sich, ihn nicht länger als nötig anzustarren, und tippte etwas in ihren Computer. »Ja, Sir, die beiden sind Gäste dieses Hotels. Können Sie mir bitte die Zimmernummer geben?«, bat der Mann. »Gibt es denn ein Problem? Normalerweise dürfen wir diese Information nicht weitergeben,« erklärte Anna. »Das verstehe ich. Und diese Regel macht doch absolut Sinn. Hier geht es allerdings um eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit. Wie schon gesagt, ich bin Agent Scott Haworth und gehöre zum Secret Service. »Ich habe den Auftrag, die Cashmans abzuholen,« sagte der Mann, bevor er sich vorbeugte und vorgab, das Namensschild jetzt erst zu lesen. »Anna, Sie wollen doch der nationalen Sicherheit nicht im Wege stehen, oder?« Besorgt gab sie zurück. »Nein, Sir, natürlich nicht. Alle Angestellten sind angewiesen der Polizei, und den Gesetzeshüttern immer Auskunft zu geben, wenn sie hier im Hotel auftauchen, aber ich muss das in meinem Schichtbericht notieren.« »Ich verstehe, kein Problem. Würden Sie mir nun bitte sagen, welche Zimmernummer die beiden haben?« »Sicher,« erwiderte sie und warf einen Blick auf den Bildschirm. »Zimmer 257. Hier steht, dass Sie bereits für das Zimmer bezahlt haben. Werden Sie auschecken?« »Ja,« sagte der Mann. »Ich werde raufgehen und Ihnen mit Ihrem Gepäck helfen. Vielleicht rufen Sie schon mal an und lassen Sie wissen, dass Secret Service Agent Scott Haworth auf dem Weg zu Ihnen nach oben ist.« »Das mache ich. Vielen Dank,« erwiderte der Mann und ging quer durch die Lobby zu den Aufzügen. Zwei Minuten später klopfte er an die Tür mit der Nummer 257. »Wer ist da?« erklang eine weibliche Stimme von drinnen. »Secret Service, ma'am. Ich komme Sie und Mr. Martin abholen.« Die Tür blieb zu. »Die Frau von der Rezeption sagte, Agent Harvith würde uns abholen,« gart Natalie zurück. »Da muss Sie etwas durcheinandergebracht haben. Ich habe Sie gebeten, Sie anzurufen und auszurichten, dass Agent Harvith mich geschickt hat, um Sie beide abzuholen und dass ich auf dem Weg nach oben bin.« Einige Augenblicke lang war es still. Dann wurde der innere Türregel zurückgeklappt und die Tür ging auf. Natalie und André hatten beide ihre Jacken an und waren abreisebereit. Sie folgten dem Mann in den Aufzug und dann hinunter in die Lobby. Er hatte ihnen eingeschärft, dass die Zeit drängte und sie sich beeilen mussten. Als sie die Rezeption erreichten, legten sie lediglich ihre beiden Schlüsselkarten darauf ab und begaben sich sofort zum Ausgang. »Danke für Ihren Aufenthalt im Radisson Old Town. Beehren Sie uns bald wieder,« rief die Rezeptionistin ihnen leise hinterher, als das Trio auch schon durch den Ausgang verschwand. Der Mann öffnete die hintere Seitentür des Suburban. Natalie war erleichtert, auf der Rückbank einen Agenten mit einem Gewehr sitzen zu sehen. Als sie und André einstiegen und der Fahrer hinter ihnen die Tür zumachte, war es dank der getönten Scheiben im Inneren des Fahrzeugs dunkel, obwohl es direkt unter dem hell erleuchteten Vordach des Radisson stand. Vorne auf dem Beifahrersitz saß ein Mann, den Natalie für einen weiteren Agenten hielt. Offenbar nahmen sie die Sache sehr ernst. Das war gut. André und sie konnten endlich aufatmen. Der Wagen verließ die Einfahrt und fuhr wieder nach Süden in Richtung des Capital Beltway. Sie waren in Bewegung und damit schon fast in Sicherheit. André seufzte zum ersten Mal seit Beginn dieser Nervenprobe erleichtert auf. »Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, euch Jungs zu sehen.« »Oh, sicher.« »Aber wir sind noch erleichterter, euch bei uns zu haben,« erwiderte der Mann auf dem Beifahrersitz. Die besänftigende Stimme sorgte für einen Moment dafür, dass Natalie sich noch mehr entspannte, aber dann sah sie den entsetzten Blick auf Andrés Gesicht. Er saß stocksteif da. Natalie begriff nicht, wieso sein Verhalten sich so plötzlich verändert hatte, bis der Beifahrer sich umdrehte und sie beide ansah. Er öffnete erneut den Mund, und diesmal wusste Natalie genau, wen sie vor sich hatte. »André, es war tatsächlich ein kleiner Schock, nach Hause zu kommen und festzustellen, dass du nicht auf mich gewartet hast.« 40. Nachdem er seinen ausführlichen Bericht geschrieben und Unmengen an Klarstellungen eingefügt hatte, auf denen sein Chef bestand, war Harvith endlich fertig. Normalerweise hätte er nicht so lange gebraucht, aber Sean unterbrach ihn immer wieder mit neuen Fragen. Sein Boss sicherte ihm zu, bei der Befragung durch Direktor Jameson und dem Finanzminister am Morgen zugegen zu sein, und er wollte sichergehen, dass Scotts Bericht hieb und stichfest war. Nachdem er den Bericht ein letztes Mal durchgelesen und das Okay von Sean bekommen hatte, drückte Scott ihn aus und unterschrieb ganz zum Schluss. Er war erschöpft. Sean entschuldigte sich und verschwand erneut in seinem Arbeitszimmer, um einige weitere Anrufe zu tätigen. Als er beinahe zwanzig Minuten später zurückkehrte, informierte er Harvith, dass man André und Natalie aus den Radisson abgeholt und in das Safehouse gebracht hatte. Sean hatte sich um alles gekümmert. Nun ließ er Harvith noch wissen, dass er gute Hoffnung war, was die Fallbesprechung anging. Natürlich gab es einige Dinge, bei denen auch er ihm nicht helfen konnte, wie etwa den tätigen Angriff auf einen FBI-Beamten. Aber in Anbetracht der neuen Wendung des Falles mochten seine Vorgesetzten nachsichtig sein. Es war durchaus möglich, dass Scott seinen Job nach dem Gespräch behalten durfte. Die Zuversicht eines Chefs ließ Scott wieder Hoffnung schöpfen. Sean sah ihm seine Müdigkeit an, und in Anbetracht des wichtigen Frühtermins rief er ihm ein Taxi. Während Scott im Haus seines Chefs zuletzt nur noch mit Mühe die Augen offen gehalten hatte, nickte er auf dem Heimweg im Taxi sofort ein. Als der Wagen vor seinem Wohnblock in Alexandria hielt, musste der Fahrer ihn mehrmals laut darauf aufmerksam machen, dass sie ihr Ziel erreicht hatten, bis er aufwachte. Scott schüttelte ein paar Mal seinen Kopf, um den Nebel darin zu verscheuchen, warf dann einen Blick auf den Taxometer und zog ein paar Scheine aus der Brieftasche, um den Fahrer zu bezahlen. Er schlurfte die Einfahrt entlang und fragte sich, wieso er so wackelig auf den Beinen war. Offenbar war sein Kopf noch nicht wieder voll und ganz hergestellt. Erneut ließ er den Briefkasten links liegen und sah ein, dass er so viel Schlaf wie möglich brauchte, um den Termin am Morgen halbwegs zurechnungsfähig zu meistern. Er ging die Treppe hinauf und wührte in seiner Jackentasche nach dem Schlüssel. Aus Gewohnheit sah er an seiner Wohnungstür nach oben rechts, wo das braune Haar sonst immer an seinem Platz klemmte. Sofort erstarrte er. Das Haar war nicht da. Er erinnerte sich daran, wie er die Wohnung verlassen hatte, und fragte sich, ob er das wirklich vergessen haben konnte. Er war in Eile gewesen, hatte Natalie treffen wollen, weil sie so darauf gedrängt hatte, und das Haar. Hatte er es wie immer eingeklemmt? Oder dieses eine Mal vergessen? Dieser Handgriff war ihm längst zur zweiten Natur geworden. Aber andererseits hatte er in den letzten Tagen eine ganze Reihe Dinge getan, die nicht wirklich normal waren. Er konnte jetzt für den Rest der Nacht hier stehen bleiben und grübeln, oder er konnte einfach reingehen. Die Entscheidung fiel ihm nicht schwer. Langsam machte er die Tür auf und schlich sich vorsichtig in seine Wohnung. Gab seinen Augen Zeit, sich an die Dunkelheit drinnen zu gewöhnen, dann bemerkte er einen nassen Fleck auf dem Küchenboden. Im selben Augenblick fuhr ihm ein scharfer Schmerz in den Hinterkopf, und dann wurde alles schwarz, als er auf das Linoleum sackte. Als Harwith erwachte und langsam die Augen öffnete, sah er zunächst alles verschwommen. Und was er sah, schien ihm unbekannt, so als gehörte es hier nicht her. Er kniff die Augen zusammen und machte sie wieder auf. Als sein normales Sehvermögen langsam zurückkehrte, zogen sich die verwirrenden Objekte zu Formen zusammen und ergaben wieder einen Sinn. Er lag auf dem Küchenboden und starrte auf die Unterkante seines Kühlschranks. Sein Kopf führte sich an, als hätte ihm jemand eine Autotür dagegen geschlagen. Als er die rechte Hand auf dem Linoleum aufstützte, um sich aufzurichten, merkte er erst, dass er von Wasserpfützen umgeben war. Seine Eiswürfelschalen lagen auf dem Boden verstreut, ebenso wie die paar Tiefkühlpizzen, die er stets im Haus hatte und die nun aufgeweicht in ihren Kartons herumlagen, und ein Becher mit geschmolzenem Chunky-Monkey-Eis von Ben & Jerry's. Als er aufsah, stand die Tür des Gefrierabteils über ihm weit offen. Mühsam brachte Scott sich in eine sitzende Position und lehnte sich gegen den Waschbeckenunterschrank. Dann tastete er seinen Hinterkopf ab. Die Beule war mindestens walnussgroß, aber er führte kein Blut, weder frisch noch verkrustet. In diesem Moment hätte er alles für eines seiner Sport-Gel-Kältekissen gegeben, um es sich gegen die schmerzende Stelle zu halten, aber der erneute Blick hinauf zum Gefrierfach machte ihm klar, dass sie alle geschmolzen sein mussten. Was sollte das alles? Was ging hier vor? Wer hatte ihn niedergeschlagen und wonach hatten sie in seinem Gefrierfach gesucht? Scott blieb mit dem Rücken an den Schrank gelehnt auf dem Küchenboden sitzen, bis er das Gefühl hatte, wieder aufstehen zu können. Er stützte sich schwer auf die Arbeitsplatte und wartete, bis die Welle der Übelkeit und der Schwindel vorbeigingen, und erst dann versuchte er, in den Flur zu gehen. An der Wohnungstür musste er sich erneut abstützen, sie war zu, aber nicht verschlossen. Um ins Wohnzimmer zu gelangen, bewegte er sich dicht an der Wand entlang, denn er benötigte sie immer noch als Stütze und wäre im Türrahmen fast umgekippt. Er konnte den Anblick, der sich im Boot kaum fassen. Ein heilloses Durcheinander. Das gesamte Wohnzimmer war auf den Kopf gestellt worden. Bücher, Videokassetten, Sofa-Kissen, alles lag wild verstreut herum. Das Bild einer wahnwitzigen Suche, aber wonach bloß? Nichts davon ergab irgendeinen Sinn. Bedächtig durchsuchte Harwith den Rest seiner Wohnung, bis er ganz sicher sein konnte, dass sich derjenige, der für das Chaos verantwortlich war, nicht etwa in einem seiner Schränke versteckte. Ihm war völlig klar, dass er das eigentlich sofort melden sollte. Aber die heftige Übelkeit stieg erneut in ihm auf. Er beschloss zunächst, ausgiebig zu duschen und erst anzurufen, wenn er seine Sinne wieder vollständig beieinander hatte. Im Bad drehte er das heiße Wasser auf und ließ es laufen. Bevor alles in dem kleinen Raum beschlagen war, holte Scott einen kleinen Reisespiegel aus seinem Kulturbeutel und stellte sich mit dem Rücken zum großen Spiegel, um in dem kleineren die Verletzung an seinem Hinterkopf zu betrachten. Soweit er sehen konnte, befand sich dort wirklich keine offene Wunde. Wenn man die geschwollene Stelle anfasste, tat es ziemlich weh. Aber auch das würde verheilen. Er stieg in die Duschkabine, stützte sich mit den Händen gegen den Schwindel ab und ließ das heiße Wasser auf seinem Körper niederprasseln. Er verlor das Zeitgefühl. Aber als das heiße Wasser aufgebraucht war, wusste er, dass er lange genug geduscht hatte. Die älteren Häuserblocks in Alexandria besaßen ihren Charme. Aber man musste auch auf einigen Komfort verzichten. Scott stieg aus der Dusche, rubbelte sich die Haare trocken und rasierte sich. Dann ging er ins Schlafzimmer und zog einen hellgauen Anzug mit weißem Hemd und blauer Krawatte an. Er war hungrig, wollte aber in der Küche keine etwaigen Spuren verwischen. Da fiel ihm die Packung Müsli-Riegel ein, die er im Flurschrank aufbewahrte. Als er am Wohnzimmer vorbeiging, bemerkte er den blinkenden Anrufbeantwort auf dem Boden. Ein entgangener Anruf. Er drückte die Taste, die die letzten Anrufe anzeigte, und erkannte die Nummer der Zentrale des Secret Service. Er hatte den Anruf in der Dusche wohl nicht gehört. Er folgte dem Telefonkabel, um die Basisstation seines schnurlosen Telefons in dem Chaos auf dem Boden zu finden. Er drückte die Paging-Taste und fand so auch das Mobilteil, vergraben und einen Berg von Sofakissen. Er wehrte die Nummer seiner Mailbox. Der Anruf war von Direktor Jameson gekommen. »Agent Howarth, hier spricht der Direktor. Ich habe absolut keine Ahnung, was tatsächlich los ist und wer die Medien so schnell davon erfahren haben, aber ich kann nur für Sie hoffen, dass Sie eine plausible Erklärung parat haben. Ich schicke einen Wagen, der Sie abholt. Halten Sie sich bereit.« Die Medien? Eine plausible Erklärung? »Wovon sprach der Direktor denn da?« Scott wartete durch den Ozean seiner verstreuten Habseligkeiten und schaltete den Fernseher ein. Ein Lokalsender zeigte eine Reporterin, die zwischen Bäumen stand, im Hintergrund Polizei, staatliche Behörden und Rettungswagen. Die Reporterin berichtete offenbar von einem Tatort, und Scott drehte die Lautstärke höher, um sie zu verstehen. »Heute früh von zwei Joggern gefunden. Anscheinend wurden beide Opfer mit einer großkalibrigen Waffe von hinten in den Kopf erschossen. Die Polizei gibt an, noch keinerlei Hinweise auf die Identität des Killers zu haben, aber soeben ist das FBI mit einem mobilen Labor der Spurensicherung eingetroffen. Wir werden sie über neue Erkenntnisse auf dem Laufenden halten. Zurück ins Studio.« »Was ist denn bloß los?« Scott schaltete hektisch um, bis er wieder bei einer Live-Übertragung desselben Tatorts landete. Der Reporter sagte gerade, »Ja, Jean, das ist in der Tat ein tragischer Tag für das Weiße Haus, das ja nun wahrhaftig schon mit genug Problemen zu kämpfen hat. Als wäre Präsident Rutnichs Stab nicht bereits von drückenden Sorgen erfüllt, kommt nun auch noch der Mord an Natalie Spirando, der Assistentin des Gesellschaftssekretärs, hinzu, deren Leiche heute am frühen Morgen gemeinsam mit der eines bislang unidentifizierten Mannes von Joggern im ländlichen Maryland entdeckt wurde. Beide Opfer starben an Schüssen in den Hinterkopf, die der Polizei zufolge von einer großkalibrigen Waffe stammen, höchstwahrscheinlich von einer Pistole. Die Behörden wollen zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Aussage zu einem möglichen Motiv für den Doppelmord machen. Vor wenigen Augenblicken ist das mobile Labor der Spurensicherung des FBI am Schauplatz des Verbrechens eingetroffen.« Scott schaltete den Fernseher aus. Die Übelkeit kam zurück und erkämpfte mühsam dagegen an. Wieder waren zwei Menschen tot, die sich auf ihn verlassen hatten. Aber wieso? Wieso ausgerechnet Natalie? Sie war eine wirklich gute Freundin gewesen. Die Trauer drohte Scott zu überwältigen. Was war bloß geschehen? Sean hatte ihm doch gesagt, dass die beiden sicher im Safehouse angekommen waren. War es möglich, dass ihnen jemand gefolgt war? Beide mit einer großkalibrigen Waffe erschossen? Bevor er den Gedanken richtig zu Ende verfolgt hatte, rannte Harweth bereits in sein Schlafzimmer. Auch dieser Raum war völlig auf den Kopf gestellt worden. Aber jetzt war es ihm egal, ob er eventuelle Spuren verwischte. Er musste seine Dienstwaffe finden. Fahrig und hektisch durchwürte er das bereits völlig verwüstete Zimmer. Wieso hatte er gestern Abend bloß seine Waffe hier gelassen? Wieso hatte er sie nicht wie sonst immer mitgenommen? Während er weiter fieberhaft nach seiner Pistole suchte, sah er aus dem Augenwinkel ein Licht aufblitzen. Zuerst versuchte er es zu ignorieren, denn er dachte, dass sein geschundener Kopf ihm einen Streich spielte. Er suchte weiter nach seiner Dienstwaffe. Inzwischen arbeitete er sich auf allen Vieren durch den Raum, warf die herumliegenden Kleidungsstücke hinter sich, suchte er immer hastiger nach seiner Sigg. Dann blitzte das Licht wieder auf, heller als zuvor. Harweth hielt inne und sah auf. Bunte Lichter huschten über die Zimmerwand, rot und blau, rot und blau, immer abwechselnd. Da begriff er, dass sie nicht in seinem Kopf waren, sondern von draußen kamen. Er blieb geduckt, hastete hinüber ans Fenster und spähte durch die halb heruntergelassenen Jalousien. Unten fuhren mehrere Zivilfahrzeuge vor. Dunkle Fort Crown Victorias mit Fahrern in Anzügen, ganz offensichtlich vom FBI oder dem Secret Service, vielleicht auch von beiden. Dazu gesellten sich mehrere Streifenwagen. Mein Gott, dachte Harweth, die müssen aus irgendeinem Grund glauben, dass ich für den Doppelmord an André und Natalie verantwortlich bin. Sie sind hier, um mich festzunehmen. All das ließ nur einen Schluss zu. Scott hätte wetten können, dass die Waffe, mit der das Verbrechen verübt worden war, sich als seine verschwundene Sig Sauer erweisen würde. Scott war ein aufrichter Kerl, stets bereit, sich der Wahrheit zu stellen und zu kooperieren, aber irgendetwas sagte ihm, dass dies nicht der Zeitpunkt war, sich wieder sprichwörtliche Lamm schicksalsergeben zur Schlachtbank führen zu lassen. Zuerst wollte er wissen, was hier gespielt wurde. Er zwang sich dazu, den Schock und das Entsetzen über den Mord an Natalie und André aus seinen Gedanken zu verbannen und eilte hinüber ins Badezimmer, wo er die Taschen seiner auf dem Boden liegenden Jeans leerte und alles in seinen jetzigen Hosentaschen verstaute. Dann zog er sich im Flur den Trenchcoat über, verließ das Apartment und schloss hinter sich ab. Im Korridor wandte er sich nach links, öffnete geräuschlos die Tür zur Feuertreppe und machte sich so leise wie möglich an den Abstieg. 41 Als Scott den letzten Treppenabsatz hinunter eilte und endlich die Tür zum Keller aufstieß, wurde ihm klar, dass ihm in dieser Situation eine Besonderheit des Gebäudes helfen würde, von der heute nur noch wenige Menschen wussten. Glücklicherweise machte er stets seine Hausaufgaben. Der alte Wohnblock, in dem er lebte, gehörte zu einer Reihe nebeneinanderliegender Bauten auf diesem Straßenabschnitt, die alle einmal derselben wohlhabenden Familie aus Virginia gehört hatten, die sie auch erbaut hatte. Die ursprüngliche Dame des Hauses war wohl ziemlich exzentrisch gewesen und hatte sich ausgebeten, dass die regelmäßigen Kohlenlieferungen ihren launischen, unregelmäßigen Schlaf niemals stören durften. Daraufhin hatte der Herr des Hauses dafür gesorgt, dass die Keller des gesamten Straßenabschnitts durch Korridore miteinander verbunden wurden. Die Kohle für alle Häuser wurde im Haupthaus am Nordende des Blocks angeliefert und dann von den Bediensteten durch die Korridore in die Heizkeller der einzelnen Häuser transportiert. Natürlich wurde dieses System schon lange nicht mehr genutzt, aber die Verbindungstüren zwischen den nebeneinanderliegenden Keller geschossen gab es nach wie vor. Und Scott hatte sich längst die Schlüssel für all diese Türen nachmachen lassen, für alle Fälle. Solche Maßnahmen entstanden direkt seiner Ausbildung zum Seal. Ein Seal verfügt stets über mindestens zwei Fluchtwege. Denn ein Seal ist stets auf alle Eventualitäten vorbereitet. Nun zog er seinen Schlüsselbund aus der Hosentasche, schloss die erste dieser Türen auf und verschloss sie wieder hinter sich. Er war sich ziemlich sicher, dass die Kellerlampen in allen Gebäuden einwandfrei funktionierten, wollte aber keinesfalls riskieren, dass irgendwo irgendjemand das Licht bemerkte. Also holte er seine kleine Maglite aus der Manteltasche und fand mit ihrer Hilfe den Weg durch die Kellerflucht. Rasch erreichte er das nördliche Hauptgebäude des alten Ensembles, verließ das Haus durch die rückwärtige Gasse und eilte noch zwei Blocks weiter, bevor er ein Taxi heranwinkte. Er wies den Fahrer an, ihn an der Russell Road abzusetzen, kurz vor der Kreuzung zu King Street. Zu Fuß ging Harwood mit schnellen Schritten zur nahen Metrostation, die sich gleich neben dem Bahnhof von Alexandria befand. In seinem Anzug und Trenchcoat fiel Scott in der Menge der Pendler überhaupt nicht auf. Einer von vielen Geschäftsleuten auf dem Weg nach Washington, BC. Jetzt musste er sich nur noch entscheiden, wohin er wollte. An der Metrostation King Street konnte man die blaue oder die gelbe Linie nehmen. Welche nimmst du? Er entschied sich dagegen, sein Dauerticket zu benutzen. Er bezweifelte zwar, dass man damit seine Fahrten im Metro-Bereich verfolgen konnte, wollte sich aber nicht darauf verlassen. Also ging er zu einem der Fahrkartenautomaten, steckte einen Fünf-Dollar-Schein hinein und zog Sekunden später eine Tageskarte heraus. Als er durch das Drehkreuz gegangen war, wandte er sich nach rechts, zur blauen Linie Richtung Addison Road. Die sauberen Waggons der Washingtoner Metro mit dem Teppichbodenbelag verblüfften ihn jedes Mal wieder aufs Neue. Denn er konnte nicht umhin, sie mit den schmuddeligen U-Bahnen von Chicago oder New York City zu vergleichen. Hier dagegen aßen die Leute nicht einmal in der Metro, weil sie sonst von dem Metro-Angestellten oder schlimmer noch von den anderen Fahrgästen zusammengestaucht wurden. Man benutzte die Bahn sehr bewusst und befolgte die Regeln. Selbst die Touristen begriffen ganz schnell, dass man auf den Rolltreppen nur ganz rechts stehen durfte, weil man sonst Gefahr lief, von den Horden der Geschäftsleute überrannt zu werden, die links vorbei hasteten, um ihre Züge zu erreichen. Die Bahn glitt durch die Tunnel und die schmucklosen sandfarbenen Stationen, deren Decken aussahen, als wären sie mit großen Blistern voller Halstabletten ausgekleidet. Diese auffällige Deckengestaltung diente in Wirklichkeit dazu, den Widerhall an den Haltestellen zu reduzieren. Bei jedem Halt hielt Harworth Ausschau nach Polizisten oder den Metro-Sicherheitsleuten mit ihren braunen Mützen, die womöglich bereits nach ihm suchten. Nichts. So weit, so gut. Harworth stieg an der Washington University. Rasch ging er die 23rd Street hinunter in Richtung der Universität und G-Street. Auf halbem Weg zur 20th Street befand sich das Washington Bites, ein Internetcafé mit eigener Bäckerei. Der Duft von frisch geröstetem Kaffee stieg ihm in die Nase, als er den Laden betrat. Hier gab es die besten Bagels der Stadt, und Scott bestellte sich einen mit Frischkäse und Schnittlauch, dazu einen Orangensaft, bevor er sich an einem der Computer in der hintersten Ecke setzte. Vom weißen Haus aus war das Café bequem, zu Fuß zu erreichen. Und Harworth saß dort ganz gerne, wenn er eine kleine Pause vom hektischen Alltag im Dienst brauchte. Heute hielten sich nur einige wenige Studenten in dem Nettenladen auf, und Scott hatte sich einen Platz ausgesucht, auf dem er von der Straße aus nicht gesehen werden konnte. Alle Rechner waren mit Headset und Internet-Telefonie-Software ausgestattet. Scott schaltete zunächst die Webcam aus, die oben auf dem Monitor befestigt war, und noch einmal dachte er kurz voller Trauer an Natalie. Dann nahm er einen großen Bissen von seinem Bagel und spülte mit dem Orangensaft nach, bevor er ins Internet ging. Er gab die Telefonnummer der Modemleitung seines Heimcomputers ein und schluckte zwei Telenolen, während er darauf wartete, dass die Verbindung hergestellt wurde. Nach zweimaligem Klingeln und einem kurzen elektronischen Wortgefecht zwischen dem Rechner des Cafés und seinem Zuhause war Harworth bereit. Er baute eine Anrufweiterleitung auf, die seinen folgenden Anruf über mehrere internationale Server schicken sollte. Falls die angerufene Person alle eingehenden Anrufe aufzeichnen und verfolgen ließ, würde es eine Weile dauern, bis sie herausfanden, wo dieser Anruf denn nun letztendlich hergekommen war. Und selbst wenn es ihnen gelänge, die verzwickt lange elektronische Spur zurückzuverfolgen, würde es am Ende so aussehen, als sei der Anruf von Scotts Apartment ausgegangen. Zehn Minuten später hatte er die komplexe Weiterleitung eingerichtet und wählte Bill Shans Nummer. Dessen Sekretärin meldete sich nach dem ersten Klingeln. Er identifizierte sich als Scott Harworth und wurde nach einigen Klicks und einem weiteren Klingeln durchgestellt. »Scott, wo sind Sie?«, fragte Sean. »Es geht jetzt nicht darum, wo ich bin, Bill«, erwiderte Scott leise, während er sich vorsichtig umschaute. Er wollte ganz sicher gehen, dass ihn niemand belauschte. »Was zur Hölle ist passiert?« »Scott, ich bin sicher, es gibt eine Erklärung für die ganze Sache. Ich verspreche Ihnen, dass wir uns Ihre Version anhören werden, aber wir müssen Sie vorladen, das ist Ihnen doch klar, oder?« »Nicht? Vorladen? Wovon reden Sie denn? Ich habe nichts getan.« »Scott, ich sitze hier mit dem Direktor.« »Wieso das? Was macht der Direktor in Ihrem Büro?«, wollte Scott wissen. »Gar nicht. Ich bin bei ihm in seinem Büro. Ihr Anruf wurde zu uns durchgestellt. Wir hatten heute Morgen einen Termin. Haben Sie das etwa vergessen?« »Nein, das habe ich nicht vergessen, aber ich rufe aus einem anderen Grund an. Ich will wissen, was mit Natalie und André Martin passiert ist. Sie haben gesagt, Sie seien in Sicherheit.« »In Sicherheit? Wovon reden Sie denn jetzt?« »Letzte Nacht«, half Scott ihm auf die Sprünge. »Bei Ihnen zu Hause. Sie haben gesagt, Sie lassen die beiden abholen und zu einem Safehouse bringen.« »Scott, wir haben über eine Menge Dinge gesprochen, als Sie mitten in der Nacht vor meiner Haustür aufgetaucht sind, aber von einem Safehouse weiß ich nicht.« »Was?« »Was ist denn mit Ihnen los?« »Scott, ich habe den Direktor bereits berichtet, wie aufgebracht Sie heute Nacht vor mir standen und wie ich versucht habe, Sie zu beruhigen. Wir haben über die Entführung des Präsidenten gesprochen, über Ihre Schuldgefühle und Ihre Angst, als undichte Stelle enttan zu werden. Ich habe Ihnen mein Wort gegeben, alles zu tun, was mir möglich ist, um Ihnen zu helfen.« »Gottverdammter Hildner«, zischte Scott, darauf bedacht, seine Stimme nicht zu laut werden zu lassen, aber dennoch deutlich genug, um die Intensität seiner Wut und seiner Abscheu deutlich zu machen. »Scott, hier ist der Richter Jameson. Ich befehle Ihnen, uns zu sagen, wo Sie sich aufhalten, damit wir Sie für eine Befragung hierher holen können.« »Eine Befragung? Zu welchem Thema?«, wollte Scott wissen. »Vor 20 Minuten wurde am Schauplatz des Mordes an Natalie Spirando eine halbautomatische Sig Sauer 357 gefunden. Die Seriennummer ist identisch mit der Ihrer Dienstwaffe und Ihre Fingerabdrücke darauf sind bereits identifiziert worden. Sollten Sie nicht für diesen Mord verantwortlich sein, geben wir Ihnen selbstverständlich die Gelegenheit, Ihre Unschuld zu beweisen.« »Meine Unschuld zu beweisen?« »Was ist mit der guten alten Unschuldsvermutung?« »Hört sich an, als hätten Sie Ihr Urteil bereits gefällt.« »Scott, wir wollen Ihnen doch helfen«, sagte Shaw. »Wissen Sie was, Bill? Ich denke, Sie haben mir bereits mehr als genug geholfen. Ach, und wenn wir schon dabei sind, Sie wissen nicht zufällig irgendwas über die geschmackvolle Neudekoration meiner Wohnung, die letzte Nacht stattgefunden hat, oder?« »Ich weiß nur, dass Sie die Tür nicht geöffnet haben, als heute früh unsere Leute kamen, um Sie abzuholen. Ihre Hausverwalterin hat Sie reingelassen, und Sie haben berichtet, dass Sie in Ihrem Apartment ein einziges Chaos vorfanden.« »Aber Sie haben damit rein gar nichts zu tun, ebenso wenig mit der Tatsache, dass mir jemand eins über den Schädel gezogen hat oder meine Waffe verschwunden war, als ich aufgewacht bin, stimmt's?« »Wieso sollte ich damit etwas zu tun haben? Sie reden schon wieder, wäre es Zeug, Scott.« »Ja, wahrscheinlich bin ich verrückt. Das wäre eine plausible Erklärung für euch, nicht wahr? Ich darf also annehmen, dass Sie dem Direktor den Bericht, den Sie mich letzte Nacht in Ihrem Wohnzimmer schreiben ließen, dann auch nicht übergeben haben?« »Welchen Bericht?« fragte Shaw. »Ich habe Sie doch keinen Bericht schreiben lassen, Scott. Jetzt mal im Ernst, ich bin der Meinung, dass Ihre Kopfverletzungen schwerere Schäden hinterlassen haben, als wir alle zunächst annahmen. Wenn Sie sich jetzt erneut am Kopf verletzt haben, dann müssen wir Sie unbedingt sofort zu einem Arzt bringen.« »Ich nehme außerdem an,« fuhr Scott fort und ignorierte die gespielte Besorgnis seines Vorgesetzten, dass der Direktor noch nichts über die mögliche Beteiligung Senator Snyders an der Entführung des Präsidenten weiß. »Oh, doch, das tut er. Ich habe ihm von all den Leuten erzählt, die ihrer Meinung nach an der Sache beteiligt sein sollen. Bis hin zum Gärtner des Weißen Hauses, Scott. Letzte Nacht haben Sie mit Verschwörungstheorien nur so um sich geschmissen. Ich denke, die letzten zwei Wochen waren einfach zu viel für Sie. Sie brauchen Hilfe.« Scott schwieg. Warum versuchte Shaw, ihm etwas anzuhängen und ihn wie einen Verrückten aussehen zu lassen? Er log wie gedruckt. Aber wieso nur? Es gab nur eine logische Antwort. Er selbst war in die Sache verstrickt. »Scott, Direktor Jameson hier. Hören Sie, Junge, ich will, dass Sie sich freiwillig stellen. Sagen Sie uns, wo Sie sind, und wir kommen Sie abholen. Ich verspreche Ihnen, dass wir uns alles anhören, was Sie zu sagen haben. Teilen Sie uns einfach mit, wo Sie sich jetzt aufhalten.« »Ihr großzügiges Angebot in allen Ehrendirektor, aber ich muss vorerst höflich ablehnen.« »Was Sie angeht, Agent Sean, ich habe Sam Harper geschworen, dass ich die Männer aufspüren werde, die für seinen Tod verantwortlich sind. Sie stehen jetzt auch auf dieser Liste, Bill.« »Einen schönen Tag noch.« Harworth beendete den Anruf. 42 Falls die Ringfahndung nicht bereits in vollem Gange war, würde es nicht mehr lange dauern, bis sich die Schlinge zuzog. Er hatte den direkten Befehl seines Vorgesetzten verweigert, sich zur Befragung im Zuge von Mordermittlungen einzufinden, in denen seine Waffe eine zentrale Rolle spielte. Das dürfte ausreichen, um ihn ganz schnell an die Spitze der Liste der meistgesuchten Personen im Großraum DC zu befördern. Er hatte also nicht viel Zeit. Er wollte sich gerade aus seinem Computer zu Hause ausloggen, als er das kleine Fähnchen entdeckte, das ihm anzeigte, dass er eine neue E-Mail erhalten hatte. Obwohl die Zeit drängte, überwog die Neugier und er klickte rasch das Mailsymbol an. »Sehr geehrter Herr, danke für Ihre Anfrage bezüglich unserer Produktlinien im Bereich Tafelschokoladen. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass die Marke Lieber-Schokolade derzeit nicht in den Vereinigten Staaten erhältlich ist. Diese Marke wird exklusiv für den Schweizer Markt hergestellt und auch nur dort vertrieben. Wir möchten Sie aber darauf hinweisen, dass Nestlé über eine ganze Reihe hochfeiner Schokoladenkreationen verfügt, die Sie in den USA und anderen Ländern erwerben können. Für eine komplette Liste unserer Schokoladenmarken und aller weiteren Nestlé-Produkte besuchen Sie bitte unsere Webseite unter …« Scott lockte sich zu Hause aus und meldete sich dann auch vom Rechner im Café ab. Er bezahlte sein Frühstück und seine Online-Zeit bei dem Öko-Mädchen, das hinter der Theke stand. Dann verließ er den Laden. Draußen sah er sich rasch in beide Richtungen um, suchte die nähere Umgebung ab, aber ihm fiel nichts Beunruhigendes auf. Scott ging die G-Street bis zur Twentieth Street hinunter, bog links ab und wandte sich dann nach Norden in Richtung die Pawn Circle. Vor nicht einmal zehn Stunden war er unweit von hier aus einem Taxi gestiegen, um sich mit Nathalie Spirando und André Martin zu treffen, und nun waren beide tot. Und jemand versuchte, ihm die Morde anzuhängen. Und dafür konnte es nur einen einzigen Grund geben. André hatte mit seinem Verdacht zu 100 Prozent ins Schwarze getroffen. Es begann wieder zu regnen, und Scott betrat einen kleinen Eckladen, in dem er einen Regenschirm und einen hässlichen Twiethut erstand, wie ihn sonst nur Rentner trugen. Das schlechte Wetter kam ihm insofern gelegen, als er den Kragen seines Mantels hochstellen und den Hut tief ins Gesicht ziehen konnte, ohne zu wirken, als wolle er sich verstecken. Nachdem er Nathalie gestern 200 Dollar gegeben, Fahrkarte, Frühstück und Online-Zeit bezahlt und jetzt auch noch Schirm und Hut erstanden hatte, besaß er noch genau sieben Dollar in bar. Auf der anderen Straßenseite entdeckte er eine Geldautomaten. Er steckte seine Karte in den Schlitz und gat die Geheimzahl ein. Dann wählte er den Betrag von 200 Dollar aus und wartete. Anstelle des üblichen Klapperns und Rascheln, das die Geldausgabe des Automaten machte, hörte er das Geräusch des eingebauten Druckers. Das war kein gutes Zeichen. Auf dem Bildschirm erschien die freundliche Botschaft, zu diesem Zeitpunkt ist leider keine Abhebung möglich. Bitte versuchen Sie es später erneut. Können die mein Konto eingefroren haben? fragte Scott sich. Das kann doch auf keinen Fall so schnell gehen. Es musste ein Zufall sein. Er steckte die Bankkarte wieder ein und ging weiter in Richtung die Pond Circle. Als er die M Street erreichte, winkte er ein Taxi an. Er bat den Fahrer nach links, in die Massachusetts Avenue abzubiegen und dann die Embassy Row entlang zu fahren, an der Villa des Vizepräsidenten und der Nationalen See warte vorbei. Als er sicher war, dass der Wagen nicht verfolgt wurde, wies er den Fahrer an, die Richtung zu ändern und auf der Florida Avenue zurück zu North Capitol Street zu fahren, um ihn dann am Bahnhof Union Station abzusetzen. Die Fahrt kostete mehr, als Harworth noch in der Brieftasche hatte. Aber er wusste, dass die Taxen dieser Firma auch Karten nahmen. Er beugte sich vor, um zu sehen, ob der Kartenleser seine Karte akzeptierte. Und war erleichtert, als das Gerät Zahlung erfolgt anzeigte. Er hatte wegen des Geldautomaten überreagiert. Seine Konten waren nicht eingefohren, zumindest noch nicht. Auch wenn der morgendliche Stoßverkehr längst vorbei war, drängten sich immer noch sehr viele Menschen in der Bahnhofshalle. Harworth ließ den Mantelkragen hochgeschlagen und zog sich den Hut noch tiefer bis knapp über die Augen. Er klemmte sich den Schirm unter den Arm und ging mit hochgezogenen Schultern durch die Halle, so als ob die kalte, feuchte Luft ihn frösteln ließ. Die Hände hatte er tief in den Manteltaschen vergraben, und seine Rechte spielte mit einem Schlüssel, den André Martin ihm gestern Abend beim Abschied in der Bar zugesteckt hatte. Eine Kopie meiner Versicherung, hatte André geraunt. Für Züge hatte ich immer was übrig. Sieh nicht aus, Gott? Das waren André Martins letzte Worte an ihn gewesen. Harworth bahnte sich einen Weg zu den Schließfächern und ließ den Blick aufmerksam umherwandern, suchte nach Verfolgern, Wachtposten oder Beobachtern. Normalerweise würde er jetzt irgendwo eine Weile stehen bleiben und versuchen herauszufinden, ob die Schließfächer überwacht wurden. Aber dafür hatte er diesmal keine Zeit. Je länger er sich hier aufhielt, desto wahrscheinlicher war es, dass das Netz der Ringfahndung sich um ihn herum schloss und er in der Falle saß. Harworth registrierte mehrere potenzielle Ausgänge, die er notfalls mit einem schnellen Sprint erreichen könnte, und wandte sich dann, nur mäßig beruhigt, wieder der Wand mit den verschiedenfarbigen Schließfächern aus Metall zu. Er warf einen Blick auf den Schlüssel mit der Nummer 68 und fragte sich, ob Martin dieses Schließfach mit Hintergedanken gewählt hatte. Da gab es den alten Karlauer, den er womöglich im Kopf gehabt hatte. Was bedeutet Stellung 68? Na ja, fast das Gleiche wie 69, nur, dass du es mir machst und ich dir einschulde. Sollte das Schließfach irgendetwas bergen, das Gott als Beweis für seine Unschuld und Senator Snyders Verstrickung verwenden konnte, dann schuldete er André eine ganze Menge. Er folgte der Reihe der Schließfächer, blieb vor der Nummer 68 stehen und warf wie zufällig einen Blick auf die Monitore, auf denen Abfahrten und Ankünfte angezeigt wurden. Niemand schien ihn zu beobachten, also steckte er den Schlüssel ins Schloss und öffnete das Schließfach. Darin befand sich ein brauner Umschlag, den er hervorzog und in der Innentasche seines Jacketts verstaute. Mit gesenktem Kopf, aber nach wie vor nach Bedrohungen ausschauhaltend, machte Scott sich auf den Weg zum nächstliegenden Ausgang. Eine Gruppe aufgeregt schnatternder Teenager mit Koffern und Kissen kreuzte seinen Weg, offensichtlich auf dem Weg zu einem Schulaussflug. Er musste kurz warten, bis sie alle an ihm vorbeigehastet und gehampelt waren. Dabei bemerkte er zwei Männer, die ihm zuvor nicht aufgefallen waren. Sie standen keine drei Meter weit entfernt und starrten ihn direkt an. Freundlich sahen sie nicht gerade aus. Sie trugen normale Straßenkleidung, aber ihre Blicke und ihre Statur wirkten nicht wie die zufälliger Passanten. Bevor er den Gedanken zu Ende verfolgen konnte, kamen die beiden Männer auch schon auf ihn zu. »Sir, können wir Sie einen Moment sprechen?«, fragte der eine. Harveth wechselte die Richtung und beschleunigte seine Schritte. Er konnte hören, wie die Männer hinter ihm ebenfalls schneller gingen. Zwei Sekunden später folgte ein leises, metallisches Klacken, das er sofort als das Einrasten einer Messerklinge identifizierte. Ob es sich um ein Springmesser, ein Stilett oder eine andere Art Messer handelte, war egal, denn die Botschaft war eindeutig. Er sollte den Bahnhof nicht leben verlassen. Dass die Typen anstelle einer schallgedämpften Pistole eine Klinge benutzten, lag sicher daran, dass es so aussehen sollte, als sei er lediglich Opfer eines krude ausgeführten Raubüberfalles geworden. Immerhin wusste Harveth jetzt, dass die Kerle Profis waren und ganz sicher nicht für die Guten arbeiteten. Er führte, dass sie näher kam, wagte es aber nicht, sich umzuschauen. Weil er sich von ihnen weg und in die entgegengesetzte Richtung gewandt hatte, fand er sich nun in einem weniger geschäftigen Teil des Bahnhofs wieder. Hier befanden sich zwar ebenfalls mehrere Menschengruppen, aber keine davon nahe genug, um etwas zu bemerken, wenn er angegriffen wurde. Höchstwahrscheinlich planten die Männer, ihm von hinten das Messer zwischen die Rippen zu stechen und ihn dann zu einer der Bänke nach weiter hinten zu schleppen, so als sei er ein Freund, der zu viel getrunken hatte. Sie konnten ihn einfach wie einen nassen Sack auf der Bank absetzen und sich davonmachen, während er verblutete. Es würde von ferner so aussehen, als schliefe er lediglich seinen Rausch aus. Seine einzige Chance bestand jetzt darin, ganz schnell zu handeln. Er ging schneller und tat so, als wollte er den Abstand zwischen sich und seinen Verfolgern erhöhen. Als die beiden ebenfalls ihre Schritte beschleunigten, stolperte Harith und verdrehte sein Bein, so als wäre er umgeknickt. Das Ganze musste aussehen, als ob es furchtbar schmerzhaft wäre. Die beiden Männer witterten ihre Chance und eignen zu, aber darauf, was Gott vorbereitet. Wie erwartet taten die Killer, als wollten sie einem Freund zu Hilfe eilen. Dieser Schachzug war unter Agenten bekannt und verbreitet. Als Gott zu fallen drohte, streckte der erste Mann die Arme aus, um ihn zu halten, während der zweite sein Messer für den entscheidenden Hieb bereithielt. Aber dann machte Harith eine Bewegung, die der Schwerkraft zu trotzen schien. Er bremste seinen Sturz wie in Zeitlupe ab und schnappte sich den ersten.